äh genau wir spielen heute waho trauma dafür habe ich mir ein paar leute eingeladen wir sind jetzt tatsächlich auch mehr geworden als wir ursprünglich geplant haben das finde ich sehr sehr cool aber insgesamt kann man das ja mit 2 bis 16 leuten spielen äh genau also wir sind jetzt hier warte wir sind 2 6 leute genau 6 leute sind wir die hole ich jetzt auch gleich rein damit ihr die auch hört und dann können die sich auch mal kurz vorstellen und halle leute genau ich habe jetzt kurz meine introduction gemacht ich denke da wäre es doch jetzt auch ein guter moment euch vorzustellen weil wer ist jetzt denn hier mit im kanal wer fängt jetzt an fangen wir an ich fange einfach mal an ja genau wenn du sie hier ja ja ich bin mir erst seit kurzem aus deutschland wir halten uns normalerweise nebenbei beim spielen so beziehungsweise spielentwicklung und so ein Zeug und ansonsten hin und wieder ein paar lustige let's plays ein bisschen spaß haben bei mir auf dem kanal so man hat sich jetzt leider kaum verstanden weil gleichzeitig der sub-alert vom gami vorbeikam vielen vielen dank für den sub genau aber wenn es hier dürftet ihr ja schon kennen den sieht man immer wieder hier bei uns im stream und genau heute ist mit dabei und nicht nur mit dabei als person hier im stream sondern hat auch seinen eigenen stream laufen oh gabi genau also falls ihr jetzt hier mitschauen wollt dann ausrufezeichen multi in den chat und dann findet ihr aus seinem stream kommt vorbei dann könnt ihr sehen quasi wie auf zwei seiten versagen ich noch einer genau hier immer so positiv der mensch natürlich weißt du wenn wir vorher die bar niedrig ansetzen können wir hinterher sagen wir haben sie übersprungen weißt du eine wunderbare taktik gut gut hört sich gut an so genau ich glaube wir machen das ist organisierter und außerdem haben wir noch den grüß dabei ja man kennt mich vielleicht auch von see of thieves und ich habe gehört leute wollen sich eigentlich vorstellen das ist sehr schön das ist dein eigener dein eigener sub also kannst dir nur selber die schuhe schieben schön genau außerdem scheint mir tatsächlich dass insgesamt alles heute lauter von obs wahrgenommen wird weil auch wenn ich das mikrofon hier keine ahnung auch so ein 30 cm entfernung habe wenn ich immer noch sehr sehr laut zu hören der typ mit den fässern jaja genau der typ mit den fässern ich habe ursprünglich verstanden der typ mit den messern und dachte so okay jeder hat den messer hallo ich kann nur mit den fässern nicht umgehen wenn ich bei dir auf dem schiff bin gami wenn ich mit unserer crew unterwegs bin ich habe schon mit einem stronghold gag ein zwei versus drei schiffs battle gewonnen alleine also der mann mit den fässern das ist der gulius und dann haben wir außerdem noch hier die warte mal wir gehen jetzt reihenfolgen durch den instan geht das dabei ja mein name ist sein geht das ich bin gamedesigner aus deutschland und alleiniger entwickler das beim berberol im spiel ist heromina das sich aktuell noch in entwicklung befindet ja viel mehr gibt es nichts zu sagen ich bin hier über rennesel und freue mich auf ein bisschen barotrauer wunderbar dann haben wir noch den ginseng dabei moin ich bin der dün ja gibt nicht so viel zu mir zu sagen kennt ihr könnt ihr vielleicht auch aus die es ist schon immer wieder dabei gewesen dann eine dini genau mich habt ihr auch schon öfter mal bei see of thieves mit gesehen genau ansonsten was gibt es denn über mich zu sagen keine ahnung du bist der kreise stream abends in an weihnachten zum beispiel ja was kreisel der kreisel ist der controller ausgegangen ich sehe den clip immer wieder hier deswegen kann ich das nicht vergessen aber ja das mit dem charity event ist auch eine wunderbare aktion da ist nämlich auch der gulius auch dabei jenius bisher noch nicht und die anderen beiden auch nicht aber daher könntet ihr sie auch noch kennen die beiden reisen dann immer mit diesem riesen einhorn an das ist also auf der couch ist eh schon kaum platz und dann bringen die noch dieses riesen einhorn mit aber es ist so schön flauschig es ist schön flauschig das ist wahr auch ein ersatz notfallsofa wenn es sein muss ja genau ja ja es gab schon in der deutsche voll war habe ich mich auf das einhorn gesetzt und das war super bequem im gegensatz zum boden definitiv ja gut und gami es liegt nicht an dir es liegt an euch beiden so ihr müsst an eurer interkommunikation arbeiten auch dann könnt ihr es ist nicht ihr gegeneinander es ist ihr gegen das problem ich schieb uns mal noch in den anderen kanal rein wenn wir hier nicht überrascht werden können ich hoffe fast man hört die auf dem stream nicht was hört man nicht? die sound von dem kanalwechsel auf deinem stream ne ich bin als letztes gewechselt von daher ach so was stimmt gami du hattest das spiel nicht und hättest du denn interesse weil es geht darum dass man gemeinsam mit einer crew von 2 bis 16 leuten im u-boot in der gegend rum fährt und durch cthulhu meere also cthulhu monster verseuchte meere durch dingst die videos nannten es koop drowning simulator koop drowning simulator ja ja eine wunderbare beschreibung das kann ich mir gut vorstellen oh voll gut ich merke gerade dass das in dem live channel also immer wenn ich hier live gehe dann kommt ja immer so ein screenshot von meinem aktuellen kanal und wenn ich jetzt echt wieder mit den teasern anfange ist auch immer direkt im bild drin was für ein spiel ich spiele und was der schedule für heute ist das ist cool das ist ja richtig schlau ich hätte mir das nicht besser ausdecken können also ich hätte das nicht ja ja aber wenn gami schon fragt worum es da geht können wir doch jetzt alle schon mal in das tutorial reingehen und das lernen und je runter bei zuschauen wie er es vielleicht lernt genau dann machen wir wechseln wir doch jetzt auch mal die ansicht oder nicht die ansicht aber mein bildschirm vor mir gehe noch mal rein machen wir jetzt eigentlich das tutorial noch irgendwie alle gemeinsam also beziehungsweise alle parallel alle parallel oder sowas alle parallel gut also für die also ihr könnt es ja schon mal machen in der zwischenzeit könnt ihr euch zugucken wie ihr da versagt ist die frage aber es sind halt fünf tutorials die ihr da durchspielen muss nachdem ihr die rollen ja haben wollt oh Gott in der zwischenzeit muss ich mal gucken das problem ist du kannst ja die eine rolle erst machen nachdem du die vorherigen gemacht hast ja ja das ist halt schon ein bisschen nervig ja dann machen wir doch alle mal die erste das erste tutorial äh und danach schauen wir wie weit wir kommen ohne wissen achso ach das meint der gami ja das ist natürlich unpraktisch ja ja ich hatte das falsch verstanden gami die frage ist jetzt was mir auffällt beim capture von dem spiel ich weiß nicht ob das auch auffällt gerund dass du äh zwar das menü siehst am anfang aber dann nachher nicht mehr weiter capture mhm also bei mir capture gerade das spiel selber nicht richtig ich muss da mal kurz ein bisschen rumspielen ok ja bei mir wird das kein problem sein weil er einfach quasi ein desktop capture machen von meinem laptop ach ja genau ich sollte hier noch erwähnen übrigens ja ja lieben lieben dank an den dank b der hat mir nämlich da noch äh vorhin irgendwie eine stunde bevor das stream angefangen hat noch schnell einen key geschickt vielen lieben dank ähm genau also hier ich hab tatsächlich auch wieder einen key bekommen hier witzigerweise nutze ich ihn jetzt gerade nicht selber ja weil ich hatte äh ich hatte den schon vorher eingesetzt meine fresse das ist halt wirklich gerade so als wären alle alle alerts sehr viel lauter als sie ursprünglich sein sollten jaja ja ich weiß auch nicht ähm ich seh schon du hast dann jetzt das problem dass du dir in der zwischenzeit deine ohren kaputt machst hier ist sehr praktisch und hallo äh hallo dorado schön dass du da bist wie geht es dir denn ich hab das jetzt mal versucht die breakdoll-taste ist sehr gut ok warte mal wir machen das wir machen das jetzt mal anders ich teste das jetzt erstmal bevor ich bevor wir hier weitermachen indem wir jetzt hier nochmal das dorado ach so ja natürlich habe ich jetzt die falsche taster hier wieder sehr praktisch also bei mir habe ich technische probleme auch behoben ich habe einfach auf desktop capture geändert jetzt sehe ich alles gut angst sehr schön ich habe mich schon gewohnt warum das für die ganze zeit gleich war so gut also ihr macht jetzt die tutorials ja ich habe damit auch schon mal angefangen um ehrlich zu sein weil ich sehr langsam bin im lesen von tutorials ich lese mir halt meist texte komplett durch und das raubt sehr sehr viel zeit ach das ist okay i feel you das tue ich ja auch ich lese ja sogar laut vor das heißt aufgewöhnlich brauche ich damit sogar noch länger ja ja lit rufen dann mach das mal dann mach das mal ja doppelklick geht also auch nicht nur dragon drop das ist sehr hilfreich manchmal besonders wenn du Waffen laden musst ich habe gehört leute wollen sich eigentlich vorstellen ja ich habe nur dragon drop und ich habe aus dem automatismus einfach doppelklick gemacht und das ging ok so ich spiel mal nebenbei auch mal kurz das tutorial nochmal durch ich habe gehört leute wollen sich eigentlich vorstellen irgendwas ist auf heute weil ich ist auch mein mikrofon mein mikrofon ist habe ich für gewöhnlich irgendwo hier aber wenn ich jetzt hier reinrede dann muss ich ganz ganz leise reden weil es ansonsten hart hart klippt und wenn ich jetzt hier laut rein rufe dann habt ihr keinen spaß und äh also irgendwas ist mit den sound einstellungen heute wieder sonst wie ich habe keine ahnung alles super laut ist es tut mir leid ich habe jetzt mal hoffentlich alles richtig eingestellt ähm die beiden main sounds die ihr so hören werdet ich glaube es waren auch die lautesten die es so gibt das horn und das sing obwohl warte mal wir könnten jetzt hier noch ein ding testen und zwar ähm das omega secret ja das ist nicht so laut ähm nein doch ok auch nicht so also reinbritzwehr sollten wir safe sein ähm mal schauen wenn du leichen aufsammeln musst um die ausrüstung zurück zu bringen aber leichen sind taschen ne die wenn du die wenn du wenn du das zeug was was der typ bei sich hat da jemand anderes mitbringen willst äh das ist ja meistens nicht so wenig das praktische in die tasche hast da kannst du das zeug alles reinschmeißen ah ok ja bei somber kannst du zum beispiel einfach die gleiche mitnehmen und da waren dann halt alle dinge noch drin oder dran oder drum dann brauchst du halt auch nur ein das problem ist das problem ist beim äh respawn weil äh irgendwann wenn du glück hast äh kommt eine äh wie heißt das ist ein kleines shuttle um dich wieder zurück zum uber zu bringen falls du gestorben bist und sobald das startet das shuttle hast du halt das problem dass du äh dass der der körper verschwindet der vorher irgendwo rumlag und wichtig du musst rechtzeitig von diesem shuttle runter kommen weil das irgendwann wieder verschwindet und wenn du nicht rechtzeitig runter gekommen bist bist du wieder weg du musst die aufs nächste shuttle warten ja gut das klingt das ist sehr schön wenn du nicht richtig docken kannst ah ok ich mein jetzt bin ich verwirrt ich hab grad den fire extinguisher genommen aber jetzt nicht in meinen quick slots drin ähm das ist ein gegenstand den du nur so tragen kannst du hast neben deinen quick slots müsstest du ihn angezeigt kriegen ja 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 schon aber also kann ich den ach so dann muss ich dann irgendwo hinlegen einfach oder wie ja genau einfach runterziehen von dem quick slots und dann ist er lecker das ist ein item was zu groß ist um so einen inventarslop zu stopfen ah da würden also auch leichen sein quasi ja ja leichen die die ziehst du einfach nur hinter dir her die sind nicht irgendwie aber zum beispiel auch der tauchanzug ah ok im nachhinein sagt das einem ja gut was wir heute nicht alles lernen leichen sind taschen voll das schon zu groß für die hose sehr gut gut dann fang ich auch mal mit dem tutorial an hier ja wir haben das bei einem ein von diesen standard ich zeichne was natürlich misdraten lernen äh kängurus sind große kaninchen äh tiger sind weibliche löwen oder sowas ja ein strich ist ein baum schwarzer hintergrund ist ein spion oh gott so äh hier nochmal kurz zum spiel also barotrauma ist gerade in early access das merkt man an manchen stellen ich habe das jetzt komplett auf englisch eingestellt weil in manchen stellen eh auf äh auf äh englisch defaulted zum beispiel eben character editor da wird das äh ist noch englisch deswegen habe ich jetzt einfach bevor wir jetzt hier einen komischen sprachenmischmasch haben habe ich es einfach direkt auf komplett englisch gestellt ähm genau wird von irgendwie zwei studios entwickelt gleichzeitig äh der dalek ist dann der publisher und ich weiß nicht was ich mehr dazu sagen soll außer wir werden jetzt mal sehen wie oft wir hier ertrinken oder gefressen werden oder gefressen werden genau also wer einen warfetisch hat der könnte vielleicht in diesem spiel gefallen finden an diesem speil mhm an diesem speil spiel 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 spielgott ich finde es interessant wie man diesen oxygen tank einfach wie so ein kaffeebecher mit sich rum trägt spielgott okay die kameras ist ein bisschen wonky ja da muss man sich erstmal daran gewöhnen so ähm was auch sein kann ist ähm zumindest war es bei mir auf dem laptop so dass er zuerst das spiel auf den internen klarkkant gestaltet hat was natürlich sehr unpraktisch war Dezent, wir werden rausfinden ob das mein PC auch gemacht hat. Übrigens weiß ich das im Tutorial nicht sagen, was aber vielleicht praktisch für euch ist, wenn ihr Shift drückt könnt ihr schneller laufen. Sprinten, genial. Amazing. Das ist ja etwas was sehr sehr hilfreiches. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay, wir können also Dinge aufmachen. Hier ist ein wunderschöner Plan, den wir leider nicht in Größe suchen können. Ähm. Ach was, es gibt ja ein Video dazu? Ja, wenn du nicht weißt was du machen sollst, kannst du ja auf dem Video nochmal nachmachen, was los ist. Wird das dann in-game geöffnet oder macht es einfach so Browser? Das ist in-game. Kurzer quasi Clip, der da gezeigt wird. Okay. Oh, tatsächlich. Also. Ich habe gehört, die konstruieren sind leere Sauerstofftanks. Das ist super dafür. Ja. See what's in Sonno dafür. Point acting with it. Left my eyes. Transfer item by dragging or double clicking. Äh. Okay. Oh Gott, hey. Leertaste ist eine sehr wichtige Taste in diesem Spiel. Okay. Was? Durch los. Ah, hinlegen. Dreck doll. Okay, was ich jetzt noch nicht gecheckt habe, ich habe zwar jetzt zwei Oxygen-Tanks mitgenommen und kann die wie eine Tasse in der Hand halten, aber mehr passiert auch nicht. Ähm. Wo bist du gerade? Submarine Maintenance. Okay. Also ich bin gerade getaucht und ich habe also zwei Tanks dabei, aber ich weiß ja nicht, ob ich irgendwie auf den Anzug draggen muss oder so. Ähm. Na, wenn du, wenn du Sauerstoff bei dir irgendwie austauschen musst, äh, irgendein Gegenstand kannst du, wenn du mit der Maus auf den Gegenstand, wo du Sachen austauschen kannst, drauf gehst, erscheint über den Gegenstand noch ein Feld, wo du das siehst, was drin ist. Äh. Sei es Munition, sei es Sauerstoff, sei es irgendwelche anderen Sachen, weil je nach Werkzeug brauchst du manchmal andere Sachen, die rein müssen. Ja. Und wo genau ist das Loch kicken muss? Ganz rechts. Ganz rechts? Ganz rechts? Das ist ein bisschen gleich zu sehen. Äh. Weiter. Genau, du musst da schwimmen. Ach ne, Moment, das ist Gerung, der schwimmt. Aber ja, da, wo's bei Gerung grade ist. Nee, ich komm schon weiter. Ach so, äh, auf dem Boden. Weiter auf dem Boden. Das zweite Loch ist auf dem Boden. Aber du musst auch erst wieder eine Tür aufmachen, wo dann Wasser entgegen dir kommt. Ja, ich bin am ersticken, deswegen fragte ich, wo das Loch ist. Äh, ich komm mal. Ich mach dir grad den ganzen Boden, aber ich weiß nicht. Du sollst jetzt gleich die Luftflasche austauschen, nachdem du nicht gleich hast. Äh, bevor ich die Tür aufgemacht hab und dann hab ich das Loch nicht gefunden. Und dann bin ich langsam aber ersticken. Äh, was übrigens auch sehr lustig ist, wenn du diese Tauchanzüge anziehst und da keine Luft drin ist, seid ihr auch sehr schnell am ersticken. Also immer, äh, mindestens eine volle Luftflasche im Inventar behalten, ist eine gute Idee. Weil man weiß ja nie, wie nett die anderen Leute waren, mit denen man grad zusammenspielt. Oder wenn man mit Bots spielt, wie gesagt, wie häufig sie einfach, äh, quasi, Tauchanzüge mit leeren Luftflaschen liegen lassen. Das ist mein Körperstoff. Lacks. Was ist das denn? Ob ich Mikrolex hab? Ich weiß es nicht. Das stimmt. Doch, ich seh es grad. Ich hab immer wieder seltsame... Na, warte, wir könnten das eventuell fixen, indem wir das hier machen. Guck. So ein bisschen Stubbering bei dir. Jaaa. 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 Du musst halt mal gucken, ähm, du hast ja auch gesagt, dass du auf dem Laptop spielst. Jaaa. Äh, guck mal, was da dein Kartenprozessor sagt, wer den grad ausführt. Wie gesagt, bei mir war's schon... Nee, ich glaub, es geht um den Stream, nicht um... Also, ich seh grad immer, dass ich von den 60 Frames irgendwie auf 39, irgendwas runterdroppe. Und das ist nicht gut. Jep. Das ist nicht so verhindert. Das seltsame ist dann immer nur, warum? Das Internet hat keine Lust. Nein, ich glaub, es ist tatsächlich einfach nur Chrome. Gratis kann ich mir sehr gut vorstellen. Nimm mal diese Technik. Ich mach in der Zwischenzeit schon mal das zweite Tutorial. Ja, okay, mein Chrome braucht auch grad irgendwie 26, irgendwas prozent CPU-Leistung. So. Was passiert, wenn man irgendwie 30.000 Fenster offen hat? Äh, da wär's ne gute Idee gewesen, die vorher zu schließen, ne? Ja, aber ich brauch die alle. Und irgendwie alle immer zu schließen und aufzumachen, äh, danach ist halt total lästig. Du kannst dir einen Ordner machen und dann den mit mittlerer Maustaste anklicken. Dann werden alle neuen Tabs geöffnet. Ähm, das mach ich grad auch. Ich speichere grad die alle. Ähm, okay. Was hatte ich das mal gemacht? So. Ah, genau. Für Parkwind hab ich das gemacht, weil du kannst ja auch aus dem Browser Steam Spiele starten, weil das ja per URL funktioniert. Also ich hatte einen Ordner für starte Spiel und geh auf die Webseite und geh auf die Step-Seite. Das war sehr praktisch. So, ein bisschen Strom. Ah, ja. Hm, interessant. Das hat irgendwie nicht viel geholfen bei Chrome. Dabei hab ich grad irgendwie, also vermutlich 200 Tabs so gemacht. Ich muss einfach Chrome machen. Hä? Ich muss einfach Chrome machen. Dann ist er glücklich. Ja, Strom. Oh, hier Strom. Hm. Ich bin auch wieder. Die regeln grade Strom. Genau so, da müsste ich dann wirklich jetzt durch jedes Fenster durchgehen und alle Tabs speichern. Das wäre halt auch irgendwie... Ich hab hier halt noch irgendwie 20 Fenster offen. Was durchaus der Grund sein kann, warum das hier ruckelt. Ich bin nicht die Einzige, die nicht weiß, wie es weitergeht. Wo bist du? Nachdem ich ein breite, große Leck geschlossen hab, darf ich gern warten. Du musst aufs U-Boot. Du musst aufs U-Boot nach unten. Nach unten? Und irgendwie fühlt sich das aber nicht an, als ob das daran liegt. Ich bin nach oben geklettert und hab jetzt ein Status-Monitor gefunden. Hey, du solltest nach unten aufs U-Boot. Ähm, du kannst auch nochmal nachlesen. Du hast ja den keinen Chat links. Ja. Da steht normalerweise auch drin, was jetzt quasi deine nächste Aufgabe ist. Das hab ich gehofft, aber da steht leider nichts. Ich stelle nicht, dass du aufs U-Boot kommen sollst? Nein. Ne, es ist tatsächlich was anderes. Ein zweites U-Boot, das hab ich überhaupt nicht becheckt. Ich bin einfach... Also der einzige Weg war die Leiter runter. Ich hab nicht gecheckt, dass ich damit in den U-Boot reingegangen bin. Ja. Ach du, idios. Das ist halt das mit Early Access-Spielen, gell? Ja, ist ja nicht schlimm. Das musst du aber auch echt lernen. Es ist was anderes. Ich muss sagen, Half-Life Alyx hat das sehr gut hinbekommen. Also, glaub ich zumindest. Ich bin halt mit dem Wissen reingegangen, weil ich weiß, was sie tun. Also, wird mir schon alles rechtzeitig beigebracht. Und das heißt, ich bin auch im Zweifelsfall, wenn ich was nicht wusste, einfach weitergelaufen und statt mich umzuschauen, dann hat das sehr gut geklappt. Ach. So, und jetzt hoffe ich, ich ersticke nicht, denn die Lauter-Hoch-Höfe hat mich gerade dazu gebracht, dass mein Sauerstoff war der ist. ich bin gerade dabei neue verkabeln zu leben ganz möglich ja ok nuclear ist auf der rechten jetzt habe ich die info mit der u-bootwartung bekommen nicht gemerkt dass das ein u-boot ist obwohl da ein großes robot war schon kommt ja doch aber dann musst du erst mal die leiter runter okay dass du fängst ja quasi nur stationen und hier ist dann aus der station aufs u-boot das ist das was quasi die geschichte ist ach so so jetzt machen und soll die tür nicht schließen wenn man gerade durchläuft hört sich nach einem sinnvollen diggern er sagte mir ich könnte den taucheranzug jetzt ausziehen aber das funktioniert genau auf den taucheranzug draufklicken und ihn einfach über das symbol zu holz das aus dem feld raus ist es okay der schweiß nicht ab nee der ist leider ein bisschen zu groß dafür alles klar der bleibt einfach nur rumliegen dann ok ja das war mir nicht was dann so 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 magschon du wirst es mal schaffe auf anhieb den reaktor anzuschalten um ihn zum explodieren zu bringen ach man darf nicht hin das macht man soll man in das rote oder nicht hin das rote ähm im krönen bleiben im krönen bleiben ja auch bei der load auch bei der load ne Ja, und du musst alles aufpassen, dass dann der, ja genau, zwischen den Pfeilen immer bleiben. Und du musst halt drauf, dich drum kümmern, dass auf beiden Seiten, der im Grün bleibt, generell, der Pfeil, weil sonst kann es sehr schnell passieren, dass das Ding sich halt überhitzt. Ach, das ändert sich auch dauernd, ui. Ja, es ist die Frage, wie viel Batterien du drin hast und sonstiges Zeug, auch noch zusätzlich. Das ändert sich dann halt immer ein bisschen. Amp, Low, Output, Lower, ich bin mit all dem Grünen. In dem Fall normal sind die APM ein bisschen runterdrehen und auf der anderen Seite, also den rechten bisschen runterregeln, auf der linken Seite dafür ein bisschen höher regeln, weil du musst eine gewisse Grundrotation bringen, damit dann irgendwann der Autopilot anspringt. Ah, jetzt kann ich auf Automatic setzen. Nö, ist es nicht Chrome. Cool, meine CPU hat tatsächlich weiterhin schaden, anscheinend. Schön. Ja, ich muss jetzt, also ich habe jetzt dadurch, dass ich jetzt weniger beansprucht, schon mal dafür gesorgt, dass jetzt die Mikrolex vermutlich weniger krass sind. Ähm, also ich droppe jetzt halt nicht zu 9,30, sondern eher so zu 58, manchmal zu 9,40. Ähm, ungeil ist es trotzdem und ich muss mich halt wirklich, ich glaube, einen neuen Rechner kümmern, weil, was auch immer mit dem hier passiert, dass, ähm, irgendwas scheint daran dauerhaft broken. Ja, technisch. Nicht so geil. Na gut, wir lassen uns jetzt hiervon nicht stören, ich hoffe, ihr könnt trotzdem damit zurechtkommen. Ich habe jetzt mal geschaut, dass der Impact ein bisschen geringer wird. Ähm, genau. Dann machen wir jetzt mal hier mit dem Tutorial weiter. Weil wir müssen jetzt immer noch irgendwelche Dinge kaputt machen. Äh, äh, ganz machen gerade. Kaputt machen wir später. Ne, ich muss irgendwas dekonstrukten und konstrukten, von daher. Achso. Ah ja, du musst, ähm, Aluminiumflasche. Auseinander liegen. So, ich habe übrigens in der Zwischenzeit schon das zweite Tutorial gleich gespielt. Nochmal. Und war so nett und habe überhaupt nichts erklärt oder gesagt. Ich habe es einfach gemacht. Wir wollten ja Geron nicht spoilern. Tja, das ist lieb. Achso, warte mal. Wo ist denn hier der Constructor? Ach, das ist der Constructor. Äh, du musst in den Deconstructor rein und dort eine von den Aluminiumflaschen rein schützt. Ja, ich habe gedacht, das kann ich nur im selben Ding machen, aber ich muss zum nächsten Gerät gehen. Achso, ja, im nächsten Ding ist der Constructor zum... Achso, ja. Da gibt es zwei verschiedene Teile für. Um das hübsch zu bauen. So, dann fangen wir mal das dritte an. Achso, ja. Medizin. Ich erinnere mich. Medizintraining. Bon. Äh. Gott. Diese Kamera ist so furchtbar. Das ist ja auf dem Fall, dass halt deine Maus ist, denn? Hm? Hm. Hörst du jemanden? Keine Ahnung, was ich für die Autos wohnen ist. Warte mal, warum war da jetzt dieser Riesenkasten von wegen... Warum bin ich jetzt hier an einem Schrank vorbeigelaufen, wo ganz viele Krempel drin waren? Ähm, das ist normal auf der Station. Ah, okay. Wenn du da runter gehst, geht der runter. Ähm. Genau. Und irgendwann fängt der an zu trinken. Wenn du ganz lang genug gemacht hast, und das kannst du brauchen, wo du es jetzt. Mhm. Genau. Das ist jetzt ein bisschen, dass du merkst, was passiert, wenn du in welches Fahrer besitzt. Oh, sind wir jetzt hier noch? Ja. Ja, manchmal wegen sich die Nadeln noch ein bisschen. Irgendwas sagt er da. Nooo. Das heißt, das ist hier. Das heißt, das ist hier und vor Ort. Da ist hier. Ja. Ja. Ja, genau. Und die ist wieder anfassen. Mhm. Ich will hier meinen Knicks da noch aufmachen. Dann nicht so nur zwischendurch auch mal ein bisschen mit dem Discord-Ausmake an. ja ich habe auch irgendwie sehr lange darauf gestartet und gefragt was ich gerade tue ja hat master fliegt deswegen ist wahrscheinlich der erste schritt des tutorials öfter passieren darf wenn es explodierte zeit explodiert passiert hat im tutorial und im spiel ja das schlimmste was passieren kann also wann die mission in der regel wirklich vorbei ist wenn du keine kobe oder irgendwas anderes hast um einen shot aufzumachen und auf dem gut niemand lebt und du nicht mehr reinkommen das ist dann immer sehr nett du kannst du auch nicht bedienen oder was es gibt stellen wo es geht es gibt so eine schleuse da kannst du quasi auch von außen kopf drücken um dann reinzukommen aber wenn du quasi von oben durch die schotte rein muss das geht dann in der regel nicht weil wenn du dich hat so eingefahren hast dass der ausstieg normalerweise raus gehst halt quasi verdeckt sind ja nicht hinkommen das ist dann sehr nett das hatten wir gestern als wir es mal ausprobiert haben einmal ich bin extra und weil ich hätte auch schnell und so gut rein wollte und nicht wieder mit dem rettungshutter zurück wollte in tauchanzug eingesprungen raus aus dem shuttle damit ich dann in so gut reinkommen und dann war das problem dass da die schotter nicht aufgehen und in der zwischenzeit war halt in sein das damit beschäftigt die ganze zeit das gut irgendwie zum laufen zu bringen weil es komplett überflutet war und ist dann halt unterwegs leider etwas ertrunken oder was das dann auch ein bisschen so leicht ertrunken ganz so ganz so ganz leicht passiert das gilt eine halbe stunde unter wasser elektronik verkabeln ja ja wir haben uns lange gehalten da an der stelle es klingt irgendwie spricht mit müssen wie die komplizierte version von we need to go deeper we need to go deeper ist ja quasi nur sei ein mob mit waffen und verprügel alle tiere die vorbeikommen und war gleichzeitig ab und zu ein u-boot das hier scheint ja eher so ein ihre verprügel dicht zu sein lange als security officer munition hast dass das leben toll werft es schon wohl und als captain da kannst du ja auch an die waffen das ist immer gut das erste was du machst als captain geht zum waffen schrank und eine waffe ok könnte sich nützlich anhören er besonders wenn dein u-boot nur nach unten und nach hinten schießen kann und du es irgendwie immer wieder schaffst dass die leute auf der brücke die ganze zeit kommen also auf der brücke immer einen pitch machen und da reinkommen was immer sehr hilfreich weil dann die leute ist reparieren wollen aber es immer gleich etwas gefressen werden wo viele armen monster sie kriegen davon doch bauchschmerzen ja menschen scheint zu schmecken manchmal diese ragdoll ist zu seltsam ja ich denke auch jetzt mal jetzt noch mal kurz springen und dann landet mein typ mit seinem gesicht auf dem boden arme bandage insuffisien power es ist eigentlich egal welchen draht man nimmt ja glaube ich also die haben glaube ich hauptsächlich als unterschied eine farbe ja ja die frage ist macht das einen unterschied ob ich den einen oder andere farbe nehmen das habe ich nicht festgestellt welche farbe habe ich denn genommen wenn du komplizierte dinge verkabelst genau das für selber überblick behalten dann einigt man sich drauf welche farbe was bedeutet leiter und klettern ist so ist etwas schwieriger für den einen oder anderen scheinbar ich habe das mechanic training gemacht jetzt machen wir das engineering training ich habe das engineering training fertig gemacht und dann kriegst du das fast fertig du kriegst noch mal das pop-up vom anfang ja warum ich war kurz sehr 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 verwirrt vielleicht ein käfer ja das captain training ja was soll man dazu sagen so dass das steuern ist ist eine kunst für sich online ja der reaktor brennt das steuern selbst ist nicht das problem auch hier nicht wo ich hin muss das ist also ich habe ewig kapiert wo ich hin muss und gleich habe ich jetzt endlich ah dieses mal sagt er sofort kommen ins u-boot nein vor dem gesicht von meinem typ ist gerade was explodiert und jetzt liegt er auf dem boden was tue ich trick space ja anscheinend war es das ich habe gerade muss sich vor dem medizintraining der jetzt schon zum zweiten mal von der leiter runter gesprungen ist und sich bein gebrochen hat dabei so kann man seinem doktor auch arbeit bereiten immer gut eben einfach genug morphine dass er sich gar nicht berühren kann und fertig ich glaube die können abhängig werden ach da gibt es auch ein gegenmittel für alles kein problem soo ich ziehe uns auf 2 sph nehmen heute mal bandage weg mehr morphine morphine ist das wichtigste ich weiß anders egal es hilft tatsächlich auch fast gegen alles das medic tutorial startet ja richtig gut ja du machst einen schritt und vor allem ist ein kompletter typ in einer ecke zusammen geknäuert ah ich habe mir dabei was gebrochen das überrascht mich jetzt keinen meter soo ja schon wieder das tutorial wie container funktioniert warum muss ich die weißt du ich bin konditioniert immer nach rechts zu laufen am anfang vom tutorial aber beim medic training muss nach links laufen ja das ist damit du es dann lernst dass du auch in eine andere Richtung laufen kannst aha interpretiert einfach so ich finde es übrigens komisch dass das tutorial sagt man braucht den wert von elektrik 55 und oben das banner durchläuft du hast diesen wert noch nicht ähm man das aber trotzdem machen kann ja es gibt unterschiedliche dinge die kannst du machen auch wenn du nicht den verforderlichen wert hast dann bist du einfach nur schlechter darin und es gibt dinge die kannst du gar nicht machen wenn du den entsprechenden wert nicht hast mit reparieren bist du einfach nur zu schlecht aktuell dass im tutorial interessant ist warum ich das gemacht habe ja also im endeffekt gibt es einfach nur eine chance dass es fehlen ja mich hat es halt nur verbirgt dass das im tutorial so ist ich dachte okay muss ich das jetzt vielleicht vorher trainieren bevor ich irgendwie das weitermache dann habe ich auf reparieren geklickt und es ging ja ja es ist so schön suitable treatments diosizin fentanyl morphin opium perfekt das ist doch wird ein guter trip glaube ich ähm ja es funktioniert so junction box serves as the main way to connect the submarine's devices to the power grid connect them with y's allowed power to travel between them ok to connect the items to drive on y in separate hand attack with e the item you want to enter y to to master the electric trick yeah anstatt mit einem ähm ähm wie heißt das dinge in den schluss und keine ahnung ok ähm dann nehmen wir hier nach start ja rewire ich hab keine ahnung wie Werkzeug heißt quatsche ok so kann ich irgendwie nur den letzten Quest neu starten oder muss ich das ganze Tutorial neu starten äh du kannst achso du musst von dem Charakter das Tutorial neu starten ja so viel ich weiß lass mich warten du hast den letzten Reaktor nicht hinbekommen oder so nein ich bin grad beim Pepton Training mhm mir ist die Energie ausgegangen weil ich einen riesigen Umweg gemacht habe äh äh du kannst doch Befehle geben an deine Leute dass einer von denen mal an Reaktor ran soll und sich drum kümmern dann sollte es eigentlich wieder gehen habe ich ist nix passiert warte mal wo ist denn das hier äh das sind alle Sachen ne ah hier fehlt eine ein Kabel schick mal eine Runde zu reparieren das ist vielleicht hatte ich eigentlich den Runde geschickt also ich habe jetzt neuer gestartet einmal aber eigentlich waren wir dafür erzeugt das verbrannt ja zumindest das Beschreibung des Spiels tun sie das auch permanent ah gut jetzt Punkt die Runde und das Problem ist auch wenn du zu lange pausst dann hast du wahrscheinlich das selbe Problem was wir gestern bei uns mit unseren Pots hatten ähm ähm die rennen halt wie gesagt rum die ganze Zeit sie haben ihr ein Headset auf äh das brauchst du quasi die Befehle übers Schiff auch mit kriegst und die Headset haben Batterien und die gehen irgendwann alle ähm wenn du die Batterie alles musst du zu der Person direkt hingehen vorher stehen damit dir ein Befehl geben kannst und du kriegst den Befehl nicht mit was ziemlich nervig ist und die Bots tauschen halt ihre Batterien nicht aus so und der einzige Weg als Mensch also ihr könnt jetzt äh in der Arena mit fighten warteweil außerdem fight in den Jet und dann seid ihr mit dabei wieder äh den Bot ausknockt ihn die Batterie aus seinem Headseten klauert und die Batterie auflädt wenn wir jetzt zurück geht zu dem Bot ihn nochmal ausknockt und die Batterie wieder reinpackt das wirkt ein wenig komplex das war eine sehr interessante Aktion ja trotzdem die Spiele sind eine absolutste Mutter ja es klingt schon danach ja deswegen bin ich froh mal jetzt eine Runde mit äh menschlichen Spielern zu spielen auch wenn sie Fehler machen kann man ihnen wenigstens erklären was sie falsch machen und dann können sie haben sie ein gewisses Potenzial besser zu werden es ist sehr ironisch ich stehe grad vor einer Tür darin steht ein Schild always open wenn ich drauf klicke closed ähm ich hab grad äh äh Herzlungen Wiederbelebung gemacht also äh hier Chest Compressions das wird auch nur so halb richtig animiert ne es wird irgendwie der je nachdem wie du gerade stehst die Arme einfach hin also ich hab und Aradom herzlich willkommen bei uns im Chat als wiederzubeleben aber er steht wieder ja solange die Arme auf der Brust sind funktioniert das naja äh ich hab hier grad gelesen find the subs electrical room und ich war nicht beim U-Boot gedanklich ja bei den Subscribern warst du ganz genau ganz genau solltest du immer mit dem ah ernst bei den Subscribern sein ich hab zum Beispiel an deinen elektrischen Raum gedacht ja ja das macht die ganze Sache nichts besser was ähm find the subs electrical room and repair the junction box ok ah ja genau übrigens arena 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 ja ja genau hallo franzi schön dass du auch da bist ja ja cool status monitor sagt mir nicht wo dinge sind weil ähm keine energie alles aus ähm ist das nicht ganz schön ja ähm du solltest aber Marker auf dein bei ihm links haben ah hier ja ich sehe die sind gerade hinter deinem Kopf so ein bisschen versteckt ach ne ich musste nur mit denen den Streit anfangen pf was erstmal Stress hier so Volker äh Kathleen kannst du bitte aufhören mir zu folgen geht das was wait wait ja genau wait hier danke kaching sehr schön man medical scanner booster mit ah das ist der ok so nuclear reactors provide power to submarine snap posts they require fuel to grade heat and train them to regulate the output live wiederbelebst siehst du ihn danach hinter dir her ja lässt ihn nie los das ist not breathing hm ich glaube das können wir ändern genau äh was ist das für eine 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 das wiederbeleben wird glaube ich mein Lieblingsfeature von dem ganzen Spiel Anna ja wir haben schon mal unseren Arzt fürs Team weißt du die die Position irgendwie auf den Knien aber rückwärts umgebuchen so dass er so ein Rad gebildet hat ich hab mich davor gekniet auf das rechte Knie und das linke Bein aber nach vorne ausgestreckt und hab ihn dann nennen wir es mal chest compressions gemacht haha okay jetzt weiß ich was du meintest mit dem Arzt linksy ich hab dir schon Morphium gegeben dann halt hier jetzt geht's hier schon ah das wirkt langsam okay gut ich hätte gerade nur fast meinen Patienten eine Überdosis gegeben nur fast du hast dich verbrannt du am Reaktor ja gut äh hat dir schon mal jemand gesagt dass du naja nicht nicht die äh Heizstäbe anfassen solltest die Fuel Rods nein so das geht auch alles über Zeit hier mehr Bandage du bist jetzt eine Mumie ich merke gerade das Spiel im Hintergrund laufen zu haben wenn man gerade aufs Klo muss ist glaube ich nicht so gut Autsch ja weil der ganze Zeit im Hintergrund so ganze Zeit so ein Wassergeräusch ist so für die Leute die es die sich dessen noch nicht bewusst waren dieses Geräusch noch nicht gehört haben und es jetzt einfach nicht mehr hören nicht mehr nicht hören können äh tut mir leid oder vielleicht auch ein bisschen nicht so halt stopp stopp genau Morphium für kleine innere Verletzungen natürlich ja natürlich weil wenn es nicht mehr weh tut blutet es nicht mhm du musst du musst nicht hundertprozentig gesund sein du musst einfach nur arbeitsfähig sein und arbeitsfähig bist du wenn du nicht mehr Schmerzen spürst okay ganz simpel gut dass ich beim letzten Patienten gecheckt habe warum bei mir manchmal Dinge nicht funktioniert haben ich habe immer vergessen das Bein also ich bin mouse over gegangen zu der Verletzung und habe dann vergessen zu klicken dann habe ich ihm halt den Kopf verbunden wenn er sich den Fuß verbrannt hat ich habe in der Zwischenzeit jetzt nochmal das Training für den Security Officer durchgeführt ähm ich brauche für das Spiel also definitiv eine Maus ja Touchpad am Laptop ist nicht ich habe nämlich keinen mittleren Maustaste ähm manchmal funktioniert wenn du links und rechts gleichzeitig drückst ähm ähm let's try this ja aber äh äh du brauchst du wenigstest keine mittlere Maustaste ähm das ist ja für die Befehle gell ähm genau äh du hast oben rechts in der Ecke hast du so eine Übersicht über die Kuh-Mitglieder die du befehle teilen kannst um links ja stimmt oben links ja stimmt oben links so ein Marionettensobol glaube ich ne genau weil da drunter hast du quasi die Liste an Kuh-Mitgliedern und da ist ja ganz links äh bei dem Namen so drei Punkte wenn du da drauf klickst äh äh dann kriegst du auch das Befehlsmittel ah ok das ist sehr hilfreich ja genau das ist klar ich habe ihn ausgenommen er hat mich er kommt steh auf stirb 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 trauer ähm ja alter rot rot ok ist es Rektorphysics oder zum der einfach wieder stirbt beides beides man kann ihn hochheben und sich dahinter verstecken ach das wird ein super Abend heute ich bin der Crawler mit dem Stunbaiten verdammt soo versuchen wir nochmal ein bisschen als Käpt'n zu spielen äh ja Coilgun das klingt doch super meine Nerven hat das Andocken grad schon komplett gefressen einmal Coilguns? das Standard das Problem beim Andocken ist ja tatsächlich du hast ja wenn du das Dock Symbol auftaucht hast ja rundum diese vier Buttons womit du quasi so ein bisschen dich besser ausrichten kannst das interessant ist wenn du das benutzt stellst du automatisch auf Autopilot und wenn du in einer falschen Position bist äh sagen wir mal so der Autopilot ist gut um die Position irgendwo zu halten für alles andere würde ich ihn nicht benutzen äh unterschreib ich so unterschreib ich so ja und ja wenn du das vorher nicht wusstest dann passiert es halt regelmäßig dass dein Boot irgendwo hinfährt und du nicht mehr weißt was los ist weil du gar nicht dran denkst wieso ist der Autopilot grad wieder tschüss ja auf ihn funktionierst wieder ah ich sehe äh wir haben uns auch grad dabei Leute zusammen zu flicken cool hier ist eine Pumpe die Wasser ausspuckt ich finde das nicht gut wasn't me äh ja kann mal kann mal jemand die bitte äh was machen wir mit leeren Coilgun Boxen? Load Newников werden die irgendwo wieder vollgefüllt oder sind sie für immer leer? okay ich mache jetzt einfach hier zu ähh Das ist nicht mein Problem. Der Medic bei mir ist natürlich auch interessant. Die bleiben leer. In den Missionen später hast du verschiedene Stationen und dann hingehen kannst und dir dann neue Munition und sonstiges Zeug holen. Die Ressourcen sind begrenzt, die du hast an Munition und Waffen. Okay, das sieht jetzt eher aus als ein T-Baggen, aber okay. Ist es CPR? Trust me, ich bin ein Medic. Das ist genau das, was bei mir auch passiert ist. Ich habe mich aber irgendwie... Sehr gut. Wir sind in den besten Händen. Ah, jetzt verstehe ich nochmal die Recharge. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre eine Handfeuerwaffe. Dann wäre es mit einer Recharge-Raid. Komisch, aber so ist wahrscheinlich was du an Reaktor brauchst. Das ist immer noch hin. Ach, Mimi, Mimi. Na gut. 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 Ich bin... Wie ist es eigentlich? Man lernt jetzt natürlich die Rollen von den jeweiligen Menschen, aber kann man zum Beispiel Turrets auch als nicht Security Officer bedienen? Kann man. Nur schlechter. Ja, im Hintergrund gibt es ein Skillsystem, das du hast. Mhm. Und je nachdem, wer die Rolle du hast, das sieht man dann später, wenn wir bei den Mission-Screen sind und dann unsere Charaktere ausführen und solche Zeugs. Je nachdem, was du für einen Charakter hast, hast du bestimmte Skills besser oder schlechter. Mhm. Und du wirst auch, während du im U-Gut diese Aktion ausführst, besser oder schlechter, also besser, schlechter nicht, aber besser. Okay, also quasi wie so ein Leut. Mhm. Sehr schön. So, Harpunen, bringt mir den Baal. Hä? So, ich habe jetzt zwei... Man kann Stunsticks dual wielden, das ist auch eine sehr wichtige Information. Oh, der Typ hört mir nicht auf zu folgen, obwohl ich ihm schon mehrfach gesagt habe, er soll warten. Ja, das Befehlssystem ist sehr interessant. Ja, aber wenn ich ihm sage, warten, und es sagt mir... Ist er vielleicht verletzt und er möchte geheilt werden? Er hat keine Health Bar, die irgendwie angegriffen wäre, und wenn ich seine Sachen anklicke, ist auch alles einwandfrei. Okay. Äh, mit Haar machst du den... Ja. Da ist nichts. Ja, da ist nichts. Lass ihn einfach nicht dir herlaufen, macht nichts. Er fällt ein paar Mal Leitern runter, bricht sich ein Fuß, dann kannst du da drinnen rum, Doktor. Au. Äh, mein Tutorial ist stuck, glaube ich. Welches? Äh... Security Officer. Äh... Er hat gesagt, ich wollte mir die Waffen nehmen, hab sie jetzt auch schon genommen, hab sie auch equippt. Äh, hast du die, die Harpoongun gerade genommen? Ja, genau. Hast du die geladen? Äh... Am besten die Waffe anlegen. Äh, die Waffe anlegen. Äh, die Waffe anlegen. Und dann kannst du mit Doppelklick auf Harpoon automatisch in die Waffe reinladen. Ah, man muss die komplett voll machen. Ja. Äh, ja, der, der Schrank hat halt geblinkt. Und ich war verwirrt, warum der Schrank blinkt. Ansonsten für die Leute, die eventuell, äh, nochmal nachlesen wollen, was sie gerade tun müssen. Äh, wenn ihr auf das Objective, äh, wo dann so schön in diesem Türkisgrün, welche Papa auch immer das ist, äh, da eure Befehler habt, wenn ihr da nochmal draufklickt, kommt doch mal das Pop-up, wo ihr euch auch das Video uns was nochmal anschauen könnt. Das hilft vielleicht nochmal als kleiner Hinweis. Ja. Mark Raptors. Warte mal, wo ist jetzt eigentlich mein Stun-Beton? Achso, den hab ich noch in einer... Achso, ich soll meinen Security noch sagen, Mense-Guns. Äh, hier. Corporate Weapons. Ja. Oh, make sure to aim for, for mouth or belly. Ich hab ihm von hinten auf den Schwanz oben drauf geschossen, er ist gestorben. Same, same. Schweif, äh, falls das nicht klar war. So, ist der Mudrap-Druck. Ah, man kann Harpoon auch wieder aufsammeln. Wo soll man den drauf schießen? Auch, Kopf. Aber genau, er hat bei mir dasselbe gemacht. Schießen, genau, einfach in den Po. Ja, ich hab ihm einfach seinen Schwanz abgeschossen. Ja, Power-Zäpfchen. Hallo Rocker, wie geht's denn? Schön, dass du da bist. Ihr seid schon mal sichtiger als Offizier? Ja. Okay. Ich sagte ja, selbst wenn ich früher anfange, bin ich als Letzte fertig. Ah, das tut. Das macht ja nichts. Ähm, du kannst ja dann erstmal bei einer Runde, wenn wir irgendwann anfangen zu spielen, eine der einfachen Rollen nehmen, damit dich dran gewöhnt und dann nach und nach in die anderen Rollen reinwachsen. Ja, ich mach jetzt gerade auch, also ich fang jetzt mit dem Sicherheitsoffizier. Okay. For real an. Das passt ja. Ja, ich glaub, da wir sowieso nur einen Cap brauchen oder so, reicht's, wenn einer weiß, wie das funktioniert. Äh, wenn uns gegen Wände fährt. Juhu. Ja. Das ist das Gefühl das einfachste, was der Cap kann. Ja, gegen Wände fahren. Da bin ich verdammt gut drin. Jetzt ist es nur einmal passiert, weil zwei anläuft. Naja, je nachdem, was für eine Karte du fährst und wenn du dann irgendwann in eine Sackgasse rein landest und siehst, warte mal, das Ding sieht so aus, als ob du dein U-Boot da irgendwie durchquetschen kannst und dann quasi du schön am Boden lang oben und unten lang kratschst und die Mechaniker die ganze Zeit eigentlich nur noch am reparieren sind. Ja, ich hab gehört, wir bauen uns einfach ein eigenes U-Boot mit Rädern drumherum. Es gibt doch einen Editor, oder? Everett Mungo. Ah, okay. So, Swoosh. Kapitäntraining. Na ja, wird eigentlich die Munition in diesem Shelf ausgetauscht, oder? Also wird die wieder aufgeladen? Oder wenn das leer ist, ist es leer? Das ist leer. Okay. Ich find's gut, wie wir einfach wirklich so mit fünf Minuten Verzögerung dieselben Probleme, Fragen und Lösungen durch existieren. Das heißt, reinziviert ist es auch total bumms, wenn ich das dann darüber trage, das kann es auch einfach nur irgendwo hin droppen. Ja, später, wenn wir irgendwann eine längere Mission spielen, gibt's eine Station. Ja. Und da kannst du dir neue Munition holen. Okay. Na gut, dann probieren wir jetzt mal den Captain hier. Damit ihr auch hier alles gesehen habt im Stream, damit ihr nicht denken könnt, so... Oh ja, cool. Erstmal eine fesche Jacke an, okay? Weil alles andere ist scheißegal. Wir brauchen keine Skills. Wir brauchen nur fesche Aussehen. Jep. Oh, und wir können natürlich auch... Die Pfeife. Ja, Pfeife ist wichtig. Hat die einen Effekt, oder ist die einfach nur da? Ich glaub, die ist nur da. Calming's and Nerves... Ja, also gut. Ist der Effekt vorhanden, oder steht das einfach nur da? Ähm... Placebo. Okay. Follow me, Kathleen. Follow me, I don't know where. Somewhere. Ja, sie followt mir auch. Ich hab sie noch nicht gefunden und ich weiß auch noch nicht, wo ich hin muss. Aber es wird schon. Tiefer. Ja, wahrscheinlich muss ich in Subot. Ja, in Subot. Immer in Subot. Die Niemann hat das Schnips nicht gehört. Schade. Ah, ich hab Kathleen gefunden. Jetzt hat man sie gefunden. Kathleen followed mich aber nicht. Ja, das hab ich ja gemacht. Ja, ich hab auch mit der linken Hand und weit weg vom Bildschirm geschnipst. Da ist es ein bisschen leiser. So. So, warte. Maintenance. Jetzt hab ich etwas zu schnell an das Dockstück herangefragt. Kathleen, reparier meine... Nö. Okay, meine Beine sind in Ordnung. Falsch Haller. Alles gut. Emergency. Die Emergency. Ja. Wir haben einen riesen Vorteil. Kann ich eigentlich die Kathleen auch wieder loswerden? Ja, du kannst den Befehl canceln wieder. Ja, ich hab jetzt hier gesagt Wait. Aber das ist nicht dasselbe. In der Wait, dann bleibst du die ganze Zeit dort. Den selben Befehl nochmal? Äh, ne, ey, wenn du in dem Befehlsmenü, äh, drinnen bist, also hier, wo die Leute so, äh, wo die ganze Liste der Leute hast, kannst du auf den letzten Befehl draufklicken, dann cancelst du sie. Die ist so gut. Irgendwie glaub ich nicht, dass das funktioniert hat. Ich glaub, es hat nur dafür gesorgt, dass sie noch mehr wartet. Die gute Kathleen. Warte, äh, ich guck gleich mal bei dir ins Stream rein und sag's hier. Ich bin nur grad dabei, den Ugo zu docken. Das nicht ganz so funktioniert, wie es soll. Immer dieses Mimimi. Los, komm, komm, komm. Diesmal aber. Das lustige ist, meine, mein, 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 Steuerskill wird immer besser dadurch. Also ist ja alles schön. Äh, so, upright. Äh, danke Mechaniker, mitten beim Steuern mir die Power zu klauen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das ist, äh, das passiert regelmäßig. Dann viel Spaß, ihr Rocker. Und hol dir einen schönen Fußball. Bis bald. So, jetzt aber hier. Doc, 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 drin. Ich bin dran. Angekommen. So, äh, bei dem wir uns gucken. Was war das? Ein bisschen weiter runter, aber ich finde keine Licht nach oben. Ja, oben, äh, links hast du doch die Liste deiner Leute. Ja. Den du Befehl gegeben hast. Äh, und wenn du dort, äh, nochmal, kannst du auch nochmal aufmachen, genau. Auf dem Button genau. Wenn du da jetzt oben guckst, äh, wo den Befehl ist, äh, auf der rechten Seite, das ist du den Befehl, den du gegeben hast. Oh? Nö. Ne, nicht nur, nicht nur oben auf das Befehlsmenü, sondern einfach, bei dem Namen, neben dem Namen, neben dem Namen steht, äh, ja, der Befehl, den du jetzt hattest. Wenn du da drauf klickst, dann kennst du ihn zu dem Befehl. Genau, dann ist er weg. Okay, okay, okay. Genau. So. Dann folgt er dir nicht mehr. Dann drücken wir nochmal hier an, Doc. Ha. Ha. We'll go for the submarine by clicking on a sonar display. Ich jammer will just balance some of this. Das schiefkast ist auch mit weh als de. Mhm. Cool. Äh, äh, das aktive sonar einen Nachteil, sowas wie ... Ja. Ja. Okay. Okay. Steht auch dran. Wenn du die ganze Zeit an hast, äh, dann kommen irgendwann die Gegner. Im Tutorial ist das kein Problem, aber später schon. Äh, es gibt noch die Möglichkeit, du kannst ein gerichtetes Sonar verwenden. Da gibt's so einen Schalter unter dem aktiven Sonar. Wenn du ihn da anmachen kannst, dann kriegst du ein gerichtetes Sonar. Das hilft dann vielleicht ein bisschen besser durchzukommen. Oder eben manchmal musst du es noch ausmachen. Wenn du weißt, dass irgendjemand in der Nähe ist, dann mal ein bisschen auf Schleichfahrt gehen und hoffen, dass du weißt, wo du hinfährst und nicht gleich wieder ins die Sonar hinfährst. Quasi das gerichtete Sonar lockt halt nur Gegner aus einer Richtung an. Ja. Du pingst jetzt nur in eine Richtung. Ähm. Wie gesagt, das Tutorial kannst du so nah die ganze Zeit anlassen. Da ist kein Problem. Ähm. Wenn ich in den Kurs setze, ist das wie... Also wenn ich den Kurs auf Null setze, brennt er dann ab oder greift er dann einfach? Ja. Also er wird dann irgendwann auf Null gehen. Ähm. Was besser ist, wenn du wirklich stoppen willst zuerst... Äh. Du hast ja... Weil diese rote Kasten zeigt ja, wo du gesagt hast, wo du hin willst. Und du siehst normalerweise so einen kleinen Pfeil, der da lang geht wird. Der manchmal ein bisschen schwer zu sehen ist. Das heißt, der dein Richtungsvektor. Mhm. Und was am besten funktioniert, weil du hast ja Inertia noch hinterher immer. Ähm. Die nicht Kurse plotten lassen. Äh. Der fällt dann in irgendwelche Löcher rein, wo du hinterher nicht wieder rauskommst. Oder wie gesagt, rammt einfach mal mitten in eine Mauer rein. Das ist sehr lustig. Wenn du gerade tatsächlich den Helm verlassen musst, weil irgendwo noch was repariert werden muss und alle anderen Leute gerade beschäftigt sind. Naja, du schätzt Autopilot, ja fahr mal weiter. Äh. Läufst weg, um zu reparieren. Und im nächsten Moment hörst du es noch krachen. Und... Mist. Aber wenn die den Autopilot irgendwie benutzen, dass er sich in den Kurs nimmt und dann macht man das so nah aus? Oder... No chance. Äh. Ne. Ich würde mich nicht auf den Autopiloten verlassen. Okay. Also das ist das, was ich jetzt in den... Wir hatten gestern drei Runden versucht, gelernt habe. Autopilot hat mich immer enttäuscht. Ja. Autopilot zum Position halten und für absolut nichts anderes. Das geht sonst nur abzuschwerden. Genau. Ich sehe, Gerun ist jetzt auch gerade dabei, das Docken zu versuchen. Aber ich sehe, warum das Docken komisch... Äh, warum das Docken schwierig ist. Eilige Scheiße. Ne. Wirst du mal so... Ja. Und... Ja, bei Gerun sieht man ja gerade auf. Äh, auf extrem für die ist die es noch nicht gesehen hat mit dem Docken. Äh, diese vier Buttons, äh, Pfeile, die um und rum sind, wenn du da drauf klickst, schaltest du automatisch einen Autopilot ein, der dir bei dem Docken helfen soll. Und das kann sehr schön zu Problem führen, wenn du die Blech hast. Selbst wenn du auf die Pfeile klickst. Genau, der steuert dann halt ein bisschen hin und kriegt. Du siehst in der Mitte, wo er versucht, das Auto dann hinzusteuern. Ja. Ja. Das führt aber dann häufig zu Problemen. Also ich würde dir empfehlen, die... ...den Autopilot wieder auszumachen, Gerun. Und dann... Oh, warte mal. Das ist alles angewiesen. Ja, der geht automatisch an, weil du auf diese Pfeile geklicken hast. Genau. Ausmachen, wieder selber hinzusteuern. So. Einfach Autopilot wieder auszumachen. Genau. Okay, gedockt. Wow. Und sobald Leuchte draufdrücken, draufdrücken. Nicht erst warten. Genau. Ich sehe... Ja, das war mein Problem eben. Es war auch so, okay. Hm. Was blinkt denn da jetzt? Oh, ich könnte docken, ich könnte docken, ich könnte docken. Scheiße, wo geht docken, wo geht docken? Ah, vorbei. Ja. Okay, IC. Ah, ich dachte gerade, warum brenne ich? Aber ich habe einfach eine Flair an gemacht und mein Arm ist jetzt halt Feuer. Okay. Gut. Jetzt, ähm, Gerhun, machst du die Lobby auf? Ähm, kann ich machen. Genau. Wer ist denn eigentlich schon jetzt alles bereit? So, also ich habe mich entschieden, den Captain Stings nicht zu machen. Okay. Ist kein Problem. Okay. Ich habe währenddessen Guldius und Gerhun zugeguckt. Gerhun, ich könnte auch hosten, falls dein Rechner irgendwie wieder rumfühne nüt. Das sollte kein Problem sein eigentlich. Okay. Äh, ich bin hier wirklich auch bereit. Äh, ich bin auch bereit. Achso, ja genau. Also, ich habe mich entschieden, das nicht zu machen. Implizierte, ich bin bereit. Das dachte ich mir fast. So. Das hört sich an, dass unsere gesamte Crew fertig ist. Äh, sechs Leute. Oh, das wird lustig. Ich freue mich. Ich freue mich. Ja, wird bestimmt witzig. Gesundheit. So. Für alle, die neu dazukommen oder sowas. Ähm. Ihr habt gerade den langweiligen Teil verpasst. Quasi, dass du teuer ist zu spielen. Der nächste Teil geht gleich los. Genau. Also, wunderbar. Äh, kriegen wir hin. So, genau. Es ist kein Public Server. Muss ich das anhaken? Damit ihr den finden könnt? Ne. Äh, musst du nicht. Okay. Ihr findet das auch so. Genau. Das Passwort. Ähm. Ist. Schreib es am besten im Discord. Ist wie immer. Das sind die, die vier Buchstaben. Das hat man schon gesehen. So. Genau. Ich tue jetzt alles gerade so, als wüsste ich welche das sind. Ja. Ja. Im Allgemeinen steht es jetzt drin. Okay. Jep. Ah. Ja. Äh. 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 Das Passwort. Das Passwort nehm ich ja immer. Okay. Hast du es gefunden? So. Ja, ich weiß noch nicht wie ich reinkomme, aber äh, ich hab das Passwort zumindest gefunden. Auf Server Browser und rechts oben sollte dir Geron angezeigt werden und einfach dann auf Joint klicken nachdem du auf Geron. Ah, da. Oh Gott, bin ich blind. Ja, es sind auch sehr, sehr, äh, entsättigte Farben. Muss man dazu sagen. So. Was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist, äh, da ich dann zumindest nicht mit Grün-Rot-Probleme kriege. Ähm. Ich bin. Ich sehe Geron, aber ich weiß nicht wie ich ihn joine. Äh, draufklicken und dann ist ganz rechts neben dem Namen also ein Joint-Button. Ah, da steht im Deutschen nur Eiträte. Ja, muss ich mal Eiträte hier. Ja, ich mein, äh. Kommen sie rein in die Bude. Ja, ich mein, äh. Träte mal Eiträte. Träte mal Eiträte. Also äh. Träten sie mal Eiträte. Ah, wir könnten, wir könnten auch ein anderes Schiff, ne. Ah, ok. Ja. Also wir können die Asimuth, die Beryllia, die Dugong, Humpback. Ähm, wir sind sechs Leute, also solltest du aufpassen, ähm. Oh, recommended crew size, ok. Genau. Äh, die, der Humpback ist, glaube ich, bis sechs. Humpback ist vier bis sechs, Orca ist drei bis sechs. Äh, Remora, sieben bis zwölf. Ja, und gucke mal auf die, die, äh, Schwierigkeitsgrade. Genau, der Orca sah, glaube ich, gut aus. Ok, der Orca, hier drei bis neun, äh, drei bis sechs. Es ist Beginner. Beginner. Die ist aber Vanilla, das passt nicht zu uns, was? Ähm, with a relatively high top speed. Ja, komm. Äh, Orca hört sich ganz gut an. Machen wir das doch. Oh, man kann mit Traitor spielen. Nice. Ja, das sollten wir, das sollten wir in der ersten Runde nicht tun. Jetzt machen wir das. Ja, ähm. Wieso denn nicht? Game-Mode-Mission oder sowas? Ähm, ja, ich würde Mission empfehlen und dann erstmal so eine Hunting-Mission. Ah, ok. Also Monster. Äh, machen wir Salvage, Cargo und Combat aus. Gut. Genau. Wir gehen erstmal nach Monsternjagd. Dann machen wir keinen Bot, das ist, glaube ich, einfacher. Genau. Ja. Und wenn ich das richtig sehe, kann man rechts oben Job-Präferenzen als Spieler angeben. Genau. Wichtig, das ist wichtig. Das ist die Reihenfolge. Der erste ist quasi der erste, den du nimmst rein theoretisch und dann die Ersatzjobs, falls du nichts hast. Bei mir steht jetzt gerade Captain, Security, Officer, Engineer. Mhm. Und bei mir steht Engineer, Mechaniker und nichts. Also nur die beiden, ok. Äh, ich kann auch gerne noch Arzt im Worst Case machen. Äh. Also ich habe jetzt auch Captain Medical und Mechanik ausgewählt. Ok. Mal sehen, wer, äh, was dann die Captain kriegt am Ende, gell? Ja, wir würfeln das einfach. Weil es ist dann random. So. Sind alle bereit? Moment. Äh, da gibt es unten so ein Ready-to-Start-Button. Äh, eine Sache noch, ich weiß nicht, ob das festgestellt habt. Achso. Es gibt, äh, verschiedene Loadouts für die Jobs. Ah. Ihr kennt ja diesen kleinen... Ah, das ist das 1 oder 2. Genau. Wenn ihr da drüber hovert, äh, seht ihr quasi, was für einen Loadout ihr mitnehmt. Naja. Weil zum Beispiel, ich bin der Fan davon, den Captain ohne Waffe zu nehmen am Anfang. Also nur mit seiner Mutter Monika, weil Mutter Monika ist cool. Und... Ich wusste nicht, dass die auch noch andere Loadouts haben. Genau. Hatte das erstmal nur auf Aussehen gemerged. Hm. Äh. Ach du Scheiße. So viel Zeitungsmöglichkeit. So viel Zeitungsmöglichkeit. Genau. Und, äh, ja, der, neben Job-Preferenz ist der Button, Appearance. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, wahrscheinlich aussehen, woraus was übersetzt, vermutlich mal. Ähm. Auch viel. Wahrscheinlich. Naja. Da steht tatsächlich Aussehen. Was steht da? Im Deutschen steht da tatsächlich Aussehen. Ah. Oh, cool. Also richtig gerade. Gut. Äh, da könnt ihr noch einstellen, äh, quasi das Geschlecht und wenn ihr Haarfarbe, äh, aus dem Zeugst. Wenn ihr auf das Geschlecht drauf klickt, äh, kommt auch nochmal so eine, äh, Box, wo ihr verschiedene Köpfe auswählen könnt. Und ihr könnt euch einen von diesen unglaublich vielen schönen, absolut hässlichen Presets aussuchen. Genau. Ja, drei schöne Haarfrisuren. Ja. Aber es ist unmöglich, diesen Charakter editor einen ansprechenden Charakter zu machen. Und ihr könnt Bart oder kein Bart? Ja, Bart. Ja, äh, du kannst zwei verschiedene Arten von Bart machen. Und? Ja, es geht sogar drei. Genau, der muss der. Ha! Wow. Wow, wow. Ja, okay. Uncanny. Sieht sehr ähnlich aus. Ja, ich seh halt so aus, als wär ich tot. Gratulation. Ähm. Wie lange du so aussiehst, dürfen wir noch auf mich schießen. Alter. Was für ne Frisur. Ich bin mal gespannt. Ich hab nen Bucket entdeckt. Was für ein. Immer gut. Äh, wenn ihr den H-Cursor nach rechts zieht, so ein bisschen außerhalb des Bildes verrutscht der. Jetzt schiebt man's, ne, du musst jetzt vorsichtig wieder zurückschieben, Gullius. Nicht? Ansonsten mal noch nen kleinen Hinweis, äh, da wir ja jetzt über Discord spielen im Hintergrund, wir haben quasi einen kleinen Vorteil, weil normalerweise ist es so, dass der Chat, äh, und sowas dann nur noch zwischen Totenspielern erlaubt ist, wenn einer gestorben ist, also dass du noch mit anderen Totenspielern chatten kannst und solche Sachen. Da wir im Discord sind, äh, können wir die ganze Zeit reden. Und, das würd ich, äh, empfehlen auszunutzen, weil wenn du tot bist, kannst du, äh, das gesamte U-Goot einsehen und hin und wieder ein paar Hinweise geben. Skandalös. Ja. Ähm, äh, 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 du meinst ja den Hover of Serials eingestellt, äh, oh manch, oh manch, oh manch, oh manch. Was? Ich hab grad gesehen. No bullshit. Nur in Game Royals Chat. Nur über Headset. Ja. Ja, ja. Was hab ich denn gesagt? Ähm. Du hast oben beim Server da auf der linken Seite. Ja. Ja, das steht bei mir Casual. Casual? Casual? Casual. Mir steht Serials. Bei mir steht Serials. Bei mir steht Serials. Da steht er. Ja. Klick mir halt noch auf das Casual drauf. So. So, yes. So, yes. Mal gucken, ob es ändert. Ich glaub das macht aber absolut keinen Unterschied. Ja, das macht keinen Sinn. Äh, das ist nur, normalerweise, wenn du die Server öffentlich machst, äh, damit die Leute wissen, auf was sie sich einlassen, ist das immer. Ja. Und da ist es natürlich praktisch, wenn man vorher weiß, das wird Serials so Casual gehen. Aber ich bin der Meinung, wir sollten hier... Ne, ne, das war gar nicht der Grund, worauf ich gelacht hab. Ähm, ich hab gerade rüber geschaut in meinen Discord. Äh, in den Textchat von Allgemein, wo ich ja das Passwort reingeschrieben hab. Und Nick, der nicht mitschaut, einfach nur, bitte was? Ja, ich seh's. Supergut, ey. Supergut. Okay, alle sind bereit und würde ich sagen, drück ich jetzt mal auf Start. Dann fangen wir mal an. Äh, genau. Gucken, was passiert. Stream behind. Oh nein. Ah, okay. Ähm. Feststellung, bevor du Start drückst, vergewissere dich, dass Leute in dem Spiel sind. Ich konnte es gerade nicht mehr öffnen. Oh. Uh. Das du verloren. Large hostile Kreatur, so called Hammerhead. Matriarch. Okay. Hat aber geklappt. Gut. Gut. Äh, ich bin Captain. Ah, er macht was. Morphium. Ja, ich bin Captain. Morphium. Okay. Du darfst uns irgendwo in die Gegend schauen. Ähm. Sehr schön. Ich bin ein Security Officer. Cool. Ich schlag einfach alles klein. Wunderbar. Ich repariere Dinge. Antibiotischer Klebe. Äh. Bevor wir losfahren. Ja. Empfehle ich allen, einmal durch das Ubo durchzugehen und zumindest mal zu schauen, wo was ist. So. Äh, das nur als letzter Tipp. Ab jetzt halte ich quasi den Mund und lasse den Captain dann seine Befehle geben. Und beschwemme ich nur hin und wieder, wenn der Captain selten Befehle gibt. Wunderbar. Ehe. 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 Ja, du darfst nicht überall ran. Wo sieht man denn sein Level? Okay, wir haben Ghoulius gefunden mit seiner Hupe. Wo sind die Waffen? Okay, hier ist Ghoulius. Wo bist du? Ich bin auch Security. Ich darf da auch her. Ja, natürlich. Dann komm einfach her. Qualifizierte Worte wissen, wo die Waffen sind. Okay, ich finde es schon. Einer von euch sollte das aufmachen. Ich hab nicht draufgeklickt, es aufzumachen. Ich weiß nicht. Bidu, 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 bidu. Sorry, Ghoulius. Okay, ich hab die Verteilerkästen gefunden. Achso, das sind hier auf zum Ausklettern, alles klar. So, okay. Du hast eine Ente gefunden. Kann man das nicht machen. So. Du hast was gefunden? Du hast deine Ente gefunden. Hey. Die Hupe ist schön, hä? Ja. Okay, eine weitere Wumpe. Ach, das ist das obere Ende, okay. Warum hast du eine Hupe? Warum gibt man dem Chaoten schlechthin eine Hupe? Ähm. Ha, 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 ha. Hier ist also meine medizinische Station. Gibt es medizinisches Material, das einen stumm macht, äh, taub macht? Leider nein, glaub ich. Morphine. Du kannst es nur vonkier klingen lassen, glaub ich. Das ist auch das einzigste. Okay, haben denn jetzt alle mal irgendwie alles gefunden und haben grob einen Überblick? Nein. Wunderbar, dann lass uns doch mal anfangen, oder? Ja, dann können wir anfangen, wunderbar. Ähm. Ach so, äh, ich oute mich jetzt mal als die Vergessliche. Ich habe vergessen, was der Gelbe ist. Mach ich jetzt, äh, Löcher in Wänden zu, oder mach ich Elektrik? Elektrik. Danke. Deswegen ist deine Lampe da. Okay. War es Lampe? Ähm. Ja, nee, du hast ja ein Patch auf dir mit einem Stromzeichen. Stimmt. Wendlich hat eine Syringe-Gun, aber was für Syringes kann ich damit verschießen? Oh Gott, im Himmel. Du musst sie wieder herstellen. Bitte nicht! Wir werden alle sterben. Hallo? Warum habt ihr alle so Angst vor dir? Ich bin der Mary. Ich weiß auch gar nicht warum. Wir haben zwei Security Officer an Bord, wenn der Captain braucht nur das Wort zu sagen und das Problem hat sich erledigt. Okay. Ich bin, das Ding ist jetzt, das Schwierigste daran ist halt, dass er das Gegenteil bei geschafft hat. Das Schwierigste an der ganzen Geschichte ist, ne, jetzt ist er kein Verräter. Stellt euch das nur mal vor, wenn er Verräter ist. Hast du die beiden Waffen schon aufgeladen? Okay, genau. Ähm, dann mach mal jetzt... Ich bin aufgeladen. Ich bin von der Tür aufgeladen. Sehr schön. Ich bin von der Tür aufgeladen. Sehr schön. Mach mal hier den Reaktor an, damit wir hier mal Licht haben. Bereitet die Waffen vor. Dann schauen wir mal, dass wir ablenken können. So. Du kannst über das Befehlsmenü übrigens auch rein. Hat mir irgendwer grad Morphium geschossen? Ja. Äh, ne, ich glaube das ist, das ist der Low Oxygen. Okay, dann... Ja. Ja. Ja, weil die Lebensversorgung nicht anders. Dann bitte mal Strom anmachen. Ja. Ich hänge gerade am Kernreaktor, kann aber nichts einstellen. Hast du schon einen Fuelrod reingemacht? Ja. Es ist eins drin, ja. Ich kann aber nichts machen. Hast du ihn schon angeschallt? Also Nandja kriegt jetzt die komplizierteste Rolle im Team. Nice. Okay. Grundjurt ist grad umgefallen. Ja. Ja, ich ersticke. Sehr gut. Ja, ich bin dran. Aber ich sehe. Tja, äh, ich hab ne Sauerstoffmaske. Mein Problem ist es nicht. Stimmt, es gibt Sauerstoff... Ey, geht halt überall welche. Okay. Stimmt, machst du gerade Herz-Lungen-Wiederbelebung? Ich glaub... Oh! Die, die brennt! Achtung! Heilung, bitte! Woll ich euch sagen, warum? Woll ich euch sagen, warum das passiert ist? Ja. Weil ich auf mein Touchpad gekommen bin. Ich hab euch mal wieder rausgeholt. Ja. Hä, ich hab nur CPR gemacht gerade. Ja. Danke. Hat funktioniert. Ich bin aufs Touchpad gekommen. Und damit hab ich den Regler aus Versehen auf volle Power gesetzt. Dann... ihn hoch zu regeln. So wie's heute. Ah, okay. Sehr gut. Ah, sehr schön. Deswegen tut's mir leid, dass das gerade passiert ist. Ich wusste eigentlich, was ich zu... Ah, der Medical Scanner braucht keine Batterie. Das ist gut. Dann kann ich den dauerhaft equipped lassen. Kann ich mehr Morpheum mitnehmen. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus gerade. Haben wir auf... Ah! Ist das nicht irgendwo ein Waffensave? Ah, ja. Sowas. Wir haben da richtige Armory. Die ist für Security Clearance. Ja. Ich hab das jetzt übrigens nicht als die schwierigste Rolle. Weil ich seh die... Ich seh die... Ich seh die interessanten Waffen gar nicht. Okay. Ich würd nur sagen, wir legen mal ab. Da ist das Energy für die gesamte Verkabelung zuständig. Und der Reaktor kann ziemlich schnell Dinge ändern. Je nachdem viel, viel Power das Boot verbraucht. Ah, okay. Ähm, ja. Sorry, ich war... Aber auch... Sag mir vorm Ablegen Bescheid. Oh, warum? Warst du draußen? Für mich war ursprünglich. Ähm, ich war grad unten in einer der Pumpkammern. Und wurde grad, äh, fast, äh, naja. Hä? Vom Wasser, äh... Er war im Ballasttank. Als du getaucht bist. Ach so. Ja. Scooby. Alles gut. Das wusste ich nicht, dass das passiert. Alles gut. Ich bin sowieso im Moment auch nicht. Wieso könnte der Medic Sprengstoff herstellen? Also ich möchte mich jetzt nicht zu viel beschweren. Ähm... Gullius darf nie wieder Medic sein. Hallo, ich hab doch noch nichts kaputt gemacht. Äh, wir haben irgendwas Kaputtes? Ja. Wo? In San Gita hast du das gefunden? Ja, das haben wir jetzt extra im Chat gerade gepostet. Äh, das... Und irgendwo höre ich fließendes Wasser. Warum höre ich fließendes Wasser? Ja, wo rein? Ich... Weil ihr wahrscheinlich irgendwo dagegen gefahren seid. Ah ja, wir haben einen Lag. Und einen Ballasttank. Ja. Bitte fixen. Ja. Ich bin gerade dabei. Ich weiß, was ich tue. Ich glaube, wir haben das vorne rechts, wenn ich das richtig interpretiere bei unserem Sonar. Ähm... Ich bräuchte mal gerade Hilfe. Ja. Ich hab gerade dir der Kippen Schlag bekommen. Ja. Ich hab dir glaube ich gerade aufgeholfen, ohne dass ich wusste, was ich tue. Ja. Danke sehr. Ähm... Gerne. Hat eigentlich schon jemand ein Kabel? Nee. Oh. Ja, es ist unter dem Medic. Unter dem Medical. Äh, hier bei mir. Oh, muss ich immer reparieren. Okay. Wo sind die Wilding Gans? Wunderbar. Wir hören hier richtig krass, äh, Alarm. Äh... Welten Gans? Ja. Irgendwo relativ verdrehen. Warte mal. Ich mach mal hier... Okay. Vorne rechts, Ballasttank C ist vollkommen... Oh shit. Wir haben in Ballasttank C und B haben wir Löcher. Juck, das kann man komfortabel neben der Captain Station sehen. Ja, das hab ich dann auch gerade gemerkt. Äh... Sauerstoffmaske und Schweißen. Ja. Ich bitte kurz und versuche die Sauerstoffmaske aufzusetzen. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Wende sie es gerade so im Weg, dass ich dann weiterkomme. Oh, runter. Ich hab's rausgemacht. Runter. Ja. Schneller. 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 Ich will hier zumachen. Ja, das Problem ist auch, wir sinken dadurch ziemlich weit ab. Versuch mal gegenzusteuern. Äh... Ich glaub, das kann ich hier nicht fixen. Nehmst du das? Oh shit, wir laufen richtig voll. Nehm... Ähm... Äh... In dem Compartment hier hinten, äh, wo ich bin, da ist noch eine Sauerstoffmaske. Ein Supply-Cup in den Data da. Ich bin tot. Okay. Ähm... Da unten ist glaub ich ein Monster drin, das ich nebenbei angeschlossen habe. Das war nicht ganz, das wusste ich nicht eindeutig. Äh... Wir sitzen jetzt gleich außerdem auf dem Boden auf. Macht euch bereit. Ja, wir sind auf dem Boden aufgesetzt. Ja gut, dann kann's grad nicht weitergehen. Das ist... Ich bin tot. Ich bin tot. Äh... Geh hoch! Warte, ich versuch grad den Weg zu mir, ich bin nicht so gut. Ich glaub... Ich bin tot. Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ähm... Dann nach links. Also ich... Ich... Ich konnte grad nur bedingt... Ja, ist kein Problem. So, jetzt hier nach links, ja? Einmal nach links, genau. Jetzt wieder runter. Wieder runter. Wo finden wir denn hier Welding Guns eigentlich? Welding Guns, so. Und nach links. Jetzt jetzt nach links. Geh hoch! Ein Schrank weiter links. Genau, eins weiter hier rüber noch. Das... äh... Das sind Welding Guns. Ah, hier. Ähm... Wenn Gin was Wichtiges dabei hatte. Gin liegt auf dem Meeresgrund gerade. Okay. Das war nur... War nur ne... äh... Welding Gun. Ich geh mal wieder in Status Bildschirm und schau mal, was da grad... äh... Noch mehr... Ah ja, wir saufen weiter ab, glaub ich. Ah nein, wir... Oh shit! Okay, wir sind jetzt geflickt. Ähm... Wir... Hier... Wo gibt's noch jetzt Sachen, die kaputt sind? Nix mehr ist kaputt. Gut. Ihr steigt grad auf. Genau, wir steigen jetzt grad auf und sind oben angedotzt, deswegen. Dann geht rechts unten immer noch ab. Okay. Ach so. Oh. Okay, dann hol ich mir wahrscheinlich noch einen Schraubenschlüssel oder so ein Zeug, so dass man Sachen reparieren kann unterwegs. So, ich tu mal wieder meinen Anzug zurück. So. Ja gut, Gin ist tot und äh, ich weiß noch nicht, wo ich Dinge reparieren muss. Ähm, ich glaub es kommt in einen Ballasttank demnächst wieder ein Monster an. Ja, kommt es. Welcher, 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 welcher? Ballast da ganz rechts, ich glaub das ist C. Genau, ganz rechts ist C, ganz vorne. So. Mach doch mal das aktive Sonar aus, bis wir irgendwie alles in der Kontrolle haben. Ja, ja, hab ich schon. Okay. Ähm. So, das wäre dann jetzt hier, ja? Okay. Warte. Ne, einen noch nach rechts. Nach rechts? Oh, Ghoulius, bist du... Ja. Rot. Immer. Okay, du siehst. Kämpf dich grad von außen ran. Achso, du kämpf dich grad von außen ran. Okay, dann warte ich hier mal. Ja. Ja, genau, es ist... Ähm. Ähm. Kann mir jemand... Geht es in den Tank? Ne, der ist... der noch. Ah, der ist unten links da. Warte mal. Äh, ich geh mal zu den Coilguns. Haben wir da einen, die wir schießen können? Nein, haben wir nicht. Äh, ich bin dort. Ah, ich bin wieder da. Ich hab schnackt. Also wir haben keine Energie zum Schießen? Wir haben keinen Schuss drücken. Äh. Ja. Wie, wir haben keinen Schuss mehr drin? Die Reinkrassen gehen nur nach oben. Das Monster ist unter uns. Ah, shit. Äh, ich höre außerdem Wasser fluten. Ähm. Ballasttank B ist ge... äh, breached. Der in der Mitte. Der in der Mitte, ja. Der in der Mitte? Ja. Anscheinend hat sich das Monster reingekämpft. Ja, ich sehe. Es flutet hier gerade. Äh, macht zu. Hey, ich will da runter und mach zu. Ne. Es ist verdammt schwer, eine Leiter runter zu klettern gegen die Wasser. Ja. Ja. Äh, du kannst einfach von der Leiter runter springen, glaube ich. Ne. Äh, weil das Wasser nicht weg ist. Äh, kann mir jemand so nett sein zum Wassertank B, äh, Sauerstoffflasche zu kriegen? Ja. Ich krieg, äh, irgendwie Sauerstoff. Äh. Geh holen. Wir sinken wieder sehr schnell. Finde. Äh, okay. Ich geh nach... Okay. Ich geh... Ich geh... Hol dir keinen Sauerstoff. Das muss irgendwer anders machen. Ich... Bin grad noch an dem... Ach so, wir sind wieder auf dem Boden aufgesetzt. Okay. Äh, Ballasttank... äh, A ist jetzt auch gebreached. Kannst du den Autoknoten auf Hold Position setzen oder was? Äh, geht nicht. Also ich hab ja vorhin, äh, den Motor einfach ausgemacht. Und dann, äh, sind wir jetzt halt, weil wir jetzt wieder volllaufen. Äh, das Monster ist grad zwischen den beiden Ballasttanks. Okay. Und genau unter dir ist es gerade. Sehr schön. Ja, ich seh, ich seh die Lebensabstränge. Äh. Watt so, ich hab's auch grad zuvor. Warum das Reparieren bei mir die ganze Zeit nicht geklappt? Ich hab's hier noch bloß Hausstoffkunde. Warte, können wir da unten was fixen? Ich grüße euch, wo bin ich hier? Wenn ihr sieh, lass mal da runter gehen, oder, okay? Äh, warte, ich brauch erst Sauerstoff, sonst bringt das Ganze nicht viel. Ich glaub, wir sind in dem Schaffel, das uns gerade zurückbringen soll. Ja. Ah. Äh, Leute, wo habt ihr die ganzen Sauerstofftanks versteckt? Wo kommt... Irgendwo was rauskommen. Wo finden wir denn Sauerstofftanks überhaupt? Alter, ah, go. Ich hab einen gefunden, den ich mir hier aus einer Maske rausflogen kann. Ah, okay. So. Ich bin wieder... Ist dein Monster, oder? Was ist unter uns hier gerade? Die Frage ist... Das Tank... Äh. Also, Cem, ich fahr uns mal hin, ne? Ja. Ich hab grad unseren Scooter nochmal gedroppt, weil ich noch einen in der Hand hatte. Okay, ich hab's hier gefixt. Den Scooter. Ja. Ja, ich hab... Ich hab... Zieh auf den Anzug mal aus. Und zwar... die, äh... Die Luft flühen. War rausgefallen. Die kann ich dir einfach mitnehmen, ist die Frage. Gar nicht. Du musst ihn dann wieder ablegen. Aber du kannst ihn ja irgendwie... Also, wir haben auf dem U-Boot wahrscheinlich sowieso genug, dass wir die nicht hier rausklauen müssen. Mhm. So. Okay. Kann das jetzt sein? Äh... Die Himmolen... Ja, wir haben nur noch das Problem. Wir haben nur noch das Problem, dass das Monster hier zwischen den beiden Türen ist. So, das... Ähm... Wir kriegen jetzt auch gleich Besuch von unseren... von unseren Kollegen. Ich bewege mich mal nicht, damit ihr docken könnt. Mhm. Danke. Das wäre eine gute Idee. Meinst du, bewegt sich mal nicht, dass wenn beim Docken was schief geht, dass mein Fehler ist? Ja, so quasi. Okay. Ich lege... Ich lege hier vorne, äh, während vor dir mal einen der Anzug ab. Weil es wir den noch kaufen. Ja. So. In der Zwischenzeit laufe ich rum und repariere die. Okay. Achtung. Langsamer werden. Weiter nach links. Ja. Bin schon dabei. Ich... Ja. Ich habe das Gefühl, dass dieser Pfeil nicht immer stimmt mit deiner aktuellen... Ah! Das ist wahrscheinlich, was der Motor vorhat und nicht deine Geschwindigkeit, der... Ja. Blastes Pfeil. Aha. Okay. Ja, dann verstehe ich das. Ich glaube, dann kriege ich das doch... Das Einzige, was mir noch fehlt, ist eigentlich, dass ich das auf null setzen kann. Das fehlt mir tatsächlich noch. So. Ich habe mal den... Ah! Weg hier, weg hier, weg hier. Den Motor repassiert. Ich hätte gesagt Auto. Ja. Ich versuche gerade Sachen einzustellen. Äh... Du verbrennst gerade nicht. Du verbrennst gerade nicht. Ich bin tot. Also... Ich... Ich verbrenne nicht, sondern ich lag da. Achso, du lagst da schon? Ja. Ich muss das... Ich muss das von meinen Verbrennungen heilen. So. Was ein bisschen stört, ist, dass du mit der Maus über dem Solar sein musst, um steuern zu können. Als du sagst, ich verbrenne gerade, war ich schon tot. Ähm... Ja. Äh... Wir haben hinten... Hinten... Ganz hinten außerdem Hull Breach. Engine Raum. Müssen das unbedingt fixen. Wir sind angedockt drin. Mh... Mh... Ähm... Okay. Kann jetzt hier landen? Ja. Hör mich kurz rum. Sehr schön. Äh... Genau. Nee. Äh... Die Leiter links davon dürfte es sein. Okay. Gut. Ja, der Raum kommt mir bekannt vor. Ach du Schande. Hier drin ist auch alles kaputt. Genau. Ähm... Im electrical room müsst ihr auch... Oh shit! Äh... Was zum Fick war das? Das... Das Ding hat abgedockt. Ach ja. Und... Okay. Achtung, wir lassen ein bisschen Wasser hier rein. Ja... Da fliegen wir irgendwie bis nach unten gerufen. Ach so, ich brauche einen... Screwdriver. Ähm... Das ist ein bisschen stehen. Genau. Äh... Wo finden wir dann außerdem hier Werkzeuge? So eine Wench, weil mein... Mein Tool ist kaputt. Welches... Meine Station ist kaputt. Welches... Ich bin schon da. Sehr nice. Gut. Äh... Äh... Ich gehe in der Zwischenzeit... Ich gehe in der Zwischenzeit mal zum Elektrikraum. Genau. Elektrikraum vorne am... Äh... Am Helm ist auch kaputt. Äh... Äh... Ja. Kommt aus meinen Taschen auf den Schraubenzieher, wenn du das möchtest. Ja. Ich probiert gerade mal den Reaktor hin. Ähm... In seinem Leben hast du ein Brenz. Genau. Ja. Äh... Weißt du was hier freier wäre? Feuerlöscher. Ja, ich wollte gucken, ob ich Dini noch irgendwie wiederbeleben kann. Ach... Ähm... Irgendwer hat hier den Feuerlöscher... Links ist ein Feuerlöscher. Nein, das ist ein leeres Feuerlöscher-Break. Ja, links kommt man gerade so schlecht hin. Ja, ich meinte links vom Feuer. Achso. Ja. YOLO! Ich komme mit dem Feuerlöscher. Ich komme mit dem Feuerlöscher. Ich habe einen gefunden. Ah, kein Problem. Das Tor nebendran... Hat viel Wasser gehabt. Ja. Das Problem war, es hat mich dadurch wieder ins Feuer geschützt. So. Feuer gelöscht. Feuer gelöscht. Äh... Gullius, lebst du noch? Nein. Nope. Achso. Weißt du, warst kaum da und schon bist du wieder tot. Ja, ich habe mich für das Team geopfert. Ich meine, unsere größten Probleme sind momentan nicht Leute, die verletzt sind, sondern Leute, die tot sind. Und da kann ich nichts machen. Äh... Okay. Du kannst aber verhindern, dass Leute, die verletzt sind... Erohn, pass auf. Du wirst eher zerquetscht, als dass du erstickst. Genau. Also kann mal jemand hier im hinteren Raum bitte mal die Pumpe anwerfen. Irgendwie funktioniert die nicht. Weil... Vielleicht haben wir da auch wieder einen Leck. Wir haben ganz links noch zwei Löcher. Links vom Reaktor. Von mir erstmal einen Taucheranzug und dann... Ja, genau. So im Engineering und im Engine Room haben wir Lecks. Okay. So, ich habe Taucheranzug. Gut. Ich habe einen Wildingang dabei. Also ich kann einen Lecks bereiten. Ich habe eine Waffe dabei. Ich kann einen Gegner beschießen. Geht alles. Gibt es einen Countdown? War das Schuttle wieder? Okay, warte mal. Nach dem normalen... Links. Wenn es was gibt. Äh... Achtung, Leichen. Soll man die drinnen halten oder rauswerfen? Kann man da mit Monster ablenken? So füttern. So, hier unten soll es irgendwo einen Leck geben? Ja. Im Engineering Raum. Und im Engine Raum. Ähm... Das sieht so aus, ja. Warte. So. Ah, hier ist ein leeres Golding-Tool. Das ist... Wo bist du, wenn man das mal braucht? Ach. Wo war das Verscher? Okay. So. Kannst du mir mal sagen, das nächste Stück ist was kaputtes? Engine Raum. Engine Raum. Wir gehen hoch in Reaktor und von Reaktor nach links in Engine. Okay. Vom Reaktor nach links in Engine. Okay. In Engine, genau. Ähm... Außerhalb von unserem... Ah, da... Von unserem... Un-Boot ist was... Un-Boot ist was... Un-Boot ist was... Ja. Außerhalb von unserem U-Boot ist was, was ich als Tiberium klassifizieren würde. Was kann das? Also... Ich sehe zumindest kein Leck mehr hier. Ja, ich hatte das auch mal gefixt, aber ich habe keine Ahnung was hier noch verkehrt ist. Ähm... Das sieht so aus, als ob die... Engine selber kaputt ist. Äh... Ne. Unterm Engine Room kommt noch Wasser. Und... Unterm Reaktor kommt noch Wasser rein. Genauso. Im Engine Raum ist auch noch irgendwo ein Loch. Da gehe ich gleich hin. Ich repariere gerade hier. Aber Gin jetzt unter dir quasi. Es sind Löcher. Okay. Wir müssen auch schauen irgendwie, dass wir das Wasser aus Engineering rauskriegen. Ja. Das prüfen wir hin. Äh... Siehst du das ja genauer? Ne. Ich sehe nur, dass da ein Loch ist. Der sprudelt. Genau. Der sprudelt es halt einfach. Welter einfach mal in die Gegend. Ach, der sprudelt. Danke. Hätte ich jetzt geschätzt. Also... Oder das sind die Pumpen. Ja, ich meine, äh... Was anderes habe ich auch nicht von dem ersten Mal erwartet, dass wir losfahren, weil... Ja, ne. Also hier wird mir angezeigt, dass alles heile wäre. Okay. Ne, aber im Engine Raum haben wir immer noch ein Loch. Deswegen ist das auch noch... Ach so, ne. Gut. Gin, dann habe ich gelogen. Das ist einfach hoch und links. Okay, danke. Und dann muss ich mich danach hier rumkümmern, dass das alles wieder läuft. Dann war das sprudeln wahrscheinlich einfach. Sehr gut. Okay. Die Pumpe war auf jeden Fall defekt. Die habe ich gerade repariert. Julius, du wolltest mit dem Timer links oben. Ah, jetzt. Ja. Dann war das sprudeln wahrscheinlich einfach, dass da was kaputt ist und Wasser da ist. Ähm... Irgendwas... Hat gerade Tink gemacht. Also, es sieht doch außen ab. Nein, es sieht gerade so aus, als ob das Wasser abgepumpt wird. Über mir. Über... Rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts. Da, genau. Da, wo es so... Die Rundung nach oben geht. Da... Das sieht so ein bisschen kaputt aus. Ja, jetzt genau da. Da. Sehr gut. Ich sehe jetzt hier... Ah, ne, warte. Ah, okay. Ähm... Leute, wer hat dir... Wer hat das Ding hier eingestellt? Äh... Ich glaube, die muss... war zu gering am Anfang. Ähm... Wir brauchen mehr... Ja, wir brauchen mehr... mehr Dienst-Trenner. So ist das... Ja, das hab ich versucht einzustellen, aber... Aber... Brennstäbe. Einer ist noch im Schrank. Und, okay, das kann... noch mal ne Leichtheit... ...wollt noch einer sein. Okay, das kann ja nicht gewesend sein. Äh... Na gut. Ich schmeiß den einfach mal da rein, wo mal was passiert. So. Strom! Ich sollte den hier rausnehmen. Ist das eigentlich... Kann Gerund den Alarm abschalten, oder ist das jetzt einfach so, wie wir weiterspielt werden? Das bleibt, solange Dinge massiv am Arsch sind. Oh nein! Das ist doch ein bisschen... Schade. Tatsächlich. Dieser ganze Alarm im Hintergrund die ganze Zeit? Ja, ich mein, wenn du... Wenn so ein Geräusch einfach immer da ist, verliert's halt die Bedeutung, ne? Ja. Oh, ich bin... Ich bin übrigens an allen Stellen leicht verbrannt. Ja, kann ich machen. Vielleicht... Äh... Du kannst dir einfach Bandagen holen, und die... Ja, das geht auch. Äh... Aber was ist denn das rechts von unserem Boot an der Wand? Das ist so grün und sieht aus wie ne Koralle. Sind das Ressourcen, oder ist das einfach nur zum Anschauen? Ähm... Wo kann ich was reparieren gerade? So... Ich hab den jetzt mal angestellt. Ich hoffe, dass das für ne Weile reicht. Äh... Jhin jetzt links ist irgendwas rot, auf jeden Fall. Äh... Äh... Jaaa... Etwas ist gut! Oh je... Also ich... Ich bin dafür, dass wir Tactical Deaths nutzen. Dass irgendwer permanent tot ist und uns Schäden bricht kann. Ja ne... Was... Was... Dafür muss doch nicht extra jemand sterben. Wir nehmen einfach den, der gerade tot ist. Wollte ich gerade sagen. Wie tun wir da nicht... Also kriegen wir das nicht so oder so hin? Vermutlich. Oh... Vielleicht... Ne... Man spawnt einfach gleichzeitig. Ah... So... Aktives Sonar... Und einfach erstmal Vollgas nach oben. Okay... Ähm... Dings, wie sieht's denn jetzt aus mit den Schäden? Wie sieht's mir aus mit dem Reaktor? Ist der Reaktor... ...wieder ganz? Äh... Der Reaktor ist eingestellt zumindest. Nicht auf voller Leistung, aber dann gibt's zumindest ein bisschen Stroh. Okay, weil dann versuche ich jetzt mal hier raus zu manövrieren. Aus dieser Senke. Dafür wechsle ich leider auch auf aktiv... Da sollte vielleicht jemand nebenbei am Reaktor stehen. Ja. Ich bewege mich da mal hin. Weil wir sind hier in einer ziemlichen Senke drin. Ach du Schande. Warte. Ich geb dir mehr Power, mehr Power, mehr Power. Unlimited Power. Okay, außerdem ist im Engine Room noch irgendwie halb Wasser drin. Ist das Absicht für Brände? Das ist mit Absicht. Das ist mit Absicht. Das ist unsere Wasserkühlung, weißt du? Hast du nicht von unserer Wasserkühlung gehört? Neueste... Neueste Modell. Ah! 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 Wo ist der Engine Room? Bremsen! 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 Hey! Hey! Was macht ihr? Bremsen! Oh! Wir haben keine Power mehr. Ja... Wir treiben. Ähm... Wir haben keine Kapazität mehr. Ähm... Wir haben keine Ahnung, wo ich bin. Hey, du bist in einem anderen Boot, Dini. Was? Wir sind in einem Shuttle gespawnt und mit dem Shuttle fahren wir gerade zurück. Okay, um uns rum ist sehr, sehr bunt. Alles rot. Was zum Fick. Ähm... Okay, warum wurde ich gerade vom Helm weggeschmissen? Ähm... Ich glaube, weil die angedotzt seid irgendwo. Ah, ne. Äh... Weil ich mit der Maus nicht mehr über dem Dings war und... Äh... Security Officer, bitte einmal an die Gun. Ich will wissen, was da draußen ist. Äh... 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 Warum ist ein Fire-Ex-Ting... Ex-Ting ich über kein Fire-Ex? Der ist, äh... Und... Wir haben beide im Motorraum drinne. Und, äh... Wie gesagt... Äh... Ich glaube, die Autokontrolle des Motors ist nicht ganz so praktisch, weil... Der Motorsektor in dem Moment... Achtung! Shuttle verlässt in 13 Sekunden. Ja, die Docktür geht nicht auf. Geil. Das heißt, ihr dürft jetzt gleich nochmal 5 Minuten warten. Ja. Aber dann bin ich ja dabei. Äh... Ich glaube, wir wurden andockt, deswegen. Ich war halt gedockt. Das stört mich halt daran, dass es gedockt wird. Ich glaube, wir müssen... Wir waren ungedockt. Das ist das Ding. Es war nicht richtig gedockt. Soll ich drücken oder drücken? So, ich hab jetzt gedockt wieder. Ne, ist weg. Okay, ne. Aufmacht, nicht hochlassen. Die geht automatisch zu. Ah, super. Sehr gut. Versuch. Dann bleib ich jetzt so hier unten und verrecke. Moment, probier's. Geht nicht. Ich schwimm rüber zu uns. Äh... In 5 Minuten kommt das nächste. Da werd ich dann auch mit an Board sein. Mal gucken auf Sandland. Okay. Wer ist denn noch gerade am Leben? Ich. Jin. Kannst du... Äh... Warte. Ich... Ich muss jetzt selber runter und welden. So. Aber was war das denn? Also ich hab... Ich hab gedockt. Ich bin auch von der Konsole weg, als er gesagt hat, Successful Docking, bla bla bla. Und dann waren wir halt nicht angedockt. Das sah richtig aus vom Docking her, ja. Ach cool. Wir haben hier ein Monster. Ja. Ähm... Ihr sagt Bescheid, wenn ihr genug Under Pressure gelernt habt, müsst ihr einfach neu starten. Okay? Es gibt da oben rechts ein Boot für and Drown. Ja. Falls das... Äh... Falls alle Leute abbrechen wollen. Yes. Also ich würd fast schon sagen, wir probieren's einfach nochmal neu, weil... Äh... Was? Ich dachte... Oh okay, ich bin nicht tot. Ich bin tot. Hä? Das hat denn null Leben? Warum? Äh... Du bist äh... Unter Wasser? Äh... Ach nee, du hast einen Top an... Ja. Eben, deswegen. Das Vieh sieht nicht so wirklich tot aus. Doch. Aber es tut das nichts mehr. Also ich hatte... Es hatte kein Leben mehr. Also... Der Lebensbalken war nur... Äh... Was steht denn links, Geru? Im Chat steht, woran du gestorben bist. Mh... Ich bin... Ich bin auch noch nicht tot tot. Also ich könnte noch... Überleben, wenn mich irgendwer holt. Äh... Sag doch noch! Ja, ich verblute gerade ein wenig. Jep. Äh, Jim, du willst vorher einen Druck anziehen? Äh... Da... Geru liegt vor dem Medizinschrank, aber du brauchst einen Druck anziehen. Genau. Ja, das ist jetzt die nächste Frage, wo ich meinen hier lassen hab. Äh... Vielleicht findest du oben rechts rein. Äh... Im Menschenraum liegt einer. Den kannst du von meiner Reiche ab suchen. Wo war... Oh, da. Ja, da. Äh... Was hab ich da gerade genommen? Äh... Eventuell... Warte, wo bist du? Äh... Ne, mach mal da auch, Willen. Stimmt, ich hab jetzt wenigstens leer gepumpt. So... So... Genau, das sollte jetzt gefixt sein. Jo, jetzt hab ich schon Angst. Ach du Scheiße. Genau, mach zu. Ja... Ich muss grad erst mal kurz... Obwohl... Ne, mach auf. Tatsächlich, mach auf. Äh... Weil dann kann das Wasser, das da rechts reinkommt... Äh... Ich musste grad erst mal kurz durch im Sauerstoff. Ah, okay. Ja. Mh... Dann kann das Wasser abgefunkt werden. Schlupf. Du... Wo... Wo sind die... Da... Hier ist ein Löcher. Du... Du bist grad durch das Loch raus. Glaub ich. Genau da. Und links ist das Loch. Also da links hätten wir ja nicht rein sollen. Da... Genau da. Da. Das hier. Ah, da ist die komplette Wand. Ja, bin ich wieder. Okay. So, ich glaub ich hab alles... Ja. Ja, dann mach mal den Dings oben und hol das ganze Wasser da raus. Äh... Erstmal würde ich das hier reparieren. Okay, mach das. Weil die Pumpe ist grad kaputt. Ach so, ja. Das erklärt vieles. Genau, die Pumpe links ist auch kaputt. Ähm... So, könnte es wieder heilen. Äh, Achtung. Wenn du oben aufmachst, dann kommt... Genau. Äh... Eventuell war das dumm, was ich getan hab. Ja, aber funktioniert ja grad noch. Ja. Das Wasser hat ja abgepumpt, wie es aussieht. Ja, die Frage ist, wie lange noch? Weil... Ähm... Strom. Strom, genau. Oh. Ja, ich glaub... Ich glaub... Ich glaub ich nicht. Reine Frage. Sollen wir eigentlich neu starten? Mission failed. Mission failed. Yes. Malt to death... Burnt to death. Injured. Unknown. 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 Sehr nice. Gut. Ähm... Oh, das war entspannend. Ja. So, jetzt wisst ihr, jetzt wisst ihr, wie das Spiel funktioniert. Hm? Ah. Das war jetzt die erste Runde. Dann gibt es jemand, der eventuell seine Rolle wechseln möchte. Das sollten wir vielleicht vorher mal fragen. Naja, nachdem ich jetzt wenigstens weiß, wo ich was wie tun muss, ähm, ich werd wahrscheinlich nicht so schnell sein wie ihr. Das ist aber, glaub ich, logisch, weil... Das ist vollkommen okay. Ne. Also, Geschwindigkeit ist nicht das Problem, äh, solange, äh, generell die Aktionen ausgeführt werden irgendwann. Ja. Und es können ja andere helfen zur Not. Es wäre dann vielleicht sinnvoll, dass die Rolle, die du hast, äh, doppelt besetzt ist eventuell. Ja. Da hätt ich mich auch sehr drüber gefreut. Genau. Ich glaub wir brauchen keine zwei Securities. Es wurde halt immer gesagt, ich mach das jetzt, obwohl das nicht meine Aufgabe ist. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich komm nicht hinterher mit Reparieren, weil Dinge einstellen, wieder Reparieren, wieder zurückrennen und dann war schon wieder ein, ich mach das jetzt, weil es wird nicht sonst gemacht. Ja, der Engie ist eigentlich für die komplizierten Aufgaben zuständig, also Rewiring von irgendwelchen, äh, Kabeln, ähm, elektrische Geräte fixen, äh, den Reaktor begutachten. Das ist so ziemlich die permanente Aufgabe. Reparieren machen eigentlich primär die Mechaniker. Wovon es idealerweise zwei geben sollte bei sechs, glaub ich. Mhm. Okay, dann... Also ein Captain, ein Security, zwei Mechaniker, ein Engie und ein Medical, glaub ich, und dann ist das Syntheschen gut. Mit sechs Freunden. Okay. Ja, ich glaube. So, wer macht denn dann, ähm, wer wird denn Mechanical machen? Und Mechanical machen. Sieht aus wie alle. Ja, würd das gerne tun. Ich würde ja Engie machen, mir ist das egal. Es waren... Ich, ich, ich war zwischenzeitlich halt dann überfordert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich mach grad nichts Sinnvolles, obwohl ich Dinge tat. Okay, das kann ja auch daran liegen, dass ich schlecht geführt hab. So. Ne, ist ja wirklich so. Ja, es kann sein. Das ist sehr... Also, wir hatten relativ wenig Befehle, das stimmt. Ich hab aber auch einfach die, teilweise die Anweisung noch nicht verstanden, weil ich die Namen auch in einzelnen Bereichen erst gesehen habe, als ich, nachdem ich schon fünf Minuten tot war und noch nicht tot war, obwohl ich es sagte, dort wo Erlog steht, ich hinguckte und ich tatsächlich den Namen das erste Mal sah. Mhm. Gut. Also, die Anweisungen waren bei mir auch kurz, äh, häng ich gerade hin. Ah, gut. Wolltest du denn nochmal mit mir als Captain probieren? Das ist mal die erste Frage. Ja. Gut. Gut. Es ist immer schön, jemand anders zu blamen, das ist schon okay. Wunderbar. Also, ansonsten, falls den anderen Captain tauchte ich, äh, führe ich auch gerne in den Tod. Genau, das war, das war nämlich das Ding da, ähm, hat es sich ja vorhin auch gemeldet. Gut. Dann, äh, in Sangeitas und, äh, Dini sind dann mal Mechanic. Ähm. Äh, okay. Okay, ich dachte, Dini macht Engineer wieder. Ach so. Ich kann auch Mechanic machen. Wie gesagt, mir ist es... Nee, dann ist... Ich übernehme ich, äh, Engineer dann diesmal. Habe ich kein Problem mit. Gut. Dann bin ich wohl der Security Officer. Gut. Äh, Kuli ist wieder Medical. Ähm, dann muss ich bei mir die Reihenfolge gehen. Dingsender. Security Officer. Damit wir auch sicher sind, dass ich den Security Officer kriege und nicht den Captain plötzlich. Genau, ich habe deswegen auch jetzt alle Rollen rausgeworfen, die es sonst so gibt. Äh, die ich sonst so übernehmen würde. Nein. Ja, das war leider zu spät. Nein. Oh, nö. Ja. Ah, ich habe es nur noch bei Space Cookie gesehen. Oh nein. Ja, ich glaube, wir waren gerade im Reden und deswegen... Warte mal, das war vor allem vor Ewigkeiten. Ach so, bei dir im Chat. Das war vor zwölf Minuten. Ach, klar. Ich weiß auch nicht, warum die Arena jetzt plötzlich die ganze Zeit so früh ist. Ach, je. Natürlich. Oder spät, also fünf nach. Naja, sie ist halt, die Arena war um 53. Hm. Das ist total seltsam. Okay, aber sind dann wieder alle bereit? Gib mir kurz, ich muss noch kurz entscheiden, ob ich Elektriker oder Nuklearingenieur nehme. Das Wort ist Nukular. Nukular. Dammit. Nukular-Ingenieur. Ich oute mich jetzt mal als jemand, der diese Serien mag. Skandalös. Das ist okay. Ach, nehme ich den Elektriker, das passt mit meiner Natur besser. Okay. Gut. Dann probieren wir das ganze nochmal. Drücken Start. Und denkt immer dran, es ist sehr hilfreich, nicht zu sterben. Ja. Lass euch nicht treffen. No. Einfach nicht treffen lassen. Der Heftband ist so warm. Dann sag mir, wo die Gegner sind. Ich laufe gerne auf sie zu. Äh. Okay, also. Ich hab hier einen ganz bösen Gegner. Nennt sich Reaktor. Äh. Ja. Wunderschöses Messer hast du da. Ey. Okay, das mit den Präferenzen scheint... Pass auf, ich steh hinter dir mit dem Messer. Scheint das Spiel nicht so hingekriegt, so haben wir jetzt zwei Medics. Was? Wenn wir nochmal neu starten. Was? Ja, ich bin Medic. Oh. Und du hast definit... Ja, und ich hab geguckt... Also nein, dein Name war definitiv was anderes, ne? Wurde auch als Mechanic angezeigt. Ja, du bist jetzt... Okay. Medic. Done. End. Sorry. Ja, das war ja nicht deine Schuld. Jetzt wird ich entschieden. Ja, pass mal. Dann einfach keine sekundären Rollen oder sowas? Ja. Keine sekundären Rollen. Ja, ich hatte vorhin ja eine weniger und dann hieß es, ich solle noch eine dritte setzen. Deswegen hab ich das jetzt auch nicht... Ne, wir hatten... Dann hast du gerade wahrscheinlich nicht mitgekriegt, dass wir alle gesagt haben, nimm alle sekundären und tertiär Rollen raus, damit du wirklich die kriegst, die du ausgewählt hast. Genau. Hallo Katzenauge. Schön, dass du da bist. So. Dann schätzungsweise alle wieder da bereit? Ja. Gut. Traitor ist dann so, einer ist halt einfach Traitor oder wie? Ja. Ja. Witzig. Musst du den irgendwie finden? Ich mein, du hast ja Infinite Respawns. Ich bin mir nicht sicher, wie Traitor Models funktioniert. Ich hab das noch nicht gespielt. Verdammt, jetzt kriegen wir nur 3.500 Credits. So, jetzt sieht's besser aus. Hi. Okay, wunderbar. So. Gut, dann... Dann wie war das? Wir brauchen den Reaktor, damit wir... Ja, es dauert. Genau. Genau, Reaktor bitte anmachen. Waffen laden. Und dann bereit machen zum Abfahren. Ups. Ich hab einen Revolver. Boy. Sorry. Ich belebe dich mal wieder. Was? Nichts, nichts, nichts. Ist nichts passiert. Noch einmal, Junge. Ja. Ich hab einen Scheiter gefunden. Ja. Genau. Katzenauge, schön, dass du da bist. Wie geht es dir denn? Wir spielen hier gerade zum allerersten Mal Barro Trauma. Das ist deswegen auch ein kleines bisschen schwierig und kompliziert und seltsam. Für die Leute, die jetzt noch nicht ganz am Anfang dabei waren. Oder wie zum Beispiel Katzenauge, die jetzt gerade erst reinschaut. Ähm. Wir sind hier gemeinsam in diesem U-Boot unterwegs. Ich kann euch mal kurz hier ein bisschen Überblick geben, wie es hier aussieht. Wir haben hier zum Beispiel einen wunderbaren Pumpraum, der schon voll mit Wasser ist. Finde ich total gut. Äh. Genau. Wir sind in diesem U-Boot unterwegs. Wir sind hier, äh, ich bin hier der Captain. Wir haben hier, äh, Gullius als Medical und als Hupen. Mensch in Sankitas und Dini als, äh, Mechanic. Äh, Jin ist Engineer. Und Veneziel ist als Security Officer unterwegs. Ganz prinzipiell habe ich den Hut auf, um hier die Leute in der Gegend rumzuscheuchen. Äh, wir haben jetzt mal, ich habe Befehle zum Bereitmachen zum Losfahren. Äh, wie sieht es denn aus, Jin? Ist denn, haben wir denn Energie? Der Reaktor läuft. Wunderbar. Wir haben noch nicht glücklich gelernt, dass sie abpumpen müssen. Aber okay. Das sind ja die Ballast Tranks. Ah, Entschuldigung. Okay, dann würde ich sagen, äh, legen wir mal ab. Warte, warte. Ich bin in einem der Ballast Tranks. Das wäre nicht, glaube ich, vorher rauskommen. Ja, das... Ja, machen wir. Ansonsten wird hier fast das gleiche passiert wie mir das letzte Mal. Ja, deswegen. Okay. Ansonsten, falls ihr gleichzeitig sehen wollt, was der Captain sieht und was der Security Officer sieht, kann ja auch im Multistream nachschauen, ne? Genau. Also, es gibt auch diesen wunderbaren Button für Ragdoll. Aber ja. Welcher Button ist das eigentlich? Space. Musst du auch gedrückt halten, dann fällst du einfach hin. Ah, nice. Und dann kannst du, stellst du dich auf. Genau. Genau. Also, alle außerhalb der Ballast Tanks? Genau. Ich jetzt schon. Ja. Gut. Dann legen wir ab. Reise geht los. Ähm... Kann ich das Toxin-Kabinett irgendwie abschließen? Ähm... Bitte dann einfach so, dass alle rankommen außer dir. Sehr schön. Wir reden hier immerhin von Toxine. Ich hab grad nur Parasiteneier. Was? Was? Aber wir spielen ja ohne Traitor. Und wenn wir ohne Parasiten spielen, dann spiel ich halt auch so. Warum haben wir Parasiten, Aja? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kann ich damit craften. Ich frag mich sowieso, wo ich die Hälfte von den Crafting-Ingredients herkrieg, mit denen ich äh... Es gibt mehrere... Äh... Orte bei uns, wo es... Hier im Motorraum befindet sich ein großer Stahlschrank mit ganz vielen Ingredients. Jaja, ich weiß. Aber sowas wie äh... Zellmaterial oder sowas. Das klingt halt so, als könnte man ins Ernten fahren. In den Leichen der Monster. Zumindest im Tutorial hat man in den Leichen der Monster. Unter anderem Blut und ähnliches gefunden. Okay, äh... Wir haben vermutlich nen Angriff. Bei... Ballasttank B. Ist der geflutet oder nicht? Nee, aber ich hab da was auf dem Sonar gesehen. Äh... Ich kann nur nach oben schieben. Ja, Ballasttank B ist gebreached. Jaja, ich hol mir nen Taucheranzug im Kontrolle. Äh... Gehen wir doch nochmal auf Automatik-Control drauf, wie man die Reaktoren eigentlich fließt. Äh... Wenn wir unter konstanter Belastung sind, äh... Sind... Ja... Sobald sich die Belastung ändert, wenn die Waffen feuern oder so, dann... Dann... Partys hätte ein Backpack. Oder wenn der Captain öfter den Schub ein- und ausstellt. Das heißt, ich bleib erstmal hier. Ja. Sicherheitshalber. Ähm... Da ist er. Oder? Ich versuch volle Pulle wegzuziehen, damit wir hinten noch ein Loch bekommen. Ähm... Der Feind... Ja, der schwimmt unter uns rum. Äh... Er ist jetzt bei Ballasttank A. Ja. Äh... Äh... Das Loch einfach schnell flicken schonmal, würde ich sagen. Genau. Ja, dann leg mir da oben den Weltinggang hin. Äh... Sagt Bescheid, wenn sie da ist, dann komm ich nochmal raus. Den tun wir einfach. Die hab ich jetzt nicht. Äh... Äh... Die Weltingguns haben Fently Fire. Also, äh... Jaja, ich bin schon... Aus dem Weg. Das Ding ist immer noch unten. Okay, wir haben das Loch gepflegt. Sehr gut. Ja. Wir können hier aber nach unten nicht schießen. Wir können nur nach oben schießen. Wir brauchen eine andere... Ein anderes... Äh... U-Boot, weil das ist dumm. Jo. Ich mein, wenn du willst, Captain, ich kann rausgehen. Und ja... Ja, das ist ja auch dumm. Was geht eigentlich? Das ist nicht so kompliziert. Ähm... Genau, Ballast Tank B ist schon wieder gebreached. Also, darf ich raus? Naja, wenn wir jetzt eh stehen, bis das Monster weg ist... Ja, wir stehen ja aber nicht. Das Ding ist... Also, wir bewegen uns die ganze Zeit, weil ich glaub, es wird nicht besser. Wo seht ihr denn eigentlich, ob das Ballast Tank B, A oder C ist? Ich glaub, man weiß es dann einfach irgendwann. Ja, man links ist rechts AB, C. Habe ich versucht, aber das klappt irgendwie nicht. Dann lande ich immer im Falschen. Also, das Ding wird einfach ewig jetzt unser Schiff anlutschen, wenn wir es nicht beseitigen. Yep. Ja, gut. Dann halte ich jetzt mal an. Ja, das Ding ist halt, durch aktive Sonare locke ich eh immer wieder Leute an. Also, ich mache ja immer wieder einen Ping aktiv und dann... Aber gut, wir halten jetzt an. Gut. Und dann kannst du jetzt mal raus. So, ich... Dann schau mal, was passiert. Ja. Ein Scooter, eine Harpune, ein Byring-Suit und Double Script Tugger. Ja, ja. Ich hab alles dabei. Ich hab eine Harpune dabei. Genau. Äh, Ballast Tank C vorne ist auch wieder gebreached. Ballast Tank B ist repariert. Ähm, scheiße. Die Airlock hat einen Breach oben. Nee. Die habe ich gerade aufgemacht. Okay, cool. Das wurde mir als Hall-Breach angezeigt. Äh, ihr sinkt? Ähm. So, äh, wo ist er jetzt? Unter unserem Schiff mit, äh, Unter Tank C, also rechte Seite unten. Okay. Ich hoffe mal... Ei! Nicht unter unserem Schiff. Das war falsch. Ich hab jetzt irgendwo nach rechts Ago gezogen. Die, die Meldung war falsch. Die Meldung war sehr korrekt. Es ist nur sehr schnell nach rechts gegangen, sobald es sich gespottet hat. So. Ähm, das versuchen wir nachher nochmal. So? Jep. Nice. Okay, komm. Ähm, das Problem ist, ich hab mich darauf verlassen, dass der unter unserem Schiff vorwollte gerade rum und dann kam das Vieh direkt ran und dann kann es nicht mehr viel machen. Ich versuch dir entgegenzukommen, weil ich muss eh das Sinken abhalten, warum auch immer wir sinken. Ja. Achso, vermutlich, weil du Wasser die ganze Zeit... Übrigens, übrigens, er ist jetzt oben. Er ist jetzt oben. Ihr könnt jetzt, äh, mit der... Link... Neh, mit der Rechten der Waffen, könnt ihr wahrscheinlich... schießen wir da genau dran, wo ein Knabbert gerade. Schönen Lieferteilerquesten auf der rechten Seite. Jetzt hat er es nicht... Jetzt hat er es nicht... Neh, die rechte Waffe geht nicht nach links. Nimm die andere dann. Die andere, der ist jetzt gerade beim Airlock. Nevermind. Jetzt ist er wieder zurück. Jetzt ist er wieder am Airlock. Okay. Er hat zwingend was gebracht, ja. Und du hast den Schwanz abgeschossen oder Schweif oder was auch immer. Kleiner. Okay, er ist tot. Er ist tot. Wunderbar. Es gibt übrigens gleich eine tote Power-Auto. Ach, das finde ich nicht so gut. Ähm, kann mal jemand die Airlock zumachen? Genau, das vordere ist außerdem, äh, oben haben wir ein Leck. Er hat das bei... weiter oben dran rumge... Ja, ist mir schon klar warum, aber kann man das jemand mal fixen? Kann mal jemand die Airlock zumachen vielleicht? Das wäre fantastisch. Ja, ich wollte kurz den Typ ernten gehen. Ähm, wir haben jetzt den ersten, äh, Warnstaben aufgetraut. Von drei. Also ein Drittel und drei Energie ist quasi weg. Okay. Ich wollte dich nur... Okay. Ah, okay. Endlich ist die Airlock mal zu. Berlin? Dass rechts die Verteilerräume und Apparatur brauchen. Ah, okay. Ähm. Sorry, es war nur... Alles gut. Ich habe irgendwie zwischenzeitlich gedacht, ich wäre gemutet. Ne, war's nicht. So. Au. The fuck. Links auch. Die Links brauchen auch Reparatur. Jo. Ich guck mal, ob ich ein Schraubenzieher finde und ob ich dir helfen kann. Ja. Ich glaube, du hast ihn nicht richtig reingezogen. Äh. Mechanics haben von der Tour aus dem Schraubenzieher im Lackzellkasten. Ja. Sehr schön. Super. Danke. So. Aber wenn ihr seht, du bist auch wieder an Bord, ne? Ne. Wo bist du? Ich... Äh... Meine Leiche schwimmen irgendwo im Wasser. Ah, okay. Du bist tot. Hä? Was? Das war wohl nicht deutlich genug, dass ich das gesagt habe. Ne, weil ich sehe auch oben links halt keinen, dass du jetzt irgendwie mit einer Dings ankommst. Also ich sehe halt keinen Timer von wegen, dass du jetzt respawnst. Ja, der ist auch noch nicht da. Mhm. So, ich habe irgendwas aus dem Viech rausgenommen. Das war bestimmt wichtig. Die... Die Leiche schwimmt gerade weg von dem Viech. Julius, du bist also auch außerhalb des Schiffs? Ne, ich bin wieder drin. Okay. Äh, hier kommt irgendwo Wasser rein, glaube ich. Und es klang das gerade so. Wo ist denn hier? Links, rechts, Mitte? Äh, unter dir. Effektiv. Also eins nach rechts, dann unter. Na, äh... Wir sind auch in den Raustenken. In den Raustenken ist Wasser drin, wie es sich gehört. Ja, nein. Es klang so... Warte. Für diese Situation im Allgemeinen, ihr habt rechts neben dem Chat die Quick-Befehle. Dadurch sieht jeder, äh, was wo kaputt ist. Was? Das ist sehr effektiv und die Mechanics setzt sich. Diese Buttons, die so aussehen wie Sterne, dann kannst du sagen... Ja. Report Fire, oder... Richtig. Total Breach. Okay, und jetzt... Dann kommt auch tatsächlich ein Mechanic und tut Dinger. Okay, und jetzt... Ist es erstmal bei uns markiert? Die Frage ist, für wie lange? Ja. Weil... Ja, ne... Warum markiert... Ich hab gedacht, nochmal klicken macht's vielleicht weg, ist tut mir leid. Alles gut. Also das Feuer kann man ignorieren. Äh... Das ist aber... Ja. Dann weiß ich nämlich wenigstens, wo ich hinrennen muss. Ja. Das ist sehr wichtig. Wo ist denn unser Deconstructing-Gedödel? Äh... Schätzungen? Engineering? Unter den Reaktor. Unten links. Eher unter dem Reaktor direkt drunter. Äh... Tür drunter. Ja. Ich bin echt dafür, dass wir am nächsten Mal trotzdem ein anderes Geboten nehmen. Das mit nur nach oben schießen ist echt... Ja. Unpraktisch. Okay. Ne. Der Orca ist doof. Was braucht eine Fuel? Die brauchen Uranium, Steel und Bleed. Äh... Ja, wir haben grad nicht mehr genügend Power. Ja, ich bin grad auf dem Weg nach oben. Ich kann das Ding glaub ich auch ersetzen, oder? Äh... Die Fuel Rewards unten herstellen, bitte. Also mindestens eine Weiche. Weil ich fühl mich ein bisschen anzelt, wenn wir nur eine auf Backup haben gerade. Ja. Weil die aktuelle ist schon wieder bei zwei Drittel. Uranium, Left, Steel Bar. Ich kümmere mich drum. Jo. Äh... Irgendwas rumpelt's ja bei uns. Äh... Wir werden angegriffen von den... Ja, und ihr seid grad... Ja, und ihr seid grad grad mit meiner Leiche kollidiert. Ich hab zumindest einen von diesen Scootern gesehen. Ja, und von hinten. Ja, ihr werdet von hinten angegriffen. Also... Ähm... Was ist das? Über einen Maschinenraum? Ich hatte noch eins von den FE in der Drittel. Okay. Das hab ich jetzt einfach weiß. Ja, ist übrigens auch die Hülle kaputt. Oh shit. Ja, Engine Raum wurde gebreached. Du kannst life sofort reparieren. Jo. Aber nur leicht. Da kommt grad... Ähm... Das kommt Wasser rein. Ja, aber nur ganz leicht. Ah shit, ey. Ganz leicht? Das Ding fühlt sich grad wunderbar. Hä? Äh... Und jetzt brennt's. Ja, das... Das hat zum Glück wieder gelöscht. Äh... Ist vielleicht für Gegner von unten diese Death Charge gedacht? Diese Death Charge... Ja, die kann man unten rausschmeißen wahrscheinlich dann, ne? Ja, genau. Übrigens... Oh, warte mal. Wir haben da ein Ei, glaub ich, bei uns dran. Ja, ihr kommt nicht... Ihr kommt nicht mehr weiter, weil ihr hinten festhängt an nem Ei. Okay. Ah, okay, dann wird's kompliziert. Das... Das Problem hatten wir gestern auch einmal. Ja... Ähm... Das heißt... Da musst du raus... Da muss jemand rausgehen. Okay. Wie lange dauert's noch, bis du wieder spawnst? Ähm... Keine Ahnung. Was muss man denn da machen außerdem? Ich habe... Draufschlagen? Ähm... Ja... Mach mal... Mach mal den Ping. Hier. Perfekt. Mach den mal an und lass ihn mal an. Da ist keine Ahnung. Ja, da... Du siehst ja hinten, wo wir festhängen. Am Rücken. Ja. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff? Ja, das ist wahrscheinlich ein Schiff oder sowas. Da musst du hin tauchen und gucken, was das ist. Also man muss von draußen untersuchen. Gibt es irgendeinen Shortcut für wie ich... Dass ich halt wirklich auf Null machen kann? Autopilot, hold position. Ja. Aber der sagt, dass ich irgendwo hinfahre. Ja, nimm den Autopiloten und sag ihm, er soll die Position halten. Ist da drei Checkboxen noch zusätzlich. Ja, aber... Wäre das in Ordnung? Durch Strömung oder sonstiges Zeug. Ähm... Ja, versuch aber da, wo du gerade bist, zu bleiben. Also es passiert da nichts. Ähm... Genau. Außer dem Reaktor hat gerade keine Energie ständig. Ja, ja. Ich bin am... Immer wieder nachjustieren. Ach du Scheiße. Übrigens, ihr seid frei. Ihr seid frei. Fahr ein Stückchen nach vorne. Also frei? Schnell und beeil dich. Beeil dich. Sonst kracht ihr gleich wieder dagegen. Ah, okay. Guck ab, das war nur ein Nest scheinbar. Oh, in... Ja. Es ist nicht ganz so schlimm, wie wenn du an einem anderen Boot festhängst. Fuck. Ähm... Was fuck? Es sieht so aus, als... Der Reaktor brennt. Der Reaktor brennt. Ja. Ja, das sieht man sogar im Raum oben drüber. Schluss. Ja. Okay, dann hier bitte mit Feuerlöscher rein. Bin grad schon am Feuerlöschen. Ah, super. Ja, ein zweiter wäre aber nicht verkehrt gewesen. Ja, ein zweiter Feuerlöscher. Ja, ich hatte aber gerade keinen in der Hand und Jhin hat den auf der Seite genommen, den ich nehmen wollte. Achso. Nee, du hast... Du hast... Insignitas, du hast zwar sieben Prozent Burn, aber das ist auf alle Leadmasters verteilt, weswegen ich da jetzt irgendwie noch nicht... Wir haben auch wieder Strom Outage. Ähm... Mit den Bandagen kannst du das sehr gut wegmachen. Ja, ich... Ich muss grad diese nachlesen jetzt. Ja, aber du verbrauchst nicht die komplette Bandage für sowas. Ah, okay. Du kannst ihn mehrmals verwenden. Weil das Problem ist, ähm, ich weiß nicht wie die Prozente geregelt sind oder so ein Zeugs, aber wenn du zu lange mit Wunden rumläufst, kann es irgendwann auch passieren, dass du da umfällst. Ach, der macht unglückliche Geräusche. Ähm, ja. Ja, er brennt. Was für hell, wieso schon wieder? Ähm... Kann das sein, dass wir hinten irgendwo dranhängen? Kein Feuerlöscher mehr. Ich hab hier oben einen, ich gehen holen. So, nee, ich hab schon gelöscht wieder. Okay. Wir haben jetzt drei mehr Fuel Cells. Hier oben liegt hier ein krass leerer Obstum. Okay. So, sobald ich zwei Fuel Hots reinmach, was ich teilweise brauche bei der Last, die wir haben, fängt er ganz schnell an zu... Ja, du musst es halt immer wieder rausnehmen. Äh, aktuell haben wir ja kaum Last, deswegen... Du musst halt wirklich immer drauf achten. Ja. Ja, ist mir klar, ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht gerade mit dem Meer. Oh, doch. Ach. Deswegen, NG ist... NG ist ziemlich schwer. Also, von wegen, das geht mit den Bandagen sehr gut. Hallo, Nick. Äh, ich brauche halt immer, verbrauche halt immer ein Drittel Bandage, egal wie viel... Ach, ein Drittel. Okay. Okay. Das ist nicht sustainable. Dann wissen wir da jetzt auch Bescheid. Ich muss halt irgendwie, äh, äh, vier Arme, Torso und Kopf, also sechsmal verbinden, um jemanden zu heilen, der 7% Burn hat. Ja, ich werde es überlegen. Darf ich drauf passen? Wie gesagt, ich weiß nicht wo die Prozentgrenzen sind, wir haben es nur gestern festgestellt, dass man dann irgendwann an einer Verbrennung gestorben ist, die die ganze Weile da war. Äh, kann man jemanden an die Frontgun gehen? Vorne an die Frontgun, wir haben da jetzt gerade drei Incomings, die uns auch direkt angreifen. Äh, ist auch gebreached, vorne Stromraum. Okay. Bin im Stromraum, hab die links schon in der Hand, aber noch nicht die Maske auf. Was ist der Sauerstoff? Warum ist das ein leerer Sauerstofftank? Boah. Okay. Irgendjemand hat mich fast umgebracht. Ich sehe, genauso gut wie die Bots. Ja, in den Schrank geräumt und ich wollte gerade reparieren und... Weil ich hatte einen ausgetauscht und dann ist er wahrscheinlich... Ich bin tot, aber wir haben vorne glaube ich fast repariert. Ah, und ich stell grad fest, wenn mindestens zwei Kuhmitglieder gestorben sind, kommt das Rettungsbrot. Ah. Ach, erst dann. Nein, ich möchte... Oh fuck! Autopilot! Scheiße! Ich wollte Dini anklicken und nicht... Die Steuerkonsol. Ja, ja, ich weiß, aber du hast Loot. Achso. Äh, übrigens der Raum ist immer noch geflutet und da geht immer noch Wasser rein. Und das nicht. Ja. Ja. Pass auf, du wirst da drin direkt gecrushed ohne... Äh, äh... Es ist nicht mehr so viel Wasser. Das ist relativ wenig Wasser mit dabei. Das ist auch das, warum ich gestorben bin. So, aber du reparierst das jetzt? Dini hat... Gut. Und der Rest ist nicht so wichtig. Ich werde hier eine Warte reparieren müssen. Das sind die Breaker Boxen. Die müssen heil sein. Das ist ja alles im Arsch. Das hier habe ich gerade angefangen zu reparieren, weshalb ich überhaupt in dem Raum war. So, ich tue mal das... Und dann kam Wasser. So, ich tue mal das... Neug, was Dini hat, äh, in den Dings neben dem Medical. Darf ich in die Runde den Tipp werfen oder die Idee werfen? In Sanitas kommt als Mechaniker, glaube ich, recht gut alleine klar. Wenn Jin und ich Inji machen, sind wir, glaube ich, auf der selten Seite. Okay. Weil ich hatte das Gefühl, ich habe gerade mehr Inji gemacht als eigentlich Mechanics. Okay. Weil Jin war... War schon sehr ausgelastet und ich habe gedacht, ich greife unter die Arbe. Sehr schön. Ja, der Reaktor ist halt doch... Ja, ja, genau. Ich habe das ja schon gemacht. Ich dachte, das ist so viel, wenn ich ihn brauche. Ich weiß, was du meinst. Deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir statt zwei Mechanics einfach zwei Injis nehmen und ich Jin beim Inji ihn unterstütze. Okay. Hört sich gut an. Das ist Ballastrank, hier will ich nicht sein. Was ist dieses Spiel genau? Sagte Nick. Oder fragte Nick. Ach ja, genau. Reaktorraum hat ein Loch. Könnt ihr euch drum kümmern. Ähm, was das Spiel genau ist? Auf die Fragen können wir ja antworten. Ähm, das ist ein Sterfelsimulator unter Wasser. Ich würde sagen, Chaos. Ich würde sagen, Chaos. Genau. Also im Endeffekt ist es... Also im Endeffekt ist es... Tauche in Cthulhu-Land mit einem U-Boot. Das Spiel. Genau. Soll ich hier hinweg sein? Ziel ist es, möglichst lange die U-Boot zu überleben. Und eigentlich auch zu dem Ziel hinzukommen und tatsächlich die Feinde auszuschalten. Ja, die Mission zu erfüllen, das ist sekundär. Erste Aufgabe überleben, zweite Aufgabe Mission erfüllen. So, ich habe mal den leeren Sauerstofftank in den Sauerstoffgenerator gestopft. Und verteile wieder ein paar volle Sauerstofftanks. Das hört sich fantastisch an. Im U-Boot. Oh, wir haben gerade Power verloren. Ja, ja, ich bin gerade dabei. Okay. Musst du gerade erst mal eine zweite Fuelward holen. Okay, okay. Wir sind noch vier Kilometer vom... Oh, was? Was ist da? Warnsignal. Fuck. Reaktorraum hat Loch. Reaktorraum brennt gerade. Reaktor brennt auch. Oh, cool. Aber ja, ich glaube oben drüber ist gerade ein Loch entstanden. Reaktor ist gelöscht. Ja. Reaktor ist... Ja, ich vermute, dass das genau über mir ist. Aber wir sind noch am Leben und wir fahren noch und es kommt kein Wasser rein. Ah, da ein bisschen Fahrradkram. Äh... Wahrscheinlich durch die Explosion. Okay, Julius hat mir was mit der Waffe gemacht. Ja, ich gucke mich um. Ah, okay. Ich meine, solange niemand verletzt ist... Äh, genau. Oben links könnte gerade was einkommen. Ja. Auf... Äh... Hier, 10 Uhr. Monster hinten. Okay, Jin, es könnte sein, dass ich gleich Power ziehe, ne? Ja, dann ist das so. Dann justiere ich hier nach. Ja. Ich habe gerade ein kleiner Fuel Reward in der Tasche. Die hat gerade gefehlt. Wir haben Impact. Gleich. Und irgendwas ist vor uns rechts. Ich habe keine Ahnung was. Vor uns rechts? Aber ich habe es verscheucht. Ist auf jeden Fall jetzt weg. Ah, okay. Wir haben komische Auftriebsdinge. Die jetzt auf meinem Sonar halt aufgetaucht sind. Deswegen war ich gerade zu irritiert. Also zumindest ist nichts in der richtigen Nähe dran, was euch gerade anhört. Ähm, in so 15 Sekunden spawnt unser Rettungs-Shuttle. Mhm. Meldini, deine Toolbox liegt unter Railgun-Control. Also ist bei Airlock. Zwischen den Railguns. Da, wo du... nein, nicht da, wo du gestanden. Neben Gerund. Neben der Command-Konsole links. Ah, okay. Kannst gleich nochmal sagen, wenn du da bist. So, wo ist hier Helm? Äh, was? Ach so, Helm, Helm. Nicht Tauchanzug. Helm, genau. So, wo müssen wir denn hin? Rocker. Rocker ist dort. So, sollen wir auf euch warten? Ähm, wäre nett. Wir bewegen uns in eure Richtung. Okay. Dann, warte mal, bewege ich mich mal hier aus diesen Strömungen raus. Die wir gerade haben. Irgendwas haben wir gerade wieder, ähm, rot. Ja, der Reaktor war gerade wieder. Okay. Ihr steigt gerade auf, kann das sein? Ja. Okay. Ähm, ich versuche gerade nebenbei ein bisschen mit der Automate-Control rumzuspielen. Dass man dafür ein bisschen das Gefühl bekommt. Äh, muss man auf dem Shuttle, äh, gibt es auf dem Shuttle irgendwas Sinnvolles zu tun? Außer den Steuermann? Ähm, du kannst ja mal gucken, ob es irgendwas Sinnvolles zu finden gibt. Aber, äh, normalerweise nicht viel. Das Shuttle, äh, passiert nicht viel. Okay. Dasselbe vom Gegner dann, haben wir ein Problem. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich jetzt nicht irgendwas übersehe. Hm. So. Äh, du kannst trotzdem mal rumlaufen und gucken, nicht dass irgendwas kaputt geht. Okay. Und herzlich willkommen Shadow MK für den... Das mache ich. Und vielen Dank für den Host. Herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass ihr da seid. Die Orca. Wir spielen jetzt gerade hier, ähm... 20 Metern. Okay. Wir spielen hier gerade, äh, Barotrauma, wie ihr sehen könnt. Und darin müssen wir jetzt gerade gemeinsam dieses Schiff hier steuern, dieses U-Boot in verteilten Rollen. Ähm, der Venesil und die Dini kommen gerade mit einem kleinen, ähm, mit einem kleinen Shuttle hier an. Und wir versuchen hier, äh, stehen zu bleiben. Mal schauen wir gerade auf Autopilot, Maintained Position. Genau. So, ähm, wir nähern uns dem Dock-Manöver. Ja. Uhuhuhuhuhuhu. Oh Gott, was hat Coolios gefunden. Der lacht so. Ja, ich hab Angst. Ja, ihr seid ein bisschen drüber, glaube ich. Ja, ja, ich muss ein Stück zurück. Aber mein Helmskill ist nicht gerade der beste. Wichtig, dass man, also man kann hier auch so ganz viele Logik-Gatter bauen, ne? Das heißt, theoretisch kann man auch Dinge weiter durch, äh, optimieren. In dem Schiff, sowas wie, keine Ahnung. Ja. Schocken die sich automatisch schließen oder so. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Sag mal, sinkt ihr? Hä? Kommt mir jetzt nur so vor. Kann das sein, dass ihr sinkt? Das wär mir neu, wenn wir sinken würden. Eigentlich hab ich auch nach oben eingestellt, aber okay. Nein, also, also, mein, zumindest die Richtung, die bei mir angezeigt wird, ist, dass ich gerade nach unten fahre, aber ihr habt euch trotzdem entfernt. Also, unser Energieverbrauch schwankt auch ganz schön gerade. Äh, die Taschenlampe liegt hier auf dem Boden, falls du die suchst. Ah, sweet. Die hab ich gerade halt versucht herzustellen. So, ich versuche mal ins Gegend zu fahren. Da hast du sie. Ja, ja, im Moment. So. Okay, danke. So. So, die nächste leere Fuel. Äh, Eisenbar hab ich wieder in den Schrank rechts gepackt. Ja. So, jetzt bremsen, wär nicht verkehrt. Bremsen. Bitte bremsen, Boot. Bremsen, danke. Ja, das ist ein bisschen träge, das Boot. Ich muss mal kurz vom Gehaktor weg. Ich mach mal unten ne neue Fuel Rod mal wieder. Ähm. Ach, ihr seid da gerade. Ja. Äh, machst du ne Fuel Rod? Äh, hast du Uranium? Nee. Dann können wir, glaub ich, nicht mehr Fuel Rods machen, als ich schon gerade habe. Aber wir haben doch eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Nein. Die drei unten sind leer. Wir haben kein Uranium, wenn ich mich nicht irre. Nee. Wir nähern uns, wir nähern uns. Auf dem Shuttle ist aber auch keins. Ich hab mal geguckt. Ja, müssen wir dann irgendwann... Kann man vielleicht die Fuel Rods wieder zernichten und dann kommt was raus? Wir haben drei leere Fuel Rods. Wir haben drei leere Fuel Rods. Ich guck mal, was passiert, wenn ich die konstrukte. Ja. Nicht meine Mandagen, die Fuel Rods. Ja, komm, bewegt dich nach vorne, du bist rot. Rötter, 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 rötter. Wenn's jetzt gleich knallt, dann liegt's daran, dass ich etwas aufgesetzt bin. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Oder, dass es dumm ist, Fuel Rods kaputt zu machen. Da kommt Blei und Eisen raus. Okay, das ist nicht... Das hilft mir zu hören. Ja, komm, 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 komm. Vielleicht war das vorhin Uran? Äh, Reaktor? Ja. Ich musste gerade wieder kurz auf zwei wechseln und... Ja. Das war dann halt wirklich für zwei Sekunden, brauchte er zwei und dann... So, wir haben gedockt. Ach, du hast schon auf Dock gedrückt. Ja. So, jetzt... Okay, du hast halt den da und können jetzt runter? Ja. Äh... Ich nehm dir jetzt einfach wieder aus dem Shuttle. Au. Geh run, geh run, geh run! Clown. Äh... Was hast du gemacht, Mann? Bist du auch rübergekommen? Moment, du bist... Okay. Noch nicht, noch nicht. Moment, ich will mir nur einen Tauchanzug mitnehmen. Das habe ich eben auch gesagt. J.K. Je öfter man jemanden stunnt, umso länger dauert der Stunt. So. Äh, seid ihr drüben mit bei uns? Warte, 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 warte. Ich bin gerade auf dem Unterweg. Ich habe einen Tauchanzug mitgebracht und hier oben in den Schrank getan. Jetzt bin ich drinnen. Jetzt bin ich drinnen. Okay, wir wurden auch gerade undockt. Jep, er verschwindet. So. So, Gullius, wo war jetzt mein Werkzeugkoffer? Äh, mir nach. Äh... Ich bin von oben, weil das Abdocken zu schnell ging. Deswegen habe ich es einfach mal nach unten durchgelassen. Ja, klingt sinnvoll. So. So. Ich übernehme wieder meinen Job hier an die Waffen. Genau, wir haben jetzt noch knapp zwei Kilometer bis zu den Viechern. Äh, bitte von unten nähern, das wäre nett. Ja, das würden wir versuchen. Und wir haben noch eine volle, eine gerade angeknackte und eine halb volle Fuel Wars. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich auch nicht. Ich mach mal volle Power. Sieg in Reaktor-Room. Ach, das hat Gullius gemacht. Was? Wollte Gott sagen. Okay. Wollte aus. Ich steh gerade an der Medic-Konsole. Nee, das war vor 10 Minuten schon. Ah, das da. Okay, so. Ja, okay. Ja, Reaktor beschwert sich grad wieder. Ja. Das wird jetzt ein bisschen rumpelig. Oh, wir haben noch 300 Meter bis wir zum Schwarm kommen. Mhm. Wenn der Seel an die Waffen. Julius, wenn du kannst, auch an die Waffen. Äh, ich nehm die vordere. Gut. Es rumpelt ein wenig, weil wir durch so Störungen durchgehen. So. Ich bin an der Waffe. Okay. Okay. Du musst mir dann nur sagen, von wo. Also ich kann... Vermutlich von... Ja, vermutlich werden wir von 3 Uhr, 2 Uhr dann angegriffen. Okay, das kann ich abdecken. Genau. Es sind jetzt nur noch 150 Meter. First Contact. Ich sehe noch nichts. Äh, Power Outage. Ja, ich sitz grad dran. Ich versuch grad zu verstehen, wo sein Problem liegt. Okay, es funktioniert wieder. Ist das gut leer? 100 Meter. Ne, P.U. war zwar nicht das Problem. Die Temperatur ist zu niedrig gewesen, obwohl ich alles getan hab, um die Temperatur zu erhöhen. Ich bin bereit zum Schießen. Ich auch. Äh, wenn wir genug Energy haben, sollten wir vielleicht die Waffenenergie hochschrauben? Das wäre tatsächlich gut, wenn ihr mal irgendwie den... Dings auf... Äh... Nein. Irgendwas ist hier. Ja. Das ist... Äh... Wir fahren grad gegen den Stein. Ja, ich mach grad auch Volleyball noch rückwärts. Was ist das da? Ähm... Ich bin jetzt gespannt, wo wir jetzt hier hin müssen. Also über uns ist grade Stein. Das kann ich jetzt sagen, das sehe ich. Ja, das sehe ich. Wenn wir jetzt aufsteigen, stoßen wir dagegen. Warte mal, ich versuch mal grad noch... Soll ich vielleicht einfach mal schnell mit nem Scooter raus oder so? Oder jemand anders? Ne, also wir sind tatsächlich noch irgendwie 100 Meter von den Viechern entfernt. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir jetzt hier nicht gegen ne solide Wand fahren, weil... Vorhin war die ganze Zeit alles frei. Ja, ich meinte mit nem Scooter raus, dass jemand halt der schneller und weniger ist als das ganze U-Boot. Mal untersuchen. Ähm, das wird knapp. Erdbisschen schon vorbei scheinbar. Ja? Ja, ich sehe das ja hier. Äh... Im linken... Äh... Im linken... Ich sag nur, was ich sehe, weil... Äh... Müsst das da irgendwas schief geht. Nö, passt schon. Ich sehe das ja alles hier. Okay. Ich sehe das im Sonar. Ja. Ja, manchmal weiß man auch nicht, was im Sonar gerade fein ist und was... Dings ist, gell? Ja gut, wenn ich da einfach so ne Wolke von Dings sehe, dann werde ich euch entweder anwollen... Äh, meistens ist es Stein. Äh... Oder ich werde nicht darauf zu fahren. Okay, wir fahren da jetzt mal vorne rein. Ich bin über ne Quick-Button zur Meldung weggegangen. Das könnte sein, dass da... Wenn du in der Waffe bist, ist das automatisch. Okay. Ich glaube, dass es keine Batterie mehr hat. Ja. Ah, wenn es jetzt keine Batterie mehr hat. Stimmt. Das auch, ja. Wenn es jetzt alle ist, dann geht das nicht mehr aus. Links neben den Waffen ist die Ladestation dafür. Äh... Wusste ich, ich habe die Waffen noch nicht mal gefunden. Ja. Bei den Periskopen. Also auch da auch, wo der Käpt'n... Die draußen Waffen, nicht die drinnen Waffen. Genau. Die drinnen Waffen brauchst du nicht wissen, wo sie sind, das ist kein Problem. Ähm... Äh, links von... Achso, da wo ich gerade drin war... Okay, hier, der erste Schwarm auf 70 Meter... Zwei, äh... Zwei Uhr. Ja, ich bin am Ziel. Ich sehe aber noch nichts. Noch ist nichts da. Da kann es jetzt zu uns, äh... Entweder ist es wasser dunkler geworden, oder... Wir haben weniger Energie. Oh, da kommen sie direkt. Nee, der erste Schwarm auf 70 Meter. Da kommen sie. Wow. Alle. Sind alle da. Die paar sind tot. Ich versuche mal zu sinken. Weil wir haben Monster unten, äh... Bei vier Uhr, das ist nicht gut. So, ich kann nur nach vorne schießen, ja? Äh... Ja, ich versuche... Ja. Kannst du versuchen, ein Stückchen nach hinten zu gehen? Ja, ich versuch's. Äh, hinten hab ich im Glück, ne? Also... Ja, aber wenn sie genau zwischen uns sind, ist das Problem. Nee, ich kann direkt nach vorne schießen. Dann ist gut. Ich hab noch Sorge wegen den Viechern, die genau vor uns sind, dass die uns angreifen können. Äh, wenn du siehst, nehm mal die, die direkt vor uns sind. Du kannst vor uns schießen, ne? Ich kann geradeaus nach vor uns schießen. Genau, dann jetzt hast du hier was, äh, im Target. Äh, wir haben keinen Strom. Ja, ähm, ist schon wieder korrektiert. Okay. Sie hauen ab. Das ist offen. Wow. Hat jetzt lange suchen gedauert. Wir haben karte Fische vor uns. Da ist jemand tot. Was? Also, Dinis Leiche liegt immer noch, äh, rum, aber... Nee, ich mein, ich mein von den Gegnern. Ja. Genau. Enemy down, enemy down. Ich bin auch verwirrt, dass meine Leiche da immer noch liegt. Ähm, ich hab jetzt der zu viel Reward bei mir ins Inventar aufgenommen. So, ich glaub da hat... Wir haben hier noch drei, vier Feinde. Es kommen natürlich... Ja. Genau, vor uns direkt sollte jemand auch sein. Vor uns? Ah shit, unter uns ist genau jemand. Kann jemand mal an die Waffe gehen? Ich muss mich um meine Wunden kümmern. An die linke Waffe. Äh, Dini, gehst du an die Waffe? Ja. Ja. Ähm, Gullius, sei dir bewusst, dass unten, äh, an der unteren Seite potenzieller Monster ist. Ich versuch mal nach, äh... Die hintere Waffe müsste mal wieder besetzt werden. Ist noch besetzt. Weil wir da nämlich gerade... Okay. Ja genau, Dini ist noch da. Äh, genau über... Also bei, bei dem Schleusen war glaub ich gerade einer. Ja, ich, äh, schieß auch grad drauf. Also ich hab gerade einen getötet. Jin? Ja? Strom? Ich sitze dran. Gut. Ich hab gerade nichts im Klick. Äh, ist Haupts. Ich hab drei getötet. Noch einer. Genau. Vor uns sind zwei, da solltest du... Die solltest du treffen können. Ja, ich bin grad am Jagen. Okay, versuch wieder noch... Genau, wenn ganz vor uns einer ist, den seh ich dann grad noch nicht. So. An der Waffe ist gerade einer. Der ist tot. Genau. Da solltest du noch einen sehen. Oben. Äh, 1 Uhr. Einer ist fast tot. Ungefähr auf 11 Uhr. Auf 11 Uhr? Ja. Vielleicht hat er auch... Der auf 1 Uhr hat sich scheinbar entfernt. Ja. Ist bei 50 Meter. Er macht sich grad wieder zum Angriff bereit. Ähm, genau über uns ist einer auf 12 Uhr. Ist tot. Nice. Wir haben jetzt noch zwei. Ähm... Ja. Der sollte tot sein, der da grad runter kommt. Genau. Bei 3 Uhr soll da jetzt noch einer hinkommen. 3 Uhr greift an. 3 Uhr ist dran. Okay. Ist jetzt auf 12, kann ich nicht mehr angreifen. Dini, kannst du den? Ist nach oben abgehauen. Also ich hab auch überhaupt nicht... Genau. Der ist aus deiner Luke. Am Docking. Jetzt er genau über der Waffe. Bei mir. Okay. Ist ausgeschaltet. gut. Dann noch einer. 80 Meter vor uns. Vor uns. Okay. Ist jetzt bei 3... 2 Uhr. Ja. Ich seh ihn noch nicht. Ich auch nicht. Ähm... Irgendwas ist hier in unserer Nähe kaputt. Kann da mal ein Mechaniker vorbeigehen? Ich seh grad wieder was. Ja das Gehrundskonsole. Gehrunds Navigationskonsole. Okay. On my way. Okay. Gut. 60 Meter. 1 Uhr. Nähert sich auf... Ja Richtung... Geht grad Richtung 12. Bei uns. Greift an. Seh nicht mehr. Direkt an der Waffe. Ich hab ihn bei mir. Jetzt ist er wieder auf deiner Seite. Dini sollte... Jetzt. Hm. Ich sitze das erste Mal an der Waffe. Du hast uns grad noch ungeübt. Alles gut. Kein Problem. Na? Dann hättest du die Güte mich loszulassen. Na ja. Sorry. Ich wollte dir grade deine Verbrennung heilen. Deswegen bist du jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen krug. Oh nice. Wir haben es geschafft. Ah ein bisschen ja. Danke. Okay. Hä? Du solltest jetzt vielleicht ein bisschen... Bisschen heil sein. Ja ein bisschen. Dann klettert er da runter und seine Knie sind einfach... Also seine Beine sind zu den Knien runter und die Füße dann wieder an die Hüfte hoch. Während er die Leiter benutzt hat. Es war so... Okay. Ein bisschen heil ist gut. Sehr sehr nice. Gute Arbeit allesamt. Und das im zweiten Anlauf. Ja. Ja. Definitiv. Äh. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass man... Ich hab irgendwie das Gefühl, dass man nicht sinnvoll... Craften kann als Matic. Also... Nein. Du kannst vor allem mal ein Zeutestürtenkramen. Äh ich glaub wir haben ein Problem im Reaktor. Ja. Okay ja. Ich kann aus zweimal morgens... Zwei mal rutsch... Da unten war ich wieder kurzzeitig so hoch, dass ich zwei Fuelworts brauchte. Und dann war er sofort halt wieder runter. Sorry. Das äh... Alles gut. Nee. Es ist doch richtig, dass du sagst. Ich erklär nur warum halt Dinge passieren. Genau. Wir haben jetzt auch grad wieder keinen Strom gehabt. Ja. Oh shit. Äh vorne haben wir ein Leg in den Crew Quarters. Auch nur aus zwei Opium... Neben der Medbay. Aber ich kann auch nichts Opium herstellen. Das heißt irgendwann sind die Medikamente weg. Ja. Das ist alles begrenzt. Ebenso wie Moni und Fuelrods halten. Ja das Problem ist... Ja... Wer schleicht denn meine Leiche durch das Fliegen? Vorne bei der Crew... Ich schuldierend dich los dran. Loch bei den Crew Quarters. Loch bei den Crew Quarters. Ach shit. Okay. Das ist eine Sackgasse hier. Leider. Ich hab mir mittlerweile angewöhnt den Feuerlöcher permanent ausgerüstet zu lassen. Ja das hört sich sinnvoll an. So ich hab meine Leiche mal dahin kriegen, wo sie hoffentlich dich stört. Das klingt so seltsam dieser Satz. Ja das tut mir leid. Ich weiß nicht warum da war gleich noch nie. Vermutlich was drin ist? Äh nö. Nö. Da war was drin als die Respawned ist. Aber ansonsten... Ich verstehe diese Steuerung. Warum sagst du, dass die Temperatur zu niedrig ist und nicht alles Turm durch zu kriegen? Ich hab mir auch jetzt ne Welting Gang mal ausgerüstet. Ja bin grad wieder dabei. Okay. Ist grad die Load wieder auf so scheiße hoch. Was ist denn die Electrical Discharge Coil? Hast du die schon mal benutzt gegeben? Nö. Deine Batterie ist übrigens voll. Ah. Soll ich mal die Electrical Discharge Coil benutzen? Äh. Nein wir sind grad eh schon bei super viel Last. Also alles was grad Strom zieht? Nein. Äh. Wir könnten uns vorne jetzt irgendwo andotzen. What the hell? Ja wir sind vorne angedotzt. In my way. Äh. Wir sind aber heil. Achtung gleich kommt wieder ein Alarm im äh Reaktorraum. Julius hast du dir deine Batterie geholt? Äh ne soll ich? Dann hat sie jetzt jemand anderes genommen. Wir sind nämlich weg. Löl. Genau. Bei mir übrigens zu meinen Füßen sollte ne Batterie liegen. Äh. Falls die irgendwer aufladen mag. Ich hab eine. Ja aber da waren vier. Achso. Äh. Ja. Moment Gerun. Hast du schon ne neue? Nö. Aber ich brauche auch keine. Was haltet ihr denn davon wenn ich eins der Ladegeräte auf null äh Recharge Rate runterdrehe? Ich hab sie gerade runtergeschraubt. Die waren nämlich auf 100 beide. Ich hab sie mal beide auf 50 zuschraubt. Ach stimmt. Genau. Schrauben wir auch die Waffen zurück. Was ihr das noch nicht gemacht habt. Äh. Ich glaub das ist nur. Also die haben jeweils ein Capacitor. Ich glaub wenn der voll ist äh. Ist kein Strom. Verbrauch. Übrigens. Wenn wir gerade eh nur aufsteigen. Äh. Können wir auch auf das Periskop verzichten. Wenn wir zwei Leute äh. Einfach nach oben gucken lassen. Äh. Sorry Gerun. Ich wollte. Ich hab glaub ich den Kurs grad geändert. Weil ich dann mit dir interagieren wollte. Oh shit. Jaja. Wir sinken. Wir sinken. Ja sorry. Äh. Wir haben ein Loch im Ballast Tank vorne. Äh. Ich wollte die die Batterie aufheben. Aber wenn du halt in der Nähe von Gerun was klickst. Bist du direkt Captain und steuerst das Boot. So wir sind auch gleich da. Äh. 40 Meter noch bis zum Docken. Äh. Ich hab da mal was reportet. Okay. Können wir mich gleich kommen. Genau. Ballast Tank C wie gesagt ist ein Loch. Ja. Ja ich hab's gut gut hinzukommen. Und irgendwie wurde mir die Luke vor der Nase wieder zugemacht. Wir gehen davon alleine auch nach der Zeit wieder. Also äh. Nicht wundern. Security Officer ist grad auf dem Schiff unterwegs. Und sucht nach äh. Gebrochene Sachen und meldet sie. Also bitte mal auf den Chat achten. Okay. Ja äh. War tatsächlich den Sanitas der in dem Moment erkunden wollte. Und wir haben wohl die rechtzeitige Suche gekriegt oder so. Wir haben's ja fast geschafft ne. Ich würd schon gern wissen was diese Eier machen. Ähm. Ja. Ähm. Ähm. Unser Engine Raum brennt. Jin. Lebst du? Ne er brennt nicht. Er ist gebrochen. Zum Glück hab ich ne Welding Gun dabei. Ähm. Welding Gun. Welding Gun. Ja genau. Das mein ich. Ähm. Ich bin grad die Brackern reparieren. Ja. Was ich geh jetzt mal. Wir haben's ja fast geschafft ne. Ich geh mal in die Luftschleuse. Mach sie zu. Und spritz mir diese Parasiten. Äh. Mach die bitte in die untere Luftschleuse. Untere Luftschleuse. Ja. Untere Luftschleuse. Genau. Dann können wir dich nach unten rausschmeißen. Hallo. Ja. Kann das sein, dass wir irgendwo an der Decke entlang schrauben? Ne. Das kann sein. Also was? Weil der Maskenraum kriegt gerade dauerhaft Schaden. Ja Geron versucht zu docken. Ah. Hahaha. Hahaha. Ich bin ja nicht hier am reparieren. Und ich sehe direkt... Oh ne. Da ist einfach ein Monster. Tatsächlich. Ähm. Ist das ein Monster? Benesil an die Waffe hinten. Hinten Waffe sind dran. Untere Luftschleuse nicht. Du musst in den Engineraum. Glaub ich. Ich bin im Engineraum. Ne. In den Ballasttank A. Im Ballasttank A. Ist das tot? Oder vom Central Access Passage. Also. Äh. Hinten liegt jetzt ne Leiche. So sieht das zumindest aus. Also. Der letzte Fuelboard ist bei zwei Drittel noch. Okay. Ja. In den kriegen wir das hin. So. Ähm. Ja. Also das Fies tot. Sehr gut. Gut. Äh. Die Pumpe in Ballasttank irgendwas ist kaputt. Äh. A. Müsste das sein. Okay. Okay. Vielleicht ist das auch der Grund warum ich gerade hier so rumwobble. Wie blöd. Nach. Wir müssen ein Stückchen nach unten. Ah. Hier. Oder? Ja. Ja. Ich beleuchte gerade die das äh. Die Dockstation. Das Ding ist. Ich versuche gerade auf wenig Schub zu gehen und plötzlich sinken wir. Und ich denke so. Hä. Warum sinken wir denn plötzlich. Ich hab noch gar keinen Schub nach unten eingegeben. So. Was jetzt zum Beispiel sinken wir. Ja. Die Waffe ist jetzt genau unter dem Docking. Ich heile mal die äh Verbrennung von Ginis Leiche. Was? Du kannst meine Verbrennung von Ginis Leiche. Wir nählen uns. Wir nählen uns. Wir nählen uns. Ah wo bist du denn? Okay. Ähm. Innenraum. Gerade aufm. Ah bei dir. Sehr schön. Ja das sieht gut aus. Äh. Ja bleib mal da. Steh. Ist das schon nach oben. Ja. Dockt. Wir haben gedockt. Warte. Nicht rausgehen. Sicherheitsofficer geht zuerst. Oh. Oh. Die Parasiten brauchen einen Feind bevor sie irgendwas tun. Wir haben's. Wir haben's überlebt. Sehr. Sehr. Nice. Aber. Wenn wir electrical discharge coils und decoy Launcher haben. Könnte das der Grund sein warum wir nicht nach unten schießen können. Ja. Das ist. Ich vermute. Das sagt er gerade. Och nee. Ha was? Das war schon wieder Feid. Ne. Mich hab's auch verpasst. Aber Katzenauge. Gratulation dann. Genau. Ich hab mich grad. Hart drauf konzentriert. Auf. Das Dockingmanöver. Hab da gar nichts mehr mitbekommen. Gin. Ich hab mal zu Inji gewechselt. Jo. Welchen machst du denn? Den Mac glaub ich nämlich alleine. Okay. Oder? Die. Ja. In Spasssituationen kann das schwierig werden. Aber ja. Erstmal soll's gehen. Ja gut. Im Worst Case kann man ja immer noch helfen. Ja. Nuklearer Engie hat doch glaube ich alle Tools dabei. Ja. Nuklearer Engie hat alle Tools dabei. Und kriegt bei jedem Respawn halt ne Fuel Award. Nice. Ah. Das heißt wenn wir nicht mehr fahren können einfach den Engie töten. Deswegen grad die Frage halt an Dini. Wer von uns macht welchen Engie? Wer ist öfter tot? So. Ich. Ich. Lag vielleicht aber auch grad daran, dass ich jetzt permanent beim Reaktor stand. Dass du mehr tot warst. Ja. Das ist okay. Ich mach gerne den. Ah. Also ich mach den Nuklear Engie dann. Kero du kannst auch verschiedene Shuttle auswählen ne? Ja. Oben drüber das Dropdown Menü. Genau. Nimm mal andere. Vielleicht ist das andere. Selki. Ich hab auch die Selki ausgewählt. Das stimmt. Also genau das hier ist die Selki und das ist die Hemulen. Oder Hemulen. Selki sieht schon sehr cool aus. Ja. Oder die Venture. Venture ist dieses komische Ding da. Ne komm wir machen die Selki hier. Ich muss als 1 bis 2. Ja das ist sehr krass. Was uns immer wieder zurück bringt. Genau. Ja alles Feiglinge. Und äh Nick ich hoffe ich werde eigentlich schauen dass wir nicht wieder bis 12 Uhr streamen. Weil ich muss ja heute auch noch irgendwas gebacken bekommen. Ich kann nicht heute den ganzen Tag streamen. Ich muss heute noch ein bisschen die Wohnung aufräumen. Weil ich bekomme morgen eventuell Besuch. Das klingt irgendwie dumm. Nur den halben Tag streamen. Äh. Ja ich weiß nicht. Ich will hier noch aufräumen. Ich will hier noch äh. Also ich hab hier ganz viel Wäsche rumstehen. Das sieht dumm aus. Äh. Können wir auch machen. Der Electrical hat halt ein paar Wires und so. Also wir können auch gerne beide nuclear machen. Das heißt es nuclear. Äh. Ich fand es so wichtig dass wir uns beide absprechen vor allem. Das war für mich das Wichtige gerade. Äh. Und dann machen wir beide nuclear erstmal. Gleiche Rollenverteilung oder sowas. Und was für eine Mission. Wir haben zumindest den Status von mir und Jhin so angepasst. Dass wir jetzt beide Injil sind. Und ich wollte die Mechanik mit Hilfe oder Jhin bei Mechanik mit Hilfe. Ja. Wie es halt immer gerade aussieht. Genau. Ja. Also tatsächlich wir können nur die. Achso warte. Der Humpback würde noch gehen. Aber der wäre dann auch für ein bisschen intermediate. Ja dann go. Ah gut. Gut. Dann haben wir jetzt hier ein neues Schiff. Äh. Sind denn alle noch mit ihren Rollen sonst zufrieden? Also ich kann gerne eine andere übernehmen. Da ich jetzt den Security Officer einmal durch hab. Ja. Sollen wir tauschen? Also wenn ich mal. Halt sehr viel nichts. Das heißt ich müsste irgendwie noch was dazu machen. Ja du hast ja einfach die zweite Waffe genommen. Das ist eigentlich ganz gut. Ja. Machen wir das so. So. Wenisil willst du dann Captain machen? Ich kann den Captain übernehmen. Gut. Dann machst du jetzt Captain. Dann mach ich jetzt hier den Security Officer. Ähm. Capitano Capitano. Ähm. Ich will den mit der Mundharmoniker haben. Gute Wahl. Ja. Ja und wenn man persistente Kampagne spielt. Muss man bei den Außenposten mit einer Ingame Währung. Wie man für die Missionen bekommt. Praktisch auch seine Muni wieder auffüllen. Und seine Medikamente. Oh warte mal. Da kann man unten links auch ordentliche Vorräte anlegen. An Uran oder sowas. Ich glaube ich nehme mal den Gunner. Als Security Officer. Weil der hat auch direkt immer eine Wench dabei. Das heißt. Der ist auch dafür da um Dinge zu reparieren. Das heißt ich kann dann auch mal ein bisschen aushelfen da. Jo. Sehr gut. Okay. Ähm. Genau. Jetzt ist die Frage. Was sind denn, was sind denn Salvage Missionen zum Beispiel? Salvage Missionen sind Missionen wo man Artefakte holt. Die Artefakte können interessante Effekte haben. Die es teilweise etwas schwer machen können ein Schiff zu fahren. Sollen wir das mal probieren. Sollen wir das mal probieren. Das klingt nach der richtigen Herausforderung für uns. Je nach Artefakt ja. Es gibt sehr widerliche Artefakte. Hört sich wunderbar an. Oder? Klingt nach genau dem was hier reinpasst. Ja. Wunderbar. Dann übrigens. Hallo Sun Li. Du siehst uns jetzt wie wir gleich. Also wir haben jetzt gerade die erste Mission geschafft. Davor haben wir eine erste Mission hart gefailt. Das muss man so sagen. Das ist das so schön hier. Äh. Und jetzt gehen wir in die dritte Mission. Holen potenziell irgendwelche Artefakte an Bord die nicht gut für uns sind. Und wir schauen mal was uns dabei erwartet. So. Ich drücke jetzt mal auf Start. Yay. All about the dying train. Ja. Genau. Weißt irgendwelche Leute außerdem im Stream merken so boah hey. Ich will da mitsterben. Ähm. Könnt ihr gerne machen. Sagt Bescheid. Ähm. Kriegen wir Ende. Wir haben Platz. Genau. Man kann das bis zu 16 Leuten spielen. Das wird jedem. So. Salvaging an Artefact. Like researches of Scani fortification. Do stuff. And. It's gone. Pff. Erhlens Artefakts previously discovered in Europa ok. We collect the signal and future to potential Artefakts. Oh wait. Okay. We collect the potential Artefakts. Verstecken wir in Europa. We collect a bunch of light. We collect some light. I'm just right here. So it works. Okay. Okay. The reactor. Ja. Oh. Das ist die engine. Achso, genau. Wir sind jetzt auch noch auf einem neuen Schiff. Das heißt, keiner weiß, wie Dinge funktionieren. Das andere Schiff, das cutten wir wenigstens. Fünf. Auf jeden Fall, den Captain hat mich mit dem Schiff vertraut. Ja. Jetzt, wo wir den Captain machen. Alright. Das hier ist ein Punktfang. Oh, hier ist ein Kabel. Wir haben zwei Fuel-Words hier. Das ist alles, was auf dieser Seite des Schiffs ist. Okay, Ballast-Headsch und den Captain-Kram. Okay. Pfff. Ach, hier geht's nach oben. Natürlich erstmal. Ah, okay. Hier sind die Waffen. I see. Ja, hier kannst du reingehen. Oh, unser Schiff sieht echt cool aus. Was haben wir denn hier so? Bin ich ja fast schon traurig, dass ich das nicht fahre. Wo Traptor-Eck? Aha. Warte, dass mein Captain mich mit meiner Harpoon-Gun hier rauslässt. Wo, wo haben wir ein Ei? Sollten wir das vielleicht irgendwie aus der Hedge werfen oder so? Was? Wo haben wir ein Ei? Gullius, es beginnt. Gullius findet ein Ei. Nein, irgendwie hat er ein Raptor-Ei gesagt. Ich wollte wissen, wo das ist, damit wir es wegwerfen können. Warte mal. Okay, nee, das ist die Hedge nach ganz oben. Das sollten wir nicht auch machen. Wir haben Backup-Power. Okay, cool. Ja, ja, manche Schiffe haben Batterien zum Fahren. Die machen das etwas angenehmer. Oh, das freut mich. Das sind die ganzen Break-A-Box. Das macht für Dini und Diefdinger einfacher. Oh, eine Gitarre. Was? Was, hast du eine Gitarre entdeckt? Oh, Platz. Wo hast du eine Gitarre entdeckt? Ich habe eine Gitarre gefunden. Ja, wo ist das denn? Hier in der Schiffe wird ein bisschen Easter Eggs versteckt. An die Rasenorten. Also, Gitarre liegt jetzt bei... Da, wo der Käpt'n dann immer steht, an der Helm, liegt die Gitarre dahin. Ah ja, und so ein Lee, es geht noch besser. Fractal! Okay, was? Das kann übrigens keine lustigen Sachen außer Reaktor-Shop down. Das hätten wir vielleicht einfach mal ausprobieren sollen bei dem anderen. Terminal. Type on or off to either connect batteries to powerhüt. Oh. Okay. Ich kann handeln. Was tust du da? Nichts. Absolut gar nicht. Ist das jetzt der richtige, ähm... Verräter? Nein. Was? Ich war nur so nett und hab ihm eine Waffe gegeben. Du hast dem Clown eine Waffe gegeben. Yes. Okay. Ähm... Ich finde das nicht gut. Hä? Äh, ich bin Käpt'n. Ich dachte... Ah, scheiße, nein! Ich habe mir gerade, glaube ich, selber Handschellen angelegt. Ähm... Weil... Dankeschön. Weil... Äh, das Lustige ist, ich bin der Einzige, der die Handschellen wieder aufmachen kann außer dir. Ja, aber... Ich meine, warum... Warum lege ich mir die selber an, wenn ich auf 6 drücke? Naja. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich sie ausrüste und dann irgendjemand hier wieder die Handschellen anlegen kann. Ihr seid beim Alter. Nee, Alter, du musst halt jemanden erst... Crappen. Eventuell habe ich gerade was Dummes getan. Ah, hier vorne sind unsere... Ja, aber gut, ich kann... Ich kann niemanden grabben. Das mit G kannst du mich grabben. Nö. Alles gut. Du weißt schon. Hm. Vielleicht Spülern. Das stimmt, ich kann auch noch 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 einen mehr grabben. Und ich konnte das eben noch. Ist ja interessant. Ja, jetzt ist so abitisch gecrappt. Kann niemand mit hart grabben, aber... Ja, stimmt, du kannst Leichen mit G-Drag grabben und Menschen... Ja, normalerweise auch mit G. Normal kannst du es auch mit... Ah, wahrscheinlich musst du ihn, warte mal. Du hast noch eine Stun-Gang. Stimmt, als du eben... Ah, ich konnte einen grabben, weil du die Handschellen anhattest. Ja, du kannst die Stun-Gang benutzen. Okay. Jemanden quasi stunnen und dann kannst du ihn die Handschellen anlegen. Ah, okay. Gut zu wissen. Äh, ich hätte kurz eine Frage in die Runde. Ja? Ja. Wo kann ich meine Stubs einsehen? Vor der Runde hast du bei deinem Job so ein kleines Ding. Jetzt weiß ich das nicht. Dini einfach mit dem Gesicht vorne gegen die Tür. Äh, Info für Dini. Oh, warte. Nein, wir sollten das nicht machen, weil das ist die Luftschleuse. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. We should... Nein, wir sollten da nicht durchgehen. Zu. Ich habe schon mal was gemeldet. Der hat meine Ausfall nicht genommen. Was haben wir nicht? Der hat meine Ausfall irgendwie für den Nuklear-Engineer nicht genommen. Ich bin jetzt ein reiner Elektrischer-Engineer wieder. Äh, ich bin Nuklear. Ja. Ja, es sind schon Dinge kaputt gegangen. Wieso das denn? Nee, nur dass du halt Bescheid weißt, dass ich nicht alles da habe. Wir sind in einem U-Boot und das ist unter Wasserdruck. Deswegen gehe ich hier regelmäßig Klinge kaputt. Ähm, kann es sein, dass wir diesmal nur Waffen für unten haben? Ah, da sind Kabel. Ich gucke mal. Ja, ich... Ich mache Geräusche beim Lauf... Nee, ich habe Waffen... Achso, Moment. Nur noch Waffen für die Sache, ne? Ich habe welche nach oben gefunden. Okay. Ja, es gibt Waffen nach unten und oben. Gut. Also, bemannt mal den Motor. Der Reaktor, meinst du? Oder den Motor? Ah, okay. Die ganz vordere ist vorne. Ja, ja, der Reaktor. Also, auf geht's. Strom. Wir brauchen Strom. Ja, ja. Der Output ist höher als das, was gerade gebraucht wird. Ballastluke ist gut. Ja. Also, gerade ist der Motor noch auf Automatic-Modus. Das funktioniert. Äh. So. Vielleicht solltet ihr auch die Ballastluke hier. schließen. Das hört sich gut an. Ja, voll schlau auf. Ja, sehr gut. Ja. Wir bewegen uns übrigens, ja? Sehr schön. Ich bin gar nicht aufgefallen. Scheint, wenn du jemanden an Gans brauchst. Ja. Same. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Do not know. Engineering? Rente? Ich will mich gerade darum kümmern, Insignitas, aber ich bin zu blöd, um die Tante E zu holen. Ähm, geht mal bitte an die Waffen und schaut mal nach unten. Ähm, ja. Oh, I see. Raps sinkt nicht gut. Da waren gerade... Die sind scheinbar immer noch da. Nee, das ist eine mächtige, zu mächtige Waffen, glaube ich. Oh, die rechte Waffe ist nur ein Steinwerfer. Die Waffe ganz rechts ist einfach nur ein Steinwerfer. Okay. Und hier ist das Feriskop. Fallen wir gerade? Nee, wir gehen nach oben, ne? Nee, wir steigen nach oben. Warum? Äh, wir sind oben an Stein, ne? Wir sind oben angekommen, glaube ich. Ich weiß, ich weiß, wir sind oben angekommen. Das habe ich mitgekriegt. Der Autopilot, den ich gerade gesagt habe, er soll die Position halten, hat sich gedacht, es ist eine gute Idee, die Position höher zu halten, als sinnvoller zu halten. So. Sind wir unsere Feinde los? Äh, zwei davon, ja. Ähm, an Front, jetzt über uns, ist irgendwas. Und über uns. Okay. Ist es nicht? Äh, unter uns scheinbar sind noch zwei, die bei uns unten am Boot dranhängen. Und ganz, äh, unter uns auf, was ist das? Äh, rechne, nein. 5, zwischen 5 und 6 Uhr, eventuell? Nö, bei uns ist unten alles clear. Okay, nee, weil ich habe da drei Punkte, an der Stelle. Also ich glaube, es war die Leiche. Okay. Ja, über uns sind kleine Fische. Okay. Irgendwer hat noch einen Bruch? Ja, ich. Noch einen Bruch. Ähm, hier wird das bei mir angezeigt. Ja, rechts sind deine. Ja, das verwirrt mich. Blunt, Forst, schau mal. Alles klar. Okay, das ist auch schon tot. Unter uns jetzt, genau 6 Uhr, sollte was sein? Nö, nö, ist durch. Ist durch, okay, ist ein Leiche. Ist ein Leiche, ja, ist nicht der Leiche. Okay. Das habe ich vorhin gekillt. Ja, hier. Uäh, bin ich high. Danke dir. Also ich konnte jetzt halt nur Morpheum spritzen. Mehr ging nicht. Und der ist nicht mal Yellow, Sabine. Ja, mehr ist ja auch nicht das Problem. Weniger wäre gut gewesen. Ja, ja, also, gut. Äh, achso, wir drücken gerade die Leiche mit nach unten. Sehr schön. Ja. Alles gut, ich würde dich ärgern. Ja, also ich hätte es so gelassen, aber es hieß ja, es wird schlimmer, wenn man es nicht behandelt. Ja, ich habe nur gemerkt, dass ich da ein Symbol habe. Was hast du denn dann für einen Ohrwurm? Vor allem 4% oder so. Ja, okay. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich auch gar nichts gesagt. Alles gut. Wir haben nur ein Teil Uran, also Energiesparnswert eventuell ein bisschen nur verliefen müssen. Ja, wir könnten auch gucken, vielleicht... Ich habe Wasser gehört. Ja, die, die sind in den Ballastab gelaufen. Okay. Okay, das sind nur Fische. Ja, wir haben gerade nichts um uns rum, was irgendwie gefährlich ist. Wir fallen einfach nur nach unten. Genau, es sind nur Fische, was du allerhöchstens sehen könntest. Ja. Ja, und wir haben scheinbar immer noch die zwei Leichenpufforen, die wir mit nach unten schleppen. Ja, die hängen da halt. Soll ich sie mal kaputt machen? Nee, ich würde die mal looten. Ich würde die mal looten. Oh, die sind direkt auch an der Luke. Moment, Moment. Das heißt, du musst eigentlich nur die Luke aufmachen, dann sollten die reinschwemmen. So. Wo ist denn die Luke? Das U-Boot ist angehalten, halbwegs. Äh, schade. Jetzt ist es schwieriger. Sie schwimmen nach unten? Ja, weil jetzt fallen sie nämlich. Gin, ich kümmere mich die ganze Zeit um. Aber wir sollten uns ein bisschen nähern, also sie entfernt sich nicht viel weiter. Gut, dann bleibe ich beim Reaktor. Also wenn ich, okay, ich weiß leider nicht genau, wo ich rauskomme, weil das vielleicht noch keine Priorität hatte. Ich glaube, wenn du bei dem Engineering, also wenn du ganz nach ganz unten gehst, hier nach ganz ganz links und dann ganz runter, die Treppe herunter, dann solltest du an so eine Schleuse kommen. Aber wir haben scheinbar laut Dings nur eine Luke, ja? Ich habe uns mal wieder in die Nähe von dem Teil gebracht. Ja. Äh. Oh, geil. Julio, soll ich dir zeigen, was ist? Ich glaube, ich habe es. Also laut unserer Schiffsübersicht. Ah, ihr seid unten raus jetzt, ja? Ja. Echt? Ja, ich sehe, dass ihr gerade in Wasser rein seid. Genau. Ähm. Da, weiter unten, kommt es dir gerade entgegen. Mhm. Genau, du siehst ja meinen Scheinwerfer. Ja. Ähm. Wir laufen gerade voll Wasser. Ich sehe, dass ich mich nie erst. Was? Ich konnte hinter mir nicht zumachen. Okay. Ähm. Also, ich konnte nur einen Button drücken, der vor mir auf und hinter mir zumacht. Ja, also bitte keiner da unten die Räume öffnen. Naja, aber gut. Okay, eine Leiche. Ja. Du bist wieder auf dem Rückweg, sehe ich gerade. Genau, ich habe die zweite Leiche nicht gefunden. Ja, ich glaube, die ist auch nicht mehr. Äh, die zweite Leiche ist weiter rechts gewesen. Hm? Ähm. Warte einfach mal drinnen. Hier. Ich steuere die so mit. Ja, genau. Ich steuere ein bisschen in die Nähe von der zweiten Leiche. Was kannst du denn bei der Looten eigentlich? Alien Blood konnte die eine. Ähm. Ähm, die zweite Leiche ist verschwunden. Recht. Okay. Wir haben nur die eine, die du gelootet hast. Na gut. Okay, na gut. Kurze Frage. Im Obergeschoss ist eine Tür, die nicht aufgeht. Weiß jemand, was dahinter ist? Ja. Wasser. Nein. Waffen oder Waffen? Das ist, äh, unsere, äh, quasi Waffenkammer. Da darfst du nur rein, wenn du Clearance für hast. Danke. Wir nähern uns unserem Ziel, unter uns. Was ist das hier? Das, was Dini gerade gesagt hat. Ah, okay. Ja, ja, gut. Ja. Äh, ich bräuchte da jemand mit der Wrench hier. Beim Reaktor. Dini, komm mal schnell zum Reaktor. Ja, komm mal. Oder, okay, in Sanitas ist, grad schon da. Ja, streng wir auch. Achtung, Boden. Ja, wir sind jetzt. Achtung, Boden. Wir klotzen auf. Ja, ja, ich bremse eher, ich, ich bremse ja schon, ich bremse ja schon. Äh, in Sanitas, warte mal kurz. Hm? Richtig mal hochheilen, du bist hart am Arsch. Ach, das geht noch. Äh, ja, aber besser jetzt das Morphium, als wenn's gerade wichtig ist. Hm, wie kommst du denn auf den Ohrwurm? So, jetzt machen wir noch Directional Ping. So, ich habe jetzt gerade unseren Autopilot gesagt, wer soll Position halten. Unter uns, so circa 100 Meter, sollte unser Ziel sein. Ähm. Siehst du irgendwas? Ja, ne solide Wand aus Stein. Sehr schön. Also, wir sind gerade in so einem Graben, es geht in keine Richtung wirklich raus. Wo genau ist denn das, soll das sein? Weil da hinten sehe ich irgendwie so ein komisches Ding. Hm, das könnte es vielleicht sein. Wer hat die Richtung hinten eigentlich, sag mal, in ungefähr? Äh, ja, so circa halb neun. Äh, ja. Halb neun? Ja. Ja, vielleicht muss man da rein. Kann es sein, dass unser Autopilot uns gerade aufgesetzt hat? Ja. Deswegen traue ich Autopilot nicht. Ja, ja. Wir steigen ein bisschen auf. Kannst du irgendwie nach hinten setzen? Nach hinten? Ja. Ja. Allerdings, du kannst ja eigentlich mal auf die, soll ich mal kurz die Steuerung nehmen und du kannst mal in die Kamera wechseln? Ja. Weil dann kannst du mal, also hinter uns tatsächlich, äh, da wo es schon, also da wo ich das Ding ausgerichtet habe und du mal mit rein gehst. Und dann komm mal her, an die Steuerung. Genau. Bin da. Okay. Ich gehe mal hinten, der hier ist es, glaube ich, oder? Äh, ne, die nächste ist es. Die zweite. Der erste Fuel Rod geht gleich leer. Viele Steine. Da unter uns ist ein Loch. Da müssen wir wahrscheinlich rein. Oder ne, das ist nur Dings. Äh, Jin, ich lege mal den Ersatz Fuel Rod, den ich habe hier. Was sein kann, Riz, dass wir, äh, auf die andere Seite müssen, eventuell. Oder hier unten drunter. Ich habe mich bereit, gleich auszupassen. Ich hätte gesagt, dass wir irgendwie einmal umher rumfahren müssen. Yep. Das Problem ist rundherum fahren. Wenn du guckst, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass wir... In dem Loch sind. In der anderen Seite müssen. Okay, dann machen wir das mal. Ich gehe zurück. Jin, ich wollte es dir auch mal sagen, damit du weißt, ich bin jetzt keinem mehr in der Tasche. Jo, okay, danke. Oh. Man braucht Gummienden, um Drähte herzustellen. Äh, wir haben keinen Strom. Ja. Ich habe eine Sekunde zu spät getauscht. Passiert. Ah, jetzt haben wir Strom. Okay. Ja. Ich spiele euch aufmuntere Musik. Du das. Du hast die Gitarre mitgenommen, ja? Ja. Damit Jin hier nicht, damit ihm nicht langweilig wird. Ja. Guck mal, ich kann die sogar hinter meinem Kopf spielen. Ich glaube, ich muss mal in den Waffenraum gehen. Ich brauche mal was. Ja, ja, ja. Warten sind unerwünscht hier anscheinend. In den Waffenraum kommst du nur rein, wenn du entweder den Captain oder den Security Officer fragst. Nein. Oder du weißt, wie man mit Scrooge umgeht, dann kommst du auch rein. Deswegen haben wir eine Frage vorhin, ob jemand weiß, was da drin ist oder ob ich uns gewaltvolle Zukunft verschaffen muss. Ähm. Unser Sauerstoffgenerator blinkt. Ich weiß aber nicht, was ich tun muss, um ihn zu reparieren. Ich komm mal vorbei. Ähm. Wir bewegen uns jetzt durch ein dünnes Loch. Okay. Ich mach mal. Ich geh mal in den Scheinwerfer rein, ne? Ich bin unten. Mhm. Und? Was muss man tun? Ähm. Na ja, Mensch. Ah. Dann zerleg ich das. Okay. Kann nichts Spezielles. Ich hab also einfach nur... Achtung, wir schlagen vorne auf. Ja, 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 ja. Äh, Wand, 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 Wand. Oh. Wow. Yep. Grad so noch. Das war perfekt. Das war alles geplant. Ah, ja, ja, ja. Wenn wir das nächste Mal irgendwo anhalten. Ja. Und da so... Also ich hab jetzt schon mehrfach diese Outcrops irgendwo gesehen, die eventuelle Ressourcen hätten, dann würd ich mal so ein Ende holen. Wir werden, glaub ich, verfolgt. Von oben. Okay. Okay. Ja. Ich geh mal an eine Waffe. Okay. Eins ist ausgeschaltet. Oh, die sind kannibalistisch, seh ich grad. Ähm, ja. Krasser Shit. Hab das alle weg? Eins ist an dem Periskop. Also da, wo man nur mit gucken kann. Ganz vorne. Es hat ein bisschen Schaden schon genommen, aber es hat sich da festgebissen jetzt. Das sind zwei Stück scheinbar noch. Da komm ich. Bei uns dran kleben. Jetzt sind da drei Stück. Und das vierte killt Geron gerade oben drüber. Aber da sind jetzt noch drei Stück. Jetzt sind's vier. Das vierte hat Geron nicht ganz erwischt. Yep. Und von unten, äh, sind das Gegner, die von unten kommen? Oder ist das Stein? Äh, ne Ahnung. Ich geh mal kurz nach unten gucken. Äh, das sind Leichen. Ne, das sind kannibalistische Gegner. Wir haben hier ein Leck bei der Kommando-Zentrale. Ähm, ja, ich spür's. Meine Füße werden nass. Oh Gott, ey. Das sind echt ganz viele, äh. Also vier Uhr scheinbar sind noch ein paar. Ja, die sind halt alle bei uns da oben dran an dem Periskop tatsächlich. Ähm, Gullius, kannst du mal reinschauen in das Periskop und mir sagen, ob ich die treffe, wenn ich hier schieße. Wir haben sie abgeschüttelt. Ja, sie sind jetzt alle drei unten. Jep. Vier, fünf, ich schieße drauf. Oi. Ja, wir steigen gerade auf deswegen. Ich hab mal versucht, uns rauszuhalten. Ey, jetzt sind sie weg. Ja. Ja, wir stehen auch gerade still, in der Hoffnung, dass ihr sie abschießen könnt. Ich glaub, ich hab sie jetzt alle. Wenn jemand die Gann übernimmt, kann ich alle suchen gehen. Äh, da, hier ist noch einer. Ja, einer mindestens müsste noch leben. Warte, ich geh hin. Ich kann mich alle übernehmen. Okay, jetzt. Geh raus. Okay, ich hab sie. Okay, ich hab mal unseren Links ausgeschaltet. Ist die nie vielleicht wirklich gemutet? Ne, die nie mal zu hören. Okay, weil die nie gesagt hat, sie macht das und dann hast du's gemacht. Achso, ja, weil rein prinzipiell ist sie ja Angie und ich bin Waffenoffizier. Ja. Ich, ich war komplett überredet. Äh, sieht so aus, als ob sich von oben was näher ist. Ich seh grad nichts. Ah, da ist Stein. Okay. Da ist ein seltsamer Stein. Das ist, das ist ein sehr seltsamer Stein. Gut, wir haben hoffentlich nicht aufgesetzt. Ne, haben wir nicht. Aber irgendwie kommt grad viel Wasser. Ja, weil ich rausgegangen bin gerade. Oh, okay. So, ähm, Autopilot hält mal Position. Hoffentlich. Äh, wo sind denn die Leichen jetzt? Einfach weiter unten? Äh, ich glaub, die sind weg. Ah, da, Achtung, da kommt was. Ah, 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 ah. Julius, kannst du weg? Ja. Nein, Julius, du bist der Weg. Geh da weg. Ist doch, ist doch tot? Nein, ist es nicht. Jetzt ist es tot. Ah, 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 ah. Komm bitte wieder rein, komm bitte wieder rein. Ich bin dabei. Du lässt dich hübsch abschießen, ja? Nee, ich wurde nur angeknabbert. Okay, das ist tot. Genau, wir sind im letzten Drittel von dieser Munitionskiste. Ja. Äh, den neuen Büro im Channel einfach mal hallo noch. Und übrigens, ich poste euch mal einen Link, falls ihr auch von Gerung die Ansicht mit sehen wollt. Damit ihr nicht nur seht, was ich als Käpt'n hier so mache, sondern auch unseren Waffenoffizier beim Spiel mit beobachten könnt. Oh, die Wand hatte ich jetzt hier wieder an dem scheiß Eingang. Bei irgendjemand hat es geklingelt. Ähm, ich habe mich entschieden, etwas wieder nach oben aufzusteigen, weil wir scheinbar von mehreren Seiten hier angegriffen werden. Ja, an den Winkel kann ich gerade nicht ran. Julius, willst du vielleicht nochmal rausgehen als Decoy? Nein, nein, bei unserer oberen Luke ist scheinbar noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob es lebt oder tot ist. Ich kann mal hinschauen. Nee, das ist tot. Okay. Ansonsten sieht man gerade nicht. Ja, vorne rechts sollte noch irgendein Viech sein. Ja, der ist aber ein ganzes Stückchen von uns entfernt. Äh, kann mal jemand gucken genau hinter unserem Umboot? Ist da eine Lücke im Felsen? Äh, kann mal hinschauen. Hinter uns kann ich nicht genau reinsehen. Nee, warte, ich muss wieder ein Stückchen höher. Ich bin gerade an der Lücke vorbei. Okay. Sag, wenn du wieder da bist, ich versuche... Ähm, fordere. Äh, Gullius? Ja? Was machst du gerade? Da ist jemand rausgegangen. Ja, Gullius ist draußen. Gullius. Wo ist das? Loot? Achso, Loot ist schon weg. Loot ist weg, ist weg. Achso, ja gut, dann... Bitte vorher mit dem Captain absprechen, wenn du sowas machst. Ich bin gerade beim Aufsteigen. So. Ja, ich dachte, weil ich gesagt habe, ich gehe raus looten. Achso, das habe ich nicht gehört, natürlich. Ja, ganz vorhin. Und dann bin ich wieder rein. Und dann wollte ich wieder raus, nachdem es safe war. Aber... Ah, okay. So, wir werden auf der Stelle, die interessant ist. Oder? Jetzt hinter uns müsste rein Twitch hat zumindest laut so nah eine Lücke sein im Felsen. Ähm, ich kann ja nicht hinter uns schauen, aber ich kann nur unter uns schauen, ne? Warte mal, dann gehe ich noch ein Stückchen höher. Aber da ist tatsächlich was... Also ich sehe im Sichtfeld, wo ich was sehe, sehe ich nichts. Okay. Könntest du also langsam versuchen, rein zu backen. Das würde mich mal interessieren, was da passiert. Also, ähm, Mechaniker, bitte mal ins Schiff After reingehen und euch darauf vorbereiten, dass wir gleich gleich... Okay, da ist jetzt auch Stein, ganz viel. Felsen, Felsen, Felsen. Ähm, im Kommandoraum ist auch wieder ein Leg. Ähm, wir haben... Wir haben Besuch vorne. Was? Security Officer. Security Officer. Wir haben Besuch im Schiff. Ne, äh, vorne am Schiff. Sollte was dran sein. Ähm, da sehe ich nichts. Da komme ich jedenfalls nicht hin. Aber doch da hier. Sollte mal mit einer Weldinggun das hier zu machen? Sollte mal für den Sprich... Vorne, rechts, unten ist was. Genau, jetzt ist zu. Äh, ich hab's mal zu gut gemacht. Danke. Wir bewegen uns jetzt wieder nach unten. Nehme an, die Gefahr, dass wir hinten irgendwo gegenstoßen, ist aufgehoben und ich kann hier recht? Äh, nein. Ähm, wir bewegen uns gleich weiter nach hinten und müssen auffassen, dass wir nicht irgendwo dagegen ran. Okay. Ähm, es sieht so aus, als ob wir gegen irgendwas stoßen. Wo? Hinten. Ähm, könnte sein, dass Felsen... Ja, ja. Ich versuche gerade durch dieses Loch hier... Oh, warte mal, da ist ein Auswuchs, glaube ich. Ja. Ähm, da könnte... Das könnte hier irgendwie Eisen sein, irgendwelche Kristalle oder so. Achtung, die stößen auf! Ja. Ja, ich versuche gerade durch das zu kommen wieder. Oh, ähm, Gin ist down. Ne, ne, elektrischer Schlag. Ah, okay. Okay. Das passiert regelmäßig, wenn du versuchst, irgendwas zu separieren, was die Elektrizität dabei ist. Äh, wir setzen wieder gleich auf, glaube ich. Vorne rechts. Wir schleifen vorne ein bisschen, oder? Ja. Vorne rechts unten. Ja. Aber, äh, es sieht so aus, als ob alles ganz geblieben ist. Ja. So. Genau, unten ist jetzt auch nichts. Wir nähern uns... Ja, wir müssen jetzt gleich unter uns so eine Stein-Struktur sehen, eine quadratische. Ich sehe gerade nichts. Äh, Achtung, jetzt, solange sie... Ja, ja, da kommt was. Ja, ich halte schon an, ich halte schon an, ich halte schon an. So. Und wir setzen auf. Ja, wir setzen auf. So, jetzt sollten wir hier still sitzen, oder? So ungefähr. So, warte, wir nähern uns mal, äh, so dass wir von vorne drauf gucken können, weil scheinbar das, wo wir hinwollen, ist auf der rechten Seite, ne, linken Seite ist das. So. Irgendwie sollte ich sehe hier nichts. Also da vorne war definitiv was so. Ja, 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 ähm, ne, jetzt, äh, auf rechts, wir sind, das ist eine quadratische Struktur, wir sind jetzt auf der linken Seite davon. Ah, okay. Und jetzt müsste genau vor uns, reintötig, das Ding sein. Also zumindest zeigt unser Signal das dann, so 60 Meter fern. Ich glaube, da müssen wir rausgehen und schwimmen. Ja, ich versuche uns nur ein bisschen mehr in die Nähe zu bringen. Okay. So, und was müssen wir da tun, vermutlich? Ich würde mal reinkommen. Reinkommen und bergen. Okay, dann, was machen wir? Aber warte, ich will erstmal, wer, genau. Äh, Medic, würde ich sagen, geht mit. Ja. Hat sich sinnvoll an. Also wir brauchen mindestens einen Mechaniker, der mitgeht, falls wir Türen öffnen müssen, oder so ein Zeugs. Wir haben nur einen Mechaniker, also geht der wohl mit. Ja, okay. Und einer, der auf dem Schiff bleibt, sollte dann wahrscheinlich an der Steuer bleiben und gucken, dass unser manuelle, äh, ne, Autopilot, wenn ich irgendwelche Blödsinn mache, und hin und wieder mal auf dem Radar gucken, ob irgendwas kommt. Ein Engie sollte halt auch hierbleiben und einer mitkommen. Also ich bin da. Gut. Also ich könnte noch mit einer Waffe mitkommen. Gut, also sie, genau. Also Security Officer, bitte mitkommen, der Mechanik, das ist ja in St. Gitas, der mitkommt. Und der Käpt'n gehen raus. Die anderen bitte auf dem Schiff bleiben erstmal. Falls wir noch mal drauf haben, rufen wir nach. Jo. So. So, wo haben wir unsere, ähm, ja, und nehmt bitte mal eine Waffe mit. Äh, ich auch noch. Ich hab keinen Platz für Waffen, ich hab so viel Mediczeug. Okay, ja, dann hast du halt. Dann muss ich dich ja beschützen. Ähm, Moment, nee, ich könnte die Syringe Gun hier lassen. Das Makata sollte reichen als Waffe, ne? Stimmt. Nicht zur Not. Das Makata ist dann Werkzeug und keine Waffe. Soll ich dir... Okay, also es gehen jetzt die Viehleute, also raus und zwei bleiben da, richtig? Ja. Soll ich dir einfach einen Revolver mal trocken? Ja, du kannst mir einen Revolver geben. Äh, wir können doch oben nochmal Waffen holen. Ja, ich hab hingeguckt, aber irgendwie dachte, es ist noch was drin. Okay. Schon? Wir haben schon nachgefüllt jetzt wieder. Äh? Ich sehe ihn nicht. Das ist ne... Seltsam, ich hab den nämlich rausgezogen. Also, irgendwie muss der gelandet sein. Was denn? Ah, okay, der ist hier in dem, äh, in dem Cabinet. Ah. Äh... Hab ihn. Ähm. Okay. Okay, das heißt, wir ziehen jetzt alle einen Anzug an? Eine, hier? Angebrochen. Und eine voller haben wir noch. Achso. Ja, und vergesst nicht, vergesst nicht mindestens noch zwei Sauerstoff-Tanke mitzunehmen. Habe ich. Äh, wenn ihr nicht, wenn ihr nicht mehr mitnehmen könnt, sagt Bescheid. Ich hab jetzt drei erstmal mit dabei. Ja, ich kann nur einen mitnehmen. Gut. Dass wir genügend Sauerstoff-Tanks haben, zur Not. Okay. So, dann alle hier reinkommen. Ready. Taste. So. So. So, ich taste nochmal. So. Schön, wenn die, äh, den letzten Anzug nicht sagt Bescheid, dann geh ich sterben. Äh, wir müssen nach... Ja, mach ich nicht. Äh, ne, rechts, sorry. Äh, wir haben jetzt noch einen vollen und einen, der halt grad angebrochen ist. Ja, deswegen. Ach stimmt, so ein Ding hab ich nicht mitgenommen. Äh, wir haben außerdem unten haben wir noch Materialien, um einen noch zu bauen. Okay. Ach, verdammt, und ich hab verges... Äh, ich hab jetzt auch keine Unterwasserwaffe. Scheiße. Das schon, nach rechts. Ich hab noch auch ohne dabei ist. Ach, nach unten. Gut. Also ich komm mal schnell, ob man von unten irgendwie reinkommt. Also das Ziel war weiter oben. Ich bin jetzt gerade ein bisschen nach oben geschwommen. Ja, kommt mal zu mir. Ihr müsst, ihr müsst nach oben ein Stück. Okay. Cool, das kommst du? Ja. Ich hab hier einen Eingang. Ich bin aber noch nicht reingegangen. Ich leuchte euch mal. Ja. Weil ich darauf warte, dass ihr alle da seid. Über uns leuchtet es. Mhm. Hier geht's hoch. Ja. Ähm, hast du eine Waffe dabei? Nee. Dann solltest du nicht als erster spielen. Aber er ist mobil, das ist das Gute. Ja, ja, frei. Ja, gut, dann Sackgasse. Ja. Also wir müssen nach unten wieder her. Okay, ich komm hier nicht durch, oder? Ja, doch. Mit viel Energie. Was? Wo komm man nicht durch? Mit viel Energie komm ich mit dem Plasma-Cutter hier durch. Aber das kann ich mir beide dauern. Wo war das auch immer genau? Unten ist scheinbar auch eine Sackgasse. Alright. Ja, ich dauch mal nach oben auf. Da ist wieder ein Eingang. Das Ding geht komplett nicht. Also ich hätte auch eher unten gesucht, weil in Unterwasser-Dingern wird es eigentlich Thema von oben rein. Ja, aber das Artefakt sieht aus, als ob es hier genau über uns ist, da wo der Eingang gerade war. Äh, ich habe hier was eventuell gefunden. Ja, du bist nach oben? Ja. Gut. Also Gameplay-Technisch würde ich auch vermuten, dass du durch das Ding durch musst und nicht einfach da reingehst, wo das Artefakt ist, oder? Aber hier oben war noch ein Eingang tatsächlich. Okay. Ich höre es auch plätschern. Nee. Da hat jemand eine Crowbar dabei, ich habe den Eingang gefunden. Ich habe eine Crowbar dabei, ja. Ganz unten. Noch ganz unten? Okay. Okay, dann kommen wir wieder. Könnt ihr euch vielleicht an mir festhalten, wenn ich es gut habe? Oh, na, hallo, hier, das ist, ähm. Das ist, glaube ich nicht. Und achtet bitte auf eure Luft, gell? Mittlerweile solltet ihr ungefähr bei der Hälfte der Luft sein. Ja. Ja. Wie geht es dir denn, Haliotos? So, hier. Hier lang. Wir folgen hier, wir folgen hier. Ist auch ein Sonar irgendwas zu sehen? Ähm, nee. Oder warte mal. Das war dann unsere Crew, die da geblieben ist. Ja, ich habe ja noch ein Sonar mitgenommen. Ach, du hast noch ein kleines Ja, aber auf dem großen vom U-Boot. Aber ich höre was. Ja, da drin sind wahrscheinlich... Ich bin das auf dem Weg hin zu gucken. Äh, ich sehe ihn, warte kurz, ich mach mal kurz komplett. Nö, nix zu sehen. So, hier jetzt, hier, rechts von euch, genau. Ich hörte mal, dass du nahe ausschalten in der Zwischenzeit. Ja, ja, das auf jeden Fall. Nicht die ganze Zeit anmachen, aber hin und wieder mal gucken. Nee, es war halt gerade noch auf Directional Ping die ganze Zeit an. Ach so, nee, Directional Ping ist was anderes. Als, ähm. Genau, der Directional Ping hat den Vorteil, dass er nur ins Gerät reingeht, aber nicht in den Punkt. Äh, das ist mir durchaus klar. Ähm, wie gesagt, es war halt trotzdem noch an. Es hat ja diesen gerichteten Ping trotzdem ausgesetzt. Die Hälfte, bis es offen ist. Macht euch bereit, wenn ihr Waffen habt. Ja, hab ich. Äh, bevor wir reingehen, äh, oder wenn jetzt hoffentlich nichts passiert, wenn wir drin sind, solltet ihr eure Luftflaschen tauschen, ja? Jo. Ähm. Keinmal haben wir doch keinen Uran mehr und dadurch können wir von dem Spielwort mehr herstellen. Ja, genau, das hab ich am Anfang gemeldet. Ja, ich dachte aber, die wäre noch nicht hergestellt gewesen. Ähm, ja, das, die Kammer schließt sich. Sauerstoff, Sauerstoff austauschen. Egal wie, äh, Gin, sofern du jetzt das letzte anbrichst, würde ich mich sterben lassen. Jo. Ah, warte, da ist ein Ei aus. Schütteln längst, ja. Äh, stopp, das Problem ist, das Boot, äh, das schaltet auch scheinbar erst auf, wenn zwei Menschen tot sind. Ja, aber wir können Buttons drücken hier, ne? Ja, wir können, ja. Ja. Wir probieren, die Tür per Crowbar zu öffnen. Ja, wir können das gern mit den Buttons probieren, ich werde der Ball das tun. Ja, schön, wenn ihr mich nicht in der Gegend rumschubst, dann muss ich nämlich nicht jedes Mal von vorne anfangen. Ich hab nur die Tür davon. Äh. Ach, nur, das ist so ein Rätsel und deswegen kommt da immer Wasser. Die nächste Person... Also, wir... Was? Ah, okay. Wir haben auf jeden Fall die Position geändert im Vergleich zu vorm paar Sekunden. Unten ist ein nächster Button. Oh, ja, au, 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 au. Oh, was, wir fallen? Ja, du hast eine Tür unter meinen Füßen aufgemacht und ich bin in einen Tank voller Monster gefallen. Äh, eins ist tot. Okay. Noch eins ist tot. Ja, zweiter auch. Okay. Ich hab ne Bissrunde. Ja, ich kann euch gleich helfen, ich bin nur erstmal so weit von dem Monster hinweg wie möglich, weil ich unter Wasser nicht mit dem Rollen steigen kann. Äh, scheinbar ist hier noch einer. Hab ihn. Aus irgendeinem Grund zieht der Autopilot uns in die Wand rein gerade. Ähm, dann bitte ein bisschen Gegensteuer. Ich bin grad dabei. Einer der rechten, äh, in der rechten Airlock haben wir nen Highbreed unten. Äh, und... Habe ich überhaupt gar nen Schaden. Ich bin grad am Einlassgefäude reparieren, warte, äh... Hier unten liegt noch Harpoon. Jo. Nichts. Äh, High Pressure? Äh, kann das sein, dass wir ein... Ne, das hatten wir schon seit wir raus sind. Oh. So, könnten wir jetzt ein bisschen Tempo hier durch. Ja, ich hab hier das nächste... Rätsel für Buttons bekommen. ...ein Highbreed. Oder? Ja. Ich drück mal den Button. Die Airlock ist ein Highbreed. Ja. Steht's nur. Okay, es ist nur ein einzelner Button. Ja, die Airlock ist öfter wie ein Highbreed. Ja, genau, die, die, die... Oh, ne, hier sind die Chests. Die Chests? Ich hab ein Curio... ...bekommen. Das ist eine Kiste. So, was soll ich jetzt tun und wo soll ich dafür hin? Ihr sagt das öffner mal ein Button. Wo bist du gerade? Wir gehen weiter. Ne, du musst nichts machen. Du musst nichts machen, äh, die, die Airlock ist offen, weil wir da raus sind. Ah. Okay, das ist Highbreed angezeigt. Ja, okay. Das ist offen. Sorry, das konnte ich nicht wissen. Ja, nee, alles. Deswegen wird man ja zu. Ich bin hier, glaub ich, ein bisschen weit beim Erkunden, aber... Der Aktor läuft ordentlich, Jin. Wo seid ihr? Und das ist alles repariert. Ach, das hier ist ne Sackgasse. Unten ist ne Sackgasse? Ja. Okay, ich bin nämlich nach ganz nach oben getaucht und ich glaub, da geht's weiter tatsächlich. Ja. Das ist korrekt. Äh, sollen wir eigentlich ein spezielles Artefakt bergen oder einfach alle Artefakte, an die wir jetzt schon vorbeigeschwommen sind? Haben wir bis jetzt irgendwas gefunden, was wir aufsammeln konnten? Ja, in jeder Kiste waren bisher drei Artefakte. Habt ihr die mitgenommen? Ja, ich hab so ein Curio mal mitgenommen. Wieso hast du nicht gesagt, dass Kisten da sind? Ich bin nur... Äh, ich hab gesagt, hey, ne Alien-Chest und Alien-Artefakte und wir sind weitergeschwommen. Ich dachte... Oh. Dann kam das bei mir nicht an. Okay. Also, ich hab eine Kiste gesehen und hab daraus ein Curio mitgenommen. Am Eingang waren noch ne Alien-Pistol und zwei Alien-Artefakte. Unterwegs war noch mal eine Kiste mit zwei Artefakten. Okay, die haben wir nicht entdeckt. Dann müssen wir auf den Rückweg. Dann müssen wir auf den Rückweg. Ähm, achtet euch auf euren Sauerstoff. Ja. Oh, das ist richtig bad. Wir müssen nämlich den ganzen Scheiß noch zurücklaufen. Oh, warte mal. Ich hab hier... Ah, hier. Wir haben hier jetzt gerade Luft. Ja. Ja. Ähm, ich hab den Artefaktholder gefunden. Ich hab das Artefakt... Ähm, kriegt ihr irgendwie Wasser hier hin, weil ich komm nicht mit Zeug hoch? Shit. Ich hab mir gerade meinen Anzug ausgezogen. Mhm. Oh, was? Ich bin explodiert? Ah. Bist du tot? Nee, ich brenne, aber... Warum hab ich den hier gebrannt? Naja, hier ist Feuer. Ich seh's. Ah, wie kommen wir hier mit Wasser irgendwie? Ähm. Hm? Komm ich hier noch raus, wenn das noch brennt? Das Problem ist auch, ich komm da überhaupt gar nicht mehr hoch. Tja. Ja, Golius kommt da ja auch irgendwo nicht mehr hoch, weil... Ja, ich häng hinter euch noch fest. Gibt's hier auch noch irgendwas? Ich glaub, ihr müsst irgendwo... Ah, ich seh dich. Aber es feuert's gerade aus, oder? Ja. Oh shit. Ey, unten ist noch Platz. Ähm. Ja, du bist jetzt da mit reingesprungen. Das ist natürlich super praktisch. Ähm. Ich dropp mal das Artefakt, weil ich hab irgendwie ne leere O2 mitgenommen. Ah, hier ist ein Artefakt-Holder. Kann mir jemand ein Oxygen-Tank geben? Ich bin hinter euch in dem Loch immer noch. Ja, ich hab nämlich auch kein Oxygen mehr. Super. Ähm, wo bist du denn? Ich hab einige getroppt. Oh ja, ich... Warte, Moment. Komm runter, ähm... Äh, ich bin K.O. In dem Artefakt. Oh. Zu dem. Hab ihn, danke. Kann ich dich irgendwie heilen? Ich weiß nicht. Ich hab keinen... Ich hab keinen Sauerstoff mehr, das ist das Problem. Ich versuch dich gerade erstmal wiederzubeleben und ich hab einen Sauerstoff-Tank hab ich noch. Ja, also danach kann ich ihn heilen, aber ich hab auch mittlerweile so wenig Sauerstoff, dass ich eigentlich zurück müsste bald. Ja, wir müssten alle. Das eigentliche Problem ist, dass wir hier gerade das Artefakt nicht rauskriegen, wie es aussieht. Ja. Wir kriegen den Wasserstand. Habt ihr unten bei euch irgendwas, was ihr verteidigen könnt? Weil hier oben ist nichts. Na, da gibt's ein Artefakthalter. Ich weiß nicht, hast du den da rausgeholt? Ja, ich hab das Artefakt da rausgeholt. So, du bist jetzt gerade wieder gebändigt gewesen, oder? Nicht? Dann versuchen wir's nochmal. Also ich kann auch einfach... ...sterben. Das Problem ist, wie viele ihnen dadurch halt einen Anzug, eine SMG und... Ja, ich kann dir halt auch nicht wirklich was geben hier scheinbar. Das ist natürlich unpraktisch. Also wenn er noch mal hier ist, kann er doch dein Zeug nehmen, dann verlieren wir das Zeug immerhin nicht. Ja, der... Dann über den Platz, oder? Ah. Ja gut, du konntest mich tragen. Hahaha. Ihr habt eine leichte... Ja, ja. ...wenn es hat doch festgestellt, dass leichten Taschen sind. Ja. Ja. Wie gebe ich dir mehr Sauerstoff? Das ist die Frage. Ja, ich weiß nicht, also... Kannst du meinen Tank austauschen? Das ist eine gute Frage. Warte mal, wenn ich dich creppe. Ja, ich sehe deinen Tank. Warte mal. Ähm... Habe ich eine Sauerstoffflasche, was ich wünsche mir wahrscheinlich? So, besser? Ähm... Und dann belebe ihn doch noch mal wieder. Ja, mach ich doch. Ja, das ist... Ja, ich bin komplett zurückgeschwommen. Äh, du bist aber gerade gestorben. Genau, ich bin gerade gestorben. Das hast du lang gedacht. Also beim nächsten Mal, wenn sowas passiert, zuerst jemanden creppen, der so einen Anzug anhat, die Sauerstoffflasche austauschen und danach wieder beleben. Okay. Ich glaube, ich dann... Ich klaue dir jetzt die Sauerstoffflasche wieder. Mach das. Äh, in San Gitas rechts von dir ist, glaube ich, auch noch mal so ein Artefaktholder. Aha. Ähm... Wo ist das U-Boot? Das U-Boot ist... Ja, links. Ja. Also da, wo das U-Boot war, ist es jetzt halt nicht mehr. Warte mal. Es ist unter dir, unter dir. Gullius, tauch runter. Unten rechts. So, das Artefakt habe ich mitgenommen. So, genau für die Leute, die sich jetzt wundern, ich bin jetzt tot. Ähm, ich werde respawnen, aber dazu muss eine weitere Person sterben. Gut, Wasser steht bis da. Und, äh, als Toter kann man alles sehen. Aber wir probieren doch, wie das U-Boot docken können. Deine ganzen... Ja, um kannst du dir noch mal helfen? Äh, unten, unten, weiter runter. Oh, wow, wow. Okay. Also richtig tief. Genau, da siehst du es ja. Genau. Ich versuche jetzt mal hier wieder rauszukommen aus dem Loch. Genau, du musst jetzt einmal umherum... Äh, jetzt hinten rum. Geh hinten rum. Das wäre kürzer gewesen. Weil du musst ja an die Luke unten. Ja, okay. Ja, jetzt ist eh. Oh, wir haben auch ein Loch. Was? In der Außenhille. Was? Äh? Oben, hier, da. Ja. Da an dieser Stelle ist ein Loch. Äh, hier vor der Waffenkammer ist es tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du da... Wo kommen wir hier hin? Da kommst du gar nicht hin. Ah, vor der Waffenkammer. Nee, da kommen wir gar nicht hin. Ja. Da war doch was mit Waffenkammer dürfen nur die Leute, die da auch... Ähm, Außenteam sollte mal erst mal sich jetzt zurück zum U-Quote. Genau. Äh, die Nuklearreaktion mal bitte reparieren. Das kann ich nicht. Da braucht man eine Wensch für. Komme. Okay, Kulius ist auch jetzt wieder... Äh, angekommen. Das Problem ist, wie fühlt man den Sauerstoffflaschen? Hm, Sauerstoffflaschen. Sauerstoffflaschen. Aber das war total... War vorhin echt total seltsam. Ich hatte ja die Flaschen unten aus dem Dings da rausgegriffen. Mhm. Ja. Und da war eine Leere dabei. Also in Sangeeta ist wieder auch versuchen zurückzukommen, gell? Ja, kein Problem. Ähm, ja. Fuelward ist jetzt angebrochen, die letzte Ding. Okay. Ich geh sterben. Gut, dann können wir dann respawnen. Ja, dann kommt der Licht. Ja, Licht geht grad wieder an. Warte, warte. Genau, wenn der Siem ist dann auch nach rechts. In Sangeeta ist... Ähm, ich glaube ja, nach unten und dann nach rechts. Hm. Ich reparier vorher nochmal alles und dann geh ich sterben. Ähm. Genau. Muss nur einer mit mir sterben. Ja, ich bin ja auch tot. Äh, hier muss ich runter, oder? Ja. Ja. Wenn der Siem sollte jetzt einfach nur runter und dann... Genau, wenn der Siem, du musst nach ganz unten einfach tauchen, weil unter uns ist das U-Boot jetzt. Unter uns? Unter uns. Ganz weit unter uns. Hier. So gerade raus, runter. Genau. In Sangeeta ist dasselbe, auch wenn du dann, äh, wenn du rauskommst, dass du dann gleich bist. Auch einfach nur nach ganz unten tauchen. Äh, ich hab meine Sachen in Medizin-Dings gedroppt. Ich hoffe, das ist okay. Mhm. Mhm. Es gibt keinen Weg zu sehen, was bei einem Schredder rauskommt, wenn man was schreddert, oder? Ich zieh mir mal die Ranch davon raus. Äh, Kulius. Ich bin jetzt vom Ausgang direkt nach unten auf dem Weg. Kulius, ganz wichtig. Du musst den, ähm, wieder aufmachen. Glaub ich, oder? Nee, die können die von raus... Kann ich mir nur noch fragen, ob ich in der Nähe bin? Äh, einfach weiter runter. Ja, du bist gleich da. Siehst, du siehst ja, solltest du richtig Licht sehen? Ja, jetzt nicht. Hab ich jetzt nicht. Ich meine, die Scheinwerfer solltest du ja schon sehen. Ja, ja, die hab ich jetzt gesehen. Ähm... Okay, Sankitas ist auch gleich da. Nee, rechts in ganz... Ja, ich seh's. Warte, rechts musst du... Ich hab nur ein Sonar dabei. Ich seh's. Okay, du musst halt nach unten. Yes. Ich weiß, wie unser Schredder aufgebaut ist. Gut. Genau, jetzt hier nach unten. Yes. Und dann können wir zusammen reinkommen. Warte mal, ist hier nicht Wasser und sollte ich hier nicht gerade ertrinken? Ähm, ja. Ja. Ah nee, das ist zu wenig Wasser. Ähm... Äh, du kannst einfach dann in die Dingsluke gehen. Jetzt ist offen. Ich hab... Wie denn? Äh, wenn du jetzt nach links gehst, ganz, ganz nach links, die Treppe runter. Also, tatsächlich die Treppe. Genau die. Und dann nach rechts. Okay. Ähm... Ich hab auch sehr viele Gifte, wenn du was willst. Also... Nee, nee, ist ein Ressourcenrufe. Ja... Wofür soll ich das Gifte sonst benutzen? Äh, wenn du siehst... Äh, aber wie soll ich die aufmachen? Und, äh... Und, äh... Sauerstoffflaschen zu unserem Tank bringen? Äh... Über unserem... Ja. Oberste Ebene ganz links. Ja. Oberste Ebene ganz links. Ja. Der Powerseil ist übrigens für die Alien Handgun. Damn. Ich probiere das. Genau, da hast du noch zwei Locken. Nee, kann ich nicht. Außerdem, Arena ist jetzt wie gesagt, äh, offen. By the way. Uh, fight, 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 fight. Ähm, ich lass hier mal noch ein paar leere Dinger rumliegen. Also, das sind noch drei leere, äh, Saustofftanks, äh, die er dann noch mit austauschen kann. Und, äh, das Artefakt, was ich gefunden habe, packe ich jetzt einfach mal in die Armory mit rein. So. Hm. Haben wir irgendwo ein leerer Fuel Cell? Oder mehrere? Äh, leere Fuel Cells haben wir mehrere, ja. Wunderbar, ich bräuchte nämlich einmal eine zum dekonstruieren. Äh, den linken Schrank, die drei ganz unten sind alle drei leer. Okay, perfekt. Wenn ich einmal Blei habe, kann ich nämlich noch eine Fuel Cell bauen. Sehr gut. Weespawn Shuttle kommt in dreieinhalb des Süßen, das heißt, Dini ist tot. Ja. Äh, wir warten auch, bis wir jetzt irgendwas anderes machen, äh, quasi, bis wir wieder vollzählig sind. Und inzwischen muss man eh unsere Sauerstoff aufladen. Ähm, Dings, da drin ist noch mal ein Artefakt, glaube ich, ne? Ja, wir warten aber, bis ihr wieder da seid. Okay. Das ist ja sinnvoll. Ich habe übrigens nochmals gemeldet, dass hier kaputte Sachen sind. Ja. Wenn wir es gleich kommen. Ja. Gut. Äh. Und ich bin noch auf dem ASK während wir hier. Und ich warten, bin gleich wieder da. Unter dem Kommandozentrale ist ein Hull Breach und eine kaputte Pumpe. Ja. Unter der Kommandozentrale könnte auch einfach die Wasserlupe sein. Nee, unter dem. Die Pumpe blinkt, dass sie kaputt ist. Und wenn ich drum herum getaucht bin, habe ich vorhin gesehen, dass da ein Loch ist. Das kann natürlich mittlerweile gefixt sein. Ja. Ja. Und dann geht das ja schon unterwegs. Gut. Der repariert die Pumpe. Ja. 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 Gut. Gulos macht gerade die ganzen Sauerstoff-Tanks wieder voll. Ja. Ja. Also ich bring sie runter. Kannst du mal auch die Dinge dann alle überprüfen, ob die schon drin war, voll sind. Es ist sehr gut. Da bin ich wieder auf. Na ja unser ecke könnte auch mal zur Helm kommen. da ist unser captain der karte noch eine wunde geheilt werden musste und habe ich schon behandelt wenn die nicht besser geworden ist kann ich die nicht mit dem zeug was ich hier behandeln ich habe noch eine blitzwunde scheinbar also ich habe halt hauptsächlich gifte ich habe keine medizinische ausrüstung dabei bekommen diesmal das ist schon schon in relation zu sehen danke meine beiden dinge sind sehr sehr kaputt ich habe nur ich habe ein red bull streit strahlen sternen reparatier reparativen ganz viele verbände aber ich habe nichts was ich gerade benutzen kann bei dir wir haben auch nichts unserer station das meinte ich mit ich habe nichts das ist ja echt du kannst gerne gucken also das ist nur was gegen radiation und praktisch ich meine es ist zwei opium ist ein morphium und es sagt opium wäre um das um sich zu heilen ich bin ja auch ein morphium reinballern vielleicht das so hilfreich ist halt eine andere sache ich bin hier hier meinst du es verschwimmt alles sehr schön ja 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 es ist besser geworden so jetzt gehe ich so besoffen eines steuern sehr gut da und wenigstens weil organ damit ja du hast auch gerade spaß genau organschäden kann ich übrigens mit einem verband reparieren richtig tief rein die hand nicht zurückhalten kannst du mal kurz deine leber festhalten ich muss den verband drum herum wickeln ja und jetzt sollte ich anscheinend noch mal spritzen ok habe ich noch irgendwo was zum spritzen könnte dir blut geben aber das ist auch nicht hilfreich die mich ein bisschen musikmacher ja ich habe mich das richtige jetzt kommt die experiment hier so red bull drauf ja wir sind übrigens respond wir müssen ziemlich weit fahren weil das problem ist wir waren einfach wir sind in loch gespawnt anstatt dass wir irgendwo sinnvoll gespawnt sind bei euch kann jemand die helm reparieren weil dann könnten wir versuchen ich habe uns angedotzt haben wir irgendwie was zum reparieren dabei sehr schön sehr schön so ich glaube die helme funktionieren wieder gut ähm in den langen klasse meintest du hättest da irgendwie noch ein fielwort erstellt ich hoffe unser reaktor funktioniert weil wir uns jetzt wieder bewegen für den moment ja wie das in einer minute aussieht weiß ich noch in einer minute läuft auch noch in fünf könnte es kritisch werden deswegen bin ich gerade dabei mit zeugen zu sorgen ok im fabrikator ist es nicht drin ok entschuldige mich mal kurz um zu dem medbay ja klar also ich habe nichts mehr ich müsste jetzt irgendwas zusammenbrauen ich könnte dir meth geben wenn das will ja auch viel spaß noch und guten Appetit ich habe die vielfelder aus dem fabrikator rausgenommen und da reingefahren ja ich bin jetzt in dem schrank danke so ähm ich stoppe wieder ich stoppe wieder bei uns ähm ja oh ähm 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 äh wir sind respawn ja weißt du bist doch wieder tot ist tut mir leid kann das sein Dini 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 wir müssen das reparieren schnell Dini 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 war gerade kurz im Bad das tut mir leid äh loote aber mich und hol dir da den Stab raus ja ich hoffe es dann auch schon äh ja ja mich gelootet hast du natürlich schon ja ich musste irgendwas tun dann habe ich gleich wieder frei ist doch nicht schön du wusstest nicht was ich tun soll also habe ich deine Leiche rausgeräumt das klingt für mich nach einer logischen Schlussfolge ja sehr logisch solange du auf jeden Fall jetzt äh den Stab da raus geholt hast ist alles gut ja ich bin nummerweise irgendwo dran gedotzt ähm genau dann so ein bisschen voll gelaufen ja nicht schlimm und irgendwie habe ich dann also ich weiß gerade gar nicht ob ich es aktiv gemacht habe oder ob es irgendwie auch zu sehen war weil ich nach links gedrückt habe ähm weil dummerweise funktioniert wie ASD im Sonar äh nur wenn du mit der Maus über dem Sonar bist genau und äh genau du veränderst damit die den äh Geschwindigkeitsvektor den das Schiff haben soll das erklärt ein paar Dinge ja und eventuell habe ich das dann nämlich auf ich habe es nämlich auf jeden Fall habe ich das also sind wir danach ganz schnell gesunken nachdem ich das gefixt habe und sind dann einfach unten links aufgedotzt und das hat uns dann den Rest gegeben oder zumindest dir unser Statusmonitor ist übrigens kaputt jo er Ingenieur ist unterwegs sobald Gullius ihn loslässt sehr schön ja äh arbeite halt mit deinen verbrannten Armen weh alter ist alles in Ordnung und hallo Lasse dann sag mir doch dass du mich reingheilst ich dachte du willst gerade trollen das war eigentlich wollte jemand nimmts Wort fallen ich meine es wurde die ganze Zeit geregelt ähm aber warte mal Dini ist übrigens repariert ja soll ich nicht einfach nochmal sterben das habe ich eben auch schon überlegt aber ich wollte dich nicht darum bitten wobei ne dann haben wir den Brennstab nicht ja der Brennstab ähm ist dann nicht der zweite also wenn das immer dasselbe Shuttle ist und wie ich meine wir könnten dann ich meine wir verlieren 2 Minuten 5 äh aber warte dann tu ich mal hier in dieses Cavanaught mal hier den Brennstab rein okay achso ja stimmt meine äh mein Medical Skill ist nicht hoch genug das heißt es könnte auch sein dass ich mit was anderem behandeln kann aber mir wird vorgeschlagen die jetzt einfach mal Alien Blut einzuflößen bleib mal stehen das hört sich sinnvoll an äh das hört sich sehr sinnvoll an äh ok warte dann geh ich mal kurz ban ich mach hier noch zu und dann achso äh da komm ich nicht raus aber das heißt ich kann doch einfach ich probier jetzt einfach mal alles aus was ich noch da hab und vielleicht geht's hier irgendwann besser nein ich hab Organschaden in meinem linken Arm du musst das Ding wohl schieben äh ja ich kipp da jetzt mal ein Red Bull drauf okay ja aber welche Organe sind in meinem linken Arm ähm keine Ahnung und oh Gott how I know ja ich fühl mich gar nicht gut oh doch warte hier kann ich ah hier kann ich mich ertränken wunderbar du hast äh 300% langsam Metabolisifus ich weiß nicht ob das hier gut ist weiß es auch nicht Lasse das hier ist äh das wunderbare Barotrauma der Doktor weiß es bestimmt wir sind hier gemeinsam mit mehreren Leuten unterwegs in einem U-Boot haben verschiedene Aufgaben verschiedene Fähigkeiten und müssen so gewinnen so ich bin auch tot whatever works was ist das für das Achievement ich glaub was kill something unser Motor ist aus ja ähm ich hab grad was repariert und hab deswegen kurz mich auf Pure Word geeignet ok was für ein Achievement habt ihr jetzt bekommen äh Bier ja was für ein Achievement ich hab ein komisches Ding bekommen dass ich irgendwen mit einem äh Plasma Cutter Welding oder Wrench umgebracht hab also Steini es könnte sein dass dass du mich vorhin umgebracht hast ja weil du im Weg warst als ich mit dem Welder rumgefuchtelt habe ich hab mich eh gewundert warum du so schnell ertrunken bist ja das Ding hat Friendly Fire äh Dings ne Frage warum respawnen wir grad nicht weiß ich nicht vielleicht dauerts dann immer noch ein bisschen extra ja irgendwas braucht hier ich mach mich grad zu sorgen ja sicher aha ich glaube das das ähm das U-Boot hat ein Auto äh es hat grad auf Autopilot und es musste erst an die Station zurück das kann sein weil ich ähm ich würd übrigens nicht so also wenn du sagst hier ist irgendwas kaputt ich würd nicht hundertprozent drauf vertrauen weil ich spritz dir grad halt alles ne also das das dass es dir grad einfach nicht gut geht oh grün im Bauchbereich da hab ich ein Red Bull drauf gekippt also ne ne äh Tonic Liquid Teases glaube ich äh ich guck grad auf Gulios Bildschirm und ich seh einfach einen bunten Körper ja ja also dein Organschaden ist schlimmer geworden durch das Morphium das heißt deine Niere ist in deinem linken Arm herzlichen Glückwunsch und deine Leber äh okay war das schon vorher so? das ist scheißig äh aber dein Metabolismus ist jetzt nur noch um 200% langsamer aha sehr schön ja 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 sag mir das sprich du mal bitte okay oh mein Gott okay ich dachte du wärst zu langsam gewesen mit dem Slow Metabolismus ja gut ja gut dann ähm also ich hab mein Bestes getan viel Glück okay wenn du wenn du respawnen willst ich hab Neurotoxid äh no thank you das Problem ist wir brauchen bald einen respawn ja ich hoffe dass wir bald respawnen oder vielleicht sind wir auch vielleicht sind wir auch immer für immer tot weil Dini und ich einfach zu dumm waren und einfach in unserem Shuttle gestorben sind normalerweise kommt man dann trotzdem wieder also wir hatten es auch mit dem Pod der das Shuttle nicht verlassen hatte und jetzt sind wir zurückgeschoben worden und hat es dann trotzdem funktioniert ich bin doch vorhin am Shuttle gestorben und dann trotzdem wieder gespawnt okay also ich kann auch ganz einfach jemanden wegspritzen ich möchte diese Möglichkeit nur nochmal in den Raum werfen also wir treiben doch irgendwo in der Gegend rum wir bewegen uns also unser 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 Moment was kann alles in die Toolbox rein oh irgendwie hätte ich auch Bock das in 3D zu spielen in 3D wär das noch ein bisschen kaputter äh du meinst VR oder? oder wirklich 3D ja einfach nur 3D statt 2D einfach nur 3D ok in VR wär das noch viel kaputter meine Fresse ey oh god also in VR find ich das geil aber nur 3D wie muss ich sagen ah ne wenn nicht so meins ach so Rewinds äh Schade kommt okay wir sind angekommen genau also äh Lasse du kannst das aktuell wo gibt es hier noch Werkzeuge ich will mich mal nutzig machen als Captain aktuell kannst du dir das im Humble Bundle einfach direkt holen also äh oder du holst es dir im Humble Choice das kostet äh glaub also 15 Euro also 15 Euro kostet das? ok 15,99 Euro ok 14 Euro kostet das ähm wenn du es dir direkt kaufst und kein Humble Choice hast kostet es vermutlich eh nicht viel wenn du Humble Choice hast kostet es dann kostet es 15 Euro dann kostet es 1 Euro mehr ok das heißt wenn du dir einfach Humble Choice holst kriegst du das Spiel und 2 weitere unter anderem wenn du willst ähm hier äh Hellblade zu einer Sacrifice ähm ziemlich gutes Spiel ja und dann halt noch ein weiteres ja das ist im Humble Choice das ist schon mal Hellblade zu einer Sacrifice achso Hellblade ist regelmäßig gefühlt in diesem in diesem Humble Choice drin ich weiß auch nicht warum so haben wir eigentlich mal probiert was passiert wenn wir das Raptorenei in den Schredder werfen nein danke äh wir haben grad zwei Leute die tot sind ich glaub das müssen wir grad nicht ausgeben genau also wenn ihr jetzt hier dieses Basic nehmt ähm 14 Euro genau dann könnt ihr euch das daraus holen warte mal wo sieht man denn grad was in dem Humble Choice drin ist alles ich seh jetzt hier grad nämlich nur die drei Spiele schreiben dass du siehst das ja nehm glaub ich also ich kann es äh du musst auf deine Seiten gehen glaub ich kann ich irgendwie den Sauerstofftank aus der Diving Suit rausnehmen ohne ihn anzuziehen hm ich glaub nicht ja kannst du ah ne ne aus dem Diving Suit nicht du musst äh du musst reingehen wir schauen einfach hier genau also superland also zu dem hab ich noch keinen anderen Weg gefunden Grit Hellblade The Messenger Baro Trauma Felix the Reaper Manowar Assault 2 Warchest Edition WTF ist das nicht ewig alt Studium Reign of the Old Ones Remnants of Nezith Overload The Stillness of the Wind The King's Bird und ich würde mir vermutlich The Stillness of the Wind nachholen weil das ziemlich nice aussieht ja aber rein prinzipiell muss ich noch dazu geben habe ich mein Key ja nicht selber gekauft sondern bekommen also eigentlich schon aber eigentlich nicht genau also liebe Grüße an der Delic diese Pferde so ich hab mal alle Oxygen Tanks die angebrochen waren in den Anzügen ausgetauscht ja ich bin auf die schlaue Idee gekommen diesmal die Toolbox mitzunehmen da ist nämlich nochmal richtig viel Platz drin und dann können wir mal schauen was da alles rein kann also ich glaub zumindest Oxygen Tanks oder so können da rein Wären ich verpunen nicht aber sonst konnte ich da bisher alles rein stopfen was ich wollte genau und für zwei Fall schwopfen wir da halt Alien Artefakte oder so rein wir können die Alien Power Cell mitnehmen weil direkt am Eingang war diese Alien Handgun haben wir das Artefakt da jetzt eigentlich schon rausgeholt und wenn ja wo ist das? also wir haben ein Artefakt haben wir rausgeholt das war so ein komisches rombusförmiges Ding das befindet sich aktuell in unserer Armory also auch wenn ich vorhin dafür gehasst wurde dass ich gesagt hab wir könnten den Raptor schreddern das Raptor Ei einfach so unbeobachtet rumliegen lassen finde ich halt auch unsafer ab ins Wasser damit wo ist das Raptor Ei los nicht ins Wasser damit hinter schlüpft die Scheiße dafür ist es ja drinnen in der Waffenkammer da kommt es nicht raus ja gut ja aber dann ist der Raptor bei unseren Waffen das ist doch kein Problem dann können wir gleich reingehen und uns rausholen vertraut einem Käpt'n der weiß was er tut mit diesem Grinsen währenddessen auf dem Gesicht ja so 25 Sekunden sind wir gerade da ist die nicht auch gerade da? ja gut dann bringe ich dich nicht wieder aus Versehen um weil du im Weg stehst ja ist das richtig dass wenn man Multistream man keine Experimente sammelt? hm was solltest du? nö ich krieg auch die grüne Schatztruhe und sowas nicht angezeigt ähm was du machen kannst ist im Hintergrund einfach von der Seite auf zu haben wo du es auch hast also ich sammle gerade Experimente Guilu ähm hm ich sammle gerade Experimente zum Beispiel ähm witzig Dini und ich sind irgendwie nass wir tropfen wir tropfen wir tropft ja aber wir tränken nicht das ist doch schon mal schön sag mal haben wir noch irgendwo einen Schraubenschlüssel ja der Brennstoff ist vor Glück noch da ja nice ja irgendjemand läuft gerade mit dem Schraubenschlüssel rum ja haben wir nur einen auf dem Schiff ich brauche mich gerade um den Reaktor zu reparieren ok gut ich kümmere mich mal drum dass wir ankommen bei denen ok was ist jetzt gerade noch kaputt? ja und ich kümmere mich darum wenn was kaputt gehen sollte dass es repariert wird sehr gut ich habe mir auch schon mal so ein Welding Tool geschnappt ich habe mir auch schon mal so ein Welding Tool geschnappt der Name eigentlich ausgesprochen mal gucken ob ich noch eins finde äh ja in dem Schrank muss da noch eins sein ja da ist eins sehr schön äh welcher Name hä warte warum steht der da raten wie ist wer ist noch gestorben deswegen der gestorben H2O3PO4 deswegen ja ach lass das ist nachgejoint das klingt irgendwie aus der Schule bekannt diesem H2O3PO4 ja ja das ist ne äh 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 also wir können noch eine Minute warten bis wir ablegen dürfen äh warum auch immer ähm ne wir legen schon ab deswegen ok das ist verwirrend ja deswegen habe ich gerade gefragt ob irgendwer gestorben ist oder so ne noch nicht ihr müsst warten bis das äh immer wieder startet ist laut um eine Weile ne weil wir wir sind gerade in dem Schiff schon ich lenke das schon achso ja wenn es zu lange braucht dann wird es immer wieder zurückgeschickt irgendwie das hatten wir gestern auch ich habe nur noch nicht rausgeschickt gemacht nein nein sie sind gerade gespawnt und jetzt auf dem Weg zu uns wahrscheinlich ist einfach die Anzeige falsch ne äh ähm wenn ihr nicht rechtzeitig da seid verschwindet das wieder ja wir sind ich glaube aber nicht dass wir eine Minute nur Zeit haben um zu euch zu kommen ja das wäre seltsam ja das Schluss das ist der Punkt wir sind gespawnt und hatten nur eine Minute ungefähr um überhaupt also oben läuft ein Timer ab der einer Minute vorgekommen hat wir werden jetzt sehen was passiert ja es läuft gerade rot ja ähm können wir jetzt können wir 200 Meter tauchen ja mit einem Anzug ja ja ohne Anzug nicht so ja weil wir haben ja auch noch Underwater Scooter Dini let's go ja dann go ich habe einen Anzug an super hol dir den Scooter da unten wo ist der Scooter äh hier am Boden da ne jetzt habe ich Tauchanzug angezogen ah dieser Scooter ja kannst du das Shuttle aufstehen ja gut dann lass rausgehen ja okay ähm ähm können wir hier raus ähm nach unten wahrscheinlich nach unten wahrscheinlich oder ne äh Dini geh mal weg äh der hat hinten der hat hinten einen Ausgang achso das Shuttle oder also es hat auch eine Schleuse irgendwo verdammt die Scheiße wir sind nicht schnell genug raus das war seltsam ach verdammt und wir haben jetzt äh okay und wir haben dummerweise jetzt den äh Dings den Fuel Rod natürlich jetzt wieder mitgenommen den hab ich natürlich ins Inventar gepackt und nicht in den Schrank ja okay das heißt das dreimal ist jetzt genau ein Fuel Rod gebracht nö ja passiert ja gut wir wir haben uns ja nicht absichtlich zweimal sterben lassen äh ja also einmal sind wir halt einmal bin ich halt gestorben du hast dich dann sterben lassen für den Fuel Rod und damit ich respawne ähm und ja und jetzt hatten wir halt Pech und ich hab aus Versehen dich umgebracht dann hab ich mich nochmal umgebracht und wir zwar wurden wurden wir vom System irgendwie umgebracht weil es irgendwie weirder Shit war ach vielleicht weil wir in dem Schiff weil ach ich glaube ich weiß warum das passiert ist okay weil wir in dem Ding gestorben sind und dann quasi die ganze Zeit nach Hause gefahren sind und dann galt das als schon unsere Travel Time ach ja natürlich könnte ich mir vorstellen ja könnte ich mir auch vorstellen ist auch eine dergleichen-Bug ja das ist ein Bug genau dafür ist es ja auch die extra Zeit ja natürlich ist ja auch nicht also Bugs sind ja nichts Schlimmes macht das nur deutlich dass man später vielleicht sagen kein Handy kriegen ist das haben wir gefunden ähm ansonsten wo ist unsere Ladestation für die Batterien warte mal dann würde ich doch bei dem Bauerstoffteil nach meinem Sauerstoffteil okay Dini wenn du Escape drückst kannst du direkt die Forte Bug gibt es da direkt als Feature wenn man Escape drückt ja aber ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll ich glaube das kann andere besser beschreiben warte wo kann man das Escape drücken ah oben rechts und dann vielleicht oben eine rote Tracker wir müssen Help & Technical Support äh du musst das im Browser machen ah ok wir müssen übrigens noch 800 Meter wieder hoch ne wir könnten langsam uns wieder an das Fortress hochfahren äh ja wir sind 800 Meter vom Fortress weg dann fahrt hoch unsere FuelWatt hält noch ungefähr 3 ach so warte mal warte 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 Fortress ist was anderes als genau obwohl doch wir sind wichtig äh wir ihr seid nach oben gefahren ja genau ich hab uns wieder ein bisschen wir stehen gut wir stehen gut ne ihr müsst ihr müsstet eigentlich wieder absinken und da runter fahren weil da unten ist der Eingang ähm ich bin euch ein bisschen entgegen gekommen ach so deswegen meinst du ja ja gut wir sollen einfach mal zwei von uns wieder da reingehen während wir noch auf die Leute warten das wäre vermutlich gut weil ihr mittlerweile habt ja auch wieder alle Sauerstoff Dinge aufgeführt vermutlich genau also ich hab alles an Medizin mit was ich dabei hab die Gifte darf ich ja nicht benutzen und wäre bereit ja dann äh dann ja äh drauf geht's genau ich weiß gar nicht ob ihr eine Waffe und ähm du bitte mitgehen am besten weil du hast ja die Cobra dabei ähm ähm worin mitgehen ähm rausgehen doch mal untersuchen wir schicken es nur zwei Leute der Medi geht mit und äh die äh okay in dieses alien mal wir werden in einer Minute respawn ja wenn wir irgendwie mehr sachen abschalten aktuell habt ihr noch die batterie oder vielleicht an ja einer ist ein macht ihn doch mal aus ob das strom kostet überhaupt nicht sicher alles hier anbaut kostet strom ich dachte weil das ding kapasite auflädt einfach das ist dann halt wenn der nicht leer ist und man quasi nur den power draw damit einstellt not sure also damit habe ich mir nicht sicher aber wenn du wirklich strom sparen willst kannst du als endliche rumgehen und die ganzen kabel ich bin gerade dabei die ganze kabel wir haben nur drei minuten zeit ja ich hätte gesagt mit dem plasma cutter einfach unten rausschneiden irgendwo muss eine luke gehen ja aber die kann man nicht aufmachen ihr habt nur ein docking port das hat keine schleuse weil das antrieb pro shuttle hatte eine schleuse da bin ich mir ziemlich sicher ja und nein wir haben lediglich unten dieses docking ding wo wir raus könnten deswegen also ich würde sagen wir ziehen anzug an haben das ding bereit hat den scooter bereit und dann plasmakarte rausschneiden das wollte ich auch vorhin probieren aber du weise warst du im weg und ich wollte dich nicht schon wieder umbringen dann kannst du ja schon mal mit dem plasma cutter vorschneiden ich stehe in der schleuse bereit so ich bin schon drüber habe ich gesagt achso wir haben keine plasma cutter was warum sind die jetzt nicht mehr da weil die in unserem leichen waren ach das heißt wir verbrauchen den ganzen shit und ach kack ja also die fortschuss war recht so das heißt wir haben jetzt wir haben jetzt auch hier aber das gute haben wir aber noch ja wir haben ein scooter zwei scooter und zwei anzüge die werden gedroppt aber der rest ist weg unter dem schiff ist eine massive strömung ich komme hier nicht raus das ist natürlich feier die massive strömung ist keine ja dann haben wir verkackt weil in der minute kommen wir nicht da an ja ich gucke mal ob unser somano funktioniert irgendwie nein funktioniert nicht im zweifelsfall sterbt draußen dann fällt der die führer zu uns ja wir kommen ja nicht raus das ist das problem sind wir sind ja schon mal mein anzug an ja gut dass ich ungefähr alle ja cool wir sind jetzt auch in diese dumme sackgasse rein wieder ok mal mal gucken wie lange dauert es uns die duftige geht was ist jetzt das problem an bord außer dass wir keine energie haben keine energie deswegen sinken wir und deswegen kriegen wir keinen neuen sauerstoff gerade mehr und haben kein sonar und werden gleich irgendwo aufschlagen und massiven schaden wahrscheinlich ja das ist eine failstave kratz ja wir sind aufgesetzt wir haben irgendwo noch da ruhig können wir da nicht raus ja also unser shuttle geht gerade wieder nach hause ok ich glaube wir sollten das da nicht länger ich glaube die wunder haben wir verkacken ausprobieren ja ich finde gerade so viele schöne dinge oh ich meine ich habe ein alien mineral gefunden ich könnte nochmal zurückkommen und gucken ob wir daraus vielleicht hey wir können in fünf minuten wieder respawn ok ich drück mal hier auf end round ja ich würde wenigstens alien material nochmal schreddern dann müssen wir das nächste mal nicht schreddern damit du weißt was drin ist ah gut ok dann kannst du auch das Ei gerne mal schreddern noch dann gehen wir mal hier runter ja neuen sauerstoff sehr schön könnt ihr überhaupt noch schreddern ohne energie hm ich glaube nie ähm probier ich glaube in der zwischenzeit mit der Gitarre ach dann sagen wir das hast du irgendwelches werkzeug gerade dabei ja ja weil gehen wir nach unten äh aus der Luke raus tatsächlich äh da unten ist nämlich ein Kristall links vom Eingang welche sind so waren ich komm jetzt bestimmt ich müsste jetzt endlich aus der Luke äh hier raus kommen äh äh genau wenn du jetzt nach links gehst ah da sind Kristalle ich will mal wissen kannst du die irgendwie abbauen ich guck mal Schasmakata 1 also wir sinken zumindest nicht mehr ja ihr seid auch ja ich fahr einfach mal Vollgas nach unten und guck mal ob ich ankomme passiert da was ja schau mal ich fahr nicht für mich nach Uran aus mal gucken ja mal schauen was raus raus kommt ne äh das ist Argonit Argonit yes mal ab in Schredder du hast keinen Strom pst ab in Schredder ja warum gibt's nicht so'n Fahrrad mit Dynamo jep emergency Notstrom auf die Emergency ich wünsch dir wirklich viel Glück ein Nuklearro-Boot mit nem Fahrrad zu fahren ich wollte ja nur den Schredder betreiben damit man daraus ein Fuel-Rod bauen kann ok dann kann man ja ein Pizza-Request machen das ist ein Fahrräder das ist ein Fahrräder gibt und alle bis auf ein müssen äh treten damit der letzte dann Strom hat ne du kannst damit einfach ein Capacitor aufladen dann dauert's halt ne halbe Stunde dann bist du nämlich in so nem Fall auch noch abgedeckt wenn alle Leute am sterben sind also als ich Kampagne gespielt habe war auch der First Order eigentlich ein Haufen verbesserte Fuel Cells zu kaufen und die halt in den Locker zu packen danach war das sehr angenehm so ok sie hat bei mir ein Stückchen was gefragt äh wo kann ich mir jetzt meine Stats hier angucken? äh wenn du bei deiner Rolle bist die Rolle hat ja ein X und daneben ein Ausrufungszeichen bei dem Ausrufungszeichen werden die Skills angezeigt ah ja lass ja ah danke ähm wenn du hier einfach äh hier drauf klickst dann hast du direkt ist das der Partnerlink ah du hast es quasi auch grad nochmal gepostet ja ja genau er hatte ich glaube er hat es aus Versehen in den falschen Chat reingeschrieben ja es ist ja egal welchen Chat solange wir es mitkriegen ja ja ich hab's ja deswegen ich hab's nicht mitbekommen weil ich bei mir gelesen habe mhm gut dann passt das ja so ok aber lass es das kann ich mir wenigstens merken das lässt sich auch aussprechen der Name genau klickst du da drauf ähm wählst du dann das Choice aus und dann äh nimmst du da das das nicht also nicht das Premium Paket für 18 Euro also kannst du auch machen dann hast du fast alle Spiele die ich vorhin gelistet habe warte mal hier sind sie ja nochmal zu sehen äh äh gleich wieder jup okay genau zum downloaden sind es glaube ich 800 Megabyte oder sowas das ist gar nicht so viel genau das warte mal mit Start der Runde auf ihm oder ne ja ja also tatsächlich wir haben gerade 2 und die afkar sind ah ok Barotrauma ist gerade auch nicht mehr im Angebot weil das war bis vorhin doch noch bei 50% im Angebot oder so vielleicht gerade ausgelaufen ja vermutlich vermutlich was sie gemerkt haben so ach scheiße das ist im Humble Choice äh genau und genau deswegen im Humble Choice kriegt ihr das halt für nicht 25€ sondern für 14 easy as fuck so ja gut hm mal gucken ob wir eine Cargo Mission hinkriegen not Eric ok das kann ich mir vielleicht auch merken not Eric als Name ok not Eric achso genau für die Leute die dann auch noch irgendwie äh Hyper Light Drifter wollen Jackbox Party Pack Kerbal Space Program das erste Spelunky ah warte H2O3 PO4 ist not Eric nee nee das ist Lasse Halietus ist not Eric Halietus ist not Eric und Lasse ist H2O3 PO4 ok genau genau das war nur gerade bei mir im Chat weil ich nachgefragt hatte wie sie ausgesprochen werden ah genau H2O3 PO4 spricht man Lasse aus ja ok gesundheit danke ja Entschuldigung ich drehe mich immer schon weiter alles gut alles gut alles gut ich hoffe du hast in deine Armbeuge genießt äh natürlich habe ich das das war die richtige Antwort wenn ich nicht in meiner Wohnung bin mache ich das tatsächlich aber in meiner Wohnung ist es dann doch eher äh äh nicht die Armbeuge dann liest du dann in Gullius Armbeuge genau auch ok war das denn nicht so in der Armbeuge doch neben man so oder? war das denn nicht so? pfff hey in diesem in diesem Fight for Racial Justice äh Humble Bundle Pack ist ja echt schon wieder viel drin ne? oh ja da ist verdammt viel drin also wie gesagt äh Kerbal Space Program ist drin Jackbox Party Pack ist drin Observer Titan Quest falls ihr es noch nicht habt Bioshock Remastered falls ihr das noch nicht habt äh Surviving Mars was richtig gut ist äh Overlord 2 äh Overlord 2 muss ach ne ich muss jetzt den ersten Teil nochmal fertig spielen ich war da irgendwo irgendwo bin ich war ich da was ich da noch empfehlen kann FTL das ist auch richtig cool genau FTL super Ding ne ansonsten die Jackbox Spiele sind auch immer wieder cool wenn du mit Freunden spielen kannst äh oder wenn du einen Stream hast oder wenn du ein bisschen was entwickeln willst dürfte die Engine mit dabei sein Vorgänger war sehr gut Elite Dangerous ist halt drin das ist halt richtig krass ja das ist aber nur das Grundspiel Ende des Jahres kommt ein neues Addon es gibt grad auch noch ein weiteres Addon äh aber um mal rein zu schnuppern ist das ist das gut schmartschmarts denn genau was lustig ist am Ende ist sogar eine DLC noch mit drin für Darkest Dungeon ja ja da sind es Comics ja also wer sich Elite mal anschauen will ist auf jeden Fall das Grundspiel komplett ausreichend äh die Addons man kann es auch komplett ohne Addons spielen also ach krass wenn man dieses Bundle kauft dann kriegt man auch Humble Choice Premium einen Monat gratis das heißt du zahlst rein prinzipiell irgendwie nur 10 Euro für dieses Pack wenn du eh das Premium dir auf einen Monat holen wolltest hm alles praktisch also hm 35 ways to not die don't get shot don't insult the captain don't meet the clown don't become the clown don't stay in new medics don't get an addiction don't get eaten don't fall strangers in these secluded rooms don't turn on traitors don't drown don't trust your teammates don't die in a fire don't destroy your oxygen don't drop the nitrous glycerin so schön so schön ähm Gin glaube ich noch nicht doch ich hab Beck geschrieben und ich hab schon wieder gesprochen ich hab's ähm ich hab's im Chat im Spiel gesehen deswegen sehr gut ja aber wir warten ja eh noch auf die war da nicht was ich glaub jetzt haben wir es wollen wir mal so tun als wüssten wir was wir machen und ne Kampagne anfangen ne Kampagne ne Kampagne bist du bist dir sicher? wollten wir nicht vorher mal gucken was ne Cargo Mission ist? können wir auch machen aber ja save name und euch sagen was ne Cargo Mission ist to doom du kriegst Cargo und fährst sie von A nach B ah ne und das ist Combat ist das ein anderes Schiff oder äh ne du kriegst einfach nur Kram der an Bord ist das kann mal Kram sei der Explosiv ist oder so oder das war's auch schon so ja ok ich hab da mal was eingestellt ich weiß nicht ob ihr das seht ähm bei dir auf dem Stream das nicht ähm warte klicke ich mal hier auf Star mhm ja ja genau also es ist maybe ein Traitor und ähm ja ja ok sollen wir? das lustige ist das lustige ist wenn es jetzt eine von uns spiten wird woher weiß der Traitor das ein Traitor ist? wahrscheinlich gibts da einen großen Bildschirm ja schaut mal in der Dini guck mal woanders hin genau schaut mal alle nicht in den Stream rein ja oh stimmt das wird schwer ok passt schon wenn es eine von uns beiden ist dann ja kriegen wir hin und wenn es Eron ist dann kriegen wir das auch mit und ich guck bei Gullius nicht auf dem Bildschirm oh ups ich hab aus Versehen grad immer noch das Shuttle ausgefehlt gehabt ja genau ähm ne 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 bitte nicht mit dem Shuttle ja wir fahren wieder die Humpback oder die von grad eben ja die war gut gut so irgendwer noch Rollen ändern die Rollen bleiben die gleichen ja Rollen bleiben die gleichen? right gut dann start so ich mein wenn ich Dritter werde darf ich endlich mal die ganzen Neuotoxins benutzen easy ähm ok wir können ich glaube eher ein Moloch der Schwarm war schon sehr nervig Jin und Girun stehen bei mir noch nicht als bereit zum Start das ist egal ich überschreibe das so Lasse was willst du noch für zwei Empfehlungen gleich Diktator genau guck mal ah ok anscheinend kann man mit dem Plasma Cutter wirklich alle Dinge weg äh 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 wegernten die es draußen gibt genau also wir kriegen 5000 credits dafür dass wir einen Moloch töten ja ja also ich würd Stillness of the Wind mir vermutlich anschauen weil das sah sehr nice aus und Hellblade wie gesagt das ist ziemlich cool ähm sonst Felix Reapers noch relativ frisches Indie Game was äh ziemlich gut sein soll wenn du auf Puzzle stehst Jin magst du den Reaktor direkt ist schon an auch cool Dinge verkaufen oder kaufen was warte mal wir können wir brauchen einen Reaktor um äh Sauerstoff zu haben genau wir sind angedockt und wir können nach oben das kaufen aber so hätte man vorher machen können wie man wollte ja ah ok es gibt dann Shop Window in dem Kampagnenscreen uh das ist nice ja so wo kann man jetzt hier kaufen ist die Frage wir wollen losfahren so wir schauen mal rein so eine Frage ist irgendwer von euch Traitor glaub nicht wenn Gudius das so sagt dann weiß ich äh könnt ihr mal bitte äh äh wie viele Füllrots wir haben wie viele was? zwei Moment wie viele was wir haben wir? wie viele was? drei Füllrots achso äh kann mal jemand mit mir in den Shop gehen ich hab da so einen Einkaufskorb von denen gefunden nehm den jetzt grad mit aufs Schiff äh wir haben vier wir haben insgesamt vier drei auf Vorrat und einen okay dann gehen wir mal hoch jetzt ist die Frage ist einer von den dreien einer von hier den nein ich hab noch keinen reingelegt ich wollte gerade was sagen aber es haben so viele geredet sorry alles gut kein Problem also ich hab noch einen in der Tasche äh alter ist mein Typ aus Sicherheitsgründen würde ich den ablegen bevor ich sterbe aus welchen Gründen auch immer ja hier hinpacken pack ihn mal am besten ins rechte rechte Kabinett dass wir wissen jetzt ist es richtig eng okay so nach dem Motto dann muss Dini sterben gehen bei meiner Animation hat der Typ beim Leitersteigen immer einfach aufgehört äh die die Füße mit zu benutzen ja bei mir auch regelmäßig ich spring da immer sehr lustig runter Dini ja wir gehen dann einfach gemeinsam sterben diesmal hat die eine Stellung genommen bei mir ich bin jetzt auch das heißt wenn wir beide gemeinsam sterben dann haben wir zwei Fuel Watts und kein Engie der sich irgendwie um den Reaktor kümmert sag dann vorher Bescheid ne ach bei dem Schiff funktioniert das sogar echt ich hab permanent auf Automatik gelassen okay nice und ich habe auch nur einmal nachjustiert ja so wenn die wieder an Bord kommen so genau fuck ja das ist bei Guglion ooooo was tut Guglion schon wieder er ist einfach mit der komplette Leiter runtergefallen schmeiß den Motor an hat jemand noch den zweiten hat jemand noch den Metallkorb mitgenommen? welchen Metallkorb? den Einkaufskorb? aus dem Shop? ich war nicht draußen als ich rausgehen wollte wurde mir gesagt ich soll wieder zurück okay äh Captain habe ich erlaubt das Schiff zu verlassen? ähm dann los auf 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 weil dich ich sag wenn du draußen müsst dann drücke ich auf die Undock ähm ich habe da gerade Wasserplatschen gehört ja das ist hier unten du kannst das äh Ding hier zerkreuzen oder verkleinern so äh okay ich glaub ich hab ouch ouch ja die Türe ist gegen die Tür gelaufen ja die Türe ist auf mich drauf gefallen so ja 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 ne ne also es gab jetzt nur eine äh einen Korb noch ich hab den zweiten schon vorhin geholt ich glaub der Metallkorb könnte nützlich sein weil da können viele Dinge rein tun oder? ne das geht also die Railgun Munition geht da nicht rein kann man ihn schreddern ohja aber wir können die ganzen Masken rein tun also so Masken und Welding Tools gehen auch rein das heißt potenziell wenn wir tatsächlich irgendwie nochmal irgendwo raus müssen auf der Away Mission können wir das auch genau da wird nichts hin tun ich mein ich hab euch euch vorhin auch meinen Werkzeugkoffer angeboten ihr wolltet den ja nicht da kannst du halt auch noch Dinge rein tun das heißt ihr hättet wahrscheinlich noch mehr Platz gehabt und dann tust du den ähm sind alle bereit und alle an Deck jo wenn ich an Bord gestern dann haben wir auch unsere zwei Werkzeugkörbe hier natürlich ok so da jetzt alle an Bord sind ich komm mit uns mal los jo da jetzt alle an Bord sind ich bin der Traitor tschüss die j ça die 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 du dass wir gerade irgendwo schleifen. Ach das stimmt nicht. Das musst du wissen. Oh wir haben ein Gegner. Schaut mal bitte an die Waffen, das wäre mal nett. Ich glaube die sind vor uns, über uns, über uns und hinter uns. Und der erste Brandfaden. Wir haben ein Loch vorne. Ich habe ein Schweißgerät, ich gesetzt ein. Genau. Okay, Gegner ist tot. Gepixt. Ich hatte es gerade auf einmal vorhanden. Oh, da draußen sehe ich ein Mineral. Soll ich mal gucken, ob ich das trägt? Kannst du machen. Warte, ich muss nur unser Boot in eine sichere Position bringen. Das fährt nämlich gerade, ja, passt wieder irgendwo drauf. Wo ist es denn? Welche Seite vorne hin? Vor uns. Vor uns, okay. Genau, es regnen gerade Feindteile auf uns nieder, aber. Ähm, wir halten unsere Position jetzt. Ich halte mal drei der vier Akkulader übrigens ab, um Strom zu sparen diesmal. Tu das. Ah, Gullius, da rechts ist es, ne? Position halten ist ein interessanter Begriff für, wir zerquetschen den, der aus der Schleuse rausgeht, aber ja. Ähm, das ist der Autopilot. Da kann ich nichts für. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist etwas, was ein Traitor würde sagen. Ähm, ähm, und die Waffen? Ja, bin schon. man die waffen also warte bei golius golius komm her zu mir dann du bist nicht in schiffsreichweite ja ich versuch's du mal weißt wir folgen die die strait ja vor uns ist einer ich kann gerade anleuchten mit der lampe man kann den status war ich aus runtersetzen von den ganzen batterielaudern ohne kurs an dem terminal das war was ich gerade gefunden hatte aufgrund da kommt eine nächste gullius bis ach okay ich dachte du bist infiziert man man kann einfach achten statt das kabel zu kappen meinte dini hier an dem terminal okay du bist safe jetzt welche von diesen teilen zählt jetzt als erinnert du sie wieder anders was haben wir das brauchen wir haben eventuell bei uns auf dem schiff noch irgendwas vielen vielen dank für den subway dicks hier humble choice denkt bloß dran ist auch wieder zu kündigen wenn ihr sie haben wollt und zu li ja es gibt traitor wir haben ein traitor eventuell genau wir haben vielleicht ein traitor das ist das schlimme an der sache jeder wird paranoid sein und am ende stellt sich raus dass er keinen hat oder es stellt sich heraus ich habe ich habe es richtig gemacht dass ich einfach auf maybe geklickt habe es noch viel witziger als ja aber einer ist ein verräter vielleicht warum bist du so halbtot weil er sich irgendwie mit fünf sechs das war weil da waren aliens ja sie hat das ignoriert weil sie verräter ist ganz einfach sie hat es ignoriert weil sie ein verräter ist sie hatte gehofft dass es dann niemand anders gehört hat ja du hast ihn gefragt weil ich mein gerund schau dir mal an wie ich laufe soll ich dich niederklüppeln aber ja wir haben eine krankenstation ja tatsächlich werden ein kleineres schiff nehmen sollen fällt mir auf weil das hier ist für sechs leute gedacht und nicht für sechs leute mit einem trader kann man drüber was habe ich denn alles also nach der logik hätten wir maximal ein zwei personen schiff nehmen sollen weil wir sowieso schon viele trolle dabei haben richtig nee aber wir hätten das fünfer schiff nehmen sollen das wäre besser gewesen die welt also lasse du müsstest bist du schon bei mir mit mir befreundet wenn ja dann solltest du es einfach finden ansonsten twitch.tv geruhen einfach ich war mal so fies und frei und hab mal werbung daraus gemacht und sagen geht das schöne croc bar die du hast und wo bist du gerade wenn die an überhaupt nicht sehr gut ganz recht versuch das noch mal ich habe eine waffe ganz rechts in gerunds stream er stand hinter ihm und zuckte mit der hüfte kann da bitte jemand meine kontrollkonsole reparieren ja natürlich bei der batterielader sind kaputt ja und wir haben feinde wir haben feinde wir haben feinde ich habe ein schraubenzieher über uns ja wo da zumindest sagt es sagt das ja das lügt auch nicht das problem ist ja wir haben da eine dumme leiche vor unserer waffe herumliegen das heißt die body blockt ganz schön viel die haben die neuen techniken ausgefunden ich kann sie versuchen an der decke zu sagen ne 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 eventuell haben wir jetzt noch einen gegner irgendwo aber ich weiß nicht wo wir haben wir auf dem achterteil des schicksals im hinterteil haben wir gerade drei stück das sind aber leichten schwimmen alle weg sind alles leichen ja es kann ja aber es waren vier deswegen er ist keine mehr da an der wand vor übrigens aquatik poppen ein poppy ich bin halt sehr langsam also es könnte jemand anders gucken gehen ich habe alles gemacht was ich kann also ich habe mir die wunden verbunden und mir morpheum gespritzt mehr geht halt nicht der medik ho ho aquatic poppy liefert drei opium ja poppys sieht's halt ne auch auch cool jetzt laufe ich gehe halt gerade durch die gegend mit meinem inke bein und zwei großen flaschen opium alles wusi ich sehe schon das ist eine kuh die braucht kein verräter um zu scheitern das ist dir erst jetzt auch gefallen das habe ich mir vorher schon gedacht dass das navy eingestellt wurde aber das ist ja der witz da das ist ja der witz da ich will nicht fallen ich will nicht fallen der molloch ist da oh shit über uns über uns über uns über uns ja ja in der zwischenzeit setze ich mal unser u-boot auf den boden äh das ist blöd weil wir haben die große waffe ist unten ja ich steig auf ich steig auf der ist hinter uns oh meine fresse ist das riesig ja das ist ein fettes feed äh fahr nach hinten ich versuch's ich versuch's ich versuch's weil echt wenn ich dagegen schieße macht das nix an dem den juckt das nicht ich kann ich kann grad nicht wirklich nach hinten ich versuche mal die großen waffen wir haben doch noch die großen ja die ist unten ja ich versuche gerade hochzukommen der ist über der brücke gerade aber ja okay jetzt ist er gerade kleine so ist er unter uns ja habe ihn getroffen einmal auch genau zweimal und sind kleine feinde äh ich vermute übrigens dass wir einen verräter haben weil a aus allen sauerstoffmasken die sauerstofftanks raus sind und b ich gerade mit irgendwas gespritzt wurde ja ich hab auch schon das gefühl ich weiß wer ja jinn insangitas 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 gegrabt äh ja bevor mir stanzt weil ich fast mich geheilt habe ja mhm mhm äh ich kümmere mich grad viel mehr um irgendwie das Strom weiter läuft ja ja es wäre nett wenn ihr weit auf dem Ohrloch schießt ja er war nicht in der reichweite er hat wichtigere dinge zu tun jetzt ist er wieder da ich bin am reparieren äh die äh erster fuel ist leer ok was ne weil du grad so hinter mir hergegangen bist deswegen ich bin tot oh ok was na ne warte das war noch ok irgendwer hat mich grad auch gezogen nein ich wissen das war wir sind angeeckt weil der Moll auf uns gegriffen hat ja ok da ist voll impact ich hätte es vielleicht vielleicht sagen sollen das wäre ja gut gewesen ja wir haben ein Leck wir haben ein Leck wir haben ein Leck wir haben ein Leck vorne im vorderen Tank ja der Moll auf ist wieder unter uns ähm ja auch er hat uns wieder gegriffen ich versuche grad noch die Waffe nachzuladen ja wo ist er da ist er unter uns ich versuche grad von ihm weg zu kommen ein bisschen ok das hier ist wieder heil der Mollerisk kommt wieder auf uns zu ähm das hat jetzt keinen Schaden gemacht warum auch immer achten alter müssen wir dem sag mir bitte nicht dass wir dem nur hinten reinschießen können das wäre gut das wäre gut ansonsten mal gucken ob ich planeträte Farms herstellen kann aber das wäre jetzt natürlich nicht jetzt die Situation ist zu tun ja so vorher ja au ähm wir werden gleich wieder gegriffen ja wir haben es so geschafft auszuweichen sehr schön ähm du bist jetzt auch auf die Schussreichweite auch ja ja ähm er kommt gleich wieder rein in die Schussreichweite der ist er wieder da ok er sprintet uns an ja ich habe jetzt auch seine Schädeldecke zu borsten ist er tot? ich weiß es nicht glaube nicht er ist über uns er ist über uns ich versuche grad ein bisschen weg zu kommen von ihm ouch ouchi sorry für die unruhige Fahrt äh versuchen wir noch mal Muniz Julius hol mal bitte welche von diesen Schüssen ja von diesen Railgun äh die sind äh da kommt ihr oben nicht ran ohne Zulassung ja ich bin ja ist aber offen erst offen weil Geron da dran kommt achso ja wenn wenn Geron dran kommt geht's ok das ist der letzte Schuss gewesen er ist über uns er ist über uns geh raus boah sonst musste ich anschließen äh ja sorry ich bin so gekrüppelt er ist über uns er ist über uns wo über uns äh vorne das ist 2 Uhr jetzt auf 3 Uhr ja ich versuche gerade nach hinten weg zu kommen ich kann nur nicht nach oben weil über uns eine Wand ist ok so jetzt kann ich ein Stückchen hoch in der Hoffnung ich sehe ihn halt nicht von hinten von hinten von hinten kommt was ich weiß noch nicht ob es Leichen sind oder Gegner jetzt unter uns äh 6 Uhr der Mollere kommt jetzt von äh 4 Uhr Autsch äh ähm Leg vorne äh wieder vorderer Tank komm mit ner Wilding Gun äh Leg vorderer Tank Leg vorderes Kommandobrücke ja die auch ähm der Tank ist hallo Brücke und äh die Kommando von Sol hat auch was abbekommen der nächste Stark hat auch gleich ah da ist er ja unter uns geh rum ja schieß da mal rein ich sehe ihn nicht da ist er äh der ist auf was ist das 5 Uhr ja jetzt ist er wieder mehr 3 zwischen 3 ja ja ne ich sehe ihn er muss nur ein Stück tiefer damit ihn treffen kann ok ja ich kann jetzt wieder aufsteigen jetzt äh ist die Decke über uns weg das heißt wir sind jetzt gleich in einem Tunnel wo wir ihn unter uns halten können oh ich habe ihn hast du ihn hast du ihn hast du ihn Moment wir nähern uns raus wir nähern uns sehr gut alles das zieleleminiert pop-up ist direkt über meinem reparieren button ich nähe mich dem Moloch ich halte jetzt auch mal an in der Nähe vom Moloch damit ihr mal rausgehen könnt um so wir halten Position ich hoffe mal dass der Autopilot das hinkriegt was wir mal kurz ja Batterie holen damit ich mit meinem Autopilot kann dann komme ich auch noch mit raus dann könnt euch das mal angucken er ist jetzt genau vor unserer Nase ich wollte gerade die Leiter runter klettern aber mein Typ kommt auf seine Beine nicht mehr so klar hat sich hingesetzt und einen Kick in die Luft gemacht stattdessen es sind doch aktuell keine weiteren Feinde da scheinbar und irgendwas hört sich hier gerade seltsam an oder hat da hier gerade jemand irgendwas für die ganze Zeit das ist ein Crafting Werkzeug glaube ich das Geräusch ich habe hier mal Piercing Ammunition gebaut ich habe aber keine Ahnung wo die gelagert wird wahrscheinlich eine Waffenkammer die ist dann immer noch in dem Crafting Ding nein ich habe sie vor die Wucht gestellt ich habe mal vorne ein Loch gefixt ich glaube da sind Monster vorne oh Gott sag das doch die sind ja jetzt frisch gekommen ja ja wir sind umzingelt ähm Rückzug ähm unten drin Hilfe Monster Hilfe bist du wieder drin ja mit dem Monster Schottel auf Schottel aus Schottel Hilfe wir bewegen uns gerade weg wir bewegen uns gerade weg wir bewegen uns gerade weg ja ich bin tot also das Monster der Schottel ok es frisst meinen Hintern jetzt bin ich tot wir haben ein Monster in der Airlock und es es vergeht ähm Security bitte eliminieren Sie den Feind ja ich eliminiere gerade irgendwie alles was sich da annähert aber ja der Feind in unserem Schiff ja ja ich kümmere mich so genau in unserem Schiff ich bin auf dem Weg wo ist denn hier wir hatten die SMG geklaut ich habe eine ok dann warst du das aber wir tocken gerade irgendwo an ist das richtig ja ich versuche gerade zurück zu kommen ok also wir haben das jetzt erledigt aber nicht die Reward mitgenommen sich das richtig äh wir haben das Ding einfach liegen lassen rein durch kriegen wir trotzdem Reward dafür normalerweise so ist denn der Gegner noch da ja die Frage ist auf welcher Seite wir raus müssen äh ich weiß nicht ob er noch im Schiff ist aber in dem ja der ist noch im Schiff aber im Popup stand doch geht raus und holt das Zeug damit ihr einen Reward kriegt aber ne wir sollen aus der Cavern kommen mit dem Stubmarie das hat er gesagt ok was natürlich sein kann ist dass wir zur anderen Station müssen weil hier gibt es noch eine zweite Station die ein bisschen weiter weg ist wo wir hinterher hin müssen aber ich versuche es mir hier zu docken du wolltest besteit sagen wenn alle Brennstäbe leer sind ähm das wäre praktisch gewesen wir stoßen jetzt gerade mit unserem wir haben noch drei Brennstäbe die leer sind und drei Brennstäbe die leer sind stopp hä hier ist einer leer hier ist einer voll warte was da sind noch drei von uns der Bike oben der Bike oben ob voll oder leer oder ne ne der Balken oben drüber ist es ist in deinem Quick Slot ne was die Balken unten drunter sagen ob sie leer oder voll sind wenn du sie irgendwo ablegst äh das Docken ohne Power ist verdammt schwer und wir haben übrigens deswegen ein Loch oben hä wir haben doch Power äh Moment ne ja doch wir haben Power aber zu wenig ne gib mir ganz kurz ein Monster über uns sorry ich hatte gerade kurz etwas Panik ähm ähm Tini ja ja ist der Monster über uns äh rechts unten im Medium Stil Cabinett im linken Cabinett ist äh wie heißt es ist leer oh es brennt wir sind gerade dabei Feuer löscher Feuer löscher hast du ok unser Heck sitzt auf noch wieder ein Lack ja so ich hab mal noch Feinde hier bekämpft bekämpft über uns scheint auch ach du scheiße wie wie viel Last wollt ihr in der Karte? ich weiß es nicht äh die schießt mit den Waffen das brauchst echt viel Last ja das Problem ist es ist zu viel Last für den Reaktor äh die Waffen sind gerade alle aus ne ne ich schieß gerade ich sehe Leute wie sieht äh ach so ich dachte du bist unten bei dem einen den du umkriegst hast du den umgebracht? ja ja der ist schon längst durch ok ich hab ihn jetzt sogar noch reingezogen das heißt man kann ihn auch noch auseinander nehmen sehr schön ah wir haben wieder ein bisschen Energie wir steigen wieder äh ja jetzt ist halt Gas mit den Harzen äh ja sehr schnell Achtung wir docken an ey 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 ja alles alles unter Kontrolle ok gut gut alles unter Kontrolle alles unter Kontrolle gut gut so jetzt mit dem Bremsen hat mich ganz so gut klappt ich also wir holen haben jetzt diese Dings da nicht ach ja und das Training wie gesagt äh wie Guli schon gesagt hat lohnt sich sehr 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 ohne ist wirklich so what ja ich hab ein Problem äh äh etwas zu hoch Pinsangitas warum trägst du das Monster mit dir rum? weil ich das rausschmerzen will ich hab jetzt das zweite Mal ne Husk Infektion ich hätte das gerne nicht haha so gut ich war nur verwirrt warum du es hier mit rum trägst ich versuche es zumindest aber so doppem 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 komm 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 dann viel weniger Schub dann kannst du's auch korrigieren ohne wieder weg zu fahren ja das versuche ich ja ich jesus krass so ähm übrigens unsere Brücke wird gerade überflutert ja ich bin gerade auch dran zu schauen ob da irgendwas Dings ist nö ich wage mich übrigens mal weit aus dem Fenster zu lehnen und sage solange wir das Spiel noch nicht so richtig verstehen ist mit Traitor richtig richtig schwierig ja und unentspannt also wir sind ja jetzt angekommen ne ähm ich versuche gerade zu docken da oben allerdings steigt mir grad nicht auf warum auch immer ah jetzt jetzt macht er wieder was ja ja keine Energie wo zieht ihr bitte dreieinhalb Kilowatt grad her wahrscheinlich der Motor zum Aufsteigen ah ne ich weiß wohl das ja ja bei die Pumpen hätte ich jetzt auch gesagt ne dadurch sind die Batterien jetzt wieder neu aufgeladen worden wir haben gedockt wir haben gedockt wir haben gedockt nice so ähm das ist aber wahrscheinlich nicht die Station wo wir hin müssen oh ja ich weiß nicht du musst ja Captain ja äh es gibt zwei Ziele ich vermute mal das ist nicht das sie wohin müssen aber repariert erstmal das Schöpf wir sind erstmal in Sicherheit äh und fahrt den Motor mal runter ähm guckt dann mal einer bitte losgehend und äh schauen ob wir irgendwo was kaufen können eventuell kann es sein dass Feinde grad da sind ja ja oder vor uns eventuell und über uns naja vor uns ist halt einer noch der knabbert so ein bisschen vorne an dem Ding rum aber da komm ich mit der Waffe nicht hin ja ja ich seh ihn nicht ich leuchte ihn gerade an du siehst ihn? ja ich seh ihn nicht ja ich gucke gerade mit der Lampe raus ah er stößt immer wieder dagegen schütz sorry ich war kurz abgelenkt oh jesus warum brand engineering ja ich war kurz abgelenkt und dann hat der überhitzt scheiße und guten Abend Asmodeus schön dass du da bist wie geht's denn? ja das ist das was ich gerade meinte tut mir leid ich bin auf dem Weg einer von euch der mit Waffen umgehen kann sollte vielleicht mal raustauchen und das Vieh was vor uns rum schwimmt mit einer Harpune angreifen ok zur Not habe ich eine Harpune bei mir falls du oben keine mehr findest das Problem ist eher die Munition ja ja mein ist doch geladen mit fünf Schüssen und der ist fakt tot das Vieh ist fast tot also ein oder zwei Kräfte ist heute nicht ich halte Abstand ja er versucht gerade runter zu ja er mag zu löschen ja und ansonsten wenn der Doktor gerade nichts zu tun hat könnte er ja mal den Captain checken äh wenn du sie da trotzdem wegbewegen äh wenn du sie wo ist die dabei ich bin seit zehn Minuten getroffen ich bin seit zehn Minuten getroffen achso du bist tot seit zehn Minuten ja äh ja das war unser Doktor der gestorben ist ja das ist ich wusste dass jemand gestorben ist er kann sich nicht entscheiden ob zwischen Leistung zu niedrig oder Leistung zu hoch springen müsste ja das war mein Problem auch deswegen ja also er springt im Sekundentakt hin und her äh wir sind tatsächlich bisher nur einmal wirklich gestorben ja das andere haben wir abgebrochen genau einmal haben wir abgebrochen weil dann irgendwie war es verbuggt und die andere Mission haben wir geschafft ähm ich leuchte übrigens gerade mit der Lampe des Vieh an der ist äh quasi genau auf ein Uhr vorne vor der Lampe wo die ist wenn du raus gehst also der Reaktor schwankt immer noch im Sekundentakt zwischen Leistung zu niedrigen Leistung zu hoch äh ok kriege ich nicht alle drin er schwankt effektiv im Sekundentakt aber ich bin synchron deswegen will ich kein Endy sein es ist einfach keine Piefe in allen Sekundentakt zu mir du musst noch ein bisschen rum du müsstest jetzt müsstestens sehen wie wir hab ihn hab ihn also er kommt er ist tot er ist tot er ist tot ja ja sehr schön er kann es mit reinziehen warum dass wir gleich looten können ich habe schon ein Alienblatt aus ihm rausgezogen ah hast schon einen lassen bluten ok so fliegen ähm wir haben aber vorne immer noch ein Leck haben wir? warte mal dann gehe ich ich habe ja auch eine Welding Gun daher so ich meine wenn ich schon draußen bin dann kann ich mich auch mal darum kümmern dass die ja kontrollier das ganze Zeug mal in der Zwischenzeit gucke ich mal ob ich auf der Station irgendwo was kaufen kann wenn du hochkommst links steht ein Typ links steht ein Typ links steht ein Typ wenn du hochkommst links ja wenn du hochkommst links ja ok da war ich gerade als Jhin gestorben ist ah ok leistungs- und Niedrigleistung zu hoch ich krieg es auch nicht eingestellt also es ist wirklich äh ja ok aber wir haben es geschafft ja wir haben es aber auch halt been killed bei dem Typen äh wahrscheinlich zurück zu Chandel Crevasse ausgewählt mhm da hatte man nämlich so und jetzt eine Frage wer war der Verräter? niemand? echt nicht ok ja ja das ist sehr schön ja übrigens nur so als äh aber ich fand es übrigens lustig äh die die fehlenden Sauerstofftanks aus den Masken die habe ich rausgenommen weil ich als Captain mir gedacht habe wenn ich da oben stehe und wieder überflutet will will ich Sauerstoffstank haben und ich wollte nicht bis runterlaufen zu den äh ich habe es tatsächlich nicht gesagt weil ich einfach mal gucken wollte was passiert aber Moment Moment das waren die drei das waren vier Notfallmasken in diesen Slots warum hast du nicht welche aus dem Footlocker genommen bei dem weil ich den nicht hinlaufen wollte ok und warum habe ich auf einmal angefangen zu bluten und organversagen zu bekommen weil das weiß ich nicht das weiß ich nicht weil die Tast an mir vorbei gelaufen ist keine Ahnung weil die Taste zum Krank öffnen und zum jemanden festhalten ist eine andere deswegen war ich verwirrt als du mich festgehalten hast weil du hältst bei Heilungen automatisch diejenige Person fest genau ah jep und Heilung ist halt kontextuell faszinierend ich finde aber Traitor recht unentspannt das ist doch lustig also nein das ist ein Level von Stress das ich in Spielen nicht brauche in anderen Runden würde ich sagen mit Traitor das Problem ist wir sind eine Kombination wo naja ich brauche auch wenn wir 16 wären wäre das mit einem Traitor ok ähm da wir 16 wären eigentlich jeden ein Ziel gebrauchten deswegen sag ich ja es ist eine äh wir hätten ein kleineres Schiff nehmen müssen dafür ja ja dann hätte auch der Traitor vielleicht mehr Möglichkeit gehabt irgendwie tatsächlich dann rumzulaufen weil mehr Adels Dings äh Zeit ist ja ähm heißt das wir starten Kampagne jetzt neu ohne Dings oder wie oder was oder was tun wir achso stimmt ja wir müssen jetzt wir machen Moment man müsste jetzt neu starten dafür oder was rein theoretisch ich gucke gerade übrigens ob ich irgendwo das finde was wir brauchen im Shop so äh ja wir finden im Shop alles was wir brauchen ah ja für uns wir haben genügend Treadits äh ich würde aber da ein Video kaufen aber ich kann die glaube ich nicht kaufen oder äh nur der Lobby Typ kann den verbrauchen äh Gerhun unter Misk im Shop findest du äh 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 unser unsere Treibstoff Store und der Material mit äh Uran kostet 50 ich weiß nicht wie viel der Fuel Rot kostet 150 genau 150 aber wir haben 13.000 Credits als so ja wow wir haben so viel krass nuclear depth charge oh wir müssen definitiv Railgun Shells kaufen weil wir haben alle verbraucht jep jep äh du kannst noch mehrere reinstellen also ohne alle wir haben eine Railgun ja ok ja das war die riesen Kanone mit der wir den Mollusk äh den Schädel geknackt haben damit wir mit der kleinen Kanone dann den äh komplett wir haben ihn dann direkt ins Hirn geschossen genau und Lasse ja ich hab äh ich hab dir schon ein Dings gegeben äh ein bisschen Morpheum und ein bisschen Bandagen wären noch Sinn von mir ähm also du solltest jetzt hier reinkommen können so genau fehlt irgendwem irgendwas also wir haben jetzt ja und Bandagen was war das erste Morpheum Morpheum ok wie viele Fuel Rots brauchen wir by the way worst case lässt schickt er mich halt wieder sterben sollen wir mal 6 Stück mitnehmen ja gut die Frage ist geht in diesem Spielmodus sterben und respawnen weißt ich nicht ähm beziehungsweise so wie ich das vorher hatte war du spawnst mit einem neuen Charakter neu aber du spawnst nicht mit dem Shuttle wieder da dran also du spawnst bei der nächsten Station mit dem neuen Charakter auf dem Schiff oh aber das ist halt tatsächlich Skill Progression in dem Fall also du kannst besser in deinen Engineering Skills werden zum Beispiel ok meine Engineering Skills sind halt genau gleich wie immer wahrscheinlich weil ich gestorben bin ja wahrscheinlich ähm willst du Morphin oder Opium Morphin ok zwei Opium ist ein Morphin zwei Opium sind günstiger als ein Morphin definitiv dann nimm Opium dann level ich auch ja dann kann ich ein bisschen leveln und dann ich weiß halt echt nicht was wir brauchen weil bei den meisten steht einfach dabei du weißt nicht wie du es behandelst aber spritz mal das so so ähm genau also ich habe jetzt irgendwie zehn Railgun Shells ähm ich habe jetzt sechs Fuel Rods und 20 Opium mhm wir brauchen noch äh Kalizanide 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 kein Material das ist arsch teuer aber das ist gegen Infektionen davon habe ich eins verbaut ok ok drei Stück dann oder vier ja klingt gut vier gut was brauchen wir noch ähm ähm hapun hapun ja ist immer praktisch ja brauchen wir mal kurz Aufgabe könnten wir anfangen ähm die Frage ist wie viele Werkzeuge haben wir jetzt am Ort Hackzeuge kann ich bärlich neu herstellen das ist nicht das Problem ok halt klar brauchst du dafür irgendwas ähm das was ich brauche sollten wir in Tonnen haben aktuell ok ich hole mal noch irgendwie zehn Harpunen und ich würde Shotgun Shells vorschlagen als zwölf bitte mindestens weil du immer sechs pro Ladung kaufst das heißt wir hängen jetzt zwei mit zum Nachladen ok dann sinds 18 ähm shotgun 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 shells auch mal irgendwie so ein 20 smg Magazin ja ja 3 oder 4 3 oder 4 3 oder 4 das wollen wir noch welche haben 4 ähm wie viele von den Underwater Scooters haben wir ich habe keine Ahnung ich glaube 1 oder 2 dann nehmen wir noch mindestens einen zusätzlichen mit falls wir ein Avaite Team irgendwann losschicken müssen ok ähm was ich jetzt hier nicht gefunden habe ist die Waffe äh die Munition für die 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 äh die normale Dings da Colgarn ach warte ist das die Colgarn die wir da mal verwenden ja Colgarn ist die Standardwaffe gut dann brauchen wir davon nämlich auch irgendwie glaub zwei Boxen weil wir jetzt so circa zwei also die eine ist auf jeden Fall fast leer ja und genau ach ja Lasse by the way falls du in den Voice willst musst du in den Warteraum kommen dann kann ich dich äh von dort aus in den Streaming Kanal ziehen dann kannst du nämlich mitreden das finde ich glaube ich das wäre dann vermutlich ganz praktisch so ja ja Kommunikation ist wichtig ähm ganz noch die Frage welche Rolle er kriegen soll genau ähm ich glaube das ist ok not Eric wenn du dazu kommst mit Ahnungslosigkeit wir haben alle mit Ahnungslosigkeit heute gestartet ja ja ist ok ähm ich glaube wir können jetzt noch einen zweiten Security Officer kommen ähm äh hallo warte mal einfach lassen muss ich runterdrehen naja wäre es doch sinnvoll dass äh not Eric anfängt als Mechanic weil das eine sehr einfache Rolle ist und äh in seinen Gita auf Security wechselt ähm nein Nein assistente Charaktere ich habe Skills gelevelt ich würde die tatsächlich gerne auch weiterleveln und nicht meine Charaktereien stellen ok also man kann aber auch zwei Mechaniker noch haben ja zwei Mechaniker zum Beispiel oder zwei Ärzte und sowas ja wir haben dann zwei Engineers und zwei Mechaniker das ist ein Haufen Technik und ziemlich wenig alles andere also das würde ich entweder Interieur oder Mechaniker ähm wobei einen zweiten Medic wäre nicht verkehrt wir haben ja gerade festgestellt ich bin mal eben afghaner und zum sterben ist ich nehme den Medic ja ich meine ihr habt euch auch ohne ohne mich eure Medizin genommen von daher weiß ich nicht ob wir wirklich einen zweiten Medic brauchen und das Problem ist äh das wirkt nicht so wirklich praktisch und du kannst ja anderes Spiels dann hoch das ist ja der Start wie du ähm ähm wie du anfängst mit deinem Skill und du kannst sie ja dann auch anders hoch trainieren und zum Beispiel neuer Captain hat einen Medical Skill von 7 das heißt ich bringe wahrscheinlich Leute eher um als dass ich sie heile ja von wegen persistente Charaktere ja von wegen persistente Charaktere wahrscheinlich ist der Traitor immer noch Traitor und hätte deswegen eben auch nichts gesagt so meine ich bin nur möglich wenn es ein Traitor gibt glaube ich nicht dann ist natürlich auch eine Möglichkeit ja ich glaube es aber nicht um ehrlich zu sein wenn man angefangen zu bluten so jetzt habe ich unten auch bereits zum spiel geklickt aber hängen wir noch ein bisschen wie ist das naja wir warten jetzt darauf dass ein paar Geräusche da kam und er startet das Spiel dann am Ende ja ist klar du hast gesehen wir sind gerade auch bereits zum spiel in den Haken gekommen ja wir werden gleich einen Haufen Kisten schleppen wir müssen auf unser Chip aber nein viel Spaß ich bin Captain ich guck nur zu das sieht dir ähnlich immer diese paule Leute das ist wie auf Arbeit ich bin Captain über Bord ey ich bin ey ich bin nicht umsonst Geschäftsführer geworden ja 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 gut das kann man nachvollziehen wie auf dem Bau ich bin auch ich bin auch nicht schreckig wenn wir eben wirklich keinen Verräter hatten und jetzt mit dem neuen Mitspieler wir einen Verräter haben wär auf jeden Fall lustig mhm ne der Game Mode auf ausgestellt den Trater hat er? oh ja hat er ja auch bei sich auch bei sich weil unseres wird ja nie aktualisiert so wirklich äh doch er hat in Game Mode auf Trater No gestellt ok ja nur weil bei uns so die Hälfte der Game Settings nicht ankommen ich habe ja links oben immer noch Serious stehen während er da Casual stehen hat aber tatsächlich bei Traders steht Karten hoch ok ja wir könnten darüber nachdenken das Schiff zu wechseln da wir jetzt 7 Leute sind auf einem maximal 6 Mann Schritt mhm ja das war das nicht ein Minimal 6? ne ein 4 bis 6 ein Minimal 4 ja wenn du nicht verstanden hast hatte Not Eric ja auch noch überlegt ob er mit dazu kommt äh ja wenn Halieto Not Eric war dann ähm ja wir kommen doch dazu äh hat dann haben wir bestimmt ähm doch Platz für dich bestimmt ja ja ein Offizier einen ähm ah wie heißen die Kämpfer Security Security ja danke könnten wir noch brauchen mhm wir könnten noch einen zweiten Captain gebrauchen ähm nicht dass ich wüsste ah ne ähm Not Eric hängt schon im Warteraum und wartet nur darauf dass Geo ihn reinzieht achso zumindest im äh äh sehr gut mhm dann hat er das ja jetzt auf dem Stream gehört mhm knapp 20-30 Sekunden Verzögerung hat Geo im Stream von daher mhm ja dann hört er das gleich mhm Prozent ein 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 wie im Netz ja auch bin ich will ich bin nur das normale OBS das so weil ich kriege meine Kamera Verzögerung nicht raus ähm 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 was verzögert deine Stimme zum Bild ja dann müsstest du wahrscheinlich bei deinen Soundsettings äh äh quasi paar Millisekunden einstellen normalerweise korrigiert man nicht das Bild selber sondern äh äh wir äh äh wir hatten zwar das letzte Woche oder vorletzte Woche ich kann mich nicht mehr erinnern ich hab letzte Woche oder so äh wenn du da hinbekommen willst ähm das Passwort war oben im Allgemein-Channel mhm jep es ist auch deutlich erkennbar ja reagiert genau es ist vier Buchstaben lang da kannst du dann dich dann nur zusählen mhm und 1942 ist es nicht hehehe ja das kann es auch nicht sein weil es ja vier Zahlen werden ja dann wäre es ja eine PIN und kein Passwort das stimmt obwohl eine PIN kann auch ein Passwort sein ich gucke auf die Tastatur Zahlen steht für Buchstaben hey ho naja aber PIN ist doch vom Namen her persönlich aber das ist ja für einen äh äh für einen Server das ist ja nicht so persönlich hehehe Mann jetzt lass mich doch mal diesen Witzen machen du musst die nicht gleich wieder auseinander nehmen so Hadja Ethos ist ich hoffe das war jetzt nicht falsch ausgesprochen äh er ist jetzt mit ähm Boyd auf jeden Fall oi 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 klingt sehr witzig oi 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 was schade ist dass man sich selber die Schiffe nicht anschauen kann wenn man nicht in der Luppi ist also als als Chef weil dann könnte man jetzt so schon mal ein bisschen gucken was ein cooles Schiff wäre ja eine zweite Instanz vom Spiel laufen machen und dann dort gucken oder das ist halt jaaaa ne das mach ich bei mir gerade nicht ich hab nebenbei noch einen Stream laufen das ist das ich riskiere es nicht dass mein Rechner hoch geht ja kann überhaupt nicht versteht und letzte Woche erst ein Arbeitsspeicher sich besser abschädelt hat ja ouch das ist eigentlich auch voll schlau aber äh ich code solange wir hier nichts tun mhm 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 ja mhm 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 So kann man das nicht sagen. Typhoon, Gerhun. Typhoon? Ja. Ah, guck mal was die Typhoon 2 kommt, denn im Wiki sind wahrscheinlich alle drin. Sieht ähnlich aus. Ah, sieht auch nicht aus. Fangen wir die einfach. Diese, die sind kompakt. Die allgemeine Version der Venerable Typhoon-Klasse von Sub, Servings als ein schweres Schiff. Die Typhoon-Klasse Sub, REMAINS SLOW AND UGLY, Aber mit dem Vorteil der bessere Survivalität für ihre Crews. Ja, schön. Ich mag die Survivalität. Ja, gleich. Ja, 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 ich freue mich. Wir warten ja gerade unseren weiteren Sicherheits-Offiz hier hoffentlich. Ja, dann viel Spaß, Käpt'n, mit SLOW AND UGLY. Ja, SLOW AND UGLY passt schon. Wir machen das, wir machen das. So. Sieht das nur für uns so aus, oder hast du noch keine Missionen genommen? Äh, ich hab noch keine Missionen genommen. Genau, ich wollte noch mal fragen. Also, wir haben jetzt Colgain-Arminition. Wir haben Harpunen, wir haben Shotgun-Shells, wir haben SMG-Magazine, wir haben noch einen weiteren Underwater-Scooter, Kali-Xanide, Äh, Opium, irgendwie 20 Stück, Fuel-Rods und Railgun-Shells. Oh man, viele Tage Arbeit. Damit sollten wir was anfangen können. Gut. Äh, wir warten aber noch auf den Mitspieler, richtig? Ja. Okay. Der braucht grad noch kurz mit Ton, hat er grad im Allgemeinen, ähm, Discord geschrieben. Genau. Okay. Könnten aber vielleicht kurz ein bisschen großzügiger mit Furonauts sein. Ja. Ja. Sollen wir noch mehr? Ja. Okay. 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 Wir haben als hätten, sag ich dazu. Genau. Ähm. Ja. Geh mal am besten auch mal auf den Repair-Tapfen, weil ich weiß nicht, ob jetzt irgendwas noch rapiert werden muss oder nicht. Das ist das Problem gerade. Da sind Wände und irgendwo ein paar Items kaputt. Oh. Nett. Dann sollten wir vielleicht... Vielleicht ist es nicht kaputt, sondern man kann es immer machen, weil unser Shuttle ist auch nicht lost. Ne, aber das ist ja ausgegraut. Dann würde ich sagen, wir sollten das zur Sicherheit einfach mit anhaken. Weil ich glaube, die 1000 Quelle dafür haben wir insgesamt. Ja. Sicher ist sicher. Okay. Alles. Machen wir. Gut. Dann... Fuel Rods. Dann machen wir halt irgendwie 10 Stück. 10 Stück? 12 Stück? Ja. Bin gut. 12 Stück. Gut. Äh... The more the merrier. Ja. Wir haben jetzt die Möglichkeit Medical Item Transport oder ein Thrasher Swap. Du kannst auch noch andere Punkte auf der Map auswählen. Du kriegst noch andere Missionen. Oh. Nein, ich kann nicht. Nein, ich kann nicht. Okay, von der Position nicht. Let's see. Ich würde den Medical Transport machen. Dann sind wir danach auf jeden Fall woanders. Ja. Okay. Okay. Wir kriegen dafür... Oh, wir kriegen aber dafür nur 1500. Ja, und? Okay. Ein Crew-Member über der Zett ist gegangen und hat sich selbst ein witziger Fall von Morbusien von Morbusien. Sie können dann die Chance zur Erhöhung, wenn du sie ein Antidote bekommst. Okay. 1500 für Lieferung. Okay. Ist dann Halietos wenigstens schon hier im Dings drin? Im Game? Nein. Wir hatten ihm aber erzählt, zumindest über den Stream, wie er reinkommt. Okay. Gut. Dann ist das... Ähm... Ja, das würde ja schon helfen, weil wenn er an Bord steht, kann er erstmal mitfahren. Genau. Bis das mit dem Ton geklärt ist. Das ist ja auch kein Problem. Ähm... Und... Kleine Anhebung. Ach, da ist er wieder. Halietos? Ja! Oh, du Gott zum Himmel. Du bist viel zu laut. Jetzt weißt du, was wir meinten vorhin. Oh! Alter. Was ist mit deinem Mikro? Du bist übersteuert wie Scheiße. Ja, ja. Oi, oi, oi. Halietos, sag nochmal vorsichtig für einen Satz. Nicht ganz so vorsichtig. Ein bisschen unvorsichtiger muss rollen. Wichtig. Äh... Ja, ich pass mit meinem Laufsteiger ein bisschen an. Ich hoffe, das ist gut so. Ähm, genau. Geh erstmal in-game rein, damit du auf der... Also in der Lobby ist halt wichtig, dass du rumstehst. Weil dann kann man schon mal losfahren. Hm. Okay, ähm... Gluck, 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 gluck. Ja, ich werde 10.000 Fragen stellen zwischen euch. Ähm... Das ist legitim. Aber noch gerne noch über mich gerade noch. Vielleicht fragt doch nicht ganz so viele Fragen. Pfff. Sag mal, ihr könnt mich auch im Discord... Also Fragen übersteuere ich noch? Ja. Ja. Das Problem ist, wenn ich dich runterregle, dann verstehe ich dich nicht mehr. Wenn ich dich normal regle, dann übersteuert. Das muss er leider an seinem Mikro anpassen. Genau. Entschuldigung. Außer es ist kaputt und es geht nicht mehr anpassen. Also wir hören entweder leises Übersteuern oder lautes Übersteuern. Wir hören auf jeden Fall Übersteuern. Wenn du dein Mikrofon um 20% erhöht hast in den Einstellungen, würde ich das rausnehmen. Nein, hab ich nicht. Aber jetzt soll es auch nicht besser sein. Oh, das ist besser. Also du bist sehr leise, aber es ist wesentlich besser. Jetzt kann ich dich... So, jetzt sollte ich lauter sein, wieder ohne zu übersteuern. Jaaa. So. Jetzt passt mal hier die Lautstärke im Discord noch ein bisschen an. Kannst du noch mal einen Satz sagen? Äh, 1,2 Brecht. Probe, mir geht der Text aus. Irgendwas scheiße. Äh. Jaaa. Passt. 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 Wunderbar. Alles gut. Jetzt noch mal eine halbwegs vernünftige Lautstärke. Genau. Sehr schön. So. Und jetzt noch mal ein Wort vom Captain zum Team kurz. Äh, da das ja mit persistenten Charakteren ist hier, wenn wir spielen. Ist vielleicht sinnvoll, wenn wir noch einen zweiten haben, den man nebenbei sich an der Helm trainieren, dass falls mal der Captain ausfällt, jemanden haben, der ein bisschen besser steuern kann. Äh. Äh. Ganz kurz. Wie hieß der Server? Twitch.tv. Twitch.tv. Ich hab ihn tatsächlich nicht im System gefunden, also unter den Serveren gefunden. Alter, du musst, äh, die Freundschaft, äh, du hast auch irgendein Symbol von deinen Freunden, geh da rüber auf Join, was ist viel einfacher. Ja. Das hab ich im Endeffekt ja auch gemacht. Ähm. Ero nicht? Ne, ich hab, ich hab keinen von euch auf Twitch, ne? Äh, ja. Twitch auf Steam. Noch nicht? Nein, ich glaube nicht. Na dann wird mal Zeit. Okay. Warte mal. Nächste Aufgabe für Deroon? Ja, ja, ja. Ah ja. Ich geb dir einfach kurz den Link Deroon. Oh ja, zugelassen. Zeit für eine Zigarre. Und dann müssen wir noch mal ganz kurz ab, aber ihr könnt schon gerne starten, falls es losgeht. Okay. Okay. Gut, dann, ja, hoffe ich, dass unsere Zuschauer beim, äh, beim Wart nicht eingeschlafen sind. Und sonst, Hayesho umstellen, was sagen. Hier, Hayesho, du hast einen Link. Ah, sehr gut. So. Du. Aber interessant, dass ich dich noch nicht als Freund hatte hier. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Äh. Wahrscheinlich dann nur wegen Epic. Äh, Epic. Wegen Sea of Thieves. Das ist ja ein anderer Launcher. Ne. Wir haben noch nicht Sea of Thieves gespielt. Achso. Glaub ich. Nö, haben wir nicht. Ich habe auch kein Sea of Thieves gespielt. Das tut's erklären. So. Auf Nö. So, auf wen ist das jetzt? Äh, 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 das ging mir was anders auf Nö. Hey Doktor, Herr Doktor, Sie müssen mir aber erst eine erste Einladung geben. Ja, ja, ja. Ja, sie müssen sich veranlassen. Plan melden. Achso, die Rolle ist in Security. Genau. Wir brauchen noch mehr Security. Aber diesmal ein Arbeiter dabei? Ne, ist rausgeschaltet. Ja, zumindest steht's, ähm, im Game Mode steht's auf Threaders No. Okay. Ja, das habe ich gemacht. Was ich sehr, sehr positiv finde. Ja. Ich fand's gut, ich finde gut, dass ich das anscheinend noch ändern kann. Mhm. Ja, das, äh, das finde ich auch sehr angenehm, weil, äh, wenn du feststellst, dass es doch keinen Spaß macht, dass du es einfach wieder ausschalten kannst. Hm. Da gibt's zu viele Spiele, die sich denken, ach, wir bleiben einfach so. Ach, die Remora sieht eigentlich auch ganz nett aus. Ja, das Problem ist, da kommen wir gerade so mit unserer Kuh drauf, ja. 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 Ein bisschen nach, also. Wir wollen lieber ein paar Leute, äh, ein paar Leute zu viel für das Schiff haben, als ein paar zu wenig. Ja. Das ist meine Logik. Ja. Vor allem, wenn jetzt gerade Leute frisch angefangen haben. Ja, das ist eines, und wenn zwei, wenn zwei Leute sterben müssen, dass man die respawnen kann. Taifun wäre nicht gut. Ja. Dann, äh, hast du dann nicht direkt Probleme. Weniger quatschen, schnell in die Lobby kommen hier. Ja. Wir warten noch drauf. Sind doch alle da. Ja, und, ähm, wenn du sie nochmal auf dein, ähm, aber ich weiß nicht, hat sich jetzt irgendwer gemeldet eigentlich für Fahren? Bis jetzt nicht, äh, deswegen bestimme ich dann einfach jemanden. Ich würde da einfach unseren ersten Sicherheitsoffizier dazu bestimmen. Ja, sowieso. Hast du was dann quasi ja vermisst. Achso. Ich hab nicht mitgekriegt, dass du nach jemandem gefragt hast, ich könnte natürlich auch fahren üben, weil ich eh nichts zu tun hab als Medic. Das wär doch super. Äh, dann kannst du auch nebenbei ja mal die Waffen immer mal mit rangehen als Medic. Gut, dass wir dann zwei Medic sind. Ja. Ja. Äh. Deswegen wär's anders. Sowieso, die Leute, die nichts zu tun haben, gerade immer, äh, ist eh sinnvoll, ja, dann mal sich andere Jobs zu suchen, kleinere Sachen zu machen und ihre anderen Skills bisschen mit hoch zu, äh, skillen. Ja. Das heißt, einfach an die Turret und links und rechts schwenken. Das levelt auch. Das levelt die Wartungsskills. Und der Vorteil ist, äh, bei denen es gilt, wenn die aufleveln, äh, dann sind halt bestimmte Sachen auch etwas einfacher. Ja, also dann zählt halt bisschen genauer und zum Künstlerns. Es ist sowieso erst unangenehm zu merken, dass noch angriffen wird, wenn das Schiff angeklappert wird. Sehr. 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 Alle sind da. Das halte ich für ein blödes Gerücht. Halietus ist auch auf Ready. Das heißt, du hast dir deinen Job ausgesucht? Ja. Gut. Dann klicke ich auch auf Ready to start. Und drück auf Start. Medical Item Transport. Nice. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt unsere Sachen herkriegen, für die wir Geld ausgegeben haben. Oder ob die irgendwo schon landen. Ja, vermutlich liegen die alle... Da hat halt kein Platz mehr auf dem Schiff. Verdammt. Okay. So, ich hab gerade einen wunderbaren Romo. So. Okay. Warum hab ich eigentlich diesen Anzug an? Weil den man jetzt schon noch anhatte es wahrscheinlich. Okay. Dann tu ich den mal nach unten. Wir haben auch wieder genau die gleichen Fuel Rods im Reaktor wie davor. Ich glaub die Munition, das Zeug liegt alles hier. Also da ist die Kiste, das linke ist die Kiste mit dem Zeug. Das ist echt ein anderes Schiff? Ja. So, ich hab die Kiste mit den ganzen Fuel Rods gefunden. Weil irgendwie sieht man jetzt aus, wie wir das Schiff was wir vorher hatten. Stimmt. Aber ich hab die doch die Typhoon 2 ausgewählt. Ja, ja. Aber wir haben die Kampagne von vorher weiter. Wir wollten die Kampagne jetzt neu starten. Ach so. Ja. Wahrscheinlich kannst du das Schiff nicht während der Kampagne wechseln. Noch nicht. Keine Ahnung. Vermutlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Irgendwo sinnvoll. Ja. Hier ist eine Durchschlag-Munitionskiste. Wo soll ich die hin tun? Bring die mal nach unten. Kammer? Stell sie einfach, sobald du im Boot drinne bist ab, dann kann sie jemanden in die Waffenkammer bringen. Ja. Mach ich dann. Steht jetzt hier. Hier. Hier ist gut. So. Ja. Direkt vor der Waffenkammer. Genau vor der Waffenkammer. Ah. Ne. Das ist die falsche? Ne. Da ist das SMG-Munition drin. Ach so. Okay. Das wusste ich nicht. Die hier meinte ich aber. Okay. Also die jetzt, die gerade stehe. Das heißt, wir haben jetzt wieder vielleicht einen Verräter dabei? Ne. Ja. HZB ist jetzt nicht so sicher mehr, muss ich zugeben, da wir jetzt auch das gleiche Schiff behalten haben. Ja. Könnte sein, dass... Ja. Also die Frage ist halt, wir könnten jetzt zum Beispiel, also das ist, ich weiß ja nicht, wie es ist für den Verräter, ob er was gewinnt oder verliert. Wenn er jetzt halt ankündigt, dass er Verräter ist, aber nicht Verräter spielt. Wir könnten uns jetzt also darauf einigen zu sagen, okay, wir spielen einfach ohne Verräter und der, wenn jetzt einer Verräter ist, dann keine Ahnung, macht er halt keinen Verräter. Fertig. Ja. Wo müssen die Harpoon hin? Äh, Harpoon, auch zu mir einfach, gib her. Ja. Wo ist noch Zeug, das man holen muss? Ja. Ja. Das ist nicht, ich habe noch nicht alles gefunden bisher. Es stehen zwei Chemikalienkisten jetzt im Medikraum. Ah. Wohin möchte ich den Schalkantel einfach hier stehen lassen? Ja, kannst du einfach vor die Dings... Wir haben tatsächlich zu viel Krempel für die Box hier. Ich verstehe auch nicht, wie das genau funktioniert hat, wenn man unterdeckt ist. Ja, du wirst die Hand, ne? Warte. Come on. Keine Taste für fallen lassen, oder? Äh, aus der Hand rausziehen. Ja. Ja. Ich meinte mit Taste Taste, weil das Ding anstrengend war. Oder nervig war. Ja. Ui, okay. Wir haben Opium gekauft, ja? Ja. 20 Stück. Einen Lagerplatz für leeren Kisten haben wir auf diesem Schlaf hier noch? Ich habe eine leere Kiste gefunden. Ja, ich habe leeren Kisten geklaut von oben, damit wir die mitnehmen können. Ich habe mal die leeren Kisten hier vor den Backup-Power-Array hingestellt, ne? Engineering hat vier Platze für leere Kisten im Regal. Ich habe mal angeregt, dass die Batterien jetzt wieder aufgeladen werden, weil jetzt, wo wir die Fuel Wars haben, ist das sinnvoll. Genau. Ähm, Gin, ich werfe dir mal noch hier eine Batterie hin. Ist das okay? Ist es vor allem sinnvoll, das jetzt zu machen, wenn wir noch an der Stromversorgung von der Basis hängen, oder? Achso, warte mal. Ah, okay. Wir haben noch keine Stromversorgung von der Basis. Wir müssen den Anfang anstellen. Ah, okay. Okay. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Mut, dass sie vielleicht... Brauchen wir noch Sauerstoff irgendwie? Also müssen wir noch Sauerstoff auffüllen? Ähm, guckt mal, ob ihr irgendwelche leeren Masken findet. Ich bin dann mal an dem Generator, der sich beschwert, dass alles zu niedrig ist. Ja, ja. Tu das. Das ist eine gute Idee. Wie? Käpt'n? Käpt'n? Ja. Insufficient Power. So, ich habe jetzt mal noch so ein Ding reingelegt. Ja, warte. Die eine kann wieder raus, weil die ist eh leer. Äh, okay. Wir brauchen noch einen. Wir hatten einen Enter, also wir könnten hier noch... Ähm... Wir können wieder zurück. Scheinbar. Äh, Dini, du hast einen leeren reingelegt. Ach, warum haben wir denn leere Brennstäbe? Noch von letzter Runde. Ach, das ist doch bescheuert. Ne, ne, ne. Ist das wohl die irgendwie loswerden? Ja. Wann? Wann hätten wir dazu kommen sollen, sie zu zerlegen, ist halt die Frage. Ja. Ahhhh. Wie gesagt... Ähm. Aber überhitzt trotzdem. Okay, was war das gerade für'n... Ja. Das war der... Reaktor? Äh... Das Reaktor. Der zu wenige Kekse hatte. Okay. Ja. Äh... Viel. Jetzt zu wenig. Äh... Wenn man jemanden die Weecher zu kurz teilen könnte, der hat leichte Verbrennung. Ja. Ich hab mal leichte Verbrennung. Jep. Ich hab leichte Verbrennung. Ich hab versucht zu reparieren. Ich komme. Ich hab versucht zu reparieren. Ähm... Ähm... Versuch den Scheiß jetzt zu reparieren. Welchen Scheiß? Wo bist du? Ja. Die Auslastung dürfte ich jetzt besser werden. Ja. Ich bin halt... Danke fürs Heilen. Komm schon. Nicht... So. Ich hab jetzt mal die Charge Rate auf glaub ich 20% gestellt. Ja. Okay. Einer von euch hat meine Sachen einsortiert. Ähm... Eine Frage. Wo sind denn die... Wo ist denn die Munition für die Railgun Loader abgeblieben? Ähm... Ich hab sichtlich deine Sachen einfach nur hingestellt. Weil ich dachte du als Medic solltest selbst über... Hier steht noch ne Kiste drin. Ich hab keine Kiste dafür gefunden. Warte. Ähm... Kann ich reingucken. Ne. Das ist SMG Munition oder? Okay. Reaktor steht auf regulär. Auf selbst. Das ist... Also auf Auto. Das sollte erstmal reichen Gin. Okay. Ähm... Hier wird weiterhin ne... Blunt-Forcing-Alma. Ja. Das ist halt 2%. Das ist dann halt ein Drittel Morphium. Okay. Sorry. Alles gut. Ich hatte das Symbol einfach als... Ich hätte nen Bruch interpretiert. Ja. Ne. Du hast nicht gestoßen. Hm. Okay. Ähm... Wo kann ich denn die Railgun-Garnate, die ich hier gefunden habe, noch wegräumen? Oh. Wo... Warte. Wo hast du die gefunden? Wo hast du die gefunden? Die liegen beim Reaktor auf dem Boden. Hä? Ah. Klingt safe. Ähm. Das stimmt. Okay. Ein Atomreaktor daneben. Alle zu... Ja. Alle einfach vor die Waffenkammer werfen. Oder... Warte. Hier. Warte. Äh... Tatsächlich hier nen Loader direkt auch. Tradition. Äh... Keine gute Idee. Ja. Das nehmen wir meine Frage, wo ich das neu hin tun soll. Äh... Lasse. Hier. Kannste eins da noch reintun. Alle anderen müssen nach oben. Ähm... Halietus? Glaubst auch nur du. Jetzt... Äh... Wo sollen die Restlichen hin? Äh... Da ist noch nen Korb daneben. Rechts ist auch noch ein Regal. Ne das ist auch schon voll. Wenn's voll ist, dann Schmesser auf dem Boden. Passt schon. Äh... Ich hänge fest. Wo ist denn unser Zerstörer-Ding? Ich hab's fliegen gelassen. Wo wir... Äh... Ah, hier. So. Also... Literally. Ich kann hier nicht weg. Die Tür hat mich gefangen. Welche denn? Die über der Waffen... Äh... Versuch's jetzt nochmal? Jetzt? Okay, ja. Was zur Hölle? Ja, ja. Die Tür hat dazu gemacht. Ja, das dachte ich auch. Die Schuder hat dann eine Tür festgepackt. Also du kannst die Tür zumachen, während du dich noch drinnen befindest. Ähm... Was dich dann festgepackt. Das ist was mir vorhin schon gerade passiert ist. Ja genau, das ist... Man kann sich die Tür halt nicht auf und zu machen, weil die der Wach nicht auf... Ich sehe kaputte Dinge. Ja, genau. Wo... Wo sind Dinge kaputt? Ich kümmere mich schon drum. Ich bin Captain. Ich kann das auch hin. Ich glaub's erst... Lass mich. Ich kann das. Hochkaputt. Ops. Äh... Ich bräuchte nochmal ein bisschen medizinische Hilfe. Ja, nehmen wir. Ich glaub ich erst, wenn ich's höre. Hoi. Tim, warte. Was? Also was brauchst du? Du brauchst hier Repairs, ne? Hä? Hä? Ja, warte ich... Und Hallo Reo. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Nein. Das ist eine gute Idee. Julius, hast du dir wieder kontrolliert? Ja, so gut es ging. Ich hab'n... Okay, denn Attache und Bandagen, die würde ich dir gerne... Ja. Äh... Habt ihr alles gefunden und eingeladen? Glaub schon. Ich glaub schon. Also dumme Frage... Geht Zeug eigentlich random kaputt zwischendurch einfach? Oder... Gefühlt, ja. Jep. Was passiert? Also quasi... Wir haben alle so ein bisschen... Werdauern. Irgendwann gehen sie automatisch runter. Ich würd sagen, wenn wir abgelegt sind, gucke ich nochmal, ob jemand verletzt ist, weil vorher jemanden zu heilen ist einfach Verschwendung von Material. Ähm... Ich hab' zwei Burns, zwei leichte an den Armen, aber ansonsten ist in Ordnung. Lasse was du? Brennt ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Also bei minus neun, das ist überlebig. Kein Problem. Ich hab' noch ca. 80% Lebensenergie. Das reicht. Alle auf ihrem Posten? So. Ne. Ich bin auf dem Weg. So. Also... Waffen sind geladen. Schraubenschlüssel reingelegt in den Schrank. So... Wie hätt' ihr hier... Ich hab' ein... Winkender dran? Mich meintest du? Ich meinte Gin... Ähm... Ansonsten wäre auch immer noch ein Schraubenschlüssel gebraucht. Ja. H2O3PO4, was tust du? H2O3PO4 heißt Lasse. Also wenn es einfach einfach ist. Ja, auch den Namen hat er nicht reagiert. Ja, mit Lasse hat das schon achtmal probiert. Ja. Die Frage ist, wie wende ich zum Beispiel ein Verband oder sowas an? Äh, drückst H. Ja. Wählst dann das kaputte Dings an. Und heilst dich dann damit selber. Ja. Doppelklick dann auf das Item. Oder rechtsklick. Oder das Item draufziehen. Ja. Und Reo, uns geht's fantastisch. Ähm... Noch nicht auf den anzuwenden. Ja. Nendia, kannst du bitte mal schauen, ob dein Headset noch Strom hat? Ne, hat's nicht. Ähm... Also... Dann bitte mal die Batterie... Danke. Die ist schon am Strom. Äh, oder dein echtes Mikrofon entmuten, wenn du... Ne, ne. Ne, es ging nur drum, ich wollte Befehle... Im Game Headset. Okay. Ihr solltet jetzt... Ihr solltet jetzt gerade aktuell alle eine Aufgabe haben? Ja. Ja. Ja, der aktuelle... Ich kann mal den noch an. Sorry. Das ist quasi... Das ist quasi, dass ihr so eine ungefähre Verteilung an Aufgaben habt. So, als Erklärung, was hier gerade los ist. Ähm, wir sind jetzt hier zu acht, gerade auf unserem U-Boot unterwegs. Wir müssen gemeinsam... Du hast oben links... Ah, ich seh's. Ach, ich seh's. Ja, ich seh's. Genau, also wir sind jetzt hier gerade zu acht unterwegs auf unserem U-Boot. Und wir haben eine Mission. Äh, müssen ankommen bei einem Außenposten und medizinische Supplies liefern. Ich bin jetzt hier erster Sicherheitsoffizier. Das heißt, ich kann hier Waffen bedienen hauptsächlich. Und, äh, vermutlich vielleicht noch ein bisschen, äh, das Boot steuern. Also das U-Boot steuern. Wenn ihr seht, ist unser Captain. Und ist eigentlich hauptsächlich fürs Boot steuern da. Und, äh, genau. Und gerade haben wir unsere alle Sachen eingeladen. Hatten gerade schon eine erste Mission hinter uns. Und, äh, genau. Ist genau. Hier ist ein Kampus, der weiß, dass ich nicht fixen kann. Warum verrennt ihr euch eigentlich alle? Ähm, das liegt daran, dass wir versuchen, Sachen zu referieren, die wir noch nicht können. Ja. Who cares? Ähm. Der Punkt ist, es funktioniert manchmal. Oh, okay. Ja, ja, äh, du musst auch ein paar Mal machen, damit du den Skill irgendwann lernst. Und dann geht's auch nicht mehr so schief. Ein paar Mal. Ja, ja, ein paar viele Mal. Gut. Okay. Ähm, zur Einteilung dort nur noch mal kurz, äh, Hinweis. Das sind quasi eure Hauptaufgaben, die ihr gekriegt habt. Und wenn irgendjemand woanders Hilfe braucht, bitte, äh, bitte, äh, dann entsprechend mithelfen. Das ist nur, damit wir eine ungefähre Zuteilung haben, wer für was zuständig ist, ja? Gut, dass ich gerade daneben stand. Irgendeiner hatte gerade eine Herzenstillstand. Ah, ich hab einfach nur wieder elektro, elektrische Dinge angefasst. Sehr gut. Gut, grab mich euch hier. Eilmann auf ihre Posten, ich fahr jetzt einfach los, egal ob ihr da seid oder nicht. Äh, uns fehlt ein Taucheranzug, das ist bewusst. Erst, ein Taucheranzug fehlt uns noch. Yes. Äh, Strom? Kann sich mal bitte jemand drum kümmern, wir haben keinen Strom. Ja, bin schon dabei. Stimmt, ein Anzug fehlt. Kann es sein, dass der Taucheranzug irgendwo rumliegt? Das ist immer ne Möglichkeit, aber ich wüsste nicht wo. Ich hab's jetzt nicht nett geschrieben, weil Reden nicht geholfen hat. Äh, wir brennen unten. Shit. Ja, dein Headset scheint... Übrigens, ich brenne. Ich brenne, ich bin tot. Kann mich jemand da rausziehen? Löschen? Ne, ich musste löschen. Lasse, zieh ihn raus. Noch lebe, noch lebe. Noch lebe, noch lebe. Erste Hilfe, erste Hilfe. Ich hab nichts gemacht, ich bin nur am Reaktor vorbeigelaufen und scheinbar der, der, der war, muss das so deutlich sein? Ja. Ja. Ja, aber das wird dann gut gleich. Trotz, ich mein, eine Anfrage reicht, du musst dann nicht die, die 5 mal rausfallen dafür. Ja. Leute, ich find das grad echt zu anstrengend. Ich glaub, ich bin raus. Jedes Mal, wenn jemand versucht, was zu sagen, kommen 3000 Ansagen drüber, die einmal gereicht hätten. Das ist echt grade richtig schlimm. Und Geron ist, glaub ich, immer noch gemutet oder so. Oh. Ja, ist er. Mir geht's auch grade sehr ähnlich. Ich wollte jetzt mal anfangen zu sagen, dass man nicht unbedingt jeden jetzt sofort teilen muss, weil das eben immer ein Drittel des Materials überbroch und hab's dann irgendwann aufgegeben und es stattdessen in den Chat geschrieben, weil die 5 mal über den Mund geredet wurde. Ähm, das Interessante ist, bei mir im Chat schreiben, aber ich weiß nicht, ob du das bei dir siehst, aber bei uns kommt das grade im Chat so als mit Strichlinien dazwischen an. Ja. Was ist das? Ach ja, dass wir sagen, das hängt von der Distanz an. Hm. Hm. Gut, dass wir das jetzt wissen. Ja. Aber gut. Ich versuch zu sagen, du musst dich jeden sofort heilen, weil man braucht ein Drittel des Materials, egal wie der Pfeil ist und ja. Ja, das hat Jyn und ich auch schon seit Beginn der Mission gemacht, das sagen. Ja, aber wir hatten ja jetzt den neuen Arzt dabei, deswegen... Das war ja auch das, wo Jyn dann versucht hat, äh, die Formel zu benutzen, statt Lasse, weil er auch auf Lasse nicht reagiert hat. Mhm. Ah. Naja, zwei Leute sind eigentlich tot gewesen. Nein! Nein! Das ist der letzte Verschlag. Das ist die zwei Sekunden hinter mir auch. Ohhhh. Äh, der Verbrannte? Der Verbrannte ist nochmal was anderes. Ja, okay. Also, also, ja, also das, was jetzt grade mit dem Captain passiert ist, daraus sinnvoll zu eilen. Übrigens bin ich jetzt Opium, äh, erdickt, äh, das ist sehr praktisch als Captain. Auch da haben wir das für... Wenn du siehlt, pass auf, dass du nicht da neben dem Trajektor stehst. Ja, ich bin grade weggelaufen. Ähm, gut, dann würd ich sagen, fahren wir jetzt einfach los und hoffen, wir kommen irgendwo an. Werden schon, werden schon. Hm, witzig. Haben wir das Thema Taucheranzug geklärt? Ne, der wird irgendwo rumliegen, das ist jetzt auch scheißegal. Liegt halt jetzt irgendwo rum. Wer ihn findet... Ähm, irgendeiner, der grade nichts zu tun hat, kann ja mal rumlaufen, in der Zwischenzeit. Wir fahren jetzt los. Hast du dir den vielleicht vorhin neben... ...neben die, äh... ...neben die Helm gelegt, weil du ja gesagt hast, du hast die alte Sauerstoff-Container geklaut? Ne, ich hatte keine... Ich hab nur ne... Ich hab nur ne Maske. Die bringt doch nichts bei... Achja, egal. Also, da... Da wird doch eher gecrushed, wenn wir einen Wassereinbruch haben. Wenn's... Wenn's komplett schlimm ist, ja dann ist sowieso alles zu spät, aber ich hatte kein... Ist der Beach schon gefixt? Was ist gefixt? Da wurde vorne ein Beach gemeldet. Wurde gefixt von der Person, die's gemeldet hat. Das hab ich gerade versucht, was zu sagen. Okay. Okay. Ja, ist auch weg. Das Symbol sollte normalerweise dann auch immer weg sein. Okay. Wenn du etwas meldest und danach repariert, das verschwindet das Symbol wieder. Okay. Ah, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht. Okay. Ähm... Unsere... Wir fett grad auf. Unsere... Gieß... Dann viel Spaß dir. Mit deiner... Ja, äh... Deiner Shisha. Der ist grad grad am schwanken. Das ist grad... Ich muss immer eine Fuel rausnehmen, eine rein. Okay. Und dadurch ist es halt so... Eine von vorne, zwei von vorne, eine von vorne. Ich seh noch nix. Oben vorne oder hinten vorne? Oben. 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 Also auf... Ein... Ein Uhr, zwei Uhr. Okay. Lasse... Lasse schießt. Okay. Am besten hauptsächlich mit den kleinen Waffen, weil die groß ist halt echt teuer aufzufüllen. Jep. Ja, ich... Äh... Also jetzt sind sie unter uns. Ja. Auf... Fünf, sechs Uhr. Wir kämpfen auch schon. Äh... Äh... Not a Raper, Halli. Du bist richtig? Ja. Ähm... Generell ist... Der Engie, also dass die Elbe, das was Jen und ich sind, eher so für die Elektrik machen. Und der Mechaniker eher für so Hüllen und so'n Kram. Okay. Also das heißt nicht, dass du das andere nicht machen darfst, sondern nur so ein generelles. Ähm... Ja. Wenn du mal irgendwann den Punkt hast, wo du überlegst, was wichtiger ist. Hülle, ich hab immer Vorrang. Ja, nicht immer, weil wenn wir keinen Strom haben, dann sinken wir potenziell, äh, und krachen unten, unten auf und haben dann am Ende mehr Rohr, äh, mehr Hull Breachers vorher. Ja. So. Vor uns, an unserer Nase sollte noch etwas kleben. Ja, das seh... Ne, das ist ein Felsen, glaub ich. Okay. Ähm... Wo ist denn das zum Apparieren? Links und rechts. Äh, ansonsten, falls man jemand Zeit hat, wär's gut, wenn er die Schleuse zumacht, die ist nicht offen. Ja, ich mach mal. Ah, so rum, Achtung. Okay. Es wär auch cool, wenn jemand mal, ähm, oben die Reach hat, weil das ihn auf 0% stellt. Äh, Achtung, wir haben Reach, also ich glaub, wir haben ein Monster in unserer Schleuse. Nein, das ist... Nein, das ist die Schleuse, die ich gebieten wurde. Nein, nein, da ist tatsächlich eins reingegangen, ich hab's gesehen. Ah, okay. Wie? Haben wir, haben wir Feind an Bord? Ja, Port ins... Nö, wir haben, wir haben die Leiche, die reingeschwemmt wurde noch an Bord. Ah, okay. Aber sie hatte sich so... Ich hab den zweiten Anzug gefunden. Oh, cool. Sehr schön. Ich bin doch vorhin von dem Viech getötet worden. Ah, okay. Ja, bitte mal wirklich die Charger ausmachen oben, weil diese Energieschwankung ist nicht echt schwer. Zum Steuern. Wir stürzen übrigens gleich in eine Wand oben rein, weil die Energie im falschen Moment aus war. Sie sind aus. Okay, danke. Reo, das hört sich echt gut an. Ich glaub, ich muss mal echt mal wieder meine Shisha anmachen. Ich hab mal wieder Bock drauf. Und zwar zum Highbreach. Nur mit der Maske oder lohnt sich da einen Anzug zu haben? Äh, du brauchst nur meist... Es kommt drauf an, wie viel Wasser drin ist. Wenn es nur ein bisschen Wasser ist, reicht eine Maske problemlos aus. Wenn es komplett gefühlt ist, braucht man in der Regel dann einen Anzug irgendwann, weil der Druck dann zu groß wird und du zerquetscht wirst. Also hab ich einfach mal eine Maske dabei für den Fall? Ja, eine Maske dabei zu haben ist immer praktisch. Gut. Ähm, Feind auf 2 Uhr. Oh ja, ich seh ihn. Ähm, die Station ist gerade abgebrochen. Die Station ist zusammengebrochen. Ich brauch mal Hilfe, Reparatur. Reparatur. Äh, Feuer im... Ich kann nicht steuern. Ich kann nicht steuern. Komme. Hab ihn. Hab ihn. Wir setzen auf. Mhm. Rutschen nach hinten. Ja, wir können gerade nicht steuern. Ich bin auf dem Weg zur Konsole. Jep. Bin dran. Danke. Willen wir irgendwo einschlagen? Wo wäre das gerade aktuell? Unten. Ähm, unten? Ja, wir sind hier vorne unten. Genau, der tatsächlich... Au, das hat... Ja, das hat uns aufgekratzt. Wieder der... Ja, ich bin gerade beim Steuern nach oben. Ich versuche gerade abzufangen. Das ist die Ballastkammer vorne. Ja, Ballastkammer vorne. Sieht aber gut aus. Zumindest zeigt er mir nicht an, dass es kaputt wäre. Äh, Anzug war übrigens nicht mehr da. Anscheinend ist meine Leiche, die spawnt, als wir abgegeben haben. Ah, schade. Dann müssen wir auf jeden Fall nächstes Mal einen Anzug kaufen. Gut, machen wir. Jo. Und beim nächsten, nächsten Mal dran denken, Leichen zu plündern, bevor wir das Level abschließen. Ja. Achtung, wir setzen gleich auf. Oh, da... Da draußen haben wir irgendwas zum abbauen. Ähm, okay. Ich kann rausgehen. Jin, bist du am Reaktor? Ja. Ich würde die Batterie von einem wenigstens wieder hochdrehen. Warum wackelt das so extrem? Vielleicht der Recoil vom Schießen? Ich habe halt hier gerade extreme Probleme, das einzustellen. Ja, deswegen habe ich gefragt. Ja, ja. Wir setzen gleich auf, unten. Ja. Weil die Energie gerade weg war. Ja, wie gesagt, das ist gerade wirklich hier ein... Genau, Gullius, links von dir. Letzte Runde ging auf Automatic, das kann ich jetzt vergessen. Hm. Deswegen mache ich die Reparaturen und du bekommst dich um den Reaktor komplett. Ja. Genau. Ich mache gerade nichts anderes, keine Sorge. Genau, Venasil, nur damit du weißt, Gullius ist gerade außerhalb des U-Bots. Ja. Ich brauche aber ein Tool. Deswegen versuche ich zur Position gerade zu halten. Gullius, du fasst heute... Von vorne kommen Feinde. Ja. Auf 3 Uhr. Ich habe sie. Ich habe sie. Au. Shit, das hat sie. Könnt ihr sie mit Waffen angreifen? Ja. Es sind noch welche genau vor uns. Die Gerungswaffe sind nicht ganz gesund aus. Ja, ich bin schon dabei, die zu reparieren. So. Ah, die ganzen Welding Tools habt ihr. Ah ne, ich brauche einen Plasma Cutter. Wo ist denn der Plasma Cutter? Äh, wo brauchst du? An der Schleuse. Also draußen. Äh, ich kann dir meinen gleich geben. Fuck. Dann habe ich zwar keinen. Achtung, wir setzen gleich wieder auf, ne? Ja. Ja, dass zwei Energie Cutter weg waren. Ah, okay. Die schweigt ultimativ. Äh, wir versuchen uns mal ein kleines Stückchen höher zu setzen. Ähm. Unsere Außen Mission ist immer noch draußen, ja? Ne, der ist gerade noch drin. Der sucht gerade einen Plasma Cutter. Okay. Okay, dann warte mal bitte mit dem rausgehen. Und einen kleinen Moment. Ich versuche unser U-Bot erstmal ein kleines Stückchen höher zu setzen, dass falls Energie schwank ist, wir nicht gleich unten aufsetzen. Ja. Ja. Okay. Du? Ja. Den hier im Schrank. Ich habe ihn schon. Ich habe ihn schon. Äh, nicht rausgehen gerade. Ja. Es war... Ja, die Ansage. Ich sage Bescheid, wenn ich nicht positioniert bin. Danach gibt mir die Security frei, wenn die Gegner wechseln. Genau, jetzt ist nämlich frei. Okay. Das war nämlich der Grund, warum ich gesagt habe. Wir halten Position. Genau, wir halten Position. Ähm. Du musst ein Stückchen tauchen, damit du runterkommst. Okay. Also ich kann jetzt... Ich kann jetzt raus, ja? Ja. Ja, du kannst jetzt raus. Ich kann dich aber nicht bis zu dem Dings dort decken. Das heißt, falls du Monster findest, einfach straight up. Tauchen sofort. Ähm. Muss ich straight runter zu dem Dings? Ja. Straight runter. Ja, du bist einfach gerade runter. Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Du bist auf dem richtigen Weg. Gut. Noch ein Stück, noch ein Stück. Gut. Fahr rein. Jetzt musstest du es nicht sehen. Ja. Ah. Ah, Nick. Ist alles okay bei dir? Ja, ja. Okay. Abgesehen von gelegentlichen Schwankungen halt, aber das... Ne, Nick. Also sowas muss man sich gewöhnen, wenn man es mag. Sehr schön. Aber ja, es kann auf jeden Fall Spaß machen. Ja, ich glaub schon. Okay. Kann da jemand, der gerade nichts zu tun hat, mir eine neue Batterie mitbringen? Äh, ja, kann ich machen. Weil meine ist bald alle hoch. Ja. Ansonsten kann ich auch die Leere weiter rausgeben. Äh. Auf den Rückblick. Ja. Pass auf das eventuellen Feind. Von wo? Äh, gerade von unten. Das ist einfach nur eine Leiche. Wahrscheinlich eine Leiche. Äh. Wer hat mir gerade das Deck gemeldet? Wer einfach gerade dann nach oben, du bist auf dem richtigen Weg. Ja. Ich leg dir hier auf den Boden eine Batteriezelle, die ist fast voll. Okay. Und geht deine laden. Julius ist wieder an Bord. Ja. Ich tausche aus. Moment. Ja, komm rein. Ich tausche kurz bei mir die Batteriezellen aus. Ja. Hier hast du... Irgendwann hast du hingeschmissen. Achtung, wir setzen auf. Ne. Ne, das war die falsche. Warte mal. Wir haben aufgesetzt. Das ist die Leere jetzt. Okay. Oder? Wo ist die andere gelandet? Ne, die ist halb voll. Okay, dann ist das die halb volle gewesen. Jetzt liegt sie unter mir. Vielleicht mach mal den Scooter und den Plasma Cutter wieder hier rein. Danke. Bringt einer an den Strom und bring dir gleich die Rolle, wenn sie voll ist. Wofür brauchst du den? Also... Mechanik war ja bei mir drin, aber... Ähm... Was drin? Ja. Kannst du meine auch bitte wechseln? Ja. Ich dachte nämlich, weil der Plasma Cutter ist nur zum... äh... Zerstören. Also zum... Die kann ich aber gerade keine zum Austausch geben. Ich muss sie dir aufladen und dann... Alles gut. Alles gut. Ich hab die auf den Boden gelegt. Ähm... Hab sie. Könnt ihr mal bitte die Unterseite unseres U-Buds checken? Auf alles Ganzen? Schon dabei. Bestimmt nicht. Wir sind... Nein. Möchte jemand die Fuel Rod bauen? Kann ich gerade nicht. Ähm... Fein von hinten, fein von hinten, fein von hinten. Ja. Bin dran. Also kann ich gleich machen, aber... Ich sehe ihn nicht. Äh... 7, 8 Uhr. Ah ok. Ja, ich hab den gerade ein bisschen im Dings gesehen. Aber ich erreiche ihn nicht. Ist jemand arbeitslos gerade? Wo willst du denn gerne hin? Nö. Bedingt. Wieso? Was brauchst du? Die Fuel Rod für Gullios bzw. Gin bauen. Ja. Müsst halt aufpassen. Wenn ihr nicht ein hochgeblutetes Level in Engineering hat, äh... Ist die Chance 25% weniger. Ähm... Jetzt sind's die... Oh. Dann muss ich's machen. 9, 10... 10 Uhr ungefähr? Ich hab mich gerade von ihnen entfernt. Ja, Lasse kann da schießen. Ja, ja. Volle Batterie auf dem Boden hinter dir. Aber sie sind weg. Sie folgen uns auch nicht mehr. Wir sind sie los. Wir hätten mehr Munition kaufen sollen. Ne, seriously. Ich bin jetzt schon irgendwie beim letzten Drittel. Äh... Guck mal, bei uns ähm... 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 Dienstag, ob wir noch irgendwo... noch nicht zum Rundigen haben. Ja, wir haben noch ein bisschen. Aber halt ein bisschen. Wendeseel hinter der linken Batterie. Ja, danke. Ähm... Dann... Einmal austauschen, damit ich auch wieder eine habe. Ne, wir... Bin dabei. Ich muss nur kurz das Autopilot anschalten. Weil ich möchte nicht, dass wir irgendwo dagegen fahren. Ja, warte. Lass mich da einfach über. Ja, genau. Irgendwenn du kurz. Äh... Zu dem Setting wollen wir fahren gerade. Ich brauche nen Medic. Und hier... Wahrscheinlich Reaktor. Reaktor, genau. Ja, ich hab' ihr gegeben. Ja, danke. Kein Problem. Gut. Sieh den Kettnerin? Ob wir irgendwo Höhenschäden haben? Ja, wir könnt's sehen. Ich sag dir, der könnte 2 sein. Ballasttank A könnte sein. Äh, das ist welcher? Der ist ja ganz vorne. Ganz hinten. Ne, der sieht aber... Ganz hinten der. Der sieht auch gut aus. Na, da steht halt nix dran. Da steht Air Quality Data Not Available. Und das irgendwie macht mir... Sorgen immer. Ja, das stimmt. Jin? Ja, ich... Für dich liegt ne Batterie im Schrank. Danke. Ah, da ist's schon. Ähm... Du hast einen Organschaden und ich weiß nicht warum. Ja, du ziehst mich immer weiter grad weg vom Reaktor. Achso. Kannst du kurz den Reaktor machen? Ja. Danke. Ich reparier ihn gerade und dann stell ich ihn ein. Ja. Ah, ich weiß, woher du den Organschaden hast. Wer auch immer grad unten ist, hat dir den Fuß weggeweldet. Ah. Ja, mir auch. Na Leute, vorsichtig, wenn ihr in den Tanks drin seid. Ähm... Lasse, wir haben potenziell Feinde auf neun Uhr. Neun Uhr? Incoming, ja. Jin, automatisch geht aktuell. Neun Uhr ist... Okay. Dann kannst du übernehmen. Jo, ich kann hier... Bisschen oberhalb tatsächlich, genau hinter uns. Ein Gegner. Habe ich gemerkt. Okay. Das ist die, wo ich dran stelle. Gut, dann... Äh, ich bin bei Temperatur zu niedrig und Leistung zu niedrig. Alter. Dick. Äh... Was ist los? Was ist los? Reaktor überhitzt, weil... Zu viel Bullshit. Mhm. Ich trau mich grad nicht an Gin zu übergeben, weil... Ich... steuere ich nur hin und her. Ich werd grad wieder repariert. Oh. Ja, sorry. Ich... Oh, wir haben keinen Strom her. Ja, sorry. Ich... Alles gut? Ja. Hab dich fertig, Jin. Äh, Lasse, wir sind unten. Jin, ich kann übergeben. Okay. Schnell. Jo. Fuck. Oh, äh, unter uns sind Feinde. Unten an der Luke. Fuck Feuer. Ja. Ich bin schon beim Ankreiber. Hab ich in der Hand, permanent. Puh. Okay. Ich... Ich... Ich hab nicht mitbekommen, dass... Genau. Sie sind vorne. Ja, ich hab ihn zum Übergeben auf automatisch gestellt. Ja. Sorry, ich hatt's einfach vergessen. Du hast da vorne angekündigt. Und einer zieht sich grad zurück, scheinbar. Ja. Ja. Wenn du auch irgendwo mich grad heilt, danke. Julius, glaub ich. Ja. Shit. Ich hab mal was gemeldet. Wir haben ein Problem hier oben. Ich bin schon da. Jin, Achtung. Wir waren nur beide am Reaktor. Okay. Ja. Repariert. Sehr nice. Okay, das... das Interface wird nicht verschoben vom Reaktor. Nur die Welt drumherum. Das ist gut. Ähm, wir haben einen... Zwei Feinde von oben. Hu-Boot. 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 Ja, genau. Unter uns ist ein Hu-Boot. Hu-Boot? Äh, greift uns das an? Ne, es greift uns nicht an. Aber... Das stand da einfach rum. Vielleicht können wir das fluten? Ja. Sollten wir überlegen. Sollen wir? Ja, vielleicht ist ein kaputtes, ja. Ja, ja. Ich bin dafür. Ich bin Captain. Ich sag einfach, wir wollen... Okay. Wo ist denn die andere Batterie? Die bräuchte ich dann. Sonst hab ich keine Batterie. Hä? Gerhun? Ja? Du hast... Ich hatte dir eine zurückgegeben. Ich sag dir... Ich sinke jetzt, ja. Du hast dir wieder eine zurückgegeben hier. Ja, warte, warte. Jetzt... Äh, anhalten, anhalten, anhalten. Unter uns... Das flache Ding, was du auf dem Ding siehst, ist... Ich hab nur dir eine... Okay, ich versuch gegenzusteuern und jetzt... Du kannst mir doch nicht ins Inventar Dinge legen. Das geht doch nicht. So. Hä? Wie sollten wir jetzt stehen? Zwei Feinde über uns, ne? Ja. Zwei Feinde über uns? Äh, bei 3 und 2 Uhr. Und 1 Uhr vielleicht auch noch einer. Sonst bin ich am Schießen? Ja. Einen hab ich schon erledigt. Genau. Los ist am Schießen. Hier in dem Schrank ist ne Batterie. Ja, aber das ist die, die Jin eigentlich verwendet. Das heißt, eine ist despawned. Hm. War irgendwer tot als... Nein. Ich hab meine in den Schrank gelegt, damit Jin sie nehmen kann. Und... Hab aber keine zurückbekommen. Hm. Das heißt, ich hab keine Batterie mehr. Und wir hatten nur genau eine für mich. Und eine für jeden anderen. Dann nimm die. Ich steh hier per mein Reaktor. Das ist halb so hilf, wenn ich die Sprüche nicht mitbekomme. Okay. Deswegen hab ich sie hier halt auch reingelegt grad wieder. Der letzte noch? Also falls jemand irgendwo ne Batterie gefunden hat, bitte zurückgeben. Ja. Wichtig. Ist tot? Nee, nicht zu sehen. Out of my range. Okay, vielleicht ist es auch eine Leiche. Hm. Das könnte es sein. Okay. Kannst einfach noch mal gucken, Geryn, ob du siehst. Ja. Warte mal, wir machen das Periskop hier. Gibt es Freiwilligen, die wir so auszuteilen wollen? Ja. Warte mal. Hol dir die aus dem Schrank. Okay. Jemand hat sie geholt und oben in den Schrank gelegt. Äh, in den Batterielauder. Okay. Ist aber nicht gesagt, dass wir gerade gesucht haben. Ja. Ähm, dann bitte jemand mit, also einer mit der Klassmachkarte auf jeden Fall runter. An die Luke. Und jemand mit, äh, Europa, wenn wir noch irgendeine rumliegen haben, wäre praktisch. Macht ihr zwei das, oder steht ihr aus Spaß vor den Suits? Nö, ich würd's machen. Okay. Okay. Dann haben wir zwei Leute. Bitte nur zwei Leute rausgehen. Okay. Ich weiß jetzt zwar nicht, wer ich war, aber was schon. Äh, na, Erik. Ah, Eliatus. Genau. Wer war der zweite? Kommt ihr raus? Ja, deswegen hab ich gefragt, ob ihr zwei rausgeht. Ja, dann komm ich mit. Okay. Warte auf den linkenden Altmann. Ja, nehmt ihr noch einen Sauerstofftank mit? Genau. Ähm, nehmt euch am besten zwei Ersatz-Sauerstofftanks mit für Notfälle. Wer hat die Crowbar? Ähm, wollt ihr probieren, mal diesen Metallkorb mitzunehmen? Ob da was reinpasst? Ja, kann ich machen. Äh, wo sind die Sauerstofftanks? Äh, unter den, äh, Dingsis. Ah. Batterien sind leer. Ähm, ich glaub wir sind ein bisschen hoch über das Ding hier gerade, oder? Ne, wir sind, äh, links davon. Es gibt keine Batterien mehr für den, für mein Headset. Ist das ein Problem? Dann tue ich dir in den Loader und ich kann dir meine geben, solange. Das mach ich ja mit denen alleine auf die ganze Zeit. Ah ja, genau links. Du bist oben, oder? Ja. Ich bin neben dir, glaub ich. Du bist H2B auf hier? Äh, ne, ich bin H2B auf hier. Äh, ne, ich bin H2B auf hier. Ah. Ihr fällt grad ein, äh, Geron, kannst du bitte auch mitgehen? Nimm dir meine Harpune mit. Neu. Schützt ihn nicht, dass da irgendjemand feindliches da ist. So, bin auf dem Weg. H2B auf den Boden. Hebst du dir auf? Äh, danke. Warte mal was unten machen, dass du da nicht... Im schlimmsten Fall nehmt aus, äh, Sonar-Beacons und Flashlights die Batterien raus. Äh, ja. Oh, stimmt, wir haben keine Sonar-Beacons mehr. Die waren eigentlich hier abgelegt. Die waren hier an der... Gar keine mehr? Wir haben zwei Stück. Ah, die sind in Supplies gelandet. Also ich hab hier eine Flashlight mit einer vollen Batterie oben auf der Brücke. Ist eine und eine der Supply-Pots. Volle ich mir jetzt. Bei den Anzügen sind zwei volle Headsets. Ich nehm aus einem der Headsets die Batterie raus und mach sie in, äh, den 1 Wasserscooter. Dann haben wir ein leeres Headset und dann haben wir noch ein volles Headset. Mhm. Also ich hab volles Headset jetzt. Zack. Ist wieder einer drin. Hier muss was reparieren. Achso, schon bei. Bin von da. Sollen wir noch zwei drauf mitnehmen, ja, oder? Ja. Du kannst... Dann kannst du halt nichts machen. Also du... Der nimmt deine Hände ein. Du kannst die nicht ins Inventar machen. Ja, okay. Ne, dann kann ich ihn aber auch nicht mit benutzen, ne? Das Problem ist, wenn ihr mit den Spüler rausgeht, könnt ihr nicht gleichzeitig... Richtig. Deswegen nehm ich die eine Kiste mit. Die Sache ist halt, ich bin jetzt schon die ganze Zeit im Anzug und verbrauche Sauerstoff. Es wollte aber noch irgendjemand mitkommen. Ja, ich komm mit. Ja, ich stehe hinter dir. Ich fahre aber nicht durch. Weil die Tür gerade los ist. Ja, ihr wartet grad noch auf Gerun, weil er den Auftrag gekriegt hat, ne Harpune mitzunehmen und euch zu beschützen. Weil wir wissen nicht, ob eventuell Monster auf dem Schiff sind. Ja, aber mein Sauerstofftank ist halt leer, weil das... Okay. Ja, willst du dann hier noch einen austauschen, meine ich? Ne, ich hab ihn jetzt erstmal ausgezogen und warte in der Schleuse auf euch. Okay, ich bin jetzt auch bereit. Ähm... Monster direkt. Ansonsten... Ja, wir werden angeguckt. Ab ihn. Erledigt. Ja, Lasse, du bist gerade an die Waffen, richtig? Ja. Okay, dann bitte da auch bleiben. Um sicher zu sein. Ich setze meinen Sonar-Ping ab und gucke mal, was los ist. Ach ja, ich habe keinen Scooter. Brauchen wir einen Scooter? Ne, ich auch nicht. Ne, wir sind nicht genau daneben, wir sind genau dahin. Okay. Unter uns ist... Julius, dann anziehen. Entweder eine Leiche oder jemand... Leiche. Leiche. Ja, gut. Gut, go, go, go. Wir haben keinen Alkohol-Antwort, oder? Keinen Ethanol, ne. Nicht, dass ich wüsste. Ja, das ist aufgrund verwältigt. Die Knarre zielt auf Geron. Sehr neu, sehr neu. Ich kann gucken, ob wir den irgendwie... Also einfach straight runter, ja? Ne, ne, äh, nach... Ihr müsst nach rechts, ihr müsst nach rechts. Geron hinterher. Genau. Ihr seid jetzt auf dem richtigen Weg. Ein bisschen höher müsste die beiden nachzugreifen gehen. Und jetzt weiter nach rechts. Da ist es ja. Ja. Ich sehe es... Warte mal. Das ist vermutlich der Antrieb. Also ich vermute mal, dass ihr nach oben müsst ein Stückchen. Ja, wir müssen nur rum... Weil es liegt unten auf. Deswegen, wir können da vermutlich nicht rein. Oh, warte mal. Hier ist eine Luke. Oder? Mit dem Knopf? Ja, mit dem Knopf kann man sie öffnen. Okay. Allietos, kommst du rein? Ja, ist drin. Okay, ist drin. Achso, warte mal. Wir können mal... Können wir die Lupe zumachen wieder? Ja, wir können die Lupe zumachen. Ja, wenn drinnen Luft ist, dann... Nee. Empfehle ich euch die... Ich höre was. Rechts von uns. Ja, das mit dem... Luft ist so ein Thema. Hier rum geht es dann wieder raus. Ja, ich würde es anlassen. Wenn kein Luft da ist, dann ist es egal. Das war nur, falls du es anlassen. Unauthorized access. Halleluja. Okay, aber... Ah, warte. Da, hier ein Husk. Das ist ein Alien. Hab ihn. Sorry. Ihr müsst mal gucken, wenn ihr irgendwo nicht reinkommt, kann es sein, dass ihr... Hier eine Brechstange immer noch rein. Ja, entweder Brechstange oder ihr findet eine Leiche, die eine ID-Card hat. Hier reinkommen. Hast du gerade Coolios? Kommst du noch einen Ticken rein? Lass dich die Tür zu machen. Äh, okay, ja. Äh, ich habe hier den Typen, den Adern auch schon gelootet. Ja. Gut. Äh, wir hätten hier... Oh nein! Wir hätten hier noch die Dings gehabt. Oh, warte. Jetzt können wir atmen. Ja, jetzt können wir atmen. Äh, einfach den Fahrzeug ausziehen. Ne, das Problem ist, wenn wir den jetzt ausziehen und dann halt später das brauchen... Ja, genau. Ich würde es einfach... Wie kann man den Helm auch nehmen? Gar nicht. Ganz gar nicht. Okay, hier hol mal aus dem... Gullius, äh, stell mal deine Tasche ab. Äh, deinen Korb ab. Okay. Mach die gerade noch beladen. Achso, okay. Ich habe es nicht gesehen, sorry. Ich wusste nicht, dass du das auch kannst. Okay, cool. Ah, sorry Gullius, einfach ignorieren. Ich habe dich als Dropouts Versehen benutzt. Ah, okay. Ich wollte eigentlich... Speichert schreiben. Oh, hier ist ein Diving Suit. Oh. Ja, wir können ihn leider nicht mitnehmen. Echt? Ne. Wo ist denn die Box jetzt hin? Hat die jemand vielleicht mitgenommen? Ich habe die mit... Ja. Ah, okay. Sorry. Kann der Diving Suit zufälligerweise in die Box reingeschmissen werden? Ne, ich habe es auch probiert. Ah, schade. Ähm... Seht ihr jetzt immer eine Pumpe? Ne, ich glaube wir kriegen das auch nicht auf. Ähm... Habt ihr hier alles? 1,2,3. Ansonsten... Ähm... Könnte man natürlich versuchen... Warte mal, was ist das denn hier? Mit Maske rauszuschicken. Können wir das machen. Maske. Wo ist denn die Box jetzt hin? Ja, und dann schnell rüber. Ja, ich hier, die Box. Hier, ich bin die Box. Gullius bei dir. Das machen wir... Ähm... Wenn die anderen da sind, dann müssen wir den Weg zeigen können und wir ein bisschen näher ran gefahren sind. Ach... Das ist die Leiche, das... Weiß ich. Weil wir wollen ja nicht, dass du zu lange dann draußen in Wasser bist. Ich bin die Box nicht mehr. Ja. Welche Box? Du hast sie in der Hand? Ach so... Ja. Sorry. Ähm... Ich stelle sie ab. Warte. Hier. Da liegt sie jetzt. Das ist nicht mehr, was ich reintun wollte. Ähm... Lass mich die mal wieder nehmen. Ähm... Ähm... Tür kriegt man auch mit dem Plasma-Karte auf, oder? Ja. Na gut. Versuch mal. Versuch mal. Warte, warte. Noch nicht schneiden. Erstberich... Ich hab ne ID-Card. Also... Ähm... Was steht drauf auf der ID-Card? Ähm... Keine Ahnung. This ID-Card allows access to most of the rack provided to store is entrusted shut. Okay, cool. Chip-Rack ID. Ja, dann... Sollte das kommen zu mir. Ne... Ne, da hab ich kein ID-Card. Schade. Moment, ich guck mal, ob ich die aufmachen kann. Ne, unauthorized access. Hast du bei dir deine ID-Card? Ah, da hast du deine ID-Card? Ja, pack, 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 pack. Ähm, du kannst deine ID-Card übrigens bei dir austauschen, ja? Ja, das hab ich gemacht. Okay. Ah... Mach dir die Strenke zu lang? Ich zieh sie wieder an und schmeiß die anderen auf den Boden. Okay, Achtung, wir müssen jetzt Sauerstoff tauschen. Achso, ja, ich hab schon. Hab ich auch schon. Wir sind dem Ticken voraus, was das betrifft. Äh, bei sowas bitte, äh, Hinweis ans, äh, Außenteam, bitte immer Bescheid sagen, wenn ihr Sauerstoff tauscht, damit alle immer nochmal auf Sauerstoff gucken können. Okay. Ähm, ich würd hier die Luke immer aufschneiden. Ja. Da unten ist ein Monster, ne? Siehste. Äh, ne, sehe ich noch sehr gut, aber... Der Kopf kommt, der Kopf guckt da durch. Okay, warte, dann komm ich da mal... Genau, du bist nebendran. Äh, ja. Gut, mal da ran. Okay, jetzt. Geronimo. Ja. Ich bin dann auch gleich weg, sobald die auf ist. Mhm. Sagt's auch nicht. Ah, es ruckelt. Au. Äh, die eine Husk ist tot. Shit. Da ist noch einer zwischen. Also auf dem Weg zu mir. Hab ihn. Oh, scheiße. Ne, ist alles gut. Leben alle noch? Ne, der lebt noch. Ich lad nach. Äh, ich bin verletzt. Braucht ihr Verstärkung? Ja, würde ich nach dem Kampf machen. Ja, bitte. Scheiße, ich hab daneben geschossen. Ja. Warte, Halilthus, geh aus dem Weg. Äh, ja, genau. Hab's er, hab's erledigt. Gut. Ähm. Bleeding und Gunshot wound. Na gut, okay. Ja, du bist nicht aus dem Weg gegangen. Sorry, alles gut. Ähm. Also wenn ihr Verstärkung braucht, sagt Bescheid. Haben wir nen Medic da? Ja. Ja, aber der kann dir jetzt nicht versorgen, glaube ich, oder? Ja doch, was brauchst du denn? Äh, wie gesagt, ich hab einen Gunshot wound und bin Bleeding. Ah, okay. Ähm. Ähm. So, und nochmal ein Red Bull hinterher und... So. Ne, jetzt hier. Äh, ansonsten der zweite Medic, der gerade da ist, könnte jetzt mittlerweile mal vielleicht meine Beine noch reparieren. Das wäre nett. Ähm. Ich glaube, dir geht's jetzt besser. Ähm. Ja, mittlerweile, mittlerweile... Nein, ich bin nur im Außenteam. Achso, ne. Im Außenteam, genau. Welche Beine? Von wem? Von Captain. Äh. Vorsicht, zweit... Wollen wir die zweite... Äh, wir auch gleich noch machen, oder wollen wir... Ja, wir unten sind nicht mehr. Ich hab keine Munition mehr, ne? Okay, ähm. Dann... Ich hab vier Schuss für die Pistole. Ui. Ui. Äh, Gerun, ich hab hier ganz viel Zeug. Okay, nochmal zwei Brechstangen. Ne, Moment, helf. Ach, ne, da, sorry. Das war... Wo bist du? Ich hab noch... Überprüft bitte euren Sauerstoff. Ich bin jetzt nämlich an der zweiten Flasche, äh, im blinkenden Bereich. Ja. Ich würde erzählen, wir gehen einmal zurück, holen neue Flaschen und kommen wieder. Genau. Okay, ich hab noch zwei. Wenn ihr dann zurückkommt, könnt ihr quasi auch unseren freiwilligen Apnoe-Taucher mitnehmen, und der dann den Zwiet holt. Ich bin dann den freiwilligen. Äh, nein, wir können... Darf ich kurz? Ja. Ja. Ich hab den Sauerstoff. Gut, also, ich habe zwei Sauerstoff hier, ein Sauerstoff ist in dem Suit. Einer könnte den Suit einfach wechseln. Ich schwimm mal nach links, wenn die nicht aussieht. viel Zeug rumliegt. Über die Harpune, die ich für Gero... Ah, ich mach die Harpune mal, wenn ich sie wieder kriege, in... Ne, ich mach... Ich mach erstmal zwei Sauerstoff in das Sludge, die Kalb in das hier drüber. Ja. Könnt ihr euch wieder raus. Dann versuche ich an die Harpune zu kommen, die mach ich da auch rein, dann kann Gero sich die Harpune wieder nehmen. Ja. Harpune ist geladen. Das heißt, ich hab einen Schuss. Warum stack ich jetzt? Ähm... Ich würde die beiden... Also, habt ihr alle genug Sauerstoff oder nehmt die beiden Tanks auch? Ja, nimm sie. Okay. Kann wieder übers Schiff laufen, das ist toll. So. Jetzt würde ich mal gucken, ob ich den... Anzug tauschen kann. Ja, genau. Ich hab den Anzug jetzt einfach getauscht. Damit hab ich auch wieder vollen Sauerstoff. Äh... Hab nötig, aber kannst du übrigens vergessen, weil wer so weit rüber geht, ist halt in Streetcrush. Ja. Okay. Das ist zu weit weg. Ja. Ich hätte sonst gedacht, wir bewegen uns ein bisschen näher ran. Nee, das... Du wärst jetzt so drei Sekunden in dem Druck. Das hast du vergessen. Aber man kann halt vielleicht den in beiden Händen transportieren. Muss man halt gleich mal gucken. Mhm. Äh... Wart ihr alle Leichen, die schon weggegangen? Ja, da sind überall noch mehr von den Eiern, von den Parasiteneiern drin, die wir das nächste Mal wahrscheinlich hauptsächlich verkaufen können. Nee, wir können den nur equipmenten tatsächlich, wenn man links klickt. Äh... Navigation braucht Reparation. Ich bin gerade... Äh... Was meintest du, Geroen? Man kann den nur equipen, wenn man links klickt. Man kann ihn nicht... ...grammen. Ähm... Frage ans Außenteam. Wollen wir die zweite Tür auch noch öffnen? Nicht jetzt. Ja. Okay. Ja, dann nicht jetzt. Weil... Also wie... Der ist jetzt nicht auf dem Boden. Sorry. Ich habe nämlich versucht mal rauszuholen und in die Hand zu nehmen. Geht nicht. Das Ding ist halt, ich habe keine Munition mehr. Okay. Dann komm lieber zurück. Ja, dann guck ich, dass ich diese Kiste noch mitnehme. Ja. Gut. Alle bereit? Ich mache die Tür wieder auf. Ja. Mach noch kurz, bis du da bist. Ja, sorry. Zu spät. Aber er ist ja da. Ja. Wir kommen hier, glaube ich, auch nach oben raus. Ja. Wir müssen nicht in die Tür gehen. Uh, spannend. Äh... Navigation, das Außenteam einfach nur nach links oder müssen wir die Höhe noch anlassen? Ich glaube nur links und dann müssen wir runter. Äh... Ja. Links und runter. Ein Ingenieur bei den Batterieteilen hochkommen. Gut. Er war geradeaus jetzt. Dann kommt er noch zu. Ja. Das Schiff ist gesichtet. Gleich muss ich mal nach den Infections gucken, weil ich habe bei Geron zumindest gesehen, dass er gerade infiziert ist. Oh. Ah, okay. Dini war schon da gut. Mh... In Sanitat war schneller. So, ich bin oben. Okay. In der Schleuse. Warte, ich komme hier. Ich bin auch drin. Kommt hier raus? Oder wo soll ich... Ah, sie sind gerade irgendwo rein. Gut. Hedietus. Okay. Tür zu. Ich mach mal das von Navi da an, damit ich euch sehe, wenn er zurückkommt. Ja. Die sind drin. Okay. Vorsicht, wir sind zwei Zombies. Ähm. 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 Das... Ja, dass wir... Keine Probleme haben. Hm. Autsch. Wann wir jetzt wohl respawnen, Gullius? Wahrscheinlich an der nächsten Station. Bad. So. Okay. Das nächste Mal auf jeden Fall mit so einem Antidote einfach nur hingehen. Ja. Das... Äh. Das ist der... Zombie? Ich schieße, ich schieße, ich schieße. Ja, wir sind Zombie. Ich schieße einfach. Ich schieße, ich schieße. Ja. Ja, komm. Ich hab nichts mehr. Nice. Du hast mich nieder. Ähm. Guck danach auch, ob ihr... Infiziert rein. Absolut. Also ich weiß nicht, ob ich... Ob ich tot bin, ne? Äh. Alietus? Ah, okay. Ja. Kann mal jemand oben noch Waffen holen? Nö. Nö. Äh. Dings. Da ist eine Pistole. Hier, äh. In dem... Achso, scheiße. In dem Raum, wo jetzt Gullius drin ist. Na, super. Weil irgendwo hatte ich... In einem Supply Schrank hab ich einen Revolver reingetan. Ja, meine Munition war alle. So. Ja, mein... Ein voller Revolver. Mehr Munition. Gut, ich... Und ja, ne. Rein prinzipiell hab ich das schon getan, aber... Ja. Hat's den wiedergelegt? Trotzdem erstmal noch. Okay. Ruhe. Sind sie alle tot? Ja, checkt mal jetzt noch Lasse und... Halietus. Wegen Infektionen. Sehr schön. Sehr schön. Gut, ähm... Was effizient ist, wenn ich auch sterbe, weil ich gerade super wenig Leben inzwischen hab. Vielleicht nicht verkehrt? Ähm... Ne, aber warte mal. Wir respawnen grad nicht. Ja, aber... Stimmt. Ja, ja, warte mal. Wir schmeißen mal eure Pallons alle weg. Äh... Warum das denn? Ja... Ne, einfach wir klauen sie euch alle, damit wir die selber oder die da verwenden. Ja, definitiv. Ähm... Wir haben hier ein bisschen zu wenig Platz mit... Äh... Äh... Genau, ich hab ne Toolbox nämlich auch von den anderen geklaut. Spreiß einfach auf den Boden. Einfach auf den Boden. Spreiß 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 einfach auf den Boden. Weg da, weg da. Geht aus dem Weg. Oh! Äh... Geht aus dem Weg. Äh... Wollt ihr den nicht umbringen? Ja. Gut. Sehr schön. Ich glaub der ist nicht tot. Äh... Kann man die Infektion nicht heilen und die dann reanimieren? Nein. Dann muss die Infektion vorher heilen würde ich schätzen. Ja, ja. Deswegen. Infektionen heilen. Danach Reanimation einleiten. Ne, ne. Weil wir sind auch tot. Also ich seh auch das nicht mehr mit. Was? Ja. Achso. Ihr seid komplett tot. Okay. Wende siehe. Schmeiß uns grad in die... Mach das mit dir. So. Oh Gott. Ne. Auch die Infektion hat das ja gemacht. Können wir die Leichen... Ist das dein Ernst? Die Leichen schmeißt du über Bord. Ja. Das sind infizierte Leichen. Die lassen wir nicht in Engineering liegen. Okay. Ähm. Haben wir die Leichen alle gelootet? Weil wir hier unten... Also die erste Leiche ist gelootet. Die liegt jetzt schon in der Schleuse. Äh. Wende siehe nimmt auch... Genau. Den Korb. Genau. Holt alles raus. Äh. Bitte mal hier den Taucherausrüstungsdings reinkommen. Jemand. Und bitte den ganzen Loot. Haleetus ziemlich mal wirklich raus raus in die Loot. Äh. Genau. Auch Wende siehe macht schon. Wunderbar. Und den Käpt'n das mal tun. Oh, die sind die. Ist der Diving Suite, denke ich. So. Diving Suite macht doch mal die Hedge auf und und fahren für Banken. Ja. Aber auf jeden Fall jetzt sehr viele Crowbars und ein paar technische Komponenten, die wir wahrscheinlich schreddern können für Russlosen. so. Was? 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 Ich lebe noch. Was? 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 Nice Dini. Hau ihn. Dini los. Ja. Du wield ihn. Go. Schiff ihm. Schiff ihm. Schiff ihm. Tu ihm weg. Du kannst mich quasi auch nach draußen schmeißen. Okay. Nee. Warte. Erstmal. Ja. Nee. Ähm. Andere Frage. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit einem größeren Shift nochmal an, weil Skills sind jetzt eh weg oder so. Also bei den meisten. Ja. Sollen wir nochmal? Es sei denn, jemand möchte die Skills wirklich behalten. Also ich meine, jetzt haben wir, wieviel? Fünf Tote von sieben. Nein. Drei Leute leben noch. Genau. Keine Infizierung. Äh, stimmt. Vier Leute leben noch. Vier von vier sind tot. Vier von vier. Vier von vier. Schön, wie wir Benebenden diskriminiert werden. Okay. Da kann ich wohl nichts mehr tun. Äh, ich meine, vier von acht so rum. Guckt mal bitte alle nach, ob ihr infiziert seid. Oder ob ihr irgendwas habt. Das kann der Medic hauptsächlich mit seinem Medic Scanner. Die anderen sind da so ein bisschen... Ja, ja. Doch, äh, du siehst das bei dir selber, ob du so eine Infektion hast, wenn du über dir so ein kleines blaues Symbol hast. Über deinen, äh, Dings. Sieben Prozent Verbrennung. Okay, das ist in Ordnung. Haben wir überhaupt... Nee, mein T-Shirt ist okay. Ich schreibe, wenn ich was hab. Die wichtige Frage ist, ob wir überhaupt Gegenmittel gerade. Ist... Ähm, den Sangitjas hat grad gesagt, dass er noch ein bisschen Gegenmittel hat. Ja, der sollte auch was nehmen. Ja, das hab ich jetzt auch festgestellt. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich die Infektion wiederbekommen hab. Ungünstig. Ja, weil du die... Bleib mal stehen. Du wirst ständig von den Dingern angelutscht, glaub ich. Nein, das ist nicht das Problem. Er behandelt seinen Biss nicht. Äh, ich hab das so oft verbunden, wie physisch möglich ist. Ja, verbinden wir uns bei dem Biss nichts. Ey, Morphine. Das gesamte Schiff nach Morphine lückst du. Äh, wie kann ich den da hinten rauswerfen? Dini? Du musst... Äh, er zieht dir einen, äh, Taucheranzug an. Hoffentlich einen, wo Sauerstoff drin ist. Am besten den, den der Venesil grad gedroppt hat, weil der war mit Sauerstoff. Genau. Brennungen sind völlig in Ordnung. Prüf aber nochmal nach. Hat der? Ja. Gut. Dann, ähm, geh zurück zur Schleuse. Äh, nach rechts, genau. Genau. Äh, greif mal wieder meinen toten Körper. Hab ich. So, dann... Hinter dir ist ein Schalter. Den einmal drücken. So. Ja. Der braucht noch was. Der tut aber nichts. Der sollte die Tür eigentlich aufmachen. Ja. Ah, doch, jetzt war er. Ach so. Genau, jetzt. Und jetzt kannst du wahrscheinlich die Schleusentür aufmachen. In der Mitte. Genau. Genau. Dann lässt du links den Knopf wieder machen. Äh, noch ne Frage. Genau. Jetzt einfach den Knopf wieder drücken. Okay. Und jetzt unten den Knopf drücken. Okay. Sobald ich den Prüfer... Nein. Keiner. Du hast den falschen Knopf nur nochmal gedrückt, aber... Genau. Nein, nicht lasse. Bloß nicht. Nein. Ne, nicht aufmachen. Ich muss jetzt erst mal auffinden, um sich das Wasser wieder zu machen. Also... Nein. Wow. Ähm... Das war der falsche Weg? Ja. Du musst da wieder rein, denselben Knopf wieder drücken, dann versuchen nach rechts zu schwimmen und der Knopf auf dem Boden. Also siehst du hier diese drei Knöpfe? Ja. Der linke und der rechte obere toggeln jeweils die zwei Schleusentore. Das untere toggelt das Tor noch außen. Und zum Thema so oft verbinden wie geht. Äh, in diesem Spiel ist es nach allem, was ich bisher gemerkt habe. Äh, einmal verbinden und warten, bis man sich heilt, weil Realismus oder so. Äh, Lasse. Okay. Oh Gott, ey. Lasse, du hast mir grad voll den Schock eingejagt, ey. Aber halt nicht dreimal hintereinander heilen oder so. Wo ist die dritte Leiche? Äh, unter dir, Dini. Genau da. Ja. Die anderen zwei haben mir grade zugeschaut, statt mir mal zu helfen, die dritte Leiche ranzuschaffen. Ich guck grad, was du alles hast. Warum liegen hier jetzt die Leichen wieder... Äh... Dupfen, Schrauber, Schwindkunden, Verbrennung. Ich glaub, ich muss sie mal heilen. Warum schleppen wir die Leichen jetzt wieder aufs Schiff? Nein, nein. Die sollen wieder zurückgeschoben werden, aber... Die wurden vom Wasser reingeflutet wieder. So, und ich hab gleich die Leiche, weil ich die ganze Zeit bisschen Scheiß antrage und die Leiche durch die Gegend schleppen muss. Dann lass sie verhalten. Hol dir Sauerstoff. Ich wüsste nicht... Da unten sind noch welche, genau unter dem Anzug. Ah, okay. Alles klar. Ah ja, also für die Leute, die jetzt zum ersten Mal reinschauen, äh... Damit ihr bescheiden wisst, was hier grad abgeht. Ähm, wir sind hier grad bei Barot Trauma unterwegs. Wir sind heute zum ersten... Also, die meisten von uns sind heute zum ersten Mal unterwegs. Ich glaub, Wendesil und, äh... In St. Gettos, was sind die einzigen beiden, die ein bisschen damit Erfahrung haben? Und glaub auch der Gullius noch ein bisschen. Obwohl, ne, der Gullius hat glaub davon nur gehört. Aber hat keine Erfahrung damit. Genau. Und wir sind eigentlich hier zu acht jetzt in diesem... Äh, die, äh... Genau. Wir sind zu acht, äh, gerade in diesem U-Boot unterwegs. Und versuchen hier grad eine Mission zu machen. Das Problem ist bei einem... Bei einem Versuch hier dieses U-Boot hier draußen zu looten, haben... Haben Gullius und ich uns infiziert. Achso. Ich hab ganz viele davon dabei, weil wir die verkaufen könnten wahrscheinlich. Scheiße, warte, Lasse ist... Lasse ist jetzt auch tot. So, äh... Fünf von acht. Äh, Dini, Achtung! Oh shit! Nicht... Nein! Oh Gott! Du hier grad unser U-Boot? Kasse! Dini, schwimm raus. Ich glaub, das ist am einfachsten. Macht bitte zuerst unten mal zu. Genau, mach doch den unteren Schalter von den beiden. Ja. Ja. Äh... Äh... Weißt du, da ist nochmal kurz fünf Sekunden AFK und komm zurück und sieh wie das U-Boot gefühlt wird. Natürlich. Okay. Jetzt weiß ich, wo ich Parasite her hatte. Warum hatte ich dich... Oh mein Gott. Einmal für Klick. Ja. Ähm... In Sankitas, da ist ein Lasse in dem, in dem, in dem Sud-Raum und der will dich fressen. Echt? Ja. Heldenhaft. Äh... Sollen wir nochmal anfangen? Was ist hier im Knaus dabei? Beforschungszwecke, Kapitalismus, alles mögliche. Ja. Oh mein Gott. So. So. Äh... So ungefähr. Eine Frage, sollen wir nochmal anfangen? Ja. Ja. Okay. Dass unsere westliche Kuh nichts schafft, äh... Quasi Leichen... Gut. Dann vote ich jetzt... Warte, dann mach ich nicht, ich vote nicht, sondern ich beende die Runde, okay? Ja. Gut. Oh mein Gott. So. Und wir wissen beim nächsten Mal, wenn die Weh auf Außenmissionen gehen, nimmt irgendwas gegen Infektionen mit. Genau. Wissen wir jetzt. Aber, das war doch jetzt schonmal sehr gut. Alle haben jetzt Erfahrung gesammelt in ihrer ersten Mission. Wir können jetzt alle nochmal einen neuen Job wählen, wenn wir wollen. Und wir können vor allem, ganz wichtig, ein neues Raum... äh... Raumschiff... U-Boot wählen. Ja. So. Gut. Dann nehmen wir jetzt mal die Typhoon 2, äh... Typhoon 2. Und, ähm... Ist denn jeder noch glücklich mit seinem Beruf? Jo. Solange kein Virus in die Hand kriegt. Genau. Solange Lasse bitte die Finger vom Virus lässt, ist alles okay. Oh, was ist dann da? Schulte jemand, dem die Daten hauen. So. Ähm, genau. Diesmal fangen wir bei Set an. Achso, warte mal. Ich glaube wir müssen... Ich werde sogar vermuten, du musst einen neuen Server aufmachen oder so. Ne, ich müsste einfach die Kampagne neu starten. So. Ja, okay. Genau. Und dann fangen wir hier nämlich bei... Medical Doctor geworden. Oh nein. Alle können nochmal ihre Job Preference anpassen und ihre Appearance, falls sie das wollen. Haben wir denn direkt von Anfang... Genau. Wir können jetzt auch direkt am Anfang hier ein paar Fuel Rots kaufen. Ich würde mal sagen... Ja. Ja. Wir kaufen uns irgendwie so 10 Stück. Ja. Ja. Warum habe ich die Medical Doctor auf einmal als Char? Ich weiß es nicht, hatte ich auch. Ähm, hast du auszusehen einen zweiten Job ausgewählt? Nee. Ich war ja gerade noch Engineer. Also Nuklear Engineer war ich gerade. Nee, ich meine... Ähm, du kannst ja oben bei deiner Job Preference eine erste, die zweite und die dritte Wahl geben. Nee. Hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Okay. Kannst du den noch auswechseln? Vielleicht... Ja. Okay. Gut. So. Hm? Alles okay? Gut. Ähm... Herr Hund, wenn du eh gerade beim Einkaufen bist... Ja. Kannst du mal nach dem Gegenmittel noch suchen? Ja, das wollte ich nämlich auch gerade noch... Ich suche da auch gerade schon danach. Okay. Danke. Hm? Nachdem, seid ihr alles okay? Mhm. Okay. Warte mal. Äh... Wir machen hier kurz eine kleine, kleine Stream Pause. Ähm... Wir sehen uns jetzt in... Keine Ahnung. Sagen wir mal... Äh... In 10 Minuten sehen wir uns wieder. Bis dahin hört ihr uns, seht uns nicht. Und äh... Holt euch mal einfach Wasser. Sorgt mal nach euch. Und äh... Genau. Steht mal vielleicht ein bisschen auf. Okay. Vielen Dank für letzte Nacht. Das war echt schön. Ich war zu schade, dass du einfach gegangen bist und... Nur ein bisschen Taxigeld da gelassen hast. Aber es war schon schön. Wir haben heute, äh... Wie gesagt, hier Kitty dabei. Schumi, der uns gerade sehr, sehr arg flashen wollte. Und Vieh. Und wir spielen Monster Prom. Just FYI, falls ihr nicht mitbekommen habt. So... Gummy, please don't. So, ich will keine Tafel auf den Kopf kriegen. Nein, das ist nicht der Fall. So, yes, it was supposed to be food in yours, obvi... Weißt du, wie lange wir gebraucht haben, das auszurüsten? Sehr. Drecksack. Okay. Oh, jetzt haben wir wieder... Ja... Danke. Schön. Und ja, Dorado, das war Gami. Ich geh jetzt Pfannkuchen essen. Viel Spaß. Viel Spaß. Tschüss, Chat. Du kannst doch einfach da oben rein. Genau. Tschüss. Ah ja, Dorado schreit, Gami! Ja, das bin ich. Offensichtlich. Aber ich habe wirklich die Wahrheit gesagt. Er ist aus dem Raum rausgegangen, wo das Blutpaket gefehlt hat. Ja, wenn du das getrunken hast. Ja, aber es ist tatsächlich wahr gewesen, dass er da raus ist. Und da kommt scheiß Minensucher durchs Fenster rausgeguckt. Ich glaube es nicht. Und jetzt... Ich komme angelaufen. Lauf, Sprint, 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 Sprint und... Action Hero Jump! Oh, nein! Oh, und vor allem du bist einfach an die Leiter dran gesprungen. Du hättest halt voll auf der Leiter landen können. Nein, 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 nicht mehr. Tschüss, tschüss. Wo ist die Meier-Jungs? Schade, ich habe dich auch nicht mit dem... Nein, komm, ich bin drei. Komm, ich bin drei. Äh... Hartsteuer-Board. Ver... Kümmert euch nicht um mich. Ne, wir müssen ja Hartsteuer-Board umgehen. Ihr seid ja zwei Minuten weg und ihr verliert Jörn? Ja. Nein, 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 niemals. I'm alive! I'm alive! I'm alive! Jetzt wusste man die ganze Scheiße hier wieder raus. Was ist das für ein Stück? Nee, alles raus! Oh, Shit man! bin alleine groß go go biker ranger mich hat vom motorrad gehauen genau juji es war ein tentake nur ein tentake kleine schwester also falls ihr die noch nicht kannte dass die kleine pia und genau wie spielen jetzt hier dieses witzige pferdespiel so wir sind jetzt auf diesem martinshof also du hast den film gesehen ja ich kenne alle vier teile ok und wie findest du die so warte mal warum ist jetzt warum hauen jetzt alle auf mich ein ich bin ja gerade hier alle hilfen geteppen irgendjemand rührt auch gerade stop shooting at my friends ich habe deren anker mit einer ankerkugel geholt anker hart steuerbord einschlagen dass wir uns drehen sie hat unsere familie verflucht hat nix an aber verträgt eigentlich auch nix und kann nicht aussehen das wäre natürlich unpraktisch das wäre tatsächlich unpraktisch wenn das irgendwie dein skillset wäre wenn wenn ein charakter so geskillt ist das eigentlich doch rüstung braucht bräuchte aber du ihm keine rüstung gibst das ist ein kaputter ghost talk kriegsverbrechen wurde jetzt gegangen warte mal was warum danke fürs runterholen jucano du kannst nicht einfach in kriegsgebiet reinfliegen ohne bescheid zu geben so ich blute hier fährt gleich noch mich drüber ich habe mich doch gerade erst verbunden du hast noch das war doch jetzt noch gut außerdem am 27 haben wir da noch eine großmission oh what the shit hast du das gerade gesehen der so ein kickflip gemacht hat oder was auch immer so ein olli was hä was ähm ähm das kriegst du nicht hin du hast du kackfliesen hast du kackfliesen nein ich kann nicht mehr sprinten wer ist im boden verschwunden wer ist im boden verschwunden wie geil vor scham dass er nur nicht mal so mit nichts an irgendwie killen kann da dachte das ist oh ne da kann ich mich nicht mehr dicken lassen da schläft das passt auch gerade zu dem lied das ist auch eher ein schlaflip was wir da spielen ja und die kasse fangt dich ab wie eine richtige kasse und hallo herzlich willkommen wie schön dass ihr immer noch da seid ähm genau wir haben uns jetzt hier für den einkauf besprochen äh und auch ein bisschen viel wasser geholt ich hoffe ihr habt das auch getan ähm ne wasser ist gut außerdem ganz scheint gibt es die arena wieder das heißt alle die in meinem chat sind und äh stream beans boden sammeln wollen können mit ausrufezeichen fight ein paar boden vielleicht ergattern wenn jetzt tatsächlich alle 20 leute die hier gerade zuschauen mitmachen dann sind das 40 potenzielle boden die ihr absahnen könnt also 38 zusätzlich weil zwei habt ihr ja selber gezahlt und äh also würde es sich doch lohnen würde ich sagen ne gut dann äh wir haben jetzt hier eine neue kampagne angefangen nachdem wir das alte schiff hier zu grabe getragen haben das war dann die unzerknirschte Nummer 1 ja gut wir haben uns selber zu grabe getragen indem wir uns infizieren haben lassen meinetwegen okay äh aus den Fehlern also aus den ganzen haben wir jetzt gelernt äh die Leute die jetzt auch ganz frisch dabei waren haben jetzt auch ein bisschen was daraus gelernt äh ich glaube von der Zusammensetzung an Jobs haben wir immer noch dieselbe Auswahl gehabt ne oder? ja gut genau gut ähm wir haben jetzt außerdem also wir haben jetzt zweimal äh für die Kolkern nochmal Munition mitgenommen äh zwölf Harpunen einmal SMG Magazin weil wir haben glaube ich nur eins von Anfang an dabei äh ich hab zwei Toolboxen mitgebracht weil die super praktisch sind von Dingen tragen auch wenn wir dann vielleicht äh Away Mission haben zum Looten ich hab tatsächlich drüben eine beim letzten Mal gesammelt die hat irgendwie zwölf Flächen du kannst halt echt viel Shit reinpacken äh ich hab vorhin mitbekommen dass außerdem einmal Welding Fuel leer gegangen ist deswegen hab ich davon zwei mitgebracht ähm warte Insagitas war das glaube ich der das angemerkt hatte oder? ja ähm du hattest auch gesagt aus aus was das besteht aus was besteht denn Welding Fuel? Aluminium und Alkohol wir können natürlich auch die Ressourcen einfach holen ist das billiger? da ist es äh Alkohol ja Alkohol ist einfacher Aluminium kriegen wir auch indem wir diverse Dinge die wir packen okay ja aber Aluminium kostet tatsächlich 42 und äh Alkohol 20 und die Welding Fuel Tank kostet 50 aber es kostet uns ein bisschen Strom also ein Teil von unseren Fuel Rots äh also nein ja also ich mein halt ein Aluminium 42 ein Alkohol 20 das heißt 62 wenn daraus jetzt nicht irgendwie drei Fuel Tanks werden ja so einer ja ja dann lohnt sich das nicht aber dennoch äh nimm mal bitte ein bisschen Alkohol mit einfach nur damit wir für Notfälle was da haben hab ich genau also weil ich hab zwei Battery Cells noch eingepackt wie gesagt zwei äh Fuel Tanks für den Welding zehn Calyxanide das heißt jeder hat eine Portion und dann haben wir noch in zwei Reserve eine Dosis davon ist übrigens dreimal spritzen das heißt das ist sehr sehr viel okay äh geh mal ein bisschen runter naja wir haben das Geld meine ich ja wir haben aber noch keine Verbände wenn ich das richtig sehe die sind ein bisschen wichtiger okay dann hole ich die gleich dazu und dann äh reduzieren wir äh sonst hab ich auf sechs oder so okay Calyxanide dann hätten wir noch äh sechs Ethanol äh zehn Opium 20 Uranium weil äh stellt man aus zwei Uranium einen Fuel Rod äh nein aus einem Punkt Uranium äh Blei und Eisen äh okay das heißt da müssen wir ähm Blei und Eisen kriegen wir aber aus einer verbrauchten Fuel Rod ja okay das heißt rein prinzipiell könntet ihr jetzt mit 20 Uranium und 20 Dinge wieder herstellen ja okay dann äh ja Frage zwischendurch ja haben wir genug Waffen um im Falle eines erneuten Zwischenfalls die Crew zu bewaffnen nicht alle aktuell glaube ich wir haben wir werden vermutlich eine oder zwei Harpunen haben wir werden eine SMG haben wir werden eine Schrotflinte haben glaube ich und ich hab meinen Revolver das reicht aber wenn die Munition nicht ausgeht genau äh man steht sich eh eher im Weg rum wenn man mehrere Leute kennt genau da muss man ernsthaft aufpassen so außerdem habe ich noch sechs von den Railgun Shells genommen weil beim letzten Molluskampf ist tatsächlich wir hatten nur noch zwei Schüsse und ähm das will ich nicht riskieren dass wir dann den verkacken so du hattest noch gesagt du willst ähm noch Verbände dann musst du mir in Material Natural Fiber oder sowas heißt es glaube ich Balli- ne nicht Ballistic Fiber äh Organic Fiber Organic Fiber ja okay wie viel brauchst du da äh mach mal so sechs vielleicht oder zehn mach mal zehn die kosten ja so nicht so wirklich viel genau gut dann mach ich dir weniger Opium hattest du gesagt ach ne weniger Calyxanid hast du gesagt genau mach da mal so vier weg dann haben wir jetzt 2000 dann haben wir stattdessen noch es gibt äh antibakteriellen Kleber oder sowas anti something something äh äh nämlich anti 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 red Ballistic ach ja und Gratulation so ein Lied zu zwölf Bohnen ist der bei Medical könnte man nicht Theorie bei noch mehr Fasern reinpacken ne Antibiotik Antibiotischer Kleber unter Equipment ah ok hier davon so zwei die sind so wirklich Notfalldinger und unter Material habe ich noch gesehen ein Plaster oder so ne Plaster ah Plasteel Plasteel ja sie sind auch so Verbände die sind ein bisschen besser als die normalen mach davon nochmal zwei warte mal ne die gibt's hier gar nicht die glaubt die müssen wir herstellen doch doch ich hab diese Verbände eben irgendwo gesehen die sind im Equipment unter Plaster ah hier PlastiSeal wie viel wolltest du davon vier Stück 2 3 3 ok ah Plasteel ja gut und das müsste dann von Medic Seite reichen weil ich weiß auch noch nicht so wirklich was man später braucht ok gut so hat sonst noch irgendwer irgendwelche Bedürfnisse äh haben wir jetzt ein neues Schiff oder neue Charaktere oder sind die die alten Neu Schiff neue Charaktere vermutlich also ich hab auf jeden Fall also ich hab ne komplett neue Kampagne angefangen das werden von wegen dem Equipment das man am Anfang kriegt weil mein Schraubenzieher wäre jetzt weg und sonst hätte ich einen Ersatzblock müssen äh ne also du solltest ok die Basiswerkzeuge sind auf der Chip zu produzieren ähm kann na ja wir haben zwei Toolboxes ja sollte man auch mit dem haben ja wir haben zwei Toolboxes ja und ich glaub der Mechanic Take auch eine so das heißt wir haben jetzt auch wirklich alles was wir brauchen äh ich glaub schon gut ähm wie wollen wir extra Fuel Rods bauen oder ihr verwendet einfach die alten wieder ich würd sagen wenn ein Vorrat von irgendwie 4 da ist oder 3 da ist kann man halt die anderen durchrotieren und immer wieder mit neuem Uranium befüllen ok meine Meinung äh ja dann hab ich jetzt nochmal für zwei Stück welche gekauft ich weiß nicht mit wie viel wir anfangen drei da passt schon so ja das ist ja super billig also come on da können wir ja Brennstoffstäbe kosten ja nichts genau genau also ihr habt jetzt Material für ffffff fünf Stück ja dann müssen wir gucken wo wir es hinbringen weil wir haben ja eigentlich auch richtig viel Material schon irgendwie in dem Dixi ah ok ich dachte gerade irgendein random ist gejoint der gulius so das heißt wir sind jetzt glaube ich bereit ich hoffe ihr da draußen auch dann geht es jetzt hier los achso genau wir können wir können wieder den moloch machen oder ein thresher swarm ich wäre eher für den swarm weil da brauchen wir nicht so viel von unserer großen munition ok das bringt uns 6000 das andere bringt uns 5000 ja swarm ok gut das wird jetzt spannend weil ich weiß nicht wo unsere waffen sind das sieht nach der großen waffe aus tatsächlich aber wir googeln das jetzt einfach ja das ding ist wir müssen aber auch direkt anfangen mit mit dem strom ansonsten gibt es haue das problem ist die typhoon 2 finde ich gerade gar nicht aber aber gut zumindest bei der typhoon ist waffe oben links und waffe unten rechts ok das wird bei ist bei der typhoon 2 auch so ich sehe das ja gerade erst mal starten und dann gucken was passiert gut im schlimmsten fall jagen wir uns in die luft und gucken nach unten also dann los geht's jetzt so lie ich glaube die bohnen die du da bekommst die kriegst du direkt auf dein konto aber ich bin mir auch nicht sicher die von die zehn extra bohnen weil du einen kampf gewonnen hast musst du auf der seite genau die quest bohnen sie ist nochmal woanders ok wir müssen jetzt wir haben übrigens wir haben nur eine hapun hier kommen wir raus hier du kommst sonst nicht mehr raus kulios ja alles gut das ist ja auch gut wenn du die gesehen hast das muss ich kann dann halt musste ich ja dann ach die hatch with buttons ist das die nee oder genau wir müssen da jetzt eh nach oben gehen wir müssen ja die ganzen ressourcen abholen gehen ja weiß nicht sieht bei vielen so aus als hätte ich es schon drin ok ja halliotter und ich sind gerade oben glaube ich ich sehe gerade es gibt drei taucheranzüge ja das ist tatsächlich ein bisschen unpraktisch wir haben übrigens links hinten noch eine schleuse wo wir raus und rein können ah nein nein ähm dings es sind nicht nur drei anzüge es sind acht ähm sind acht anzüge die liegen halt nur nicht in dieser aufrechten kammer sondern die sind hier so quer das genau daneben das genau daneben oder haben wir mehrere haben wir mehr acht nie wir mehrere links äh wir haben hinten im schiff haben wir auch noch mal anzüge ok das heißt wir haben genügend wir haben hinten schiff anzüge und wir haben vorne bei dem anderen bei der anderen erde dini ich habe hier oben die organic fiber wo soll die hin wo willst du deine batterien hin wo wirklich was wo willst du deine batterien hin dini von dem battery loader einfach rein damit wo ist der äh ich habe hier zwei neben dem reaktor ok dann bin ich darüber falsch äh die fiber in die medway so ein verteiler rom gibt den habe ich noch nicht gefunden äh der ist hier äh über der bote links links von der waffenkammer ist die medway da sind aber glaube ich keine batterien äh hier also wo ich gerade bin genau hier ist die medway ich bleib einfach die gist ab übrigens wenn ihr euch äh verlauft oder sowas nicht wisst wenn ihr zur äh in kommandoraum reinkommt und euch dieses schiff über sich anschaut da ist nur eine bezeichnung für die räume welcher raum was ist wo ist der link der kommandoraum der kommandoraum ist äh vorne rechts ah ok machen wir jetzt in der konsole ja in der konsole und dann siehst du äh auf der rechten seite auf dem bildschirm ja so eine übersicht vom schiff und wenn da mit der maustürer ah ok ok dann siehst du was los ist so ich habe jetzt noch zwei toolboxes und zweimal welding fuel wo will angie das haben ok oder auch mechaniker oben links äh beziehungsweise oben mittel links äh mechaniker ja wenn ich mich von der türe auch nicht erschlagen lasse dann bleibe ich auch in dem stockwerk ja ich glaube eigentlich muss ich nimm ganz kurz äh abkarten ok ok noch nirgendwo eine rack für kisten dann stell es einfach hin dann sagen oben ist eins äh oben rechts aber stell die kiste einfach hier hin äh dann steht die halt zwar sonst blöd im weg rum aber wir haben sie immerhin 12.000 kisten boy ja ja aber dieses hallo das ist du sicheres space wo man loot reinpacken kann ja wir haben 12.000 davon ja ich sehe macht euch auf jeden fall mit den laufwegen vertraut weil wir haben einige sacker zum erzeugen Kann mir noch mal einer sagen, wo die ganzen Kisten angekommen sind? Die Organik-Kiste liegt vor dem Fenster, nenne ich es mal. Zwischen Waffenkammer und MET-Dings. Ja, war da noch was drin? Die ist jetzt leer, die kann man benutzen. Ich hätte hier eine Kiste mit Opium und Kali-Axid in MET-Bay. Ich habe gerade mal was markiert, da ist was kaputt ist. Das müsste auch alles Engineering sein, doch. Ach nein, das ist ein Fartbruder. Was in der Gunnery ist, wie gesagt, perfekt. Ja, ich nütze das meinige. Können wir nicht mehr. Schön, wir haben es schon aktiv geschafft, um zu überlaufen. Halleluja. So, da steht noch eine Kiste. Wo ist denn da? Ah. Ah. Ah, hier. Ansonsten können wir, ganz ehrlich, Leute, da oben ist ein Schelf. Oh. Wo man das Zeug lagern kann. Ist vielleicht nicht gut, ob das okay. Ja, das Schelf haben wir die ganze Zeit gesucht. Der geht nach vorne. Ja. Äh, ich habe hier ganz viel Uranium. Das kommt auf den mechanischen Pfeilen, aber wir haben keinen Tats da. Also schwarz die Kiste einfach. Der geht nach da hin. Wir haben einen Schaden in der MET-Bay. Hallo. Was für ein Schaden? Metallisch oder elektrisch? Elektrisch. Ich habe ihn markiert und dann nochmal angesagt. Just in case. Ja, das ist das. Okay. Wir müssen praktisch wissen, was genügend wird. Hm. Ja, ich dachte hier noch. Ich dachte, es ist so ein, äh, es gab einen Schaden da. Guck mal kurz drauf und dann weiß jeder, was gemeint ist. So. Genau. Ich habe noch Stuff für die MET-Bay. Goulius, hier bitteschön. Okay. Einmal die Leere. Ich mache mal die Kiste hier hinten hin. Sollte alles für dich sein. Oh ja. Das geht. Oh ja. Oben ist ein ganzer. Okay. Nee. Ah. Ah. Da ist der Shake. Okay. Hier ist noch eine kleine Pumpe. Okay. Gut für das. Ja. In der Armung ist übrigens auch eine kleine Pumpe drin. Ah ja. Ich habe hier euch nochmal eine, eine Kiste. Die vorne. Ach stimmt. Mechanik, die können sich noch, ähm, Masken holen. Okay. Ähm. Und bitte mal an alle Leute, die... Äh. Äh. Sachen, die in der Amory reingehören, auch zu Amory bringen. Weil da stehen keine Pumpe drinne mit Munition, die falsch belagert sich. Ja. Warte mal. Ich wäre es einfach direkt davor hin. So. Weil, das ist alles voll. Ja. Haben wir da auch noch ein Rack für die... Nö. Trotzdem würde ich es einfach hier mit reinstellen erstmal. Äh. Ich habe noch Uran. Wo soll das hin? Autsch. Medic. Keine Cuts. Winter des Schiffs ist links. Winter des Schiffs ist links. Winter des Schiffs ist links. Ist zu packen ab. Ich kann gleich, wenn... Ähm. Guckt bitte, dass ihr nicht die Leiter runterfallt. Da ist so eine Kiste mit Giftzeug drinne. Ja. Weil die bitte... Heute braucht ihr mein Bein. Ist kaputt. Ja. 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 Vier Prozent. Ja. Da... Ja. Ja. Die bitte dann... Äh... In das Medizin-Kabinett schieben. Vier Prozent. Das kannst du auch erstmal behalten. Okay. Wie ein richtiger Arzt. An dir auch Morphium für deinen Verknacksen gleich gegeben. Wenn das... Wenn das dein Ziel ist. Aber dann muss ich dich dem Captain reporten wegen Drogenmissbrauch. Ja. Ne. Ich glaube nicht. Der ist... Also... Oh. Das hat beim letzten Mal schon ein bisschen Ärger gegeben. Sollen wir nicht die Türen? Ja. Wo war jetzt noch was für ein Medic? Hier. Ähm. Ganz oben. Hier bei mir drin. Genau. Lass bitte runter... Weil das Gift muss nicht dort liegen. So. Gut. Ich habe jetzt nochmal draußen in der Station nachgeguckt. Es liegt nichts mehr rum. Ja. Ja. Das ist nur eine Kiste, wo Gift draufsteht, dass kein Gift drin ist. Äh... Wo soll noch Munition hin? Äh... Lass sie mir einfach... Was? Hä? Du hast sie jetzt mit? Die Munition bitte zu den... Armory. Ja. Stell sie an die Armory. Ich mach sie dann rein. Okay. Ich lege sie einfach um den Boden. Ähm... Und nicht wundern. Ich klau mir mal einen von diesen Taucheranzügen und bring den mit zur... Äh... Quasi... Äh... Äh... Bei den Mechaniker... Also bei den Fabrikatoren und so weiter mit... Okay. Dann in Sankitas. Ja. Wo ist das Ethanol jetzt hin? Ich hab grad eine Kiste geholt umscrollen und es ist weg. Ich hab das Ethanol also hier. Ah okay. Ja so richtig viel Platz ist in der Mad Bay leider auch nicht mehr. Ne. Ich hab's doch erstmal in die Kiste gepackt, wo hier drin ist. Ah. Sehr gut. Ich brauche mal das Zeug, das uns Platz bringt auf Dauer. Ähm... Du sollst das auch machen, sonst kann ich auch nicht leveln. Äh... Kannst du auch machen. Ja. Ein bisschen Morphium her... Da hab ich die Kiste. Da hab ich die Kiste reingepackt. Äh... Ansonst... Äh... In unseren Supply Crates sind teilweise äh... Ähm... Auch nochmal da schon sowas drin. Ja. Die bitte nicht da rausnehmen, sondern... Einfach nur Bewusstsein bezeichnen und wieder welche drin sind. Hier. Neu. Mach mal... Lasse mach mal irgendwie so... Drei im Morphium oder vier aus dem Opium. Mach mal drei, da ist wir ein bisschen Opium übrig haben, falls wir Opium brauchen. Äh... Engineering Team. Jaaa... Hier ist grad ne ganze Menge. Okay. Ja, ich versuch grad schon die ganze Zeit nur noch das Schiff abzulaufen. Okay. Soll ich mich helfen oder machst du allein gegen? Danke. Okay. Hoi. Von hier aus? Ja. Ähm... Jetzt nicht wundern, wenn jetzt plötzlich ein Krach kommt. Ich drücke mal auf die... Ähm... Knöpfe bei den Alarmen und guck mal was passiert. Ähm... Dini? Kannst du... Ja? Mithelfen oder nicht mithelfen? Oh, passt. Passt nicht. Wir können sogar ne Farbe einstellen dafür. Sind ja da einige Scheiße. Ne, du kannst jede Lampe, die es gibt, einzeln die Farbe einstellen. Im Endeffekt. Ja, komm mal testen. Mach mal einen Probe-Alarm. Eine Runde Blatt-Alarm oder so. Alles dick. Gehruhn, komm mal zur Scheibe. Äh... Warte? Geh nicht an, geh nicht an. Ich komm. Mach bitte mal... Was, Scheibe? Wo, 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 wo? Hä? Siehst du das auch? Oder ist das nur bei mir so? Was? Okay, Moment. Auf deinem Stream. Okay, ja gut. Bei dir sah es nicht so aus. Bei mir waren meine Beine links. Und ich hab halt wie so ein schwimmender Mensch nach rechts durch die Tür geschaut. Quasi. So nach vorne gebeugt. Okay. Äh... Ja. So, ich hab jetzt eigentlich alles verteilt. Glaub ich. Ups. Entschuldigung. Das war... All-in-Shooter. Ich dachte... Ja, genau. Ist Gehruhn jetzt zum Abschluss beigebe? Nein. Ne, äh... Gehruhn mit All-in-Shooter waren Befehl der an Gehruhn. Sofort. Ja, genau von mir. Äh... Machst du Repairs, brauchst du da oben? Äh... Ich... Ist das ein Zahnrad? Also Mechanical? I guess? Warte mal, kann ich das noch nicht machen? Äh... Ne. Gini, hier bei mir. Halt, du bist gerade so weit. Bei den Sicherungsräumen da oben ist Slides 2. Äh... Dieser Raum wird null. Ja, das wird glaube ich dein Lieblingsraum werden. Leiber 1. Ach da. Oh, bei Lasse brennt was. Äh, Frau. Reparatur hier? Ne, brennt nicht. Ist noch Reparatur. Bei den Batterieberadern. Bei den Waffen ist glaube ich oben eine Waffe ist gerade ganz viel ich markiere. Und ich glaube langsam könnten... Also von mir aus könnten wir langsam los. Genau. In Medical repariere ich gerade. Oder versuch's zumindest. Äh, ich verteile gerade noch die... Yeah. Hab's geschafft. Äh... Das war das doch optimiert. Olaf. Okay. Du sagst kurz. Ah ja. Äh... Ja, Olaf war das... Electrical Engineer wirklich... Äh... Ingeniert, bis die Engineers tragen Scheiße. Ich komm nicht nach. Ja. Ähm... Lasse. Jo. Kannst du bitte mit auf die Brücke kommen? Weil da gibt's oben zwei Ausgucker. Einen für hinten, einen für vorne. Das kann man für die Navigation gut gebrauchen. Ähm... Und wir haben einen Melddown-Alarm. Melddown-Alarm. Ja, ja. Ich weiß schon. Okay. Er ist weg. Ja. Also ich finde das die meiste meiner Zeit hier immer schön. Das sind die wichtigen Systeme, die mechanischen. Und außen sind nur die Bomben, glaube ich, die man sich kümmern muss. Ja. An die Bomben kann ich nicht gleich kümmern. Ähm... Dann geht das rein, die auf die rum. Ähm... Der Huhn, das sind die beiden Ausgucker einfach nur. Ja. Ganz nach vorne und hinten gucken. Die Waffen sind alle auf den... Ja, ich weiß. Ich schaue es nur gerade an, weil... Ja. Ähm... Und dann... Räuchte ich mal noch ein... Mechanik auf meiner Brücke. Die Mechanik ist anwesend. Ja, ne? Sehr schön. Wobei das ist allerdings Ingenieur. Das ist nicht mein Job. Ah, okay. Dann Ingenieur. Sorry. Falscher Name. Wunderlich Batterien. Du wolltest es ausgeroben? Genau. Ausgeroben. Ähm... Frage... Wie kommst du noch klar mit Reparieren und Batterien? Ähm... Aktuell komm ich noch klar. Gut. Ähm... Fangen mal an Verbände... Hier 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 immer noch... Reparieren? Stimmt, du russfanken? Ja... Ich muss... Au! Die Trepperung ist frei. Ist es schlimm? Nee. Ich fang mal an in diesen ganzen... Med-Kit-Dingern oder so... Äh... In diesen Schränken, in diesen Compartments... Äh... Mehr Verbände reinzulegen. Jep. 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 Brücke ist repariert. Danke. Äh... Ich kann dir das? Ja. Ich würd sagen... Alles... Äh... Unterhalb der Brücke kümmere ich mich drum an. Letzt. Dass du den Scheiß nach oben mitmachen kannst. Jep. Weil dann renne ich nicht nach oben. So... Genau. Unsere Vorbereiten sind auch bald dann fertig. Ähm... Wir weisen jetzt nur noch die letzten Leute ein. Fürst die Leute jetzt gerade... Also... Herzlich Willkommen übrigens an alle neuen Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Gerud. Wir sind hier gerade zu 8 unterwegs. Das heißt, ihr habt einen Gullius, einen Alasse, einen Halietos, einen Sankitas, Jinsane, Dini redet gerade. Äh... Und einen Wendesil. Der ist auch dabei. Wendesil könnt ihr außerdem auch sehen. Das ist eher der erste Captain. Das heißt, das hat sich auch relativ spannend. Also... Noch als zweite Perspektive dann zu haben. Also... Nicht, dass die anderen nicht spannend wären, sondern... Es ist einfach nur eine... wirklich auch spannende Perspektive. Dann könnt ihr dann über den Multilinks sehen. Ähm... Das ist heute zwar erst angefangen, aber wir wissen jetzt auch schon ein bisschen Bescheid. Äh... Das Neu... Das Krasseste wird jetzt halt... Wir haben jetzt ein sehr viel größeres Schiff als gerade eben noch. Und das wird jetzt die neue Herausforderung an der Sache. Der Reaktor steht genau neben dem Reaktor. Das sind zwei Batterien. Ja, ähm... Also, falls der Reaktor nicht funktioniert, können wir eventuell hinschalten. Oh! Soviel dazu. Hat gerade irgendwer irgendwas gemacht? Nee. No. Reaktor ist aus. Reaktor ist kaputt gegangen. Okay. Ähm... Hat jemand was dagegen, wenn ich das Mudraptor Ei schreddere? Schredder. 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 Äh... Ansonsten, wir haben noch Discharge Coils. Äh... Quasi. Die wir loswerden können. Alles gut bei dir, James? Ja, ja. Läuft alles grad wieder hoch. Ah, wir haben keinen Widerspruch. Da kann ich jetzt auch noch schnell wieder wegstellen. Gut. Ähm... Wenn dann alle bereit sind, würde ich einfach mal los, äh... fahren. Und wir gucken mal, wie wir landen. Oh! Okay. Wir sind... unterwegs. Es gab einen Alien-Boot übrigens. Cool. Wahrscheinlich kann man es alternativ füttern, weil es hat oben drüber einen Slot, um irgendwas reinzutun. Hinten links, Achtung! Wir sind ziemlich eng eingefahren. Ja. Hinten links dotzeln wir auf, potenziell. Ja. Ja, guck mal. Geh mal mehr nach vorne. Ah ja, gib hart mehr nach vorne. Ja, ich bin grad vor Ort dabei. Äh, das Schiff steuert sich sehr viel langsamer. Ja. What the hell? So, äh, guck mal bitte auf der Rückseite des Schiffs, ob da irgendwo Legs sind eventuell. Und, äh, unter uns sind eventuell Feinde. Ja. Sechs Uhr... Also, ich geb dir als Tipp, ähm, mach wirklich nur zeitweise, äh, diesen Ping. Ja, ja. Oh, meine Fresse, ey. Sind direkt zwölf Leute irgendwie. Ähm... Frontal! Ja, ja. Danke. Äh, bitte immer Bescheid sagen, wenn ich irgendwo voll davor fahre oder sowas. Wenn ihr jetzt draußen... Weil ich sehe das draußen besser als ich hier, ähm, links... Ja. Es wird gut sein, dass wir... Äh... Frontwärts Schäden haben. Ähm... Die sagt gerade nichts an. Bösen Schaden oder sowas. Ja. Drei Uhr Gegner voraus. Ich bin mal gerade durchzupfen, Alter, Jen. Alles gut. Äh, ich bin gerade hier ein bisschen mit dem Reaktor. Der braucht... Also dieses Schiff braucht zwei Fuel Wars während wir fahren. Oh. Mhm. Äh... Shit. Okay. Die wird durch Herkulation dann noch auf. Sorry. Ich brauche mehr Recharge Rate, äh, für meine Kanone. Ist okay. Alles gut, dass ich wirklich ausweichen, Alter. Geron müssten die letzten beiden sein, die du gerade hast. Äh... Letzter. Vielleicht letzter. Ich sehe bei mir... Ne, da ist noch einer. Der tut sich gerade... Äh... Ja. Der frisst gerade... Ne, jetzt sogar drei. Vier Leute sind noch da. Ja. Und weiter unten sind auch noch welche scheinbar. Fuck, 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 fuck. Hey, wir hätten mehr Munition mitnehmen müssen. Also ich meine halt... Wer sind voraus? Wer sind voraus? Wer sind voraus? Ja. Ja. Warte. Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ich muss nur keine Ahnung. Unter uns sind so 6 Uhr und 5 Uhr. Venezeal, wie gesagt, äh, als Tipp, wie gesagt, äh, macht diesen Active Ping wirklich... weil ich... Wir sind gerade in einer dünnen Höhle. Das wird ein bisschen... Deswegen... Was praktisch wäre, wenn es einen Hotkey dafür geben würde. Ja. Das fände ich auch gut. Äh... Wollen wir einen Flooding-Alarm? Flooding-Alarm? Achtung, wir setzen hinten Potenzial auf. Da hat gerade das Flooding aufgeläubt. Äh... Ich sehe nichts, was kaputt ist. Ich höre hier irgendwo was, aber ich sehe nicht. Ah, das könnte der Ballasttank sein. Das ist auch normal. Ja, ja. Die Ballasttank... Also unsere drei Ballasttanks sind gerade sehr voll. Äh... Elektrical-Schaden hier. Bei Waffen. Ähm... Sag mir Bescheid, falls wir nach vorne gegen irgendwas stoßen. Ja. So. Ich habe die Reparatur unterwegs. Ich setze gerade nach und nach beide Positionen, aber... Mhm. So. Deswegen sage ich, in welche Richtung wir am ehesten, äh, quasi, das zum Abdecken brauchen. Hälsen voraus? Äh... Ja, 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 okay. Okay. Äh, wir haben keine Energie, keine Energie, keine Energie. Alle Felsen und Materialien zum Abbauen. Sehr schön. Ähm, wir halten gleich an. Ähm, wenn ich mir dann mal kurz die Position füllen... Ja, wir müssen ein bisschen hoch, okay? Äh, kann es sein, dass über uns Feinde sind eventuell? Oh ja, scheiße. Ja, einen Feind konnte ich sehen. Einen einzigen. Ja, und vorn... Den Zweiten habe ich... Der Zweite ist abgehauen. Ja, und vorn... Der Zweite hängt vorne auf unserem Schiff. Ist denn Feuer? Brauchen wir Hilfe? Ist denn noch da? Ja, er läuft rum. Sorry, er hat mein Mikro gemutet, weil ich gerade getrunken hatte. Ah. Ah, okay, vorne haben wir einen Gegner. Wir haben einen Feind auf, äh, ist das Fugo? Ja, hier. Ich höre Wasser plätschern. Hinten. Ähm, das ist der... Was ist das für einen Raum? Engine U? Irgendwo? Nein. Jetzt ist wieder ganz... Ganz unten. Vor der Schleuse, da wo ich gerade bin. Ähm... Plätze. Okay, jetzt verstehe ich's. Äh, wenn ich das Schwarz angezeigt kriege, bei mir ist das, dass da gerade keine Energie ist. Es gibt quasi einzelne Räume, die keine Energie haben zu besprechen gemacht. Gegner oberhalb, 11 Uhr. Ah, ja, ich sehe ihn gerade, aber er ist... Ah, außerhalb des Angriffswinkels. Äh, das jetzt mit abhauen, wollte das jemand machen, oder? Ja, gleich, wir versuchen erstmal die Gegner loszuwerden. Jetzt... Ja, ich bin hier noch am reparieren. Unteres Airlock ist verschädigt. Hab ihn. Er ist ein Voraus. Ja. Wir sollten dann vorbei sein. Ja. Ähm, vor uns eventuell Gegner. Die Wechselkamera. Ja. Einer. Ja, den... Außenhalb von Angriffswinkel. Komplett außerhalb. Ähm, nach oben oder nach unten? Unten. Unterhalb? Immer? Also soll ich nach oben weiter? Ah, ne... Ja, geh nach oben. Wir steigen gerade auf ein bisschen. Wir haben Flooding-Alarm, wenn ich das richtig sehe. Ja... Ja, Flooding-Alarm, ja. Moment, ich mach mal... Moment, ich mach mal... So, hab ihn. Ja, ja, alle Ballastfangs sind okay. Okay. Ich gucke gerade durch, wo eventuell... Äh, wir setzen hinten potenziell auf. Ja, äh, Kako, Kako, Kako. Hier ist ein Loch. Ich muss auch zugeben, ich hab das jetzt auch nicht mitbekommen, was wir bei Phrasing besser hätten machen müssen. Der Autopilot macht nicht das, was ich erwartet hätte. Werden die Flaschen in dem Suit automatisch aufgeladen oder müssen die getauscht werden? Die müssen getauscht werden. Also wenn ich den rein stelle, dann muss ich die Flasche erst tauschen. Okay. Genau. Kann bitte mir jemand eine Batterie vorbeikreffen? Äh, wo soll sie hin? Äh, zum... Äh, zur Helm. Und wo solltet die andere hin? Ausguck. Kommandozentrale drüber. Genau, sollt's einfach zwei mitbringen. Ich sehe gerade bei uns ist irgendwas kaputt bei den Lichtern. Ja. Äh, eine lädt noch. Ich komm, sobald sie beide voll sind. Äh, nimm die aus dem Kabarett. Euren Kabarett sind noch drei komplett volle. Ah, nice. Waren das am Anfang an drin. Ich dachte... Okay. Ich dachte, die hast du gesehen. Achtung, wir setzen vorne auf. Jaja, ich bin schon am Gegensteuern. Ich bin schon am Gegensteuern. Gut. So. Ich versuche gerade langsam gegenzusteuern, damit sie anhalten können. Sehr gut. Materialen zu finden. Ist Materialen dran? Hier liegt eine Batterie. So, sind die jetzt genau vor uns gerade? Wer? Material ist schräg über uns. Schräg über uns, okay. Wir steigen ein kleines Stückchen auf. Ähm, ich bräuchte eine Batterie. So. Wo ist ich? Ich bin direkt neben dir. Ja, hier lag einer auf dem Boden. Äh, unsere Energie war gerade kurz weg. Entschuldigung. Schiff ist auf Autopilot. Ähm, wir stehen jetzt an der Stelle, wo jemand sich rausbewegen kann. Schiff treibt aufwärts. Aufwärts? Wieso das? Nee, es ist wieder... Okay, es schwankt. Ja. Es sollte passieren mit normalen. Also... Das ist meine Batterie? Ja. Ist nicht 100%, aber... Ja, reicht das mal. Ich tausse aus. Danke. Ähm, wenn dir jemand hochkommt für Reparaturen, in der Waffenkammer, bitte auch eine Batterie mitbringen. Ähm, Geron, ich habe hier eine. Über dir war noch eine. Ähm, ich lege sie... Ah, ich kann sie da nicht reinlegen. Ich lege sie hier auf den Boden, wenn ich sie dir gebe. Hast du sie? Ähm... Nö. Du kannst sie auf den Boden legen. Ja, ich habe sie auch hier und rauf. Ah, okay. Wer ist frei, um rauszugehen? Äh, wenn er frei werden kann, würde ich drunter rausgehen. Ich kann mal draufgehen. So, soll ich die Leere wieder hinlegen? Äh, dann... Oder? Hä? Hä? Also... Es waren drei Leute, die sich gemeldet haben. Zwei von denen bitte... Oh, wir haben tatsächlich vorne einen Monster. Äh, bitte mit, 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 äh... Quasi der... Äh, shoot. Und jemand mit ner Waffe mit rausgehen. Äh, vornere Waffe? Lass euch von Dir und eine geben. Oberes oder unteres Airlock? Äh, wo geht die obere raus? Okay. Monster vorne, Leckmaschinenraum. Ja, aber bitte noch nicht, bitte noch nicht rausgehen. Wir geben euch Clearance. Ähm... Okay, ein Monster haben wir noch. Also, Engine Room ist scheinbar in Ordnung, zumindest laut der Anzeige, die ich habe. Bleib auf der Zeigtaste. Angefangen, äh... Wo waren jetzt die Waffenkammer? Dini, kann ich einfach zwei von den Batterien austauschen? Die Waffenkammer ist hier oben. Ähm, ihr müsst da draußen mit einem Viech kämpfen. Ich habe das vor meiner Riesenkanone, aber ich mag jetzt da nicht noch weiter... Ähm, Dings verschwenden. Geron, äh, Munition. Und Waffe. Und eine Harpun einfach raus. Hier. Ja, Harpun, äh, Pistole. Am Boden. Am Boden kommentiert. Vor mir direkt. Vor mir. Vor mir. Ja, du musst schon näher kommen. Jaha. So. Glaub ich ne Batterie gedroppt aus Versehen und die müsste jetzt hinter... Unteren, äh, Ausgang, Steuern, Ausgang nehmen. Zum Ausgehen. Okay. Dann... Ich komme zum Unteren. Ja, jetzt wahrscheinlich... Äh, einer mit der ersten Stand genommen. Und der ist wieder frei. Es kann wieder frei? Äh, äh, oben ist auch wieder frei. Gut. Ähm, da werden wir ja nicht mehr stehen. Ich komme mal hoch zum Ausguck und nehme die zweite, äh, Dings ein. Zu lange. Weil wir grad nicht steuern müssen. Ja. So, weil hier kann ich nicht oben kommen. Also... Genau über uns schwebt einer der gerade, äh... Todes. Äh, Dings K.O.? Ja. Nee. Nee, nur K.O. Das war Vector. Das war Vector. Äh, Guldius find's nicht. Ja, ich hab hier irgendwo gestanden. Ich hab das Geräusch vom auf den Boden fallen gehört. Das musste ne fast leere gewesen sein. Wir sinken gerade richtig runter. Warte. Ja, ich bin schon unten. Ich bin schon unten. Ich guck mal nach, was los ist. Dann China. Vielen, vielen Dank dafür. Und schön, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Ich... Wer kommt mit Steuergegen? Wer kommt noch alles mit raus? Ach, das liegt an der Energie. Ja. Wenn halt spontan mehr gefordert wird, dann gibt's da halt Probleme mit ihnen abzusenden. Wir haben nen... ...Wirdisch irgendwo? Ja. Irgendwann. Ja. Äh... Wir dotsen oben an. Jetzt sollten wir wieder vernünftig Höhe sein, oder? Ja, sind zu hoch sogar. Okay, die wollen ja eh unten raus, das passt ja dann. Ähm... Ähm... Mal ansagen, nachdem ich's gemarkiert hab. Danke. So... Ähm... Ich stell den Autopilot an, um Position zu halten. Abbauobjekt ist nicht zu sehen. Nicht zu sehen? Ne. Wir sind anfangs noch zu weit weg. Wir müssten wieder vorwärts. Ne, ne. Das ist über uns. Also... Was sucht ihr denn? Ich seh hier zwei weiße Kristalle und einen Lina. Genau. Die weißen Kristalle. Die sind oberhalb. Also auf... Hier so zwei Uhr und ein Uhr. Okay. Ähm... Wäre es ja nicht sinnvoll, nach oben raus zu gehen? Ja. Dann müssen wir jetzt nach oben, ja. Ja. Okay, dann... Äh... Die rollen noch nicht zusammen, deswegen. Ja. Wir wollen die aber noch die Waffen kommen. Äh... Wo bist du denn? Halliertus. Warte, ich pack sie die hier in den Schrank. Hier. Äh... Ich pack dir auch hier gleich zwei Sauerstofftaschen rein. Die müssen aber nachher wieder nach unten. Äh... Weil die sind auf dem Schrank. Weil die sind auf dem Schrank. Ansonsten, äh... Gerund bitte weiter an den Waffen ausschau halten, ob irgendein Gegner oder was kommt. Weil ich hab gerade... Hab ausgemacht. Ich schau gerade nebenbei so ein bisschen nach unten. Äh... Äh... Wir sinken gerade ein bisschen ab. Okay, wir... Ja. Okay, ne, ne. Wir steuern schon auch schon wieder gegen. Ja, es sollte gegengesteuert werden. Solange Energie da ist, funktioniert es. Wenn Energie fehlt, haben wir ein Problem. Ja, da ist auch ohne Autopilot scheiße. Ja. Ähm... Geht es euch bitte? Melden. Ja. Was ist das für ein Schaden? Was ist das für einen Schaden? Hab ich gerade fähig gelaufen? Mechanischer Schaden, mechanischer Schaden auf der Brücke? Ah. Mechanischer Schaden auf der Brücke. Mechaniker ist unterwegs. Weiß jemand... Mechaniker? Wenn die jetzt oben? Wo ist das? Mechaniker ist da. Welches Gerät ist das? Guck mal unten, die Konsole. Ich hoffe, dass das wirklich mechanisch war. Sonst wie geht es euch denn da draußen allesamt? Wie ist denn bisher euer Samstag? Wie ist bisher euer Wochenende? Julio, du hattest ne Frage? Jemand weiß, wie man die Skillpunkte sehen kann, aber dann habe ich ein Level abbekommen. Hier, das ist elektrisch. Ach, das ist elektrisch, okay. Ja, bitte elektrisch. Ach, das Problem ist, du erkennst an dem Symbol das halt nicht. Das wäre praktisch, gell? Ja, das ist ein Problem. Du musst rübergehen und dann siehst du Rewire, Screwdriver und Screwdriver ist elektrisch. Rausgehen genehmigt? Ja, rausgehen genehmigt gerade. Das ist frei. Äh, kurze Frage an die Mechaniker. Wo wollt ihr mehrere Fuel-Watz hinhaben? Räder hätte ich gesagt und ich würde sich Mechanikerin. Äh, ja, pack sie eben bei uns in den Schrank oben. Okay. Wenn da kein Platz mehr ist. Okay, jetzt hin. Setz außen hin. Äh, nach oben rechts. Also oben raus und dann nach rechts. Genau, jetzt rechts, 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 rechts. Und dann solltet ihr direkt da vorne voraus auf den ersten Kristall treffen und ein bisschen weiter unten auf den nächsten. Nee, warte hoch. Ähm. Genau. Gullius, by the way, ähm, du kannst deine Skills sehen, wenn du Tab drückst und auf Crew gehst und dann dich selber anklickst. Ah. Da siehst du auch die anderen. Nice. Äh, ich bin jetzt übrigens ein gut genuger Doktor, um Sprengstoffe herzustellen. Wunderbar. Was? Äh, kann ich mir bitte immer diese Logik mal erklären? Genau, Insankitas runter für das nächste. Und dann hier rechts rein. Da hast du einmal den lilanen Kristall und ein bisschen weiter unten hast du noch den weißen Kristall. Okay. Ich hab den Plasma-Katter mitgenommen. Jetzt würde ich gar ne Katter für mal einen. Das hatte ich auch am Anfang mit angesagt extra, deswegen. So. Was habt ihr eigentlich da abgebaut gerade eben? Der erste Weiße? Oh shit, keine Ahnung. Mit der Maus drüber müsstest du eigentlich schon sehen. Was ist das Rad, was ich hier habe? Das A abbauen wird auch nicht abgebrochen. Also das ist ein fortlaufender Zustand. Nicht so über Minecraft. Okay, dann kommen wir wieder zurück. Gut. Lasse hat vergessen, einen Scooter mitzunehmen. Kann das sein? Ja. Das ist so schlimm. Wo liegen die überhaupt? Das Scooter habe ich jetzt nirgendwo gesehen. Ihr seid gerade auf dem Rückweg, richtig? Ja. Ja. Gut, okay. Dann sagen wir, dass es... Ich habe gerade auf dem Weg gesehen, dass sich da was bewegt hat, deswegen. Faktbar. Hm. Ich sollte jetzt nicht abdrücken, Lasse, oder? Da ich gesehen habe, wo du drauf gezielt hast, nein. Seien lasse ich auch nicht. Das macht so ein paar kleine Löcher. Ich kann halt in unsere Luftschleuse reinschießen mit der Kanone. Yes. Immer gut. Don't do it. Wenn der zweite Medic jetzt wieder an Bord ist, also Wasser. Hast du die Tür einfach aufgemacht? Yes. Abpumpen lassen ist, äh... Abpumpen ist der Motor. Ähm. Außendimitern alles an Bord? Und mal Wasser, das abgefunden hat. Geh ich mal kurz aufs Klo. Und denkt dran, Schotten zu machen. Mehr, mehr geschlossene Schotten ist gleich mehr Luft, wenn doof. Nee. Nee, vor allem, das Wasser breitet sich nicht so krass aus. Ja. Frage, wo habt ihr das Q-Rot hin? An die NLB-Greifen drin jetzt? Ähm. Die linke der beiden Toolboxen in eurem großen Schrank. Waffe packe ich jetzt oben rein? Ja. Ja. Wieder zu... Nee, die, die Harpun, äh, Harpunwaffe ist echt am Außen, äh, ist oben im Schrank, am Ausgang. Oben im Schrank habe ich sie drin. Fürs Außenteam ist einfach... Aber für das Außenteam, ja, ist praktisch, dass wir mal einer haben. Also ich habe hier auch eine SMG und Granaten und Krempe, können sie gut, können sie hier die Harpunwaffe haben. Wir sollten vielleicht noch eine weitere, äh, holen, für später mal, aber irgendwann. Gut. Ähm, Außenteam war wieder an Bord, das heißt, ich kann weiter fahren, ja? Genau, please. Ähm, bitte meinen Ausguck dann auch wieder zurück zum Ausguck. Danke, Dini. Ausguck ist unterwegs. Gerne. Danke. Wir sind wieder unterwegs. So. Ähm. Ähm, nach unten könnt ihr eventuell jetzt einbauen. Können wir eigentlich Batterien bauen? Nee, doch, kein Feind. Ja, dann Licht dabei zu sagen, was wir brauchen. Zinn und Lithium. Ähm. Kann das sein, dass unsere Energieversorgung gerade etwas schwach ist? Achtung. Ja, ja, ne. Unter uns? Die Energieversorgung ist immer genauso stark, wie gerade Stromeffekt nicht benötigt wird. Das heißt, jedes Mal, wenn es hoch geht, muss ich nicht hochschalten. Wenn es rein geht, reicht automatisch. Gut. Okay. Gut. Gut, dann ist gut, dass ich mal ansage, wenn ich wieder losfahre, ja? Ja. Äh, vor uns, vor uns, vor uns. Äh. Vor uns, vor uns, genau. Ja, 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 wir sind gerade am, 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 am senken. Ja, du wirst gerade schon am Arbeiten. Ja, sind vorbei. Gut. Das heißt, wir können auf der Höhe ungefähr bleiben, Karte? Den, wo wir mit dem View Drop? Ich fahre mich alle klären. Aus dem Aussicht her, in den Funk. Spricht nichts dagegen. Äh, könnt ihr, könnt ihr mal gucken, was unter uns ist? Da leuchtet irgendwas bloß. Äh, Felsen über uns schräg, pass aus. Äh, ja, ich bin gerade ein bisschen auf... Äh, ja, da hast du eine Felsenstruktur. Das ist nur Felsen, okay? Ach ja, Dings, der Grund, warum ich nachgefragt hatte, wegen den Batterien, es wäre, wäre vielleicht gut, wenn jeder einfach eine zweite Batterie bei sich hätte, damit es mit dem Austauschen einfacher ist. Ja. Unter uns Felsen, obwohl Kristall, wie es aussieht, oder? Ja, ja, das ist gut, wie ich. Ja, Kristall. Da ausgibt es alles, wo direkt unter uns? Ehrung, hast du ein Besser-Geräusch-Sicht? Ähm, wir haben freie Fahrt. Also, wir dürfen jetzt vorne rechts nicht aufsetzen, ansonsten ist es okay. Achtung, gegensteuern. Äh, bin dabei, bin dabei, bin dabei, bin dabei, bin dabei. Mineralien drauf. Okay. Haben aufgesetzt. Sind aber schöne Mineralien, wie du siehst. Hä? Ja, wir sollten eigentlich wieder zurückfahren, normalerweise. Unser Motor ist etwas lang. Äh, von oben... Achtung, wir steigen jetzt zu sehr auf. 2 Uhr, 2 Uhr. Auf 2 Uhr achten, da kommen Feinde. Die sind außerhalb meiner Weapon-Range. Jetzt müssten sie in der Nähe sein, glaube ich. Die Waffe ist echt scheiße, da hinten. Also, ich kann mit der Großen drauf schießen. Äh... Ist direkt vor meiner Kamera, das Ding. Äh, keine Energie, keine Energie, keine Energie. Danke. Wack, wack, wack. So, jetzt müssen sie unter uns sein. Das sind zwei Große. Die sollten unter uns sein. Und die hauen tierisch in unser Schiff rein. Ja, ja. Ich versuche gerade zurückzukommen von denen. Ja, wird schwierig. Äh... Äh... Dann fahr mal nach vorne. Bremsen, bremsen, bremsen. Äh, keine Energie, kann nichts machen. Ja, ja. Ich hau gerade durch die Energie raus, die geht. Ja, ja. Es ist keine Kritik gewesen. Ich sag nur Bescheid. Äh... Wir haben Kristalle an was? Äh... Über uns Außenteam, bitte eure Sauerstoffflaschen, die, äh, hier noch habt, wieder unten reinstellen, dass sie da auch geladen werden können. Ja, auch geladen werden, ne? Also. Habt ihr ihn gekriegt jetzt? Ne. Äh, verhaut ab. Ihr habt ihn abgekriegt, schwimmt weg. Über uns waren Kristalle. Über uns waren Kristalle? Äh, Feind ist wieder da. Ja, Feind ist vor uns, oder? Zwei sind wieder beide da, direkt fronten. Wir steigen jetzt mal schnell auf. In der Hoffnung, dass wir die unter uns kriegen. Äh, wir haben, äh... Oh, da sind drei tatsächlich. Da sind drei, ja. Die sollten jetzt unter uns sein. Ja, sind jetzt außer Waffenreichweite. Äh, die Rückseite des Schiffs mal überprüfen. Ich glaub, wir sind irgendwo langgeschliffen. Ja. Sind wir. Und Sienna pro Temperatur. Einer der Gegner ist tot. Felsen direkt über uns, aber richtig gute Kristalle. Also wenn's geht, hier raus. Nicht mit den Viechern draußen. Solange es kein Zink ist, hab ich aktuell keinerlei Bedarf an irgendwas. Wir haben keine Karten für den ganzen Scheiß. Okay. Alles klar. Dann fahren wir erstmal zu unserem Ziel, wenn wir die Gegner weg haben. Ja, das wird schwierig, weil die sind, äh, genau im wunderbaren Totenwinkel. Wir müssen hier vorwärts, um sie zur Kanone zu schicken. Ist in Arbeit, ist in Arbeit. Äh, wir müssen hier nachladen, tatsächlich. Ist nach oberhalb gedrückt. Ja. Das ist übrigens Uran, wo wir grad dran vorbeifahren. Das war das nicht noch ein Wichtig? Uran ist nur gut. Aber wir haben Kisten, weiße Uran. Wir haben eine Kiste auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie wir noch haben. Ja, nur mal zur Identifikation. Das ist dieses gelbliche. Haben wir noch irgendwo Feinde? Der Gegner. Der Gegner ist direkt vor uns, sodass wir ihn nicht erwischen können. Wir müssen hoch. Okay. Okay, ich stecke wieder auf. Ähm, 8 mal über uns sind 2 Punkte gewesen. Ich weiß noch nicht, ob die noch leben oder tot sind. Okay, einer ausgeschaltet. Und ich brauche... Oh, Stein, Stein. Und aufpassen. Ja, ich habe gegen gesteuert. Ich fliege gerade blind, also ich brauche ein bisschen... Navigationsmittel. Äh, das über uns ist, glaube ich, tot. Also, ich sehe jetzt auch kein Leben mehr. Ja, jetzt ist tot. Okay. Wir stehen gerade hoffentlich halbwegs still. Nee. Nee, hinten setzen wir gleich auf. Ja, wir sinken gerade. Genau. Ich hoffe mal, uns abzubremsen. Schub nach vorne. Würde ich empfehlen. Ja. Weil hinten kommt noch eine solide Wand. Ja, ich pingel mal kurz. Ja, wir sind jetzt wieder nach vorne auf dem Weg. Also, das U-Bud ist ziemlich träge beim Steuern. Da muss man eigentlich aufpassen. Glaube ich dir. Ja, es hinter dir liegt. Nach oben das Kabel. Ja, wenn wir da bekommen haben. Äh, was ist das hier? Achtung, wir setzen unten auf, wenn du jetzt nicht weiter nach rechts fährst. Wenn du nicht weiter nach oben fährst. Ja, ich habe nach oben gesteuert. Gut. Ja, es sieht gut aus. Ja. Normale Fische und eine böse Fische. Normale Fische. Wir sind jetzt halbwegs nach vorne unterwegs, hoffe ich. Wie kannst du eigentlich weiter sehen als ich? Ich? Ja. Naja, weil ich halt die Waffe habe. Achso. Wir sind tatsächlich weiter besser als der Ausguck. Du siehst ja meinen Scheinwerfer, ne? Ja. Ich habe halt einen krassen Winkel. Ich würde Ausguck durch Waffe ersetzen. Ja, dann geh auf die andere Waffe am besten. Bringt nichts, weil hier ist doch schon Julius und ich. Achso, okay. Waffen könnt besser sehen als ich. Achtung, runter. Ja, ja, ja. Ich bin auf dem Unterweg, ich bin auf dem Unterweg. Was ist so ein lilaner Kristall? Oh, wir sind angeeckt. Unten, brauner. Also wenn wir jetzt anhalten, haben wir minimalen Weg. Okay, wir halten mich jetzt an, ich erinnere mich. Wir sind angedockt. Ich habe versucht anzuhalten. Also es ist gerade unter Full Stop. Wie lange es dauert, bis wir stoppen, kann ich dir sagen. Also wir sollten nicht mehr sinken. Licht muss alles repariert werden. Ja, bin unterwegs. Also wir sind alle. Also wir stehen jetzt mitten in der Mitte von größeren Höhlen. Hilf euch mit, wenn du möchtest. Ich gucke mich mal um, ob ich spontan was agiere und du bist schon, okay? Und so wie es aussieht, haben wir gerade keine Feinde in der Nähe. Julius, wenn du gerade nicht gebraucht werden solltest, kannst du den Balkon zu machen. Irgendeiner raucht draußen. Ja. Boah, ist das eklig. Sag die ehemalige Raucherin. Ja, das ist ja auch valide. Du hast aus einem bestimmten Grund aufgehört. Ja. Ja. Äh, erst mal meines Partners. Du liebst ihn sehr. Das freut mich. Also wir haben gerade keine Feinde in der Nähe. Ähm, müsst ihr nach oben oder nach unten pumpen? Merke, Ausgruck von den Waffen ist weitaus besser. Ja. Das wissen wir mal für dann. Das Licht. Also wenn du willst, kannst du mal die große Flak vorne nehmen. Äh, schieß halt nicht damit, weil Munition ist teuer. Unselten. Das ist keine Flak. Ich möchte das nochmal so anmerken. Ich finde es übrigens auch sehr interessant, dass man in einem U-Boot Projektil Munition verwendet. Das ist Cthulhu. Alles. Passt schon. Cthulhu. Ähm. Ich könnte auch eine neue Batterie gebrauchen dann. Kriege ich mir, sobald der Lichtraum wieder geht. Es sei denn, jemand anderes war schneller. Mischen auch noch. Du, du bist ich da nicht zu. Ähm, Außenteam wieder wie beim letzten Mal. Äh, ihr wolltet irgendwelche lila Kristalle herren. Glaub ich gerade, ne? Was sind die Liederkristalle eigentlich? Sie waren über uns irgendwo. Ne, was sind die? Weil die wurden ja schon vorhin abgebaut. Echt? Wann das Lieder? Ja, einer davon jedenfalls, oder? Keine Ahnung, was das war. Okay, aber wenn wir noch irgendwo Höhenschäden? Ähm, nein. Wir haben bei den Waffen aber zwei, äh, Elektrikel oder so. Ja. Ich hab's leider nicht selber repariert. Aber scheinbar ist, ähm, und zwar Gunnery, ein bisschen Wasser drin. Hä? 2% Wasserlevel. Was? Wett? Ähm. Ihr habt klasse Füße scheinbar. Nö. Alle mal in Deckung gehen, da gehe ich gleich mit dem Brenner durch. Geht ja mal weg, sonst verletzt ihr euch. Ah, ja. Ich glaub, im Mund im Mund. Gehrohn, du lebst nicht. Ah, da oben, sollte ich. Achtung. Da oben ist es. Ja, geh du und dann geh mal weg. Ne, oben. Nur oben. Da ist aber auch. Da, genau. Ja. Also scheinbar gibt's irgendwo ein Problem, aber... Da ist halt auch tot. Kein Hüllenbruch, kein göttlicher. Das ist innen, innen gewesen, oder? Was ist das kaputt? Äh, stopp, stopp, stopp. Da darfst du nicht dran rum. Das ist kein grüner Balken, das ist ein grauer Balken. Das wären die Türen, die du zu sch... Äh, ja, die Türen zuzuschweißen wäre keine gute Idee. Genau. Oh nein. Deswegen mein Stopp, stopp. Ich hab den Fehler vorhin auch schon beinahe gemacht. Ja, nice. So, ich wäre soweit bereit, wie dafür ausrücken, wenn irgendwas gefragt ist. Also wir brauchen Zink, Aluminium, Carbon und Lithium. Für eine weitere Batterie? Für Batterien und für Colgarn-Munition. Okay, ja gut. Okay, das ist tatsächlich besser. Gut, Colgarn-Munition brauchen wir jetzt nicht so viel. Ich hab gemerkt, dass wir irgendwie noch irgendwie acht Dings davon haben. Und brauchst du noch einmal eine neue Batterie, falls jemand... Ja, wollte gerade fragen, wer Batterien braucht. Ich geh jetzt verteilen. Ich hab mal die Tasche voller Batterien. Ich würde eine nehmen. Ich hab die verlorne Batterie gefunden. Fange bei der Kommandobrücke an. Droppe dir eine Batterie. Gut, ich hab die Hand so schon rausgesmissen. Nice, das könnt ihr immer machen. Danke. Äh, über der Kommandobrücke ist keiner. Ja, nein, ich bin gerade im Gang. Äh, das hier ist leer, diese Munition. Ihr dürft sie schrotten. Ich habe dich schon rübergetragen. Kann es sein, dass uns der Strom leer gegangen ist? Ja, das ist, weil ich wieder gestattet bin. Ach so? Ja. Das ist immer das selbe. Immer wenn wir anfangen zu starten, Motor starten, haben wir ein kleines... Ja, dann sagt es doch einfach mal dem Reaktor. Hab ich gerade gesagt, ich frage wieder los. 3 Kabinett hat 2 Batterien. Beim nächsten Mal sage ich wahrscheinlich einfach mal Reaktor 8. Dann weißt du, was jetzt los geht. So, außerdem dürft ihr wieder in der Arena teilnehmen, wenn ihr wollt. Ich habe die 2 Headsets mit Batterien drin aus dem Crew Quarters geholt und in den Schrank gelegt. So, ach so warte mal, Dini wollte eine Batterie, sorry. Ne, ich wollte dir eine bringen. Ja. Also wenn du eine ausgetauscht hast, dann nehme ich sie mit und fülle sie dir. Sehr cool. Hast du mir auch... Ich bin gleich wieder da. Ja. Ich habe nur gerade 2 bei den Mechanics gedroppt. Okay. Beim Captain alles klar. Und die haben nur eine gebrockt. Wer gerade kann, Arena. Genau. Das wollte ich auch noch grad sagen. Damage in Leitung? Ja, wirfst auf den Boden. Auf den Boden. Dankeschön. Fürs Trauma und Verbrennung hast du 14%? Ja, die habe ich schon seit wir gestartet sind. Also du darfst mich gerne behandeln. Alles klar. Bei der Arme ist es halt ein 2 Drittel verbrannt. Aber ja. Wir müssen in einer engen Höhle. Okay. Ja, ich bin auch gleich... Achtung, vorne. Äh, Energiewack hat mich. Ja, ja. Elektrielsdamage bei den Batterien. Und... Kammer. Wenn man mich nicht mehr... Oi, Morphium. Okay. Lichtraum ist auch wieder. Ich habe mittlerweile Muster beim Lichtraum erkannt, wann das Ding kaputt gehen. Und zwar? Äh, Feinde vor uns, Feinde vor uns. Oh shit, ja. Die sind alle nicht mehr in Reichweite. Wenn zu viel Strom kommt, geht der Lichtraum kaputt. Das ist glaube ich 4 Drittel. Das kann sehr gut sein. Äh, ich könnte Hilfe brauchen, ja. Felsen über uns, Felsen über uns. Ja, ich kann nicht steuern, ich kann nicht steuern. Ja, ja. Ich bin dabei gerade für Strom zu sorgen. Ne. Ähm. Ähm. Überflicht da bitte oben Kargoraum und sowas, ob da Hüllenbruch ist. Wir sind gerade angehängt. Stimmt. Ja. Wenn du gerade im Reaktor nicht gebraucht hast, kann ich Hilfe brauchen bei den Lichtern. Sorry, der Aktor ist gerade fast am Meltdown. Okay. Goldene Kristalle. Ja, die Lichter sind auch bald aus. Also Vorwarnung. Ja. Oben gleich wieder an, Vorsicht. Ja, ich versuche Kriegen zu steuern. Mir geht gar nichts unterwegs. Ich bin durchaus unglücklich hier mit der Waffenpositionierung, ey. Die ist so beschissen. Äh, das trifft das allgemein. Hinter uns ist was interessantes auf dem Boden, glaube ich. Also wenn wir hier halten könnten und das verteidigt kommen, würde ich einmal rausgehen. Okay. Ich komm kurz drüber. Wie viele Feinde lädt ihr noch am Leben? Drei oder zwei. Oder zwei, okay. Könnt ihr sie angreifen? Nein, ist komplett nicht im Winkel. Ähm. Ja. Es sind so weit oben, ja. Es sind einfach an unserer Schnauze. Ähm. Wir haben nicht allzu viele Ausweichmöglichkeiten. Ich versuche es mal ein Stückchen nach oben. Ja, please. Weil nach unten haben wir einen Felsen direkt. Ja. Aber ich kann nicht viel versprechen, weil wir haben nach oben auch nicht viel Platz. Können wir eigentlich Apunen herstellen? Felsen-Yoga uns direkt. Aufpassen. Ja, ich bin am Bremsen. Ich bin am Bremsen. Bin am Bremsen. Da hat es auch ein roter Kristall, was auch mal der kann. Apunen sind einfach Stahl, also Carbon und Eisen. Das heißt, beim nächsten Mal holen wir uns ganz viel Carbon und Eisen. Ich habe bei den Waffen einen Schaden markiert. Dann bleibe ich wieder hier. Ja. Die waren nur gerade alle komplett durchgebrannt. Obwohl sie eben alle noch gut waren. Sind immer noch außerhalb von Schussreichweite. Sind zwei Stück, oder? Ja. Können einfach zwei Leute kurz rausgehen, die erschießen. Achtung, wir dort sind oben an. Äh, ich bin am Bremsen. Bin am Bremsen. Ich bin am Bremsen. Ich bin am Bremsen mit der Apunen bereit. Okay, wir haben uns ziemlich gut aufgekratzt. Wer auch immer rausgeht, mit dem Welder rausgehen bitte. Wir haben uns nämlich auch hinten aufgekratzt. Wir haben uns richtig hart aufgekratzt, glaube ich. Äh, ich sehe keinen Schaden. Also ich kriege zumindest keinen Schaden. Einmal die Hülle abschwimmen, hätte ich gesagt. Ja, ich schwimme einmal die Hülle ab. Äh, ich bräuchte einen... Aber hier bitte jemand mit Waffe rausgehen. Wir haben vorne und hinten jeweils... Genau, ich brauche einen Support-Trupp. Waffe ist da. Genau. Also vor uns, äh... Direkt vorne an der Schnauze ist jemand bei uns. Soll ich mit rausgehen? Ja, geh am besten mit raus. Okay, nimmt irgendwer dann die Waffe? Kann ich machen. Gut. Gut, ich geh mit raus. Äh, als Mechanik. Achso, warte mal... Ähm... Wir haben leider keine Harpoon-Waffe mehr, ne? Wir haben hier nur eine. Haben wir nur eine Harpoon? Ja. Ich guck mal, was ich für eine Harpoon-Gun habe. Ja, ich sehe gerade... Ich habe die Feinde gerade im Schlick. Die sind genau vorne an unserer Schlange. Ansonsten bringe ich halt... Wer ist der Schneider? Äh, wie viele Harpoon-Guns wollt ihr habt? Eine? Zwei? Mindestens? Ich mach mal zwei raus. Eine kann ich auf jeden Fall machen. Also... Es sind zwei Feinde, die genau an der Front uns sind. Also da unten, wo... Äh, die... Das Licht für unsere Kamera ist. Ich hätte gerne tatsächlich eine Toolbox. Wo ist denn... Äh, die Toolboxen war doch... Ich hab mir welche geklappt. Die Toolboxen... Ich hab mir auch einen Haufen Klapp gemacht. Jetzt... Jetzt sehe ich auch eine Runde Schüssen für die Waffe. Weil... Wenn du mit der Waffe schießt, kommst du nicht genau dieses... Das ist genau im Wege, wo du nicht hinkommst. Ja. Das sehe ich nervig. Äh... Wir haben zwei Syringe-Guns, die ich persönlich nicht brauche, weil ich eine hab und eine in Medic hängt. Ich würde sie mal in den Schredder packen. Ähm... Wo sind denn die Toolboxen? Ich hätte... Könnte ganz gut eine gebrauchen. Ich geb dir gleich eine. Ich hab meine aktuelles Mafiallager mehr oder weniger. Achso. Ja. Ich hätte sie nämlich für Harponen verwendet. Ja. Ja. Gut. Merci. Und bitte mal... Ähm... Jemand auf die Brücke kommen. Warte. Was brauchen wir? Ähm... Scooter war also... On my way. Ja. Und scheinbar unsere Hülle ist auf jeden Fall noch ganz. Trotz dass die beiden Viecher da die ganze Zeit dran sind. Ähm... Ich sag' ich was. Guck mal bitte. Dann wenn du... Wenn ich draußen bin. Mach den Pumpen. In den... Ähm... Ah verdammt. Okay. Mach ich. Du kriegst die Toolbox wieder zurück. Harponen passen da nicht rein. Dann nimm sie doch mit. Für das Zeug was du erntest. Das ist je nachdem wie viel das ist. Äh... Die beiden haben jeweils nur halbe Lebensenergie gerade. Die beiden Gegner? Die beiden Gegner. Genau. Ich kann sie gerade schön beobachten durch den Ausgucken. Uh... Aluminium. Ja. Kam aus den Syringe ganz raus. Tasty. Okay. Nehme ich. Gibt's ne weitere Batterien. Auch wenn echt so viele Batterien? Ja. Ja. Also eben waren sie alle ausge... Ja, aber wir haben ja jetzt irgendwie fünf Stück oder so. Ich hab ja nochmal zwei gebracht, weil die immer noch im Crew Quarters lagen. Ja. Ja. So, sagst du mir Bescheid wenn die Harpoon Gun fertig ist? Äh... Eine Harpoon Gun ist fertig. Gut. Und dann kann ich nämlich rausgehen. Mhm. Das ist ja praktisch. Ja, sehr praktisch. Wie biegen wir uns gerade noch? Ich bin hier dran. Nein, hier ist die Nase. Ich bin frei. Äh... Geron, um uns da hinten einen Taucher anzuholen. Ne, hier oben sind ganz viele. Ach schon, nur Regaden. Wer trotzdem unten rausgeht. Bitte unten rausgehen. Das ist sicherer. Okay. Also oben kann ich den Ausgang mit der... Mit der Gun komplett decken. Ja. Ja, na oben... Oben sind doch keine Gegner halt so... Äh... Das ist kein Problem, aber... Das ist... Das ist... Man muss nicht mit dem Anzug nach unten rennen. Wir haben unten auch Anzüge. Genau. Wir haben unten Anzüge. Wie viele haben wir unten? Ja. Genügend. Drei. Oh. Jin hat den Feind. Gut. Auf jetzt. Uh. Warte mal. Ich... Leck mal meine Buddy Arme noch ab. Äh... Wer will die Toolbox hier zum Aufsammeln? Sie liegt jetzt hier im Steel Cabinet. Ich hab eine. Ich nehm... Okay. Ich nehm Plasma Carter noch mit. Apropos Kassen. Äh... Ja. Gut. Bereit. Gut. Wir haben leider keine Scooter, ne? Naja, brauchen wir nicht. Okay. Wir bleiben hier im Boot. Ähm... Bitte mit der Waffe... Die... Die nach vorne leuchten dann. Ja ganz kurz einmal... Geht mal bitte ganz kurz raus. Äh... Die Tür geht nicht auf. Vorne. Vorne ist nix. Mhm. Ne doch, lass die mal bitte so leuchten. Weil dann seh ich jetzt durch meinen Ausblick durch dein Licht nämlich die Gegner oben. Hä? Warum können wir da nicht raus? Ja vorsichtig, gehen wir da kurz. Ist da irgendwo was? Hä? Ja, die sind genau vorne bei uns dran. Die... Das siehst du mit deiner Waffe leider nicht. Wenn dein Licht vorne leuchtet, sehe ich sie quasi bei meiner Kamera... Weißt du die Tür gerade auf? Genau. Jetzt sehe ich es nach. Ich habe sie gerade aufgemacht. Jetzt sollte sie... Ich glaube es mal versuchen. Au. Sorry. Ach wenn sie kommen, dann kann ich schießen. Hä? Wo gehen die? Ja die hängt sich... Die hängt sich halt da... Ach so... Äh nein. Deswegen sag ich... Ähm. Käpt'n. Kannst du hinten die R-Log freischalten? Kann ich das? Ich weiß es nicht. Das ist die Frage. Nein, da muss irgendwo ein Button drinnen sein bei euch. Mach doch... Ne, hier ist kein Button. Ist da kein Button? Nein. Ne. Also auf der Brücke war auch nichts zum Freischalten. Kommt mal kurz. Das heißt wir können nur oben raus, das ist nur Docking? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass das ein Button drinnen ist. Einfach Spaß. Er führt. Ja, dann beendet keiner. Ja. Okay, dann müsst ihr oben raus. Ich weiß nicht warum das Ding hier ist, aber... Na wahrscheinlich falsch. Äh, wenn du irgendwo andockst, aber das Shirt wo du andockst geflutet ist. Okay, das ist nur von draußen rein oder so. Vielleicht sei es knapp draußen. Das ist unwahrscheinlich. Ist der Schwanz da, äh, der Gegner? Ja. Ja. Bitte nicht unser Blut abschießen. Die quetschen halt fest und das Problem ist halt, wir kriegen sie nicht los, weil die sind schneller als hier. Du schießt unten drunter. Ja. Ja, ich hab ja nur... Ich brauch Sauerstoff, Junge. So, ich mach zu. So, zu. Also bitte keine Munition verschwenden. Du triffst sie eh nicht. Das war sehr knapp gerade. Ja. Okay, ich würd einmal oben rum anfangen, um das Schiff rumschwimmen und äh reparieren. Gut. Äh, das Schiff bringt ab. Soll ich mal mit dem mitkommen? Äh, ja. Vor allem müssen wir mal am Schiff bleiben. Was macht ihr mit dem Schiff? Wir machen nichts mit dem Schiff. Schiff haut ab. Ne, Schiff haut ab. Ne, Schiff haut ab. Bei den ganz äh... Dadurch, dass ihr die Airlock aufgemacht hat, äh, sind wir ein kleines bisschen abgesungen. Jetzt müssen wir wieder still stehen. Okay, ja. Okay. Ja, dann bleiben wir bitte an mir dran. Äh, wer auch immer den Scooter hat. Äh, ja. Ich bleibe hier. Ganz repariert. Gut. Ähm, kommt ihr vorne oder hinten rum? Vorne. Vorne, okay. Äh, anscheinend sinkt die immer noch ab. Die sinkt ab, ja. Ja. Ja, ähm, können wir grad nicht viel dagegen machen. Ähm. Wenn ich jetzt anfange zu steuern, dann krache ich euch kaputt. Also lassen wir lieber den Autopilot noch an. Wenn ihr vorne rum kommt, äh, das ist... Bei der langen Schräge, wenn ihr vorne runter kommt... Ja, hier haben wir Löcher. Ganz viele. Ja. Ja, ich seh's. Ich komme. Ich hab dummerweise nur einen Plasma Cutter mitgenommen. Keine, äh, Welding. Alles gut. Gegner voraus zu sehen. Ja. Gut. Wir haben es euch extra ausgeleuchtet, zum vieles gehen. Ja, ich hab gesehen, ihr habt, äh, hingeschossen. Ja. Okay, Lars hat... Der zweite, sehe ich fast nicht lebensenergie von. Müsste... tot sein? Ja, ist tot. Ähm, den ersten könnt ihr einfach runter schwimmen, das ist kein Problem. Den zweiten könnt ihr von mir aus noch... Ne rund, äh... Ja. Wie heißt das hier? Looten. Looten, genau. Weil der andere ist ziemlich zu tief gefallen. Irgendwie ist es nicht zu weit weg. Irgendwie überfügt man den Saustoff. Jo. So, ich hab Blut mit. Okay. Ah, von heiliger Scheiße hat's hier vorne viel auf die Schnauze gekriegt. Ja, na, weil die ganze Schnauze... Äh... Du... Du brennst grad Lasse nieder, ne? Ups. Das macht Lasse da an der Stelle weg. Naja, weil das Schiff halt sapzingt, deswegen. Er wird von dem Schiff ertrückt. Okay, aber da ein Hinweis. Ero? Ja? Im Kadaver was passiert? Ja. Äh... Ist das safe, nach hinten runter das Schiff zu schwimmen? Ja. Ich komme mit. Also wir wissen von keinen Feinden gerade. Da unten liegt einer. Nick, kann ich dann gleich machen? Wenn wir hier fertig sind. So. Äh... Ich hab grad nix... Achso, wir sitzen hinten auch. Da oben rauskommen können. Ja. Das könntest du natürlich erklären. Ne, das ist auch nicht die Lücke. Ne, aber das war vorne noch nicht. Das war vorne noch nicht. Achso, das ist kaputt hier. Das ist unser Autopilot, der uns gerade da langschleift. Äh... Moment. Ja, davor. Rauskomme. Ah, hier schwimmt weg. Komm da nicht ran. Äh... Oh. Lasse ist tot. Schiff gerammt. Ich versuche gegenzusteuern so gut ich kann. Ja, ich bin... Nicht steuern, please. Ich bin... Ich mach nichts mehr. Ich versuch... Ich versuch nach oben zu schwimmen. Ich bin gerade... Ich bin grad am sterben. Äh... Ich komm zur R-Lock nach oben. Warte... Ich muss mal noch reinzuziehen so lange... Nein, ich... Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin auch irgendwo außerhalb. Ah, shit. Warst du auch oder was? Ich bin hinterm Schiff. Ähm... Shit. Wo ist das Schiff? Wenn ihr... Wenn ihr runter schwimmt. Äh, nach links. Äh, ja genau. Ihr beiden müsst einfach runter. Draußen ziehen. Okay. Weiter nach... Ja, der ist... Oh, ihr habt die Schleuse nicht zugemacht. Warte. Ich komme gleich. Ich komme gleich in die Scheuse. Äh... Ich bring nämlich Lasse mit. Ich bin auf... Ja. Ein Drittel. Jemand mit Looten... Äh, wenn jemand jemand looten will, sollte er das sich beeilen. Ich sink nämlich grad unter diesen Felsen ab. Ja, ich sehe es. Okay, warte. Dann überlasse ich dir den. Ich sink grad immer schneller. Ein Prozent. Ja, gut. Das ist... Erledigt. Das Ding. Ich bin tot sowieso. Ja, ich versuch... Ja, ich bin draußen. Ähm, jetzt einfach... Oh shit. Ah, okay. Du darfst nicht an den Aus... Ah. Ah, ihr seid am Antrieb lang. Okay. Ja, ich bin auch tot. Oder ich bin so gut wie tot. Okay. Das erklärt. Mein Anzug... Mein Anzug geht grad. Äh... Ich hab halt auch nicht weg. Ihr seid halt abgesunken und hab mich halt einfach voll da reingedrückt. Er ist halt der Autopilot. Genau. Und halt das nächste Mal wirklich Autopilot ausmachen. Schiss nach links. Äh, selber nicht vorsichtig da lang. Weiter nach links gehen, wenn es geht. Und nicht da reinspringen. Danke. Genau. Jetzt müsstest du Gerund sehen. Genau. Du hast mich. Okay. Das glaub ich wieder. Kann das sein? Du hast auf jeden Fall Puls. Ja, renne den alle. Ich bin, äh, hab halt harte interne Schäden. Ja. Cool. Es gibt immer Optim oder so. Ja. Ich hab... Oh ja. Ich... Ja, jetzt bin ich wieder da. Okay. Ja. Wenn ihr gerade nach unten schwimmt, müsstet ihr rein theoretisch, äh, noch unser Loot holen können. Genau. Mein Loot liegt an der Waffe. Ein bisschen bei einer links. Ja. Ja. Ja, ein kleines bisschen links, genau. Ich versuche, um den Antrieb um zu schwimmen. Jetzt müsstest du ihn sehen. Ah, sehr schön. Ohne von ihm erwischt zu werden. Äh, schwimmt vorne um das Schiff vor? Ja, das ist viel zu weit weg, deswegen. Mach einfach mit Abstand um zu schwimmen. Äh, du musst ein bisschen weiter nach links. Ja. Nach links, 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 links. Stimmt ihr mir zu, wenn ich sage, das Schiff ist irgendwie unfraktlos gebaut? Ja. Ja. Aber der Punkt ist, rein spielerisch, ist es halt eine Herausforderung. Ja. Du musst dich nur noch beschäftigen. Ja, was ist das? Geh rund. Guck mal, da liegt mal eine Leiche hinter dir. Ach so, das bist... Ah okay, ja okay, dann hole ich die noch. Ja. Die haben wir jetzt gerade noch kurz. Äh, ich bin mal ganz kurz ab. Kann während ihr jetzt unsere Leichen und Außenteam wieder an Bord holen? Warte. Äh... Olaf, ich geh noch mal rein. Gehst du noch mal rein? Ich will noch... Äh, lässt du mich rein? Ach so, das ist... Ich hab nur noch nicht zugemacht. Ach so. Ah, okay. Das sah gerade so aus, bis es wäre zu. Sorry. Ne, ne. So, mach zu. So, wir warten kurz. Bis die Pumpe anspringt oder so. Ja, Pumpe springt an. Uff, okay. Krass, krass, krass. Also das Airlock muss man unten vermuten. Äh, ich mach da mal auf. Ähm. So. Und dann... Haben wir gekriegt, wofür wir raus sind? Ne. Nein. Ich hab nicht mal die Hälfte vom Schitter umgeschwommen. Ach so, warte mal. Äh, warte mal. Wir können aber den Lasse noch heilen. Oder? Ja. Ja. Ne, der ist die Seed, sorry. Da stand gerade noch Heel dran. Und dann dachte ich so, okay, hey. Hey, da hatte ich halt... Kann ich nichts machen. Da hatte ich echt voll Glück, man. So, bin wir da? Alle an Bord? Nö. Tot oder lebendig? Ich glaube, wir haben alle Leichen. Sieht so aus, ja. Und sonst schwimmt es draußen auch nichts mehr vom OK. Äh... Ja, ich hab noch ein paar interessante Dinge gesehen, die man looten könnte, aber ich glaube, das ist... Es lohnt sich gerade nicht. Es lohnt sich gerade nicht. Folgendes zur Info. Was ich gesehen habe, die untere Luftschleuse ist noch kaputt. Die muss von außen von der Mechaniker repariert werden. Und da von außen ist das Problem. Wir sagen jetzt, du musst einmal vorne rum um den Schiff schwimmen. Ich würde das aber nicht hinten rum machen. Ja. Das Problem ist, wir sitzen gerade auf. Richtig, das ist aber auch gar nicht mal so schlecht, weil dann bewegt sich das Schiff nicht mehr. Und es gibt unten immer noch massierte Höhlenstellen und hinten. Okay. Wenn wir hier dann kurz Pause machen, dann können wir jetzt nicht mal rum. Nimm dir auch eine zweite Flasche mit Burbing Cure mit. Ja. So. So. Ansonsten, wenn sowieso einer rausgehen muss, um jetzt draußen zu reparieren, dann könnt ihr auch einen zweiten mit draus schicken, der einen Plasma-Kader dabei hat und ein bisschen Materialien erntet, wenn der draußen los ist. Findet es jemand zu P&D bloß, wenn wir die zwei looten und einfach aus der Kläuse werfen? Das ist eine gute Idee. Gut. Gute Essen willst du wegwerfen? Ja. Achter Ging. So, ich hab mal, glaub ich, ich hab einiges Mal aus dem rausgezogen noch und mach das hier oben einfach rein. Mit der Aussage von Gin klickt das irgendwie uikig. So, ich hab die Tasche, das heißt, ich kann auch mit rausgehen, dann kann ich im zweiten Fall auch wieder jemanden emergency reviven. Scheint ja relativ wichtig zu sein da draußen, guys. Wow. So. Lehrer Welding, ich mach einfach mal alles hier rein und wer drin ist, kann sich ja gleich noch ein bisschen drum kümmern. So. 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 Ich versuche jetzt mal den ganzen Shit hier wieder aufzuladen. Dann haben wir irgendwie die Chance, dass sie respawnen können. Wahrscheinlich an der nächsten Station. Na ja, da soll man da gleich mal hinfahren. Ja. Gerund, wo hast du jetzt die Harpoon dann hin? Äh, die ist im großen, ähm, großen Steel Cabinot. Dann hat ihn seine Tasse schon, ne? Ja gut. Warte mal, ich kann noch, ich kann noch ne zweite bereitstellen. Ich muss die nur kurz auffüllen mit, äh, Harpoon. So. Ich sage an den Captain. Hast du ne Karte? Ja. So. Hier. Wieder drin. In den Waffen ist was kaputt, wenn du magst. Dann losgehen. Okay. Äh, gut, ich hab die Harpoon dann. Okay, dann können wir jetzt raus. Äh, hast du uns Scooter mitgenommen? Ja. Gut. So. Auf. Waffen repariert. Dankeschön. Ich glaub beim Licht ist auch wieder was kaputt, ne? So, äh, großzügig jetzt um die linke Seite vom Boot rum, ja? Äh, ja. Ich bin dran. Hier, Fressi, Fressi, Fressi. Nom nom nom. Vorlich, dass es gefährlich ist, was du da machst. Schmeißt du uns doch gleich in den Motor. Äh, bei mir ist noch ein Höhlenbruch. Über dem Triebwerk, über dem Triebwerk. Muss du ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, geht mal bitte einer in den Maschinenraum und mach den Motor aus. Äh, kann ich das tun? Okay, wir können nicht links rum. Ja, da, da, da. Nach links, weiter nach links. Nach links, Gero, treibt sich Gero und wart auf der richtigen Höhe. Echt? Ja. Achso, ja, stimmt. Turbine, ja. Turbinenraum nach links, links. Ach, shit. Okay. Das ist die Turbine. Gero, mach den bitte aus und könnt ihr aber warten und nicht gleich sterben. Äh, ich kann den nicht ausmachen. Ich kann das Ding legitim nicht von der Höhle unterscheiden. Ja, das ist doch echt scheiße. Ganz ehrlich. Habe ich dich? Ja, ich habe dich. Ich kann es nicht ausmachen, sorry. Ja, gut, okay. Ähm. Kommt mir nach. Ja, kommt gleich. Dann mach das mal den Ingenieur, äh, den Mechaniker. Oh, hier. Also, ich kann, ich kann gern die Power ausmachen. Das kann ich. Ja, mach mal. Okay, Power ist jetzt der Fire Engine. Genau, weil dann haben die gleich die Überlebenschance da hinten. Ich glaube, wir haben es jetzt. Ich glaube, wir haben es jetzt. End ist aus, ja. Ja, jetzt. Anna Kratzer an der Hölle. Und hier unten. Ja, der kann es jetzt schon. Hier ist noch was. Bei mir. Ey, da kommen wir von dieser Seite nicht hin. Wir müssen andersrum. Ja, okay. Ah, ja. Hier ist einfach. Da ist noch was. Hier liegen zwei Leichen dazu. Oh, Mann, 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 ey. Kann das bitte jemand klippen? Was denn? Nein. Wir liegen zwei Leichen, aber das ist normal. Äh, Gero, hast du jetzt getrunken? Ne, habe ich noch nicht. Ähm, genau. Ich kümmer mich jetzt. Ich hole mal kurz Wasser. Äh. Dann bin ich kurz AFK. Falls geht, können wir noch mal ein paar Harpunen mehr gebrauchen. Wäre gut. Äh, ich glaube, wir haben nicht genug Moni. Wir haben... Quatsch, ich bin mal. Ich bin irgendwo oben, dann kriege ich die Harpune wieder. Ne, okay. Eine Harpune ist weg. Oder zwei. Es ist leider von dem abgeprallt und dann ins nichts runtergefallen. Das ist ein bisschen scheiße. Äh. Jetzt komme ich hier nicht ran. Ah, eine Harpune habe ich wieder gefunden. Äh, kommen wir hier durch? Wir kommen hier... Ich bin wirklich weit. Nein, das habe ich schon auch probiert. Das ist, wenn wir außen rum... Naja, das ist wahrscheinlich massiv, ne? Ne, das ist nicht massiv. Wir müssen unten drunter durch, das geht. Ah, das haben wir hier. Ah. Ja, Lena. Hast du einen Plasma Cutter dabei? Ja. So, bin wieder zurück. Ich guck schon mal weiter. Okay, hier ist die Gun. Was ist das? Oh, ja. Antibiotisches Gelötz. Ja. 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 Ich habe noch eine Harpune wieder gefunden. Das heißt, ich habe meine wieder voll. Das ist eine Tür. Ja, dann nimm den Plasma-Schneider und machst auf, damit du das Bild der Ranch reparieren kannst. Achso, ich wollte das jetzt reparieren. Kann ich das? Oh, oh, Fick. Ich muss zurück, ich habe keinen Sauerstoff dabei. Wie sieht es bei dir aus, Sauerstoff? Absolut kein Problem. Okay. Okay, dann muss ich jetzt schnell zurück. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Was genau ist teilweise zugeschweißt? Das Ding vor der Waffenkammer? Nee, die Schleuse unten. Achso. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, shit, oh, shit. Deswegen könntet ihr das eventuell nicht machen? Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Nein, ein Mensch hat die zugeschw... zugesch... äh, dings... als er dachte, er kann sich aufmachen. Achso. Ja, das war das, was ich vorhin sagte, oder? Nee, nee, das war aus anderem, die hatte ich nochmal aufgeschnitten, aber das habe ich nicht mit. Ahaaah! Die hatte ich aber von unten, der... das... Reparier-Symbol. Das Ding? Okay. Das war fucking knapp. Du hast überlebt, so wie es es nicht sein würde. Ohohoho. Ja. Uiuiui. Jetzt will mal von innen probieren, ob er das Ding aufzübt. Es ist hier nichts mehr verkehrt, theoretisch. Da drüben Sauerstoff. Ja, ich habe Sauerstoff schon gewechselt. Ich ziehe jetzt diesen Anzug aus, der voll ist. Ich kann gleich mal von unten gucken, ja. Gut, weil ich habe mehr als genug Sauerstoff hier. Ja, wenn ich nicht gefressen werde, ist alles fein. Die Harpoongun mache ich wieder in die Waffenkammer? Ne, mach die einfach in den großen Schrank da. Das ist einfach fürs Außenteam. Gehe Huhn? Ja. Guck jetzt einfach schnell mal unten. Es sind noch keine Feinde da. Halt, mach die Tür erst hinten zu, bevor du das machst. Du willst nicht alles looten. Ja. This door is controlled by buttons or remote controllers. Controllers wired to it. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich irgendwas bauen dazu, oder? Irgendjemand könnte mal mit einem Schraubenzieher gucken, wo der Wire hingeht. Set state, fucking edge state out. Da geht's hin. Ich frag mich nicht, wo das ist. Das Rest muss irgendwo im Rahmen sein. Geht nach oben links. Wie macht das während der Fahrt? Welches soll's denn sein? Wir suchen... Wissen wir nicht. Irgendwo muss der Button dafür sein. Okay, von wo kommt dieses Kabel? Zeig's mir mal. Das Kabel kommt von der unteren Edge, der Tür. Von dem... Nee, von der Pumpa nicht. In Sanitas, du könntest dann jetzt aber wieder reinkommen, glaub ich. Ja. Ähm, Batterien dann bitte zur Brücke. Oh, ich hab noch Batterien und Headsets gefunden. Ich bring die auch mal wieder zum Laden. Ich kann ne Batterie auf die Brücke bringen. Danke. Danke. Und dann bitte gleich ein Elektriker mitbringen. Soll ich's mal testen, ob ich kann? Ich muss eh ein bisschen Skill upgraden. So, Brücke. Wo bist du? Elektro-Schaden korporiert haben. Elektriker-Schaden ist oben bei den Lichtern. Ah. Ähm. Äh, jemand hat die Schleuze hier oben aufgelassen. Äh, ja, sorry. Ich war eben einmal schlicken. Äh, soll ich drücken oder... Kriegst du sie hin? Ich glaub, ihr kriegt die andere Lucke übrigens auf. Äh, dann geht das nicht rein. Aber... Ich krieg's hier nur auf oder zu. Ähm, dauerhaft. Du musst dafür ein Kabel verlegen. Ähm, darum müssen... Anderen Button mit dran, oder? Die M-M-Tinroom müsste ein Kabel gelegen haben. Na, wobei... Du könntest einen Button kramen. Die müsste von alleine aufgehen, wenn du das Außentor zu machen. Angehend, wenn das Außentor zu ist. Moment, nein. Okay. Und ich kippe mal einen Anzug mit. Und gehe sicher, dass ich nicht ersticke. Äh... Das hört sich sehr gut an. Ansonsten... Sind jetzt wieder alle am Wort? Ja. Äh, ich sehe keinen außerhalb. Okay. Weil dann... Würde ich mich jetzt erst mal unsere Mission draufsetzen. Wir wollen ja irgendwann noch die ganzen Thresher aufnehmen, ne? Ich hab was. Oh. Äh... Station aufsuchen, als wir den ganzen Weg wieder zurückfahren. Irgendwo noch eine andere Station sein. Ich werde das referiert bekommen. Das Problem ist, wir haben aber kaum Geld, gell? Es gibt ja auch ein Restorben, es gibt keine Mobilität. Was zur Hölle? Okay, Dini, ich glaube, das musst du machen. Ich habe das jetzt zum vierten Mal probiert und alles gibt mir einen Schock. Dann, wir fahren jetzt diese 600 Meter oder so zurück und hoffen, dass sie uns das was bringt. Wir sind nur 600 Meter weit gekommen? Ja, wow. Wir sind sehr effizient. Wir sind zwei oder dreimal zwischendurch angehalten, deswegen kommen wir nicht schnell voran. Und dann hat unser Außenteam immer wieder ein paar Probleme gehabt, die wir beseitigen mussten. Wir sind eigentlich ein Kipp-Abschlug. Moment, 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 wie weit ist es denn? Wie weit ist es denn? Und hallo, MacMax, wie geht's denn? 800, jetzt gleich 900 Meter. Sonst hätte ich gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Ja, ja, ich weiß schon. Okay, also fahre ich jetzt zurück. Ja. Okay, ja. Und ich versuche, mir dafür die Energie halt gerade freizustellen. Nee, komm mal, wenn es 900 Meter von uns ist, dann komm, lass das doch machen. Lass einfach nicht anhalten und da hinfahren. Ja. Okay, ja. Mach das hin, mach das Lüger. Ich dreh wieder um, ich dreh wieder um. Ich bin auf dem Rückweg. Also auf dem Rückweg zum Ziel. Also doch wieder auf dem Weg. Wir können, wir können uns übrigens herstellen. Wir können uns übrigens herstellen. Wollen wir uns unter euch? Dann machen wir das doch. Ja, 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 ja. Das ist kein bei dem Moment. Und das ist dieser Maschine, dauert das alles ein bisschen. So. Äh. Schub nach oben. Schub nach oben. Ja, gleich wieder für Energie weg. Was angesetzt? Weil sonst sind wir hier Akte um die Ohren. Gut, jetzt wo können wir Buttons herstellen? Äh, in der Crafting-Maschine beim Shredder. Was wollt ihr da herstellen? Button. Button für die Schleuse unten. Ah, die ist da ein Mechanik. Ah. Ja, aber lass das nicht mehr. Nick, ich bin mir nicht sicher. Ich wollt ihn nur abholen. Achso. Äh, den wir konnten. Nur die Ruhe. Dann geh ich nochmal reparieren. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß hier. Und auf der Brücke die, die, die Anzeige für meine, Dings, Central Assess-Presse oder so was auch alles ist. Ja, ist klar. Äh. Leck in der Käpt'ns-Kajoute? Das sah gerade so aus. Ne, sah nur so aus. Sorry. Das hätt ich mitgekriegt. Ich war auch verwirrt. Ich sah einmal quer durch Bildschule. Achtung, vorne Felsen. Felsen unten. Ja, 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 ja. Perfekt, ja. Hast du ausgewichen? Ich bin gegen die Steuergegten so stark, ich kann nicht. Oh, so weit sogar. Okay, die hab ich nicht gesehen. Ähm, kann die vordere Waffe, also er scheint einfach mal leicht nach vorne zeigen. Also nicht der, der sich gerade nach vorne gekebt hat. Sondern ich glaube, das ist der Ausguck, was da vorne ist. Ja, Vorsicht, Felsen oben links, genau. Ja, werden beleuchtet. Ja, schön. Eine Toolbox mache ich mal einfach wieder oben an die Schleuse, dann kann man die mitnehmen. Ja. Ja, wenn man rausgeht. Äh, an die Mechaniker, ich hab da euren kleinen Bereich zwei leere Führer zu vollgelegt. Ja, sechs gleich bis zwei, voller. Danke. So, jetzt müssten unter uns, glaube ich, Felsen kommen, oder? Ja, Vorsicht, Felsen voraus. Felsen voraus. Ja, wir versuchen gerade in eine enge Schwelle reinzupackt. Ja. Und, hab ich's geschafft, hab ich's geschafft? Nein. Ähm. Sind wir jetzt dagegen gerannt? Ich hab nichts gespürt. Doch seid ihr. Ähm. Keine Energie, keine Energie, ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Ja, 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 ich war nur vor. Äh, ähm, weil wir gleich eventuell hinten kurz schleifen, deswegen. Ja, ja, schleift da hinten. So, jetzt sollten wir wieder weg sein, aber ich hoffe nicht. Hoffentlich zumindest. Das sind zu wenig, äh, nicht da unten. Also die Ausleuchtung eurer Umgebung ist optimal. Mhm. Da kann ich euch nicht so viel helfen. Ja, so ist gut, die untere Scheinwerfer. Der Scheinwerfer vorne, der grad senkig ist nach unten, ich weiß nicht, ob das Ausguck oder Waffe ist. Ausguck. Äh, ja, kann da einer ganz kurz hingehen und dem mal, äh, so 45 Grad nach unten. Vorsicht, wir steuern auf den Elf und Felsen zu. Wo vorne? Oh, okay. Oh, ja. Hart gegen gebotzt. Ist ein hart gegengestoßen. Ja, ich brauch die Vorwahl ein bisschen eher. Ja, die seh ich halt nur schlecht, das ist mir den Scheinwerfer gerade geführt. Und ich würde euch gerne helfen. Gut. Äh, das heißt, ich muss häufiger das Dings wieder anschalten. Das Problem ist nur, wir kriegen halt relativ viele Gegner, wenn wir ständig den Sonar anhaben. Ach, doch. Das nicht, halt Vorsicht, äh, Tickenschub nach vorne geben. Ja, ja, ist unterwegs, ist unterwegs. Oh, gut. Äh, Hand, kannst du bitte ganz kurz aufgucken, rennen und den vorderen Scheinwerfer umstellen? Ach, es ist halt ein bisschen weit weg, aber ja. Ja, oder irgendein anderer für euch. Ähm, benutzt noch... Sorry. War nicht vor, wenn du das mal hast. Oh shit, hast du dich dadurch bewegt? Ja. Oh, das wusste ich nicht. Ähm, benutzt noch das, das Gericht, die du nahe in die Richtung, in die du fährst. Klicken weiter, den Vorsicht, Felsen, äh, schräg oben. Den nutze ich schon, das Problem ist, wir sind in einer relativ engen Stelle. Du kannst den Fokus davon auch verändern, ne, dass er größer und färger wird. Äh, Achtung, Felsen unter euch, Felsen unter euch. Äh, in Sanitas, ich behandle dich, würde. Felsen unter euch, ein Bild. Behandeln, ja. Sind wir dagegen gestiegen? Ich komme gleich wieder. Dort ist dagegen gefahren. Ah, ja. Höhe, und wieder geradeaus. Reicht das mit den Lichtern? Ja, das ist wahr. Ich vertraue jetzt mal meine Expertise, weil real life habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung mit Alien-Blut, aber, äh, Achtung. Nach oben sollten wir genügend Platz haben, um durchzukommen, oder? Ja, nach oben auf dem Platz. Gut, okay. Ich habe auch nach vorne jetzt Platz. Ähm, bitte die Waffen, äh, die Waffen bemann. Wir sind in der Nähe unserer Feinde. Äh, bin sofort auf dem Weg dahin. Gerade, äh, volle Leute raufen an den Felsen zu. Zug nach oben, Zug nach oben. Ja, ja, ist es, ist es. Where is the way back? So. Ich bin etwas enttäuscht, dass ich kein Engineering Upgrader. Wir sind gerade in einer relativ engen Höhle, aber in der Nähe unserer Feinde. Deswegen würde ich gerne... So, wir haben jetzt... Sorry. Deswegen würde ich gerne, dass ihr jetzt euch zumindest auf eure Stationen warten und sowas bemannt schon mal. Auf die große Waffe. Weil es sind eins, zwei, drei, vier, fünf Thresher mindestens. Die kommen werden. Unten oder oben? Weil... Lektrücken sind, ist sehr kaputt. Ja, und unsere Lichttraum auch. Äh, warte. Wir haben insgesamt acht volle Batterien mittlerweile. Ich habe eine mal an die Brücke gelegt in den Kasten, diesen First Aid Kasten. Äh, danke. Ich habe es zu lange hier unten rum probiert. Ich hätte zwischendrin mal gucken sollen. Sorry. Also ich kriege das Ding nicht zum Funktionieren. Okay. Was aber auch damit zusammenhängt, dass ich nicht weiß, wie ich den Button irgendwie festmachen soll. Ah, okay. Ähm, was kann... Kann man nähere Welding Fuel Tanks wieder füllen? Ähm, solange wir Alkohol haben, ja. Okay. Den haben wir. Muss man sie dafür vorerst schreddern, oder? Ja, ich habe erst schreddern, dann das Aluminium daraus mit... Okay. Sind alle bereit für das Begagement? Ja, bin bereit. Wer volle Welding Fuel Tanks haben will, einfach hier reinschmeißen und ich mach es. Gut. Dann, äh, ja. Starte ich mal, um uns zum Weg zu... Unten oben? Äh, momentan sind sie leicht unter uns. Okay. Ähm, so... Äh, sorry, ich habe vergessen zu sagen. Ja, äh, Energie... 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 Achtung... Noch Ethanol. Stein. Ich weiß, was es ist. Energie ist auf dem Weg. Jupp. Ich habe es gesehen. Deine Vermutung ist übrigens richtig. Äh, fällt der Strom ab oder geht der zu hoch? Brennt uns hier im... Verteilerraum, alles durch. Deswegen ist es wahrscheinlich ein Undimediat-Boot. Ähm... Also wenn wir diese Mission hier verkackt haben, äh, können wir ja dann wieder auch das andere Boot zurückführen. Wir, wir verkacken die nicht. Äh, 136 Meter bis zum Fahrrad... Achtung, unten links schrappen wir. Ja, 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 ja. Was war diesmal geplant? Tatsächlich, ich wollte langsam an den Plätzen vorbei. Okay. Kongress, wir sind an dem Punkt, wo ich... Wo wir drei, vier über Zeit vielleicht brauchen. Ja, haha. Achtung, Schuh... Achtung, Schuh... Nach oben, 98 Meter, 96 Meter... Wir setzen auf... Ja, ja, ich habe schon voll auf den Zug nach oben. Oh, wir kratzen, ja. Gin, haben wir noch Reserve? Äh, wir haben gerade noch vier volle. Achtzig Meter geladen sind, zwei Viertel volle und eine Viertel volle. Shit. Okay. 75 Meter. Äh, vier Rots. Schöcher, komm mal von zu. Ach so, muss ich schon irgendwo hier. Ähm, das ist vier Uhr. Von vier Uhr? Vier Färfige rum. Ja, okay, also unten. Vier Färfige drin. Kann jemand anderes den Gefechtsraum reparieren? Ich komme in den Verteilerkastenraum nicht nach. Da sind schon wieder alle Geräte durchgebrannt. Ich kann selber versuchen reparieren, aber eigentlich soll ich die Waffe schauen. Äh, im Segel, ja, ihr müsst euch eigentlich was sehen, ihr müsst euch eigentlich was sehen. Also, ich weiß nicht, wie weit unsere Sichtweise ist, äh... Gullius, kannst du schießen? Äh, du kannst mir den Screwdriver geben. Wenn es bei euch noch nicht durch ist, dann kann ich gleich kommen. Zwei, drei, vier... Hier, liegt am Boden. Äh, zieht, äh, alles vordere, untere Seite. Ja. Ja. Einer ist oben, ab der großen Waffe. Ja. Der Freit, wir korrigieren. Ich versuche gerade... Vorsicht, nicht zu hochsteigen, nicht zu hochsteigen, nicht zu hochsteigen, nicht zu hochsteigen. Ja, ich habe schon wieder, ich habe schon wieder gegengesteuert. Ich fahr jetzt auch voller Roussena, weil... Die haben uns Egel zu nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt keine Hinweise mehr geben, wegen den, 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 den Fels unserer Zeugs. Konzentriert euch aufs Schießen. Okay. Ach so, äh, das passt ja dann. So. Äh, du, dann kannst du weiter Hinweise geben. Das ist schön, ich habe hier ganz so eine 1A5. Äh, genau. Okay. Die Waffe ist gerade nicht benötigt, dafür ist die vordere Waffe gerade ganz gut, also vorn oben. Das ist halt so eine... Oh, dicke, okay, ich sehe, wir brauchen trotzdem... Äh, die vordere Waffe nach unten, genau. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon nachgeladen habe. Äh, sind auch gerade nicht in deinem Sichtfeld. Geh mal an die Hinweise, vielleicht hast du damit eine Chance. Die sind, äh, genau. Ich höre Wasser an unserer Oberfläusche. Äh, Ballasttank C. Das ist, äh... Ja, das sind auch richtig große Viecher, die sind an der Kanone dran. Ich kann gerade nicht mehr wirklich steigen, wir setzen gleich auf. Race for Impact. Ja, ähm... Okay. Der probiert dann, guck mal was wir sehen auch, äh, intakt ist. Und Lasstank C geflickt. Gut. Äh, du brauchst mal ein G nach. Ja, B, A und der Central Access Schacht haben alle... Höhenbruch. D ist komplett am Arm. Stattet gleich. Wir können jetzt gerade auch nicht wirklich aufsteigen, bevor das nicht weg ist. Gut. Gut. Ja, man. Äh, what the fuck? Ähm... Bewaffnetes Team in... ...den vorderen Ballasttank. Ja. Eventuell auch in Ballasttank C. Ja, und wir sind gerade in Wasser voll. Wir sind gerade in Wasser voll. Holt euch Ausfluss. Oh Gott! Ballasttank C ist... Vorsicht, Ballasttank C ist... ...gebärdet, weil da ist ein Monster drin. Käpt'ns Kajüte ist voller Wasser. Ja, der Käpt'n bleibt an der Statition. Ich hab den Anzug an. Ich bin eingeschlossen, kann ich ja nichts raus. Hol dir einen, äh, Anzug. Ja, ich hab einen Anzug, ich hab einen SMG, ich bin unterwegs. Ja. Kannst du dich ohne Wasser abfeuern? Oh Gott, fast hätte ich Didi gekillt, ey. Wo muss ich lang? Ja, ist vorbei. Äh, weiter, 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 weiter. So, die Hedge, wo du gerade anguckst, öffnen, runter, ist okay. Äh, einer müsste vorne, oben sein. Gegner, jetzt, äh, an der, genau 12 Uhr. Äh, dass ihr den abschießen könnt. Ja. Rausen. Äh, guckt, dass ihr, dass ihr, dass ihr, dass ihr, dass ihr, dass ihr gerade nicht raubdicht macht. Äh, das ist in allem für Reaktorraum und, äh, äh, warte, da, 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 da. Gibt, ja, ja. Dass ihr die zumacht, dass da nicht weiter Wasser reinfraut. Wir sollten uns das nächste Mal angewöhnen, dass wir die... Äh, warte mal, ich glaube, ich muss da mit größerem, äh, Kaliber dahin. Ich glaube, jetzt mal eine 3-Wiege-Maßnahme, um hier die Aktionenlaufen zu halten. Das ist eine Wand. Wir kommen auch gerade nicht hoch, ne? Ja, wir können gerade nicht hochfahren, wir haben zu viel Wasser drin. Na gut, dafür kommt die Fiecher aber auch noch hier an und dran, glaube ich. Ja, äh, wir haben zwei Feinde. Einer davon scheint irgendwo zu sein. Und einer, was war die... Sind die beide draußen? Ich sehe keine mehr. Beide draußen, sorry. Wir sind beide draußen, das sind beide draußen, äh, auf 6 Uhr. Äh, unten, Mitte, die Waffe. Einmal nach ganz, äh, senkrecht nach unten gucken. Äh, die hier? Ja, okay, zu spät. Da war kein Start noch, der ist jetzt vorne, genau in dem Bereich. Ja, also, wie... Der war, den habe ich schon gesehen, der, da ist nochmal eine Wand dazwischen. Ja, ja, aber echt? Ja. Ja, dann kriegt man nicht. Äh, ich gehe oben mal kurz... Gucken, was da so... Eskaliert, okay, das sind zwei Leichen. Also, über uns scheint kein... Kein mehr zu sein gerade. Ja. Äh, es gibt noch einer, äh, laut, laut unserem Radar, der jetzt gerade auf 5 Uhr oder sowas ist. What? Wo kommt das so fängt Wasser her eigentlich? Äh, wir haben, äh, einen Hüllenbruch in Ballast Tank C und in Ballast Tank A. Und in Ballast Tank D ist scheinbar auch noch ein Bruch. Kann jemand SMG Munition herstellen? Ja, das ist, das, das, das Problem ist, das ist das Riesenviech. Brauchen wir ein Team von mehreren Leuten, die rausgehen und so jagen? Wahrscheinlich. Ich habe eine Granate geworfen. Ich bin dabei... Ich bin dabei potenziell... Ne, ich bin nur K.O. Okay, ich komme... Hier ist noch ein bisschen was kaputt. Jetzt ist er ganz. Wasser sinkt doch wieder, sehr schön. Äh, Ballast Tank C ist noch defekt. Komme. Vor dem Auftauchen Bescheid sagen, was... Ja, ich kann gar nicht auftauchen, weil die ganze Station zerstört ist. Die ist zwar die ganze Zeit unter Wasser. Ich versuche nur nebenbei ein bisschen was zu sehen. Achtung, Dini, nein, nein, nicht zu machen. Doch, 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 doch. Ich habe nichts zugemacht. Doch, äh, alle... Ja, alle aus dem Weg. Okay. Bin raus. Ich will nämlich eine Sprenggranate einsetzen. Okay. Oh, shit. Was? Du hast sie bei uns eingesetzt. Die ist... Ja, er hat noch ein ganz bisschen... Das ist eine Semi-Solid-Gerun, äh, die D-Hatch. Ah, fuck, okay. Äh, ich bin K.O. noch. Ja, willst du nicht wieder aufwachen? Okay, ja. Warte, ich hole mal... Ich hole mal noch Revolve... Nee. Ja, mach dich. Doch, mach dich. Nee, weil das ist die einzige Möglichkeit, dieses Viech gerade zu killen. Okay. Nein, ich kann danach wieder aufsteigen. Das Wasser ist was raus. Äh, ja. Also, was jetzt? Aufsteigen... Das Viech ist übrigens weg da unten. Echt? Das ist egal, ob ich zu mache. Es lebt noch. Es lebt noch. Das ist aber krass, kein Leben mehr. Es hätte keine wirkliche Gefahr mehr da. Ich könnte gleich aufsteigen. Okay. Das kann erledigen. Das heißt, dass wir für manche bitte schon mal die untere Waffe mitnehmen. Hey, Wasser wird abgelassen. Sehr schön. Ähm, in dem Supply-Kasten auf der Brücke ist denn jetzt eine Atemmaske ohne Luft. Die bitte dann mal ersetzen, weil ich muss nur bei dir Luft austauschen. Im Anzug. Ja, unten drunter lag ein Sauerstoffdank. Ach, den, naja, sorry. Der ist durchs ganze Wasser, ich hab' ich das nicht gesehen. Alles gut. Okay. Pumpe repariert. Shit, die ganzen... Ähm, wir brauchen Elektriker erstmal an der Elm. Und das ist alles kaputt. Ja, wenn unterwegs. Äh, cool. Ihr könnt die Pumpen auch manuell bedienen. Ähm, Insignis, macht das bitte mal. Pumpe in C repariert. Ähm. Wir könnten die Pumpen für den Baden und die Sohn nach oben treiben. Dann könntet ihr direkt... Überschrieben, man müsste die Kabel kappen. Ah, ich dachte, da gäbe ich ein Schalter zum, äh, wollen wir auch mal eine Erinnerung stellen. Für Injis vielleicht. Also ich kann mal gucken, komm. Ich dachte, dass ich, äh, als... Eine viel kippt jetzt noch unter uns, aber wir sollten das hinkriegen. Ähm, ist unser, äh, das Reaktor in Gang. So, ich kippe. Aber die haben jetzt wieder, rein theoretisch kann ich wieder starten. Oh, ja, wir haben's... Alles gut klar. Oh, ja, wir haben's... Alles gut klar. Alles gut klar. Geht der Reaktor? Ja. Ja, ja, ja. Äh, jetzt, jetzt... Ich hab's grad mitgekriegt, äh, weil das Boot hat sich geruckt und dabei hat's den Gegner zerquetscht. Ähm, ich würd jetzt sagen, wir werden die nicht suchen. Oder wollt ihr sie unbedingt geben? Nee. Die Thrasher an sich hatten nichts. Okay. Ist Raum B immer noch kaputt? Ähm, nein. Der ist ganz... Ich hab's doch gerade auf die Pumpe nicht klar. Ja, ähm, die Pumpe ist immer erst Feuerbetrieb. Das heißt, du würdest du mal wieder raus suchen. Ja, der Raum ist jetzt gerade wieder länger, wir können aufsteigen. Und zum Zeug. Pumpe ist auch bitte unbedingt, dass die Türen zu den, ähm, Palasttanks immer zu sind. Genau. Weil sonst, das ist der Grund, warum das Wasser so tief reingestiegen ist gerade. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu Z. So, ähm, kann mal jemand... Kann bitte, ähm, Munition für die SMG gemacht werden? Ähm, ja. Ich komm gleich raus, ich glaub wir brauchen. Nice. Äh, ich hab hier auch noch ein leeres Magazin. Wir haben einen Haufen Alarm, ja, gerade unter anderem Melter und Alarm dabei. Ja, 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 ja. Das andere ist ein... So, dann ist es ein Airlock? Ja. Was ist ein Airlock-Dies? Ich mache den Schrank neben dem Sauerstoffgerät ganz viele leere Sauerstofftanks rein. Ich hab... Okay. Also irgendwo läuft noch Wasser rein. Äh, du kannst ihn hier in die, ähm, Dinger reinstellen, unten drunter. Dann werden wir auch... Wir haben nicht genug Lagerplatz für alle vollen Batterien. Äh, ich glaub wir stoßen recht gegen irgendwas. Äh, das ist Nadine kann... äh, Nadine kann... äh, bewegt sich mal nach rechts. Ja. So, jetzt. Weiter, 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 weiter. Nach oben. Ich hab die jetzt grad abgestellt, ich muss die erst holen. Ja, hol die mal. Ja, hol die mal. Ich lege dir ne Batterie in diesen Schrank. Okay, danke. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Äh, bitte mal einer im Ausguck achten, dass wir nicht nach oben kommen. Äh, ihr solltet ein bisschen nach unten. Ja, so ist gut. Äh, so halten, da genau, da haben sie jetzt unter dem Schränk. Ja. Unter den Schränken. Ähm. Ach, dann hängt der dick nach oben. Ja, so gut. Hier unten soll ich den screwdriver wieder hin tun. Ähm, ich hab aber wieder einen gefunden. Dann sollst du mal hinstellen, genau. Aber da werden die doch nicht aufgefüllt. Nee. Nein. Nein, nein, da musst du die vollen hin tun. Genau. Du musst die zum Oxygen Generator bringen, das mach ich dir. Ja, da hab ich die eben hingetan, aber dann hat mir jemand gesagt, ich soll sie Ne, da hab ich das falsch verstanden, dann ist das mein Fehler, es tut mir leid. Vorsicht, komm 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 komm. Ja, ich glaub wegen Halietos bin ich fast vorhin gestorben, weil ich hab irgendwie die Dinge aus den Slots da gegriffen und dann habt ihr dann drei Leere dabei. Ja, ich hab nämlich gerade die ganzen Leeren hier in den Sauerstoffgenerator reingetan. Ja, okay. Äh, ganz wichtig. Gut driver. Ähm. Gut driver hinten. Ähm. Nicht, dass er gleich irgendwo beintragt. Bei den NGs, hätte ich gesagt. Ja, bin dabei, bin dabei. Äh, und ich sehe einen Marker. Äh, Feinde, Feinde von oben, Feinde von oben. Äh, das ist 1 Uhr. Station voraus, würde ich mal sagen. Oder? Nee. Ja, ja. Ja, ja, ist die Station, das ist nett. Wir wollen so nett und wir haben keine Feinde bei uns scheinbar. Ja, ja. Drei Stück oberhalb, drei unterhalb. Ja, sie kleben an der Hülle, weil wir gerade auftauchen. Ja, nicht zu hochsteigen, nicht zu hochsteigen. Okay. Einfach mal anhalten, würde ich glaube, das ist gut zu sein. Ja, ich bin gerade dabei, gegenzusteuern. Äh, wir haben... Einer ist unter uns. Der ist gerade rein, der ist reingebreached, glaube ich. Äh, schub nach oben, schub nach oben, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Äh, ja, 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 ja. Ich bin dabei. Ja, 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 ja. Und, schub nach vorne, nach vorne, dann kannst du zerquetschen. Äh, bin dabei, bin dabei, bin dabei. Also einen hast du auch tatsächlich zerquetscht, weil die zerfressen dann gerade. Okay, dann machen wir, machen wir einen auf Abhauen. So. Wir müssen aber jetzt ordentlich unter uns sein, dass wir es da antragen können. Ähm. Ja. Hab sie. Keine Energie, ich sehe nicht, wo ich hingehe. Ich kann nichts machen, wenn jetzt... Ähm. Ja. Der gesamte Breaker-Room ist am Arsch. Ja. Und wenn ihr, wenn ihr die Energie habt... Und wir haben eine relativ hohe Schwierigkeit beim Aufsteigenkrater. Ja. Ich bin auch schon unterwegs. Ich reparier wie ne Blöde. Hilfe. Reaktorraum, Feuer. Ich komm dann nicht an den Feuerlöcher ran. Ich komm. Äh, wo ist denn noch einer? Ja. Oben drüber im Mechanikerraum müsste einer sein. Ähm. Negativ. Und wir laufen hier. Achtung. Ähm. Brace for impact. Ja. Äh. Bei Dini ist einer. Was? Ich hab einen. Okay. Dann war ich gerade auf den. Entschuldigung. Alles okay. Es leuchtet alles. Einzige Feuerlöcher, die wir an Bord haben, oder? Nein. Der andere lag neben Gin. Ja. So. Es ist alles gelöscht. Ja. Es ist nur Flooding, was angezeigt wird. So. Ich bring das hier jetzt zu Dini wieder zurück. Aber ich kann nicht leben. Also wir haben auf der... Ja, wir leben ihn wieder. Also wir haben irgendwo auf der Brücke auf jeden Fall einen Leck. Äh. Dini soll ich versuchen zu helfen? Äh. Wenn du Bock hast. Aber du hast sehr wenig Leben, Giron. Äh. Achso. Ja stimmt. Das sollte ich vielleicht... Du könntest dabei sterben. Du sagst, dass das wär das was Schlimmes. Ähm. In dem Fall aktuell ja. Ja. Dann unten drunter mal in dem Tank. Ich vermute war es auch ein Leckland drunter. Ja. Ich schau mal, dass ich irgendwo... Äh. Ihr hattet oben einen recht bösartigen Impact. Ähm. Beim Medics. Mal gucken. Ja. Ich versuch mal, ob ich mich selber verarsten kann. Danke. Puh. Kannst du mir das irgendwie verarzt tun oder so? Ja, ja. Ja. Äh. Ich versuch dich nicht zu bewegen. Äh. Nicht schau. Kannst du noch steuern? Es ist komplett egal, was ich am Reaktor mache. Okay. Die gesamte Trobenverteilung des Schiffs ist tot. Ja. Ja. Weil die durchgebrannt ist bis zum Gehtnichtmehr. Ja. Ich komm auch gleich rüber, sobald ich kann und helf dir wieder. Äh. Ich glaub du solltest auf jeden Fall fit genug sein jetzt. Okay. So. So. Soll ich mir irgendwo ein Werkzeug und helfen oder bleib ich hier vorne stehen? Ich frag vorher nach. Bleib hier vorne stehen. Ich hab die erste Hälfte. Das Fataleskasten ist fertig. Schön hilft mir. Damit sind wir gleich durch. Okay. Dann können wir den Generator wieder. Also bei einem hälfte ich dir hier. Danach muss ich drunter den Rest unten repassieren. Okay. Golios kannst du mich heilen? Äh. Ja. Ähm. Passt auf euer Oxygen auf und schaut mal, dass ihr wisst, wo die nächste Sauerstoffmaske ist. Weil wir haben keine Sauerstoffproduktion. Ja. Okay. Ich hab zum Mut meinen Anzug bei mir. Moment. So Geron, das müsste reichen, glaub ich. Danke. Das müsste ich jetzt langsam bessern. Und, äh, ja. Komm einfach in zwei Tagen nochmals. Für den Checker. Aha. Für einen Checker. Mhm. So. Ah, ich hab wieder. Ich seh wieder. Ich seh wieder. Und hallo Franzi. Wie? Äh. Der Sprung kommt langsam wieder. Ja, unser Motor ist auch gerade noch am Laufen. Äh. Ja, Jimfers aufrachten. Der ist auf Auto. Das kriegt er, glaub ich, gerade hin. Das sieht gut aus. Naja, äh. Wenn die, wenn die langsam kommt, kriegt das hin. Wenn die schnell kommt, hat er Probleme. Ja, ich bin, ich bin gerade dabei langsam zu steuern. Ja. Ne. Das kriegt er gerade hin. Okay. Wir haben jetzt eine langsame Aufstiegsgeschwindigkeit. Okay. Ich geh mal dann an den Ausguck und. Und welche Richtung wieder nach unten, oder? Äh. 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 Ne, wir sind gerade nach vorne. Du brauchst du doch den Schaden an zwei Stellen übrigens. An der unteren Schleuse ist, äh, eine Pumpe kaputt. Ähm. Wir sind zurück auf 130 Meter von unserem Ziel entfernt. Das heißt, wir sollten weiter nach vorne, weiter nach vorne. Äh. Ich bin dabei. Sei vorsichtig. Ja, ich bin vorsichtig. Äh. Das heißt, irgendwelche Höhen schäden oder sonstiges, bitte äh, äh, ignorieren. Wir sind gleich am Ziel. Good. Äh. Nauerstofffutscher hinter, gepäpft, wieder getauscht, und den voller. Äh. Könnte weiter nach oben, nicht immer so viel nach vorne. Ja, wie gut. Au. Ich seh, ich sehs Ziel. Ich sehs Ziel. Leeren? Ja. Tick mal nach vorne. Leeren Scheißgasplan kann ich wohin tun? Herr Schredder. Okay, ich lass es jetzt. Äh. Äh. Jetzt sind wir stopp. Und klicken zu weit, zu weit nach vorne. Ne. Ich komm zu weit nach vorne. Au. Wow. Gut, dass das hier nur so ein bisschen schlassig ist, ne? Ja. Ich bin nur zu gut gewesen zu plättern. Äh, Dini, kannst du mir mal den Button geben, dann gucke ich mal, ob ich den irgendwie platziert bekomme. Äh. Wahrscheinlich muss ich das noch nicht sagen. Jetzt, jetzt, jetzt steigt er. Rechtsklick. Wir müssten mehr nach hinten. Ah. Rechtsklick drückt halt, wenn du in Selected hast. Nimm mal den Auftrieb ein bisschen raus. Hab ich. Gut. Tini, Sauerstoff. Warum? Wer tut denn denn Sauerstoff, ohne Sauerstoffflasche da rein? Äh. Nimm einen der anderen, ich mach dich weg so schnell. Ne, hab ich gemacht. Rückwärtszug auf, äh, aufgeben. Sofort nach, also in Vorwärtszug. Sofort zu weit. Das ist mein Fehler. Ja, bin dabei auszugleichen, bin dabei auszugleichen. Gut, da ist auch noch ein Daryl Oxygen Bottle. Oh, die kann man echt kaum unterscheiden. Ja, das wollte ich nämlich vorhin noch sagen. Das ist richtig fies. Ja. Weniger Zug nach oben, weniger Zug nach oben. Ja, 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 ich bin zu dabei abzubrechen. So, 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 so. Das Problem ist, jetzt seh ich meine Zahlen nicht mehr. Äh. Sieht mal nach oben. Erd nach oben geben. Erd und ist wieder da. Ganz klein bisschen Schub nach vorne. Ganz klein bisschen Schub nach vorne, Hammer. Und den wieder ausmachen. Ausmachen. Jetzt hoffen wir das jetzt recht. So, ja, ich bremse. Jetzt einfach mal nach oben. Hoffen wir einfach, dass wir es findet. Wo ist denn eigentlich unser Dock? Ja. Ja. Ah ne, du bist zwar vorne. Lang, sag mal, lang, sag mal, lang, sag mal. Lang, sag mal, lang, sag mal, lang, sag mal. Lang, sag mal, lang, sag mal, lang, sag mal. Ja, ja, wir stopfen an. Den soll ich noch mal gucken. Oh, jetzt einfach rückfahren und dann lasse. Okay. Alter, was ist das denn? Millimeterarbeit. Ja, ja, das ist echt nervig. Da hab ich rausgefunden, da fand ich es immer sehr einfach mit WASD zu steuern. Ja, same. Okay, danke. Du weißt, dass es heiße träge ist. Ja. Legst du in den Schrank oder auf den Boden. Aber das Boot hier ist echt schwerer, das andere zu steuern. An der Stelle muss ich ehrlich sagen, weil das ewig dauert, bis es nicht verliert. Ja, ja, ich hab ein bisschen vorne, ich hab ein bisschen nach vorne drin. Ich hoffe, dass es reicht. Dunks. Na, ich glaube, wir müssen weiter nach vorne. Ja, ich schleif einfach da ran. Ja. Ich bin runter. Ich bin runter? Ja, wir haben gedockt. Hey. Wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Wir haben es geschafft. Oh nein. Ah, scheiße. Was? Ich war gerade am verkabeln. Das kann ich auch gleich fertig machen, wenn ich noch weiß, was ich vorhatte. Nee. Das ist gleich so von Absicht, wenn man andockt, das wusste ich nicht. Julius, hat der das Verkabeln noch genommen, das du gemacht hast? Ich glaub schon. Dann flutet jetzt unser Schiff. Nein, das ist nicht so. Ich glaube schon. Naja, es ist ja weg. Ich... Also... Also ich... Wir sind eine Station, das passt schon. Ah. Okay. Doof. Ich glaube es... Also wir müssen das... Wir müssen das halt sofort fixen, sobald wir wieder drin sind. Ja, das Schottenbuch müsste noch zu sein. Ich weiß halt nicht, was jetzt mit dem Anzug ist. Ähm... Fight. Nein. Ähm... Nein, verdammt. Nein. Nein. Ich wollte euch nicht unterbrechen vorhin. Sorry. Äh... Ich bin mal ganz kurz gemutet. Okay. Ich hör das Wasser am Headset ändern. Ja, ich bin auch gleich wieder da. So, also. Das... Das war jetzt hier wieder die ganz ganz krasse Aktion hier mit... Ähm... Wir... Wir killen Thrasher Swarm mit dem neuen Typhoon 2 Schiff, das wir jetzt da hatten. Äh... Davor haben wir ja die... Den Humpback, glaub gefahren. Gell? Oder? Humpback? Ja. Humpbacks sind wir gefahren. Muss ich sagen. Auch eher so mein... Das... Ein besseres Schiff. Ein besseres Schiff. Das Problem ist nämlich, bei dem Typhoon 2, dass du... Hier... Also hier hast du einen toten Winkel für die kleine Waffe. Und hier vorne hast du auch einen massiv großen toten Winkel für die kleine Waffe. Von hinten wollen wir gar nicht erst anfangen. Bei dem Humpback war das nicht so. Da hattest du einen ganz kleinen toten Winkel... Äh... In diesem Bereich. Aber ja. Und halt hinten. Aber hinten haben die irgendwie gefühlt weniger angegriffen. So. Ja. Ich geb einfach... Hab das mal gemacht. Das seltsame ist... Wir haben gar keinen... Haben eigentlich einen Shuttle, ne? Ja. Einen Respawn Shuttle eigentlich auch. Aber ich weiß... Ich weiß nicht, warum wir das nicht haben. Ist total seltsam. Ähm... Sieben? Ja, aber vorhin hatten wir fünf Leute tot. Und kein Respawn Shuttle angefangen. Doch. Achso. Ne, nein, nein. Wir waren Zombies. Wir waren Zombies. Wir waren nicht tot. Wir waren Zombies. Aber das sollte gelten als tot, weil... Wer? Wer? Ja. Also Reddit sagt vor einem Jahr. Okay. Ich höre aufzulesen. Ja, ein Jahr ist doch ein bisschen lange her. Vor allem bei Early Access. Ja. So. Wer hat... Also ich fange jetzt mal von oben nach unten an. Wer will denn Dinge bestellen hier? Wir haben jetzt wieder knapp 6000... Also wir haben 6000 irgendwas Credits. Ähm... Nur das Nötigste holen, bitte. Ja, also Medic ist glaube ich momentan versorgt. Wir haben genug. Okay. Ähm... Den Rest finden wir unterwegs. Sollen wir zur Sicherheit einen Suit mitnehmen, falls wir jetzt einen verloren haben? Ne, wir haben noch so ein ganzes Schrank voll. Okay, gut. Batterien haben wir definitiv genug. Wir haben mittlerweile zu viele Batterien. Wir haben erstaunlich, erschreckend wenig Nuclear Shells, würde ich sagen. Ähm... Ich höre auf, dass die Frage stellen, wie viel Uranium haben wir noch? Noch ein bisschen tatsächlich. Äh... Zweiter auf der Kiste, würde ich sagen. Also was... Was ist mit den Harpoon? Ja, Harpoon. Harpoon. Kaufen. Wir brauchen noch Munition nachher. Sollen wir Harpoon kaufen? Ja, definitiv. Ja, ich frag... Ich frag unseren... Oder gibt's hier nur die schlechten? Ich mein halt, ich frag halt unseren Menschen, der die bauen kann, deswegen. Ja, ich such grad die Mazda für. Harpunen kann man einfach aus Steel Bars... Äh, ja, kann für Steel Bars kaufen, kosten 30. Ja, gut. Harpunen kosten 30. Ja. Also von daher, ich baue... Ich kaufe direkt Harpunen. Vielleicht ist einfach eine Toolbox noch, die hat sich halt sehr, sehr hilfreich herausgestellt. Okay. Ich würde Steel Bars bevorzugen, weil ich da einfach dafür Erfahrung bekomme. Okay. Ja, gut. Ähm... Ja... Dann... SMG-Magazine, wie kriegen wir die? Äh, keine Ahnung, was ich noch hab und hatte ich noch nicht angesehen. Genau, also eine Toolbox hole ich noch dazu. Wäre sonst möglich noch, damit ich auch müssen leveln kann. Also, Medic-Bereich, noch ein paar... Das schnell Opium, dass ich Morpium draus machen kann. Können wir machen. Ähm, Underwater-Scooter, brauchen wir davon noch welche? Wir haben zwei bis drei, das sollte reichen. Okay. Okay. Ähm, mal so eine Frage in den, äh, an die Ingenieurin. Notet sich, dass wir wechseln, äh, dass wir das auch beide machen, mit Job 1 und 2? Also, dass wir jeweils Mechanik und, ähm, Elektriker haben. Äh, SMG-Money macht man aus Plastik. Davon hab ich, glaub ich, noch 12 oder 13. Okay, cool. Aber jetzt hast du genug Erfahrung. Wollen wir vielleicht einfach ein paar Magazine, just in case? Kann man machen. Ja, genau. Ich brauche dann mal ein paar. Ähm, genau, also Opium wollten wir haben, ne? Mhm. Zwölf? Zwanzig? Wir haben noch vier... Ähm... Ja, kauf mal zwölf, und dann haben wir in zweitfall noch Opium übrig, oder so. Okay. Ja. Bei den Halbbund bitte dran denken, dass wir, äh, noch ein paar mehr brauchen als nur sechs. Sechs ist quasi einmal geführt. Ja, ich weiß. Achso, wir haben hier Steel Bar. Achso, wir haben hier Steel Bar. Nee, das stimmt. Da war was. So. Oran... Brauchen wir noch Oranium? Erstmal nicht, aber ich nehme immer welches. Wir können da, just in case, ein bisschen was mitnehmen, und wir können uns so ein bisschen... Zehn Stück. Äh, Steel Bar habe ich jetzt mal 24. Das heißt, wir können daraus noch 24 Harpunen machen. Das heißt, da haben wir dann 30 Harpunen. Ja. Äh, was brauchst du denn für die Harpunenwaffe? Äh, Steel Bars und Plastik. Dann gebe ich dir noch ein bisschen Plastik mit. Ähm... Viermal. So. Genau. Wir können noch ein paar Railgun Shells bauen, äh, brauchen. Davon haben wir jetzt, ich glaube, drei, vier gebraucht. Äh... Fällt sonst noch irgendjemandem was auf? Was... Also wir haben jetzt sechs Harpunen, eine Toolbox, zwölf Opium, vier Plastik, äh, 24 Steel Bars, zehn Uranium und sechs Railgun Shells. Ähm... Und wie war das? Feuerlöscher. Oh, genau. Feuerlöscher. Sehr gute Einwand. Wie können wir den herstellen? Weil ich glaube, ich habe den jetzt hier nicht gesehen. Äh... Oder auch hier. Das war Aluminium plus... Stahl oder irgendwas? Ne, Natium. Nein, Aluminium auf jeden Fall irgendein komisches Zeug. Sodium oder... Sodium oder Natium oder irgend sowas. Das war das, was wir in den Kriegs herstellen mussten. Okay, dann... Lass mal... Wie viel Feuerlöscher planen wir? Vier Stück? Ja, jeden Bereich mal irgendwo aufstellen. Mhm. Gut, also... Sechs Stück. Dann. Ja. Feuerlöscher kann man nicht genügend haben. Äh... Abgesehen davon, dass sie ja eh verbrauchstüler sind, ne? Genau. Ja, eben. Das Nächstes können wir die Halterung eigentlich für die Wand herstellen. Sodium. Sodium... Gute Frage. Packe ich dann einfach mal... Keine Ahnung... 20 Stück mit ein. Das heißt, wir können rein prinzipiell vermutlich den Feuerlöscher 20 mal auffüllen. Jupp. Okay. Die Halterung für den Feuerlöscher, das ist eine sehr gute Frage. Kann man das irgendwo bauen? Ja, das finden wir aber auch raus. Das finden wir aber währenddessen raus. Okay. Ähm, übrigens, was ich gesehen habe, ist es explodierende Havien. Jupp. Das sind ja T4 und, äh, Abbrunnen. Wenn nicht andere Munition herstellen wollen. Aber, äh, das würde ich herstellen denn auch, was die Ingenieure da haben zu nennen. Ja, die mit keiner gar ein bisschen leveln können. Und Doktor, was ist mit deiner Sprengstoffherstellung? Da brauche ich noch ein paar Level. Ich kann nur den instabilen Sprengstoff herstellen. Den kann ich aber nur aus stabilem Sprengstoff herstellen. Bad. Mhm. Mhm. Wäre das nicht gut, wenn es trotzdem level ist? Ja, das habe ich jetzt mit Gegenmittelherstellen gemacht vorhin. Okay. Haben wir genug Gummienten für Drähte oder so? Ja, wir haben keine Gummienten für Drähte. Dann packe ich nochmal ein paar Gummienten ein. So, für jeden eine. Ich bin lächerlich. So ein Baden, ja. Ähm, ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen der Doctors Uniform ist und dem, was ich anhabe. Wenn das mehr Taschen hätte, wäre das fast eine Überlegung für ein Upgrade. Äh, Doctors Uniform? Ich glaube, es liegt eine rum. Äh, ja. Genau, um überlegen. Ne, stimmt. Das könnte die Alternativ Layered Tasche sein. Dings sein, ne? Ja, die hat drei Taschen. Ähm, je nachdem, was wir für eine Mission machen, wäre es vielleicht sinnvoll, ein Biohazard-Skew zu kaufen. Wir können auch, gut, dann schauen wir jetzt mal. Also ich glaube, wir schauen jetzt mal in die Map rein. Wir können, äh, einmal ein Killing a Hammerhead machen. Das bringt uns 3000. Oder, ähm, Biohazard. Local researchers are offering 1900 Credits for delivering a container of Husk Parasite eggs to Curie Outpost. Das ist voll easy. Wie viel geben die dafür? 1900. Ja, also das ist eine simple Transport-Mission. Äh, das sind die, die wir das letzte Mal gelootet haben, aus denen ich die Gegenmittel machen kann. Wir haben genug Gegenmittel an Bord. Ich würde sie einfach irgendwo wegschließen und hoffen. Für 1900 kann es nicht so schwierig sein. Okay. Sollen wir die einfach machen? Ja, dann. Gut. Hast du gerade oben letztes Mal im eSport-Habend bitte? Das ist doch schon. Ne, weil, wenn wir sie dann nix haben. Weil, das, also das ist nix und das ist was. Ja. So, jetzt ist das drin. Okay. Bei was? Oben. Replace Shuttle. Respawn Shuttle. Ah. Okay, den seh ich nicht. Ja gut. Easy. Gut. Okay. Hat der Seele dann alles gesagt? Ja. Genau, die Doktors Uniform willst du dann nicht? Ne, will ich dann nicht. Okay, gut. Haben wir, ähm, ach ne, Bioherset braucht wir nicht. Ja, würde ich, wenn wir irgendwie mal Geld haben, würde ich ein Bioherset-Ding bauen. Aber 3000 würde ich als Puffer erst mal lassen, gerade wenn wir jetzt nicht so viel Geld haben. Er hat besonders, äh, hat unsere Kölkern, haben wir denn noch genügend Munition? Das ist nur nochmal die letzte Frage vorher. Ich glaube ja. Wie, ähm. Ich würde sagen, haben wir genug, ähm, Welding, äh, Fuel. Wir haben eigentlich schon kauft. Wir sollten noch für uns gut Alkohol haben, sonst ein bisschen mehr Aluminium. Ja, gut, okay, dann machen wir den einfach noch. Ja, wir können noch ein bisschen Alkohol kaufen. Wenn ich ihn finde. Ja, haben wir den jetzt auch, glaube ich. Echt? Ja. Ich kauf mal vier Stück davon, das sollte reichen. So, ähm, genau, wie kann man denn, also mit welchen Materialen kann man denn die Waffen, äh, die, die Recoilgun, äh, die Coilgun Munition bauen? Äh, Coilgun? Ich glaube, du hattest das vorhin angeboten, deswegen. Ja, ich hatte schon ein paar davon gebaut, das war nicht kompliziert. Ich muss mal kurz noch gucken. Ich glaube nur, äh, Stahl. Aluminium und Stahl. Und Stahl ist Eisen plus, ähm, Carbon. Wir haben Eisen und es fehlt Carbon. Für Pfeiler verbrochen ist der auch eben. Ja, ja. Achso, warte mal, wir haben Steel Bars. Ist Steel Bars dasselbe wie Stahl? Äh, Steel Bars, ja. Ist Stahl. Okay. Irgendwas hatte ich gerade noch, ich hab's vergessen. Vielleicht war's früchtig. Gib mir einen Moment. Carbon find ich hier auch grad gar nicht. Hm. Kann es sein, dass du Carbon einfach aus den Viechern rausholen kannst? Nee, kommst du, kriegst du Alien-Blut raus, auch wenn du's danach... Nee, ich mein, wenn du die Leiche einfach in den, ähm, Schredderer wirfst. Geht das? Ich konnte vorhin aus Versehen die ganze Box mit einem Krümpel drin reinwerfen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht... Weil ich seh sonst keinen Carbon. Die Leiche kannst ja ja nicht breken, ploppen. Irgendwas wollte ich gerade. Oh Gott. Sind wir aktuell bei einem Military Outpost? Ja. Die verkaufen keinen Carbon. Ach so, okay. Gibt's irgendwas, was wir hier... Ach so, deswegen gibt's hier die Nukleartorpedos, nehm ich an. Frage. Wollen wir eigentlich... Negativ. Nein. Nein. Ach so, ja, wollen wir. Nein, sollten wir nicht tun. Ähm, haben wir noch genügend Plastizier? Jo, proben wir den Kauf. Haben wir noch genügend Plastizier? Sag nein. Genügendste vier, war die Frage? Ich wollte drei. Plastizier. Ich glaub, wir haben genug. Die Frage, haben wir genügend Plastizier ist immer nein. Okay, ich sehe, wir... Wir haben jetzt alles. Gut. Dann gehen wir jetzt hier, äh, rein. Alle sind bereit. Jawohl. Gut. Dir ist wieder eingefallen, was wichtig war, kannst du mal so machen. Ähm, nicht abdocken. Wir haben eventuell die Hedge unten im Sperrangel weit offen. Und ich wär gleich mal mit mir beim Widerring. Ja, wir mussten auch erst mal die Hülle, ähm, reparieren. So, dann... Ne, das haben wir gekauft. Das Zeug holen. Das Zeug holen. Das Zeug holen muss, was, äh... Äh, warum reparieren... Wie viel hat der Spaß gekostet? Reparieren kostet 1000. Äh, ja, ne, das kriegen wir billiger. Kriegen wir? Ja, aber wir haben... Also ich mein, 3000 ist ein gutes Puffer. Ja, auf jeden Fall, dann macht der Scheiß. Okay. Wobei halt, Replace Lost Shuttle... Das können wir nicht anhaken. Okay. Wir haben's nicht verloren. Ja, aber wir haben's nicht gebraucht. Wir haben's auch nicht gebraucht. So. Das kam ja... Äh, die ist nicht Sperrangel weit offen, aber sie ist undicht. So wie sie aktuell konfiguriert war, Julius. Okay. Gut. Sind alle bereit? Ja. Ja. Dann Dini Jinsane. Ja. Achso, ich hab noch nicht okay gekriegt. Ja. Ja, ja, ich hatte ja gesagt. Deswegen war ich... Manche dann gar nicht. Start. Äh, gerne nur mal so ne kleinen Seitenliebe gegen dich. Ja, gerne doch. Wolltest du nicht bis um 12 spielen? Ja. Hab ich nicht vor. Es wird bis um 1. Du meinst, du meinst um 12 morgen, richtig? Ja, ja. Alles scheiße hier. Alles scheiße hier. Ähm. 12 ist ja mittags nicht, gell? Ähm. Ja, das heißt einfach, ich muss nur... Warte mal. Das einzige Ding ist, ich muss mal echt mal fragen, äh, wann wir uns eigentlich morgen... haben wir eine feste Uhrzeit schon mal ausgemacht? Haben wir schon einen zweiten Button hergestellt? Nein. Okay. Ähm. Dann machen wir im Grunde um die Tür für mal. Genau, also von innen geht die untere Schleuse jetzt auf. Von außen bräuchten wir noch einen Button. Ich brauche kurz an. Wer ist das angekommen? Äh, so wie es jetzt ist. Also war das anscheinend vorhin richtig? Ja. Ähm. Haben wir auch mal nach hinten? Ja, sechs Stück in den Ladegräten und vier Stück nebendran in der Kiste. Äh, in dem Schrank. Ähm. In dem Supplies-Kabinett auf der Kiste ist eine Leere, die ihr bitte austauschen kann. Ich habe an der Schleuse noch anders gewired. Ich habe den blauen auf State Out, der war bei dir auf Set State und den roten auf Toggle State. Okay. Da war also das Problem. Äh, wenn du mit Set State wirest, ist die Schleuse auch, solange du drückst. Oh, nur zum Supply-Kabinett. Okay. Brauchst du den Schraubenzieher dann noch? Ja, Post. Äh, sorry, falls ich irgendjemanden drüber geredet habe, wo noch wichtig war. Wo noch wichtig war, Alter. Digga. Oh, die Leute, es ist spät. Äh, die Leute brauchen die Schweresprache. Hier. Äh, haben wir hier unten eigentlich Water Detektoren drin? Nur weil er am Strand liegt? Äh, hatte ich... Hatte ich letztes Match gesellschaftlich aus Versehen einen ausgefahren. Wir müssen drauf irgendwie wieder inszeniert werden. Wo? Hoch. Hoch. Äh, literally unten bei der Pumpe in dem Raum, wo es im Schrank liegt. Äh, wo hast du den Button? In welches Supply-Kabinett? Also... In dem Supply-Kabinett rechts beim Eingang von Engineering. Welche der Pump-Räume ist es denn? Eine kleinen. Äh, nicht der Pump-Räume. Äh, hier unten beim... bei der Luftschwelle. Ah. Äh... Dini, hast du noch ein Draht für mich? Ein Draht? Ja. Also... Ah, okay. Aber ich bring dir einen. Ich bin schneller als du mit dem Anzug. Ich hab den Shit gefunden, den wir transportieren sollen. Äh... Ich bin auf dem Weg nach oben, hoffe ich. Das Breach ist okay, das bin ich. Ähm... Äh, Gullius, ich sollte dir ein Draht bringen. Äh, ja, ich wollte das schon mal setzen, in der Hoffnung, dass ich danach... Äh... Wir sollten noch an andere Stelle einen Button setzen. Ja, ich bin dabei. Und zwar hier in dem Raum. Ja, das ist ja aber das, was er gerade machen will. Nee, das ist für die Hedge nur. Also, das ist so schon okay. Ich meinte hier, dass der für die Hedge trug, hier in dem Vorraum, den Waffen zu haben. Oh... Naja, folgendes Szenario. Die Hedge hier ist offen. Die Tür ist zu. Ich muss aber auch nach draußen. Genau, weil wir... Ach so, jemand ist draußen gestorben, ist dein Szenario. Ja, gut. Ja, da wir halt nicht wie in dem anderen zwei Räume haben, ist es tatsächlich notwendig. Kabel im Schrank, Julius. Brauchen wir noch mehrere Boxen? Wir können sie schreddern. Okay. Bei... Im Außenposten liegen noch mehrere Boxen rum, deswegen. Zwei Stück, ne? Äh... Wir können alle Boxen haben. Es ist schon freier Ressourcen. Ah... Drei Stück, ja. Drei Stück. Wow, okay. Ich hab gedacht, bevor du die aufmachst, hast du noch... Wenn ich die hier runterfallen lasse, fände ich es runter? Nee, schade. Ist die Hedge... Vielleicht in der Leiter? Ja. Das heißt, ich kann die hier vorne aufmachen, damit man abpumpen kann. Ähm... Also grad mach ich's... Also grad mach ich's nicht, weil wir grad stehen und ich grad hier ganz viel Krempel in der Gegend rumschmeißen muss. Und ich da grad keinen Bock hab. Aber fürs Fahren, sobald wir fahren, auf jeden Fall. Ja. Das ist auf jeden Fall. So, hol dir das Tür wieder zu. So. Äh... Moment. Alle Kisten sind abgeholt. Ich hab auch nichts anderes mehr zum Einsamen gefunden. Nee... Shit. Okay. Das sind aufgesperrt. Ja. Vorsicht, dass du nicht an dem Antrieb vorbei bist. Ach, stimmt. Antrieb, ja. Kann ich dir denn von innen aufmachen? Ja, das ist der Button, von dem wir eben geredet haben. Äh... Der ist unter anderem deswegen nötig, weil man außerhalb vom U-Boot keine Buttons platzieren kann. Ja, ich hab wieder keinen Anzug. Ja, ich wollte grad den Anzug anziehen, um ihn reinzuholen. Ähm... Ja, mach das, mach das mal bitte. Ich hab mich hier noch Sauerstoff zum Rumtauchen. Ja, Halinitus hat jetzt übernommen. Brauchen wir Reparaturen hier? Komm mal. Komm mal hoch. Okay, dann du gehen. Äh... Backprefer-Roll. Wir brauchen keine Kippe. Jetzt ist abgepuckt. Ach so. Wo? Ah, Medic. Hallo, ich will dich. Äh, Dino, wirklich, stellen wir dich schön bei auf, wie du eine Reparature elektrisches? Weil als Reaktor kriegst du überhaupt keine Erfahrung aus. Ja, okay. Nee, klar. Kein Kopie. Dafür bist du doch auch einer... Ja. Es ging mir nur darum, wenn ein Mechanic auf einmal besser ist, dann ist das eine in Inji, dann ist irgendwas schief gelaufen. Hast du einen Ranch? Ich wollte doch den vorher mal absprechen. Erik, hast du einen Ranch und kannst diesen Button wieder abschrauben? Äh... Ja, hab ich. Ich hab auch einen. Oder so. Also ihr könnt grad aufmachen. Ich brauch den Button, den ich da unten hingeklebt hab. Da ist was kaputt. Ich hab den da. Äh, das was ist denn? Das ist eh, ne? Das braucht der Elektriker. Ich komm schon. Wie kann ich die denn? Du musst wahrscheinlich die Ranch auswählen. Ja, ja. Und dann E drücken. Hallo. Ich hab's ja auch nicht mehr. Ja. Fucking hell. Scheißjet. Ähm. So, jetzt aber. Ah, ein bisschen halten. Hä? Jetzt. So. Äh, halt. Wait, 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 what? Ja, jetzt hast du ihn. Ja. Genau. Äh, ich pack den hier in den Schrank. Okay. Cool, jetzt brauchst du noch, äh... Äh, Gini. Halt, wenn du glaubst. Nicht so weit weg gehen. Äh, hier unten im Schrank ist noch ein Water Detektor. Äh, bei der Luft quasi. Und du musst noch ein Kabel sein. Verbind das mal bitte mit der Pumpe hier. Ja. Wo sollen Uran, Aluminium... Ja, hier dringend? Ja, genau. Das ist in dem mechanischen Raum. Das war Schienenraum. Das war Schienenraum. Wie war das mit rechts? Mit Rücktreten? Ah ja. Das war nochmal der Maschinenraum. Das wäre ja so. Schienenraum und so Oxygen... Ähm. Wer hat denn die Harpunenwaffe? Ja. Eine wieder in die Armory zurückgelegt. Ah, okay. Ja, da hab ich eine gesehen vor. Anabtunenwaffe liegt hier seit Ewigkeit noch auf dem Supply-Kabellentraum. Okay. Ich guck mal, ob ich den Wire noch irgendwie hübscher hinkriege, ansonsten bin ich fertig. Ach, gut. Mal gucken. Einfach mit E drauf geben, dann kriegst du ein Kabel. Es gibt hier ein E in dem Detektor. Hä? Direkt rechts von dir, Jin. Aufm Boden. Wie war er hier? Achso, mein... bei Jin. Was machen wir mit der Kiste von mir? Stimmt, der... Äh, die lass die oben. Einfach, hätt ich gesagt. Einschließen. Der ging nicht anders. Der ging nur an diese Stelle. Okay. Äh, Sankitas, ich schmeiß dir den... ...die leeren Box in den... ...Zerschredderer. Weil davon haben wir ja drei Stück bekommen. Kann ich auch, just in case, den nochmal rewire... ...mit der anderen Pumpe oder so? Nee, 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 nee. Lasst die, wenn die Pumpe läuft, ist es wichtig, dass die so läuft. Nee, die eine Pumpe hat keinen... hat keinen State. Ja, ich weiß nicht, dass sie keinen State hat, aber... ...dieses Problem ist an der Sache. Wenn wir die jetzt umstellen... ...haben wir ein Problem, dass... ...also, wenn wir andere umstellen... Also, die funktioniert momentan. Genau, also, die äußere, die wo ich stehe, die tut. Ja, die ist richtig. Die andere nicht. Genau. Die würde ich jetzt wiren... Wenn wir die riskieren... Ja, also, ich würde nicht riskieren, dass wir die kaputt machen. Ja, ich würde ja... Wir tun jetzt nicht wiren. Nicht... ...experten. Das Problem, Nick, an dem Konzept von 12 Stunden Stream ist... ...ich hab Hunger auch. Übersessen. Ja, wobei... Ja, wobei... Ja, wobei... ...kann man den doch... ...ne, den kriegen wir da nicht weg. Warte, ich guck, ob ich ihn... ...ist das in Engineering zu machen, oder ist das ein Mechanical-Ding? Ich hab ihn gerade mit Engie gemacht, ähm... ...aber er lässt sich nicht mehr entfernen. Dann ist es vermutlich einfach... ...ein, äh... ...lost... ...der Teil, äh... Ja, der ist irgendwie geklippt. Pff... Was kostet das denn? Ähm... Es sah halt eben anders aus... ...an... Ja, ja, alles gut. Also... Habt ihr mittlerweile alles reingesammelt, was wir brauchen? Ja, außen hatten wir ja eh nie was. Ist alles eh im Schiff gespawnt. Äh, ich freu' ich noch... ...ja, ich freu' ich noch Topper und Plastik. Haben wir was? Okay, ja, Plastik hab ich schon. Aber wenn denn alle bereit sind... Genau. ...können wir rein theoretisch auch aufbrechen auf unserem Weg. Waffen sind bereit. So, wir haben jetzt neunmal Morphium. Äh, das bleibt erstmal. Gibt's irgendjemand, der dagegen ist, dass wir aufbrechen? Nee. Naja. 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 Gut. Das könnt ihr ja unterwegs machen. Genau. Unser Ziel ist... Ja, 2,7 Kilometer entfernt. Äh... Bringen wir hin. Wo haben wir denn Puffer? Wir... Wir bewegen uns. Ab jetzt. Puff... Wem soll ich... Energie, bitte. Energie, bitte. Ja, warte. Jetzt. Okay. Puffer ist hier dran, in dem großen Schrank. Okay. Headset hat wieder Energie. Shit. Shit? Ja. Ich hab grad gemerkt, ich krieg kein Ingame schon mehr. Äh... Feuer! Feuer! Ich bin dabei. Ähm... Wir setzen gleich hinten auf. Soll ich mich kurz um den Reaktor gucken, dass du Ton machen kannst, Jin? Ja. Ja. Ein Sankitas. Ja. Wo hast du denn die ganzen Feuerlöscher hin? Ähm... Wir haben... 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 Alles weg, was der Land ist. Weniger Leute sind hier drin aufhalten, der zu müssen. Ähm... Wir werden... Wir werden... Wir haben... Ja... Ich bin schon am Gegensteuern. Ähm... Energie weg. Temperatur zu niedrig und ich muss... Äh... Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber irgendwas passiert gerade. Wir setzen auf. Äh... Ich versuche gegen zu steuern. Ich versuche so gut wie möglich gegen zu steuern. Alter... Ja... 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 Ich weiß nicht, was überhins ist. Naja... Okay... Achtung... Wir treiben wieder auf. Ja... Ich versuche gegen zu steuern. Ja... Das Problem ist, ich habe immer nur zeitweise Energie. Das macht das Steuern. Ja... Ich bin in der Lage, den einzustellen, weil die Energie immer wieder droppt. Ne... Ne... Er hat doch gerade nur mit mir geredet, von wegen... Ähm... Genau... War keine Kritik. Das war keine Kritik. Keine Sorge. Äh... Soll ich bitte übernehmen? Ja... Ich habe auf Auto geschaltet. Es ist auch gerade wieder safe. Okay... Wir sind jetzt langsam auf dem Weg nach vorne. Ich glaube, damit Auto funktioniert, muss der Käpt'n langsamer die Power verteilen. Glaube ich. Ja... Ich habe gerade auch nicht mal mit manueller Regulierung hinterher kommen können. Das Problem ist, wenn du plötzlich Äh... Aktionen machen musst. Äh... Ja... Ja... Mir ist das? The Fuel Watch ist leer gelaufen drüffendurch. Ah... Äh... Meldown-Gefahr? Meldown-Gefahr? Ja, ja... Ich habe gerade mal was gehabt für dich. Weil ich habe gerade schon eure Fuel Watch nachgelegt. Danke. Ähm... Ich muss erst mal gucken, wie's hier oben aussieht. Alles. Ja, dann könnte ich Hilfe brauchen. Okay. Ähm... Ich... Ich kann doch hier dasselbe rausziehen. War halt gerade allein, aber ein bisschen schwierig. Genau. Ich habe hier oben auch elektrische Schäden. Ja. Es war gerade lustig, wie jetzt die Station mitten unter der Hand zerbrochen. Aber gut. Shit. Du hast einmal zu fest drauf gedrückt. Achtung, wir setzen vorne dicht auf. Ja, ja. Ich versuche gegenzusteuern. Wie gesagt, ich war gerade... Ach so, ja. Oh. Oh ja, perfekt. Ah, nee. Nicht perfekt. Wir haben gestreift. Hey. Welty Fuel? Habe ich gerade vorbeigebracht. Wir haben... Alter. Ich hab... War... Es ran doch wohl nicht. Wir haben einen Gegner. Wir haben einen... Echt? Die Finger jobben gerade, während man... Sie rüberrichtet. Ja. Weil ich gerade... Äh... Massive Änderungen an Output erfordern. Ich muss sagen, können wir mehr so Batteriepacks da reinbauen, dass die sich das vielleicht abwanken können. Batteriepacks? Ist der Feind tot? Nee. Der treibt sich da noch irgendwo rum. Er ist vor uns. Er ist vor uns. Warte, exakt vor uns. Er hängt in unserer Nase fest. Ich könnte in den Felsen reinrammen, um ihn zu töten. Please down. Hey, Jim, wenn du mir helfen möchtest, die Hochzeilefechtsstation hilft Ihnen. Wir sind hier zu zweit. Okay. Nigga, an der Gefechtsstation kann mir nichts helfen. Achso, du kannst reparieren. Ja, Glut. Ja. Das war der Gedanke. Oder warte. Ah, ich krieg's selber hin. Ich komm trotzdem mit Hochmaßen. Okay. Weil... Nee, ich will das auch... Vielleicht war doch mal anders was. Ich will das doch tatsächlich auch ein bisschen skillen, damit ich zumindest meine Stationen repariert bekomme im Notfall. Ja, ich will auch irgendwo skillen, weil... Ja, du solltest skillen. Ja. Okay. Ich wollte auch nur... Wir haben übrigens immer noch einen Feind vorne bei uns an der... Ja, komm ich nicht hin. Ja. So, wie gesagt, ich kann in die Wand reinfahren, dann ist er weg. Wir haben ja festgestellt, dass das jetzt schon funktioniert. Ja. Okay, probier's. Ich versuche mal sanft gegen die Wand zu fahren, ja. Ähm, von... Finde den Fehler in dieser Aussage. 4, 5 Uhr, äh, kommen Feinde. Ja, ich hab... Vorsicht, press for impact. So, ähm... Kann man jemand prüfen, ob vor uns an der, äh, am Bug, der noch lebt? So, ich hab das eine Fisch ausgeschaltet. Wahrscheinlich. Unter uns. Ja, sieht noch lebendig aus. Also zumindest auf dem, auf dem Sonar. Okay. Äh... Kann leider nicht ganz hinkommen. Doch, kreaktuell noch ein Feuerlöscher. Nee. Im weiteren? Ich hab einen hier, der müsste eigentlich reichen. Ja, äh, er lebt noch. Ich könnte ihn mit der Railgun wegpusten. Äh... Nee. Er frisst halt grad einen der anderen Toten. Ja, das ist ja gut. Jetzt ist er wieder unter uns. Unter uns? Komplett unter uns? Nee. Also er ist grad wieder nach unten weggetaucht. Gleich könnte er unter uns... Ja, ich seh ihn, wo er ist. Er frisst da weiter. Können wir doch einfach gehen. Ja, hab ich vor. Ich will einfach abhauen. Wenn er uns verfolgt, dann verfolgt er uns halt nicht. Perf... Ah, er war fest perfekt. Gullius, siehst du ihn? Äh, in welcher Gang? Warte. Ah, okay. Ich schieße ihn mit der Railgun kaputt. Nee. Er ist tot. Kannst du nach oben kommen? Gut. Ähm... Ganz einfach. Das Buggy. Hä? Ich hab den Sauerstofffilter, äh, den Wasserfilter weiter nach oben gesetzt. Wesentlich weiter. Und er hat dann die Bruben gesprägert. Okay. Äh, ist er da oben? Und dann ignorieren wir das einfach. Also, evtl. haben wir immer noch einen dabei, den wir mit uns rumschleppen. Ich seh niemanden. Und hallo, Uteschi. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Also, an der vorderen Unterseite des Schiffs. Eventuell. Da höre ich was hämmern, aber ich kann's nicht sehen. Ich hab' den Ausguck. Ah, okay. Weiß ich nicht. Ich hör's hämmern, aber ich kann nichts sehen. Ich schalte mal kurz das Boot an und geh' mal in den Ausguck hoch. Die Wienvolle. Dann kann ich das überprüfen. Wir fahren gegen den Felsen. Das Boot ist angehalten. Wir fahren gegen den Felsen. Er erlebt noch und er, er... Nee, er lebt jetzt nicht mehr. Ich glaub' du hast ihn grad zerquetscht. Das ist die Pumpe jetzt manuell, hätte ich gesagt. Die hat einen Power-Schalter an-aus. Du hast ihn gequetscht. Ja. Sehr schön. Glaube ich. Ich hab' ihn grad noch klettern gehen, deswegen. Also, ich hab' hier drei Feuerlöscher und eine volle Harpoon-Gun. Aber er ist weg. Also, er hat mehr auf dem Radar zu und ist nicht mehr angezeigt. Beim Pink gerade. Wir müssen ein Stück nach vorne. Jin, willst du skillen? Ich hab grad hier was. Okay. Äh, sind alle unter Oxygen-Tanks hin? Äh, wo Bildbegebung? Äh, Waffe. Da oben. Irgendjemand hat die alle nach oben geschafft. Ich hab' mich eben schon gewundert. Äh, der Generator hat, äh, Feuer. Das ist auch gut an. Also, Rauch. Rauch meine ich auch, sorry. Ja, Meldo. Komme. Äh, soll ich ihn runterfahren? Äh... Okay, bis da. Nee, ich hab' er fixen. Nee, fixen. Ach, er ist ein Automatic, okay. Er ist ein Automatic und er war kaputt. Was? Okay. Ähm, wir haben eventuell wieder einen Feind unten. Ja, da seh' ich ihn. Leistung zu niedrig. Ich schraub mal die Last. Ah, wir haben sogar mehr, zwei. Äh, hinter uns eventuell auch? Auf, äh, was ist das? 9, 10? Gegenüber vom Reaktorraum steht ein Feuerlöscher. Okay. Vielleicht auch wieder Reparatur. Wo? Sani. 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 Schönen willst du? Ähm. Geh du. Unter uns ist ein U-Boot. Wollen wir... Wollen wir docken? Docken? Kann man das docken? Ja, machen wir. Okay. Äh, Achtung, Achtung, Achtung. Zu schnell, zu schnell, zu schnell. Aber dock jetzt. Weil hier irgendwo was da herkommt. Ich kann nicht wirklich docken. Äh, ja, bei Oxid, da wo der Oxygen-Dings ist. Also ich sehe, Kai, ich sehe nichts zum Docken. Okay. Sorry. Ähm, wir sitzen drauf. Genau, wir sitzen perfekt drauf. Wir können eigentlich von dem einen Ausgang in den anderen rein. Soll ich als Medic mitgehen? So. Ähm. Wollte es dann anbieten. Was? Äh, da wo das... Oh, das kommt nicht schön. Äh, da wo das... Ja, ist okay. Ja. Und stehen auf, sagen wir mal, 10%... 10%? Falsch Richtung, Falsch Richtung, Falsch Richtung. Äh, wir werden gerade geflucht. Falsch Richtung? 10% raus, nicht 10% rein. Es muss minus 10% sein. Ja, ja. Ich bin... Äh... Okay. Dann, äh, diesmal beim Außenteam wird der Käpt'n mal mitkommen. Ich will auch mal was tun, außer die ganze Zeit an der Station zu stehen. Äh, das ist eigentlich keine gute Idee, aber... Same is last and worse. Nee, ja, ja, es ist vollkommen in Ordnung. Er will nen PK machen, lass ihn doch. Genau. Können wir was beißt hier ständig den Engine rum haben? Jetzt öfters Wasser lag. Äh... Vielleicht sollten wir mit dem Way-Team einmal draußen gucken, wenn wir schon gehen. Ähm, es scheint bei uns oben... Äh, also hinten oben auf dem Dienst was drauf zu sitzen. Wo? Okay. Gut. Ich komm mal nach oben zum Rauskommen mit. Ich seh oben nix. Äh, wo der aufstieg, wo der aufstieg. Bin ich im Way-Team mit dabei? Äh, ja, Gerund bitte mitkommen. Wir brauchen zwei bewaffnende Leute, also Käpt'n und Gerund neben Waffen. Tauscht eure Betriebszellen vorher noch mal aus? Ja, das ist ne gute Idee. Äh... In der Aufladung... Inji... Sind... Inji ist nicht voll. Können wir bitte mehr darauf achten, dass bei der oberen Hedge, da ist ne Schleuse nach unten, die ist immer offen vorbeikommen. Das ist... Momentan ärgerlich, weil ich mich dann jedes Mal da drin einquetsche. Mhm. Generell ärgerlich, weil dann alles direkt runterläuft, wenn da oben was passiert. Jo. So... Äh, wo ist die zweite Harpune? Äh, die sollte hier oben im Schrank sein. Gut, dann hol ich mal hier... Warte, ich bring die mit. Wir gehen eh unten raus, oder? Ja, wir... Ja, wir... Vor allem nach Harpune führen zur Zeit, hat er das noch. Gut, also wenn wir unten rausgehen, äh, soll ich auf Scooter... Ne, Scooter brauchen wir nicht. Wir sind... Leikabinett, das ist unten? Ne, das ist ein Leikabinett bei... Ja, das gibt mehrere. Das ist halt wie wir sagen, äh, bei welcher. Ist noch jemand... ...jemand an Bord, der Plan hat, wie man das Ding steuert? Wenn es hier... Nein. Also, falls da was passiert, ist keiner mehr da, der weiß, wie man das Teil steuert. Ja. Ich krieg's hin, ich krieg's hin. Okay, Gen. Ähm... Ich hab's gefunden, die habe Hunde, danke. Ja, ich hab's dir eigentlich mitgebracht. Äh, Lasche? So. In dem Schrank, an dem ich gerade stehe, ist noch das ganze Zeug von deiner Leiche. Cool. Ich kann auch arbeiten. Gut. Äh, wir gehen unten raus. Das heißt, unten sind auch... Dings, wer? Ja. Weil oben ist wahrscheinlich ein Feind, da braucht es mal acht mit. Und... Wollten wir den nicht checken, aber ihr sollt auf jeden Fall nicht hinter dem... Also, ich meine, den einen Feind müssen wir halt weglasen noch, ne? Ja. Äh, wir haben keinen Welding-Fuel mehr, kann das sein? Äh, doch. Wir laufen wieder voll. Ja, wir laufen wieder voll. Moment. So laufen wir voll? Ja, I know. Wow. Okay. Ich schau mal kurz an die Waffen, ob ich irgendwas sehe. So, ich habe einen Anzug an, ich könnte rein, würde ich rausfinden. Aber ich würde gerne und gerne alleine raus. Ja, okay. Ich komme jetzt noch dazu. Ich wollte eigentlich noch eine Welding, äh, Dings mitbringen. Oh, sorry. Ich wollte warten, bis das Wasser weg ist. Äh, die Pumpe ist einfach auf hundert Prozent. Das ist meine Zuerstelle. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So. So. So lange wir nicht fahren, ist das kein Problem. Ja. Gut. So, ich habe jetzt zwei extra Flaschen dabei. Ich habe auch drei extra Flaschen dabei, just in case. Ich stehe schon mal in der Schleuße und warte auf euch. Ja. So, ich habe mein Suit an. Das ist euer Suit auf einigermaßen voll, ne? Ja. Gut rein. Genau, ich habe kein Powertool oder sowas mit zum fahren oder so. Ich habe leider auch, also ich habe kein Tool dabei. Ja. Auf welchem Tool haben wir eine Brechstange oder sowas? Ne. Also Brechstange, freut mich mal. Ja. Habt ihr irgendwo noch Sting und Calcium? Ähm, habt ihr den Ingenieur dabei? Ich bin bereit, er müsste aber von oben einen, äh, hier, Taucheranzug mit runterbringen. Und kommt danach. Wir gehen jetzt mal zu Griff raus und gucken mal, dass wir das vier erstmal besiegen. Wenn der Ingenieur sich bereit macht, das vier ist ein voller jetzt. Okay. Ich bin noch nicht gebraucht, aber Gin ist derjenige, der weiß, wenn man das Ding zwei versteuert, also jetzt will ich mit rausgehen. Okay. Ja, dann reicht's auch, wenn jemand die Brechstange runterbringt. Ich glaube, die Brechstange kann ich auch noch bedienen. Wenn mir jemand sagt, wo die ist. Das ist die Sache, ich weiß es. Wir gehen schon mal raus und vier sucht die Brechstange. Und wir kommen dann wieder rein. Ja, nicht wenigstens. Man schwimmt. Ich komme einfach mit einem Plasma-Kataraden. Ähm. Ja, jemand muss mit einem Anzug holen. Ja, genau, wir gehen schon mal vor. Ah, wir kriechen direkt nicht da rein, weil wir brauchen die Brechstange. Okay. Ähm. Ja, Batterie. Soll ich geh mal bitte nach hinten hier? Du schwimmst Beine voran, sitzen. Just saying. Bei mir nicht, aber. Ich hab mir oben. Ich hab mir jetzt einfach. Ähm. Du musst die Außenhatch zumachen, bevor du da reingehst, ne? Hm? Ist der Wattel oben rüber. Ja. Ist der Wattel oben rüber. Ist der Wattel oben rüber? Ja. Wenn ich ranziehen, den ich den nochmal abwalt und frau sind dann selber schwarz. Soll ich kurz gucken? Wie gesagt, wenn ihr Zink und Calcium zindet, mitnehmen. Weiß nicht, warum ich das jetzt nochmal ausziehen sollte und jetzt warten soll. Ich hab gesagt, du musst die Außenluke zumachen, bevor du die Schleuse... Erik hat gesagt, ich soll ihn ausziehen und hier warten. Okay. Und jetzt warte ich hier, aber ich weiß nicht worauf. Ähm. Ich sehe gerade, was du drüber... Ich glaube, ich hab den Feind gefunden, oder? Ich glaub, es wird, dass ich den Feind tot haben, damit du den Sauerstoff nicht verbrauchst. Aber dann kann ich doch schon mal runterlaufen und das unten warten. Ja, du kannst schon mal runterlaufen. Kann mal jemand an der Waffe nach hinten leuchten? Wir haben hier gerade sehr schlechte Sichtbarkeit. Not Erik. Warum sollte ich jetzt hier oben warten? Nein, es ging nur darum, dass du nicht mit dem Anzug rumstehst. Achso, nee. Ich muss nach unten laufen, damit ich an der Lupe bin. Welches ist denn die untere Waffe? Äh, die obere Waffe brauchen wir. Wir brauchen die obere Waffe. Äh, ich sehe hier niemanden. Hinten links. Äh, der, der, der hintere, die hintere Konsole, die linkeste Konsole ist es. Die da. Jetzt so rüberläufen? Ja, genau. Ah, warte. Ich glaube, da sehe ich einen tatsächlich. Hier unten? War der jetzt hier unten, oder? Ja, da, 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 da ist er. Ja, das sind zwei. Einer ist tot eventuell? Ne. Äh, die Waffe bitte wieder her leuchten. Die Waffe bitte wieder her leuchten. Nach oben. Ja, ja. Achtung, der ist da unten. Ab ihn. Ah, genau. Der ist tot, oder? Ja. Es müssten beide tot sein, glaube ich. Ne, der eine ist abgehauen, glaube ich. Der eine ist da unten. Der ist hier rum, wenn du nach links schwimmst. Hm. Da ist noch einer dahinter, gleich noch, wenn du ihn siehst. Da, genau. Der ist tot. Ah, da. Der ist tot. Ne, aber der ist tot. Äh, ja genau. Den habe ich dann abgestockt hier. Ähm, ich kann den Karten schluten, weil ich keinen Platz habe. Äh, pass auf deinen Sauerstoff auf, ne? Jep, jep. Ich sehe gerade, mein Sauerstoff ist relativ leer. Der Anzug war nicht wirklich voll. Äh, ich hab ihn gewechselt. Äh, die waren randvoll. Wir haben nur sehr lange gebraucht. Meine Sauerstre. Ja. Okay, das ist, dann ist mir das gar nicht aufgebrochen, wie lange wir gebraucht haben. Okay, ähm, will jemand den Crawler hier looten? Ich kann den nicht looten. Ich habe auch nichts mehr. Ja. Dann lass ihn runterfallen. Er sinkt jetzt auf dem Boden. Ja, Achtung. Pass auf die, äh, auf den Ausgang, Ausbruch aus. Jaja, ich bin ein bisschen zur Seite gesprungen. Jaja, die, wir brauchen dich gleich. Sorry. Ich dachte, du hättest es gehört. Ich wollte nicht über die zwei anderen drüber reden. Ich wollte jetzt mal nicht rumstehen, während Jin alleine das ganze Zeug am Laufen halten muss. Jaja. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe jetzt nochmal schnell alles reparieren. Aber jetzt warte ich wieder. Dann bitte den Hedge, die Hedge von dem Boot unter uns aufmachen. Wenn du unten raus gehst, bist du genau dort, wo du sagst. Ja. Das habe ich eher meinen Job. Kimi komm mit? Ja, das ist ein kaputtes Boot, oder? Ja. Dann muss ich das als Meckernig machen. Äh, die, Kimi komm mit, mit mir? Ach, jetzt macht es Not Erik. Ja, komm. Ja, komm. Ja, dann ist ja... Kimi komm mit. Komm, da ist dann Spaß gemacht auch. So. Ich bin nur, weil jemand sagt, es muss ein Engie mit. Ich dachte, ich flute? Ja. Äh, kann ich nochmal mit rein? Dann würde ich nämlich kurz Sauerstoff austauschen. So, die Duke ist direkt die hier? Ja. Ja. Gut. Äh, ein ganz klein Witzstand halten. Ich, äh, Dini, Achtung, ich drück den Knopf. Äh, warte. Dann lass uns raus. Oh, shit. Das war der falsche Knopf. Wie verhält denn? Gut, ich bin nicht die einzige, da passiert alles klar. Ähm, ja, ich muss auch zugeben, ich weiß nicht... Ich weiß bei dem Gerät nicht, welcher Knopf es sein muss. Ich hätte jetzt erwartet, dass es der obere ist, aber irgendwie hat es da... dann die andere Türe aufgemacht. Ja. Die mit den sichtbaren Drähten, die so richtig reinge... Das seltsame ist, ich hab das zugemacht. Und irgendwie, äh... Also ich hab den gedrückt, aber irgendwie ist dann die andere Tür aufgegangen. Das war seltsam. Ist das jetzt offen oder nicht? Oder? Äh, noch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, warum das nicht aufgeht. Äh, Gin? Ja. Du hast nicht zufälliger Sauerstoff dabei, oder? Nee. Schade. Äh, vielleicht sollten wir's einfach mit der Crowbar machen. Da steht ja schon... Äh, kannst du, Geron, kannst du die Außenshot wieder auch machen, dass wir nicht alle hier unten gefangen sind, falls irgendwas passiert? Ja. Dann komm doch rein. Ist offen. Aber ich hätte vollen Optik und den Tank... Äh, hätte ich eigentlich gefunden. Äh, wir brauchen aber vor allem, um... Wir warten das hier unten, ne? Nein. Ich hab, ich hab eine All-Access-Card gefunden, die liegt hier, äh, in dem... Kannst du die mal noch an den Schrank klicken, denn die nächste mit? Wie seid ihr denn reingekommen? Äh, du musst recht rein schwimmen. Also wenn ich in die rechte Kante hält, kommst du rein. Äh, ich hab sie eben zweimal ausgesprochen, dass sie verschwunden, und ich weiß nicht, wo sie hin ist, das ist richtig dämlich gerade. Ich hab sie, glaub ich... Äh, limited access to areas of the sub, hab ich eine. Nee, die hatte... Und das ist deine, oder? Ja, zurück, ja, zurück. Ich hab, glaub ich, deine gefunden. Ich pack die mal in den Schrank wieder rein. Äh, also was du da an Sport machst? Nee, das... Ja, das ist... Ah, limited. Ich hab unlimited gelesen. Nee, nee, bei unseren steht ja drauf, wen sie gehört. Äh, gut. Dann... Leg ich dir einfach mal an und gucke mal, ob ich mir irgendwas kunde. Ja, ja. Bei Plasma Cutter. Cyberplan... Ähm, kann irgendwer, der reparieren kann, mal schauen. Irgendwo gefühlt haben wir oben ein Loch. Direkt bei der Luke. Okay. Ich schwimm nach oben. Gab's noch eine limited access Karte? Dreimal Licht ist auch wieder perfekt. Äh, wir brauchen eine Krobar. Äh, Krobar oder braucht ihr... Ich kann mal... Was zur Hölle? Ich hab nicht viel Zeit hier. Äh... Ich würd's einfach immer mit dem Krobar machen. Wir können dann auch... Ja, die Aktion machen. Ein weg. Wo seid ihr gerade? Wo brauchst du die... Ähm, wenn du runterkommst, wenn du reinkommst, gleich nach rechts. Äh, wir sind gleich da nicht mehr hoch. Äh... Die unten braucht ihr... Die... Oder an der linken. Okay. So, ich würde die Schleuse grad kurz zumachen, damit ich rauskomme. Ja, mach mal zu. Ist zu? Ähm... Äh, Gerun, wenn du eh oben bist, äh, bring mal bitte viel Sauerstoff mit, dass wir unten auch austauschen können. Ähm... Wie ich kann das? Nicht mit euch austauschen. Warte mal gucken. Wir könnt einfach... Äh, wir haben doch hier genügend... Äh, danke. Wir haben doch genügend Teile, wo wir Sachen reinlegen können. Da kann man es dazu brauchen. Wie viele Schwenke und mehr. Okay. Hier ist ein Karotis-Kteroskop. Okay. Äh, ich hänge fest. Ähm... So. Ich mach mal die Tür wieder zu, die Schleuse. Das ist ein Shuttle, oder? Warte, warte. Ich kotze grad mein Inventar aus, dass ich wieder mehr Zeug mitnehmen kann. Okay. Komm mal wieder. Und Hallo Veggie. Ja, wir sind seit 14 Uhr dabei. Das heißt, wir sind seit 10 Stunden hier auf Missionen. Wir kennen uns jetzt hier noch ein bisschen aus mit dem Spiel. Ich hab eine Weddingtür gefunden. Sehr schön. Ja, ich hab eine Weddingtür gefunden. Ja, ich hab am besten gefeiert noch medische Spitz. Das sind doch ein paar medizinische Supplies drin. Ich hab leider keinen Platz für mich. Okay. Ja, ich nehm' ich die mit. Medizin... Medizinische Sachen immer her damit. Ganz viel. Ja, ja, ja. Deswegen. Nehm' ich die mit. Alles gut. Kohlstoff und Phosphor wär' jetzt zum Beispiel noch ganz gut. Warum kann ich da jetzt nicht rein? Links und rechts schwimmen, wenn du da unten... Der war links von dem, was wir aufgebraucht haben. Äh... Ja, Achtung. Ich hab ne Hedge geöffnet. Ja, danke. Ich war grad über der Hedge am Schwimmen. Ja, es ist mir auch aufgefallen. Da unten war noch Luft drin übrigens. Äh, Latte hier. Sehr schön. Ähm... Brauchen wir noch Plastik, äh, und Titan? Ja. Und dann brauchen wir immer Plastik. Ich glaub' nicht, aber schon einmal. Äh, und Draberdark, das hätte ich auch noch. Aber noch. Also, ich hab' alles, was ich eben einmal rausgeholt hab' unten bei der Schleuse in, äh, den Schrank getan. Das heißt, das könnte man mal wieder durch die Gegend... Haben wir die werfeilte Person da? Ja. Gut, die mögen mal bitte ganz kurz zu mir runterkommen zu dem Zielkabinett. Na, danke. Wo ist denn das? Ja. Ach, da, wo du gerade aufmachst, ja? Ja. Ja. Ähm, ich kann die, glaub' ich... Ja, ja. Oh, Phosphor. Sehr gut. Ich sehe aber keine Feinde. Äh, wer braucht Luft? Äh, wenn man, wenn's von, wenn du kochst. Ähm, ich bräuchte, wenn du beschützt. Oder wenn du drin bist. Wo bist du, Vendasil? Ach, da bist du. Ja, ich geh, ich... Ja, ich wollt's grad sagen. Kann jemand die untere Luke bitte wieder aufmachen? Jetzt. Ich versuch. So, danke. Ich hab da einen angefangenen... Äh, Hilfe. Äh, Hilfe. Was war der falsche Knopf? Habe ich den richtigen jetzt erwischt? Nein. Das ist der, der obere Knopf, der mit Grün. Ja, warte, du dir... Äh, Vendasil? Ja. Hier ist auch nochmal, äh, Luft in dem Supplies Cabinet. Mhm. Ich hab ne Taschenbebegriffen. Sehr stoppen. Naja, alles gut. Okay. Okay. So kann ich die anmachen? Jetzt seh ich ein bisschen mehr. So, na... Ich hab diesen Kohlenstoffen nicht. Kein Problem. Ähm, ich hab hier ne Tür gefunden mit unauthorized in Texas. Das ist sehr schön. Ähm, nach unten hier kommt. Gerund folgen. Der ist gerade unten. Genau hier. Hier nach rechts. Ja, da, 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 Dieter. Bitte aufmachen. Ja, genau. Wir suchen nach Waffen. Wir suchen nach Waffen. Das, äh, genau. Das ist auch die Weapons-Dings. Jep. Deswegen sind wir hier. Eigentlich jetzt unsere, äh... Oh, sehr schön. Ich muss was Wichtiges fragen, Keyword, oder war das einfach ein Leute-Klappe? Leute-Klappe hört sich gut an. Weil, weil Dini gerade im Hintergrund langsam erstickt ist und keinen gebrockt hat. Oh, was? Ja, ich wollte unten die Luke auskriegen und hab's nicht hinbekommen, weil von außen geht nicht. Das ist scheiße, ja. Keiner reagiert, danke Julius. Also, bist du jetzt immer noch tot? Ich bin drin, alles safe. Ähm... Wie seht du so einen Tag nicht aus? Alles gut. Also, wir haben hier Raygun-Shells gefunden. Ähm, ja, ich hoffe unsere Crew, unsere Crew geht's gut. Ähm... Und deshalb, dass alle den Klappe halten müssen. Bitte einmal ein Check-Check reinrufen. Das hören alle, da können alle doch zuerst hier. Ein bisschen wieder hoch. Ein bisschen wieder hoch. Ja. Ja. Ich hab übrigens Sauerstoff dabei, wenn jemand akut was braun praktisch scheint. Same. Ähm... Ich hab grad bei mir gewechselt, ähm... Ich bring jetzt erstmal eine von diesen Raygun-Shells nach oben. Es wär schön, wenn die anderen beiden auch mit nach oben gebracht werden. Ja, mach ich auch. Wir nehmen sie erstmal draußen einfach hin. Äh, du kannst sie einfach ins Dings rein droppen. Also, in die Schleuse kannst du sie reinbringen und dann... Jep. Das ist mal eine Idee. Aktualer und Sauerstoff. Hab ich schon. Äh, ist die Schleuse offen? Ja. Ähm... Die brauchen... Da muss das... Das Turm muss zu sein, damit die... Punkt. Nee, äh, die... Da ist so ein Symbol für Reparatur. Ja. Oh, hier. Ja, Wasser geht aber. Ja. Runter. Habt ihr jetzt die anderen beiden Shales hochgebracht? Ich bin grad bei der einen dabei. Ähm... Warte, hast du erst grad zugemacht? Nee, nee, nee. Wenn du reingucken kannst, du musst nach links und dann ein bisschen wigglen links-recht. Oben gedrückt halten und links-recht drücken. Ah, okay, jetzt. Ähm, genau. Ich würde jetzt noch einmal kurz rein und mein Inventar leer machen. Ja. Äh, ich hab noch eine ganze Reihe an Bandagen, Mochen, Antidotes. Ja. Ich würde jetzt halt... Hier. Immer her damit. Ich sortier's nachher ein und dann... Ja. Kannst du, äh, eine Toolbox runterbringen? Dann könnte ich die volle Toolbox und die leere Toolbox tauschen. Ähm, hier unten ist noch einer. Noch mehr, noch mehr. Also das richtig, richtig viel Medizinsupplies haben wir hier. Ja. Richtig hart viel. Ja. Richtig hart viel. Ja. 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 So. Ähm, ich brauch irgendwas... Also der Schrank muss leer, weil ich hab zu viel Zeug, um das auszuladen. Also ich bin randvoll gerade. Komplett einmal Waffenreparatur. Ich hab hier ne Pumpe gefunden, die noch funktioniert. Ja, dann soll die mal pumpen, ey. Passiert irgendwas mit Schrank leer oder Toolbox oder muss ich das selber machen? Fragezeichen. Ich bin grad am Gucken. Uh. Momentan wahrscheinlich, dass ich einfach nicht weiß, mit wem ich gerade rede und dann denke ich automatisch, dass die Person, die neben mir steht und wenn da nichts passiert, bin ich verwirrt. Ähm, an die NDs. Ja. Wir brauchten ne beste Lösung für die Punkte hier unten. Ähm, in der, ähm... Brauchen wir die Toolboxen noch? Ja. In der Schleuse. Denn die Pumpe läuft uns heiß, wenn wir die, ähm... Dauerhaft anhaben. Ja, das ist die Pumpe, wo man keinen Wassersensor daneben setzen kann. Und die andere Pumpe. Ach, die... Weil wenn natürlich die, äh, Schleuse unten offen ist, kann die natürlich nicht im Freiraum den Raum. Ah. Könntet ihr dann auch, äh, nochmal aufmachen? Ich würde auch gerne rein. Ich muss mal Luft rausnehmen. Jetzt bitte nicht auch. Jetzt bitte nicht auch. Ja, 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 wenn ihr fertig seid. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr raus seid, damit ich auch rein kann dann. Äh, ich kann sie nachher mal versuchen so zu wiren, dass sie an ist, wenn die Hatch zu ist. Wie wärs damit? Ähm, ja, dann kann man nicht, der Kampf gibt's dann nicht bedenken. Äh, jetzt ist wieder zu. Irgendwelche was? Äh, Logikmöglichkeit. Verpackt höher. Mein Fehler. Jetzt, jetzt, jetzt komm ich rein. Ich bin drin. Red doch bitte nur, wenn du grad nichts anderes machst. Das ist ultra schwierig, zum Halbplatz immer wieder anzufangen. Ähm, es gibt sicherlich glaub ich irgendwelche Logikmethoden, dass du sagen kannst, wenn die Tür offen ist. Ja. Ja, es gibt Notgatter und es gibt Schalter. Also, da das nur mit den Schaltern geregelt wird, werde ich das einfach an den Schalter mit anfinden. So Leute, also wenn wir medizinisches Material hat, bitte in die Kiste. Genau. Da holen wir gleich was. Alle Leute, die übrigens Arena Bock haben, ihr habt jetzt wieder Möglichkeit. So, ähm, wenn jetzt grad niemand was hat, würde ich die jetzt wieder aufmachen und rausgehen oder will noch jemand schnell mit? Du kannst schon mal rausgehen. Ja. Ich hab da in den Vorraum zwei Rail, äh, kolgern Munitions hingelegt, was du die mitnehmen willst. Wie gesagt, Waffenraum braucht noch komplett Reparatur. Äh, Mechanik. Mechanisch, so wie's aussieht. Er ist ja leer gewesen. Ähm, shit. Ah, atme. So. Wo könnte ich denn noch ne Box finden? Ne Toolbox. Ne Box zum Reizack einstellen. Ja, wir haben drei von den gelben Ohren bei der Schleuse. Ich hab zwei runtergebracht. Ich wollte eine bei den Medics reinstellen, weil deren voll ist. Auch leer? Ja, ja, die hab ich ganz unten hingestellt bei der Schleuse, dass die voll gefüllt werden können. Ah. So, warum regt ihr das hier? Das war ich, weil ich die Lupe, äh, nicht die Lupe nach oben aus dem Ding Wasser raus, aber ich musste ne Lupe aufmachen. Ja. Haben die da irgendwo aufgefüllt, äh, 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 hier. Wie heißt es, was ist denn? Äh, ich hab welche dabei. Ich auch. Falls irgendwer will. Wenn es hier, bist du im Schiff, also bist du im Wrack? Ne, ich bin gerade, ich bin gerade oben im Schiff, wollte gerade neue holen mit, aber wir haben keine mehr oben liegen, die voll sind. Äh, ich hätte hier noch drei, ich würde auch grad, äh, im Wrack sind auch noch welche, wenn ich das richtig gesehen hab. Dann kommt er, ja, du bist ja eh kaputt oben, kannst du kurz oben bleiben, weil dann würdest du im Frust kommen, dann kannst du ihn geben. Achso. Ja, warte, ich komm rein. So. Wir machen zu. Ähm, ja. Ich sortier grad alles hin, wo es hingehört, soweit. Also schmalz ich unten in die Kisten, ich guck mal, dass ich... Ich hab aufgemacht, sorry. Äh. ...hinrollen. Machst du jetzt zu? Ja, ich mach zu. So. Waffen beginnen zu dampfen. Waffen beginnen zu dampfen. Ah, es müsste repariert werden. Ja. Hier. Vorsicht, die Institutionen haben keinen Sauerstoff. Oh, hast du die hingelegt hier runter? Äh, in den Dings da rein. Die vollen? Ja. Okay. Ich hol euch ein paar Sauerstoffflaschen. Ja, klar. Okay. Ja, ich hab da grad nur... Zwei sind noch im Schrank unten. Dann sind noch einige bei den NGs. Entweder in Solmeck. So. Eine wieder. Die war leer. Die war gut. Warte mal, genau. Wer hat hier noch leere? Ich nehm die mal nach oben mit. Wird noch welche in den Schrank auch getan, die so gut wie leer waren? Mhm. Ja. Hier. Da. Und eine, die ich mitnehmen kann. Und eine. Genau. So. Irgendwer hat ein Harpoongun mitgenommen. So. Du kannst aufmachen. Äh, okay. Achso, ne, die passen bloß nicht in den Dings da rein. Äh, ich mach. Nee. Kannst du sagen? Ja, halt. Nee, da hast du. Warte, hier noch zwei Dinge. So. Äh. Hups. Nach unten. So. Wo war's denn? So. Hab wieder vier Sauerstoffflaschen unten reingepackt. Die sind leer, ja. Die sind viele leere. Ja. Nee, ähm. Ah, eine Welke, dann hat sie die auch auf die Slayer. Ja. Da waren noch zwei Schüsse, aber ich glaub, die haben wir schon, ne? Ja. Äh, wir haben noch Munition, ne? Äh, die haben noch zwei Kästen Munition. Äh, die haben noch zwei Kästen Munition. Äh, es liegt jetzt eine Flair auf dem obersten Level. Also das Level, in dem man raustauchen kann. Als Markierung ein bisschen und so ein bisschen Licht. Ich hab eine Spielzeugkammer gefunden. Nice. Einmal durchsortieren. Äh. Einmal durchsortieren. Äh. So, so. Ich hab übrigens zwei Riot Shotguns gefunden. Nice, nice. Aber ja. Schön ist es übrigens wirklich schön, dass ihr alle da seid. Und dass ihr hier zuschaut. Vor allem, wenn es noch nicht mein Streamtag ist. Und, äh, wo wir jetzt doch schon ne ganze Weile unterwegs sind. Wir könnten noch Munitionskisten schleppen. Es sind noch zwei weiter unten im Schiff drinnen. Wär ich dabei. Äh, Koygan Sachen. Ich hab jetzt gerade meinen Dienst dabei zum Vollmachen meines Containers. Deswegen kann ich gerade nicht holen. Ja. Es ist, wenn du die Leiter ganz runter gehst, dann nachher... Ich, ich weiß wo. Ich hab ja auch schon, keine Ahnung, sechs Kästen rausgeholt. Hm. Äh, komm, wo regnet es denn hier eigentlich rein? Oh, mit fettern. Kriegst du nicht wieder bei uns rein? Ja, aber das regnet es irgendwie rein. Hm. Aber wir haben beide Gegner getötet eigentlich, ne? Ja, ich glaub auch nur, dass das Loch nicht getötet wurde. Ja, ich schau mal kurz, ob wir irgendwas sehen. Ne, ich seh nix. Nix oben. Pff, unten können wir eh vergessen. Da was zu sehen. Okay, ne, wir seh nix. Gut. Äh, ist das eigentlich keiner grad an unseren, äh, Bord und Schützen? Hab grad geschaut. Also außen ist frei? Ja. 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 Ja, mitnehm ich mal wieder. Mein lieber Arzthilfer, ich hab hier noch Zeug. Oh ja. Stell hin, ich sortier raus, dass du wieder ne Box frei hast. Ja, ich hab ja keine Box. Das ist das Problem. Nee. Ja, dann die beiden Kippen, die auf dem Boden stehen, die rote müssten noch Platz haben. Nee. Okay, Moment. Dann haben wir das gleich. Dann schaff ich kurz meinen Platz. Moment. Du hast zwar nicht rein. Wenn die jetzt nicht verlaufen, bin ich auf dem Rückweg mit ner vollen Box. Ja, hab ich doch vorhin gesagt. Gut, okay. Gut. Äh, ich geh mal raus, ne? Ähm, ja. Hoffentlich reicht das nach oben? Aber? Das passt ja, wenn du grad raus willst, weil ich grad rein will. Sehr schön. Sehr gut. Warte mal, dann... Ach nee. Haben wir noch ne leere Box, wo wir rumstehen? Nee, wird grad alles geleert. Ja, ich hol ja grad eh die Munition, von daher ist... Ja, genau. Warte mal, dann stell ich die Box hier ab, bevor wir wieder zumachen. Zack, und folge dir zur letzten Munitionskiste noch. Ja. Also irgendwas ist. Ähm, ja. Jetzt, ihr könnt oben mit zumachen, wir sind draußen. Wir haben übrigens ganz oben noch nen ganzen Schrank komplett frei. Ja. Ähm. Ach so, hat noch irgendwer nen Unlimited Access Key? Nee. Ich hab nur nen Unlimited Access Key getrunken. Bis jetzt. Damn. Irgendwer hat er das doch noch. Nee, ich hab mich verlesen. Ach, schade, weil der Safe ist nämlich noch. Ja. Zu. Äh, was macht Rail, ne Railgunshell oben auf unserem Schiff? Hä? Na was? Railgunshell oben auf unserem Schiff, keine Ahnung. Ja. Habt ihr dann wieder volle Sauerstoff-Quantäne? Ja, ja. Alles voll. Sehr gut. Ja. Dann melde ich schon mal Bedarf an. Ja. Kannst du hier in, äh, unten in Synthi jetzt, äh, jetzt gehen? Äh, ich höre Monster. Hör das Monster? Ah, das Kling? Nein, dieses... Das war das Monster. Kriegt grad jemand in die Schleuse? Ja, ich möchte grad hoch. Okay. Kannst du jemanden aufmachen? Kannst du jemanden aufmachen? Ah, sch... Mäh. Sorry. Äh, jetzt nicht mehr. Äh, ist offen oder nicht? Es ist zu. Ja. Äh. Äh. Ähm, wir könnten... Wir bräuchten nochmal so ne Box, ne? Ja. So. Weil wir hätten hier nochmal... Alle randvoll, glaub ich. Problem. Meldick hat grad reichlich zu tun, aber versuch Platz zu schaffen. Äh, Meldick kriegt jetzt noch nen Schrank und zwar den, den er grade eben nannte. Mit oben ist noch ganz... Da tu ich jetzt Dinge rein. So, wieder zu oder mach ich für Geron auf? Ziehstunden. Alles klar. Ben Resilie? Äh, ja, ich gleich warte. Ich will nur kurz die, die Kiste mit rausnehmen. Dass wir die schon mal hier drin haben. Jetzt kannst du zu machen. Äh, ich hab zugemacht. Du kannst raus. Okay. Warte mal. Ne, ich bleib hier noch hier draußen. Ähm, ich hab jetzt grad in den Schrank hier im ersten Dings was reingetan noch. Äh, in Sagittas? Und tauch nochmal. Kannst du bitte gleich die, ähm, Turbine ausmachen? Äh, ja. Ich dachte Turbine ausmachen geht nicht. Doch, das geht. Das kannst du nicht. Ah, okay. Oberste Etage ganz rechts der Schrank. Die Medics. Aktuell. Ah, okay. Da wird auch gleich ne Kiste neben stehen. Die ist grad voll mit Morphium. Also wer Morphium braucht. Ähm. Der hat sich mit dem Morphium reingeschlossen. Vorsicht, dann kann Morphium abhängig werden. Ähm. Ich hab Morphium Suchtmittelabbau oder was. Gullius, weißt du wo der Medical war? Der Medical ist leer, den hab ich über die letzte... Ne, da ist noch was. Da gab's noch ne Kiste. Es gab noch ne Kiste. Es gab noch ne Kiste. Es gab noch ne Kiste. Äh, es gibt zwei, äh, Stellen, wo richtig viel drin war. Okay, weil da war irgendwie noch... Da war halt noch grad was, was ich da grad eben... Also bist du jetzt, nachdem du rausgekommen bist, dort gewesen? Ja. Auch so. Ich brauch noch jede Menge Maneralien. Ich bin die Treffer runtergefallen und das tat ich. Ähm. Hat jemand noch ne Kiste? Er hat auch gesagt, dann fall da nicht runter. Bin auf dem Weg zu mir. Auch keine Absicht. Grine kann ich nicht ausmachen. Auch wäre noch schlimmer. Selbstverletzende Schuseligkeit. Sondern kommt's hier noch. Die will bloß Morphium. Ich? Nein, nein. So, zack, Bandagen. Wo brauchen wir denn unseren Patienten? Wir bringen die ganze Kiste mit. Oh, sieht irgendwie aus als wenn hier ein... Die hätte ich gerne, die Kiste. Hier, bitte? Ja, kann ich... Da ist hoffentlich... Wo ist hier der Ausgang eigentlich? Ja, gehen wir ran. Ja, klar. Die andere Kiste kannst du mitnehmen. Die ist voll. Ähm. So, wo haben wir unseren... Ach, da. Ähm. Ich weiß grad nicht, wo der Ausgang ist. Da ist bald oben. Ah, okay, warte. Hier. Medizinisch gesehen siehst du aber doch gar nicht so schlecht aus. Hast dir halt ein Bein gebrochen. Genau. Wollt ihr gerade auch rein? Ja. Na ja, gut. Ähm. Moment, dann mach ich nochmal auf für euch. Da bitte. Also, ich will gerne rein. Ich bin... Ja, ich hab's grad aufgemacht, weil ich wollte gerade eigentlich raus, aber... Ist ja kein Problem. Okay, ich bin... Ich bin... Noch jemand, der rein will? Äh, ich hab ne Brechstange. Okay. Keiner scheinbar? Habt ihr den Safe rausbekommen? Noch nicht, ne. Es sollte Wasser ablesen werden hoffentlich. Ja, na ja. Ja doch, jetzt wird er. Äh, bei Waffen. Du tauchst ganz runter, also den einen, bei dem du runter kannst, tauchst du ganz runter und dann wieder so eine halbe Etage hoch und dann rechts. Das ist gleich die beste Stellung, die wir hier haben. Ach ja, übrigens, die Pumpe ist wieder kaputt. Ja, die Pumpe ist wieder kaputt. Ähm. Nehmt ihr den Haufen. Warte mal mit dem rausgehen, bis die Pumpe repariert wird. Äh, warte, dann mach doch mal die Tür nochmal auf, damit wir Dinge rausholen können. Warte, hier könnt ihr einfach rausmachen. Ja. Brauchen wir eine Batterie? Ah, die. Die Pumpe. So, der, die Pumpe hier hinterher. Oh, nice. Äh. Es wäre schön, wenn wir die reparieren, bevor wir, äh, quasi rausgehen. Ja. Piliatus, kannst du noch was nehmen? Äh, ja, kann ich. Ich kann aber weiterfragen. Die Tür öffnen. Das ist ja den Test öffnen, sonst kann ich nicht. Das ist ja den Test öffnen, sonst kann ich nicht. Maschinenraum hat noch ne Kiste stehen. Ich brauche die gerade auf, das ist, äh, verbrauch keine Ressourcen. Ich kann dir den Safe mal zeigen. Gut. Trinkt er nicht. Willst du noch jemand mit raus? Nein, gerade? Okay. Da ist Nick, er ist tot. Was? Ja, Nick Delange. Ah. Ah. Ah, nee, nicht der Nick. Loot den mal. Wo kam den Looten? Äh, bei die gerade? Hä? Alter, wir haben so viel scheiß Munition. Hahaha. Also ich glaube, ich bin die ganze Zeit am Muni schleppen. Ja, ich glaube wir müssen beim nächsten Mal nicht mehr Munition nachkaufen. Ja. Äh. Du könnt mal als Muni verkaufen. Geht nicht. Ansonsten nichts relevantes. Äh, Batterie? Einmal bitte? Äh, Batterie brauche ich selbst. So. Kannst du mal gucken, was du da noch mitgenommen kriegst? Wo brauchst du eine Batterie? Ähm, bin gerade oben beim extra Sunny-Schrank. Bringe ich den. So. Äh, wenn Risse, kannst du mir noch was reinmachen? Äh, bei mir? Ich hab noch Platz. Gut, ich mach, ich nimmer was und schmeiß es hier in den Schrank. Äh, ich mach mal die Schleuse zu. Ja. Ich will nur Muni, ich will mal Munition rausholen. Sagt Bescheid, wenn ihr wieder rein wollt. Ich glaub, ich hab's in den Schrank gepackt. Ah, ja. Genau. Sonst, wie ist denn bisher euer Wochenende so? Sah doch mal los. Alles rein da, alles rein da. Äh, zwei Stück, dann müssen wir's hochbringen. Ich hab noch mal was gesagt. Ja. Jetzt ist es voll, oder? Ja, jetzt voll. Okay. Gut, dann hol ich nochmal mehr Zeug. Das ist gut. War der safe. Ich bin doch eben dreimal über den safe gestolpert. Ich dachte, ich finde den jetzt auch anheb. Das ist alles so dunkel ist auch jetzt. Ja, ich hab schon ab und zu mal eine Flair mitgenommen, weil wir davon auch nicht zu viel haben. Ja, könnt ihr gerne machen, schmeißt es raus. Ähm, ist gerade jemand in der Schleuse? Äh, jetzt nicht mehr, ich mach sie dir auf. Kann sein, wenn's gut. Danke. Äh, die Pumpe hier außerdem ist unten kaputt, Dini bleibt da. Ja, ich komm hoch. Wieso komm ich nicht hoch? Äh, Wiggle. Ich muss nach oben drücken und links rechts drücken, dann geht's irgendwann. Ich bin drunter. Ähm, ich stell hier meine... Achso. Ähm, zumachen. 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 Wie zu? Hier geht's zu. Na? Gott, Erik, lass mal... Ich glaub hier unten. Ich... Wir warten bis das Wasser abkommt. Haben wir wieder leere Kisten? Zum Austausch? Hier ist der safe. Äh, hier steht die Kiste, ich weiß nicht ob die leer ist. Einfach mal anheben, dann siehst du ob sie leer ist. Äh, es ist ne... Das stimmt. Ah ne, das meinst du uns gefühlt nicht hier. Genau. Das war doch... Also war es aber wenigstens schön. Kriegst du den auch oder geht das nicht? Hier hab's doch... Bei Falke. Wir brauchen neue leeren Kisten. Also der ist... Äh... Seht wie aus dem Kabinett. Werk ist leer. Gut. Ähm... Ich hab die Schleuse mal geöffnet für euch, falls ihr rein müsst, weil ich lege jetzt mal kurz meinen Anzug ab. Und geh mal nach Kisten suchen. Warte mal in welcher WG bist du denn jetzt auch grad? Eigentlich hab ich den nicht mehr, aber ich geb dir jetzt eine. Ah, das ist praktisch. Dann musst du nicht wirklich weit suchen gehen, ja? Ne, brauchst nicht. Vielleicht ja. Okay. Ich glaub wir haben alles gemutet. Hier. Ach ne, Gerund. Dann dir viel Spaß, Nick. Schlaf so gut, träumen was schönes und bis zum nächsten Mal. Und Muni, vielen vielen Dank für deinen Raid. Ah, das ist ja schon. Raid, 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 Raid. Ah, Gerund, du bist gemutet, glaube ich, oder? Ach ne. Du bist... Ich bin gemutet, ja. Ja. Genau. Herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass ihr da seid. Wie geht es dir denn? Genau. Seltsamerweise... Ja, ich vergesse immer, dass wenn ich Gerund reden sehe und nicht höre, das daran liegt, dass ich Twitch sehr leise habe und nicht daran, dass Gerund gemutet ist. Und ich sage Gerund dann sehr oft, dass er gemutet ist in letzter Zeit. Nein, nein. Also... Ich habe mir die ID-Text schrädern. Also ich war auch gemutet, so ne. Ja, ja, ja. Genau. Wie war es denn? Wie geht es? Aufmachen hier. Wie war es, Jim? Nein. Ich komme nochmal mit ner... links runter. Also ich habe noch eine Kiste, 12 Plätze frei. Ich habe noch was gefunden, was ich aufforsten kann. Ähm, sofern ich hier runter komme irgendwie... Ja, jetzt bin ich drunter. Boah, da war noch sehr viel Luft drin. Aber sobald ich sehen kann, keine Monster. Damn. Ähm, was macht die da? Was macht Pferd wo? Ne, äh, im Schiff. Ah. Da ist grad jemand mit der Wildgang irgendwas runter. Nein, ich dachte, die Tür ging... Ne, die Tür haben wir schon so geöffnet. Naja. Ähm, kann mich mal bitte jemand reinlassen? Äh, ja. Es müsste offen sein. Ah, okay. Genau, für die Leute, die jetzt grad frisch reinschauen. Äh, mein Name ist Karun. Wir spielen grad hier zu 8. Ähm, Barotrauma. Sind seit 10 Stunden hier tatsächlich live. Und, äh, ja. Bisschen krass so. Hat jemand was dagegen, wenn ich einen leeren Oxygen Tank in diesem Boot zurücklasse? Hm. Nein. Ah, obwohl, Ventresil, hast du noch zwei Slots? Da ist noch... Ja, ja, ich habe genügend, ich habe genügend. Ich habe zwölf zwei Slots. Da links in der kleinen, in dem kleinen Kabinett ist noch was. Ähm, klein? Im Steel Cabin... Äh, im Supply Card. Ja, der hab ich... Eingesammelt. Eingesammelt. Okay, ich baue es hier oben grad noch eins auf. Mhm. Und dann bin ich schon gespannt. Du, Tashi. Ich guck noch grad, ob hier hinten noch irgendwo was war. Hm. Und Dini, hast du noch was hin bei dir? Hast du... Hast du... Nimm eine. Also Engineering ist jetzt leer gelootet, auf jeden Fall. Djin? Ja, hier oben ist noch was. Äh, warum läuft jetzt bei uns eine Nick de Lange rum? Das wollte ich auch grad fragen. Was? Warum läuft... Nick de Lange rum. Kill it. Kill it. Äh, ich hab nichts. Äh... All die dran. Oh Gott ey. Ich hab grad echt gedacht, dass hier ein Husk rumläuft, Mann. Wow. Oh, scheiße. Okay, okay. Halt ihn ab. Okay, okay. Halt ihn ab. Halt, fack doch, fack, fack. Halt ihn nicht. Haben wir nicht? Nur fass. Wir haben uns nicht getraut. Moment, du trägst das andere rein. Ah, oh, wow. Wow, okay. Ja, gut. Das war grad knapp. Gut zu wissen. Äh, ich hab übrigens auch da ein 3G, gell? Vor allem, ich kann dual wielden. Er hätte halt einfach sagen können, ihr zählt grad auf mich. Hab so rübergeguckt und dachte aber im Moment, der Typ hatte aber keinen, keinen Suit an. Wart der den her? Naja, keine Ahnung, wird schon fassen. Hasskalt, ne? Wow. Ja. Ähm, bei mir ist noch mal ein bisschen zornig, wer auch immer noch im U-Boot ist. Über dem Engineering war noch eins. Genau. Ähm, ich bin... Ich hab grad das Ende des U-Boot gefunden, wo es rausgeht. Also wenn du, wenn du mit einer riesigen Kiste nochmal vorbeikommst, da wo Engineering war, eins oben drüber. Engineering, eins oben drüber. Äh, Jin? Ja, das bräuchte mal wieder Reparatur. Wo? Sunny. Bin ich auf richtigen Weg oder noch höher? Jin? Äh, ganz oben. Bist du auch hier was reparieren? Also ich schick mal. Ja. Moment, jetzt komm mit. Ja, ich folg dir einfach mal. Ja. Okay, ich geh zu den Gunnern, die Mie zum Dannen. Erst hier hoch, ja? Nee, hier. Hier hoch? Äh, jetzt. Einfach weiter links. Okay, hier. Hier. Jetzt Zachary Hoover. Moment, ich loot den Typ und dropp das Zeug in den... Ja. In den Schrank. So. Äh, die Mie sind gerade hier oben auf der Batterie. Haben wir mittlerweile genug Batterie? Vermutlich. Kommen wir. Dann können wir gleich einfach welche schreddern, glaub ich. Hm. So weit. Ich hab alles eingestellt, ich hab noch zwei Plätze frei. Äh, wo... Ich bin hier in Mechanics. Was? Ja, eins oben drüber gewesen. Vorhoffn drüber gewesen. Ja, ich glaub dann haben wir jetzt alles. Ah ne, da liegt noch Zeug. Auf dem Boden. Ich hab unten auf jeden Fall eine leere Kiste noch hingestellt gehabt. Da ist noch eine leere. Und da ist die volle. Und da ist die volle. Vielen Dank. Äh, das war's. Nee, du solltest eigentlich da rein. So besser. Stumpes Trauma... Schnittwunden... Kind? Ja? Alles da bei dir? Ja? Verbrennungen? Ähm... Wir sollten jetzt... Wir sollten mittlerweile so ziemlich alles haben. Ja, wir sollten weitergehen. So, hier noch drei Sachen im Schrank, dann haben wir alles. Gut, nehm ich mit. Gottverdammt. Nein! Lass es. Du brauchst mich nicht verarzt sind. Ich schreie es, wenn ich verarzt werden muss. Weißt du wie viele Medis wir haben? Ich muss mit Medis loswerden. Komm mal hier. Schön. Die rennen weg. Ich bin für mich den Typ, der den Nuklearreaktor betreibt. Tod. Das wäre mir sehr wichtig. Persönlich. Ja, ich schau nicht weg. Äh, kann jemand die Schleuse aufmachen? Ja, kann man. Renn weg. Das wäre schon das perfekte U-Boot für einen Draper. Lasse, lass doch jetzt. Äh, siehst du versorgen? Ja. Ja, sehr schön. Du geboren. Du darfst mich versorgen. Ich habe mir auch gerade Verbrennung zugezogen. Sind alle wieder im U-Boot? Ne, einer fehlt noch, glaube ich, oder? Einer war, glaube ich, eben noch in dem anderen U-Boot gesehen. Das war, ich war auf jeden Fall mit. So, ich kann mal meine ID-Karte wieder wechseln. Sonst erschieße ich sie gleich. So. Ich habe sie gewechselt. Das war halt echt schon gut. Ja. Ja. So, Lasse. Assajin, hast du eigentlich die Lichter repariert? Was? Hast du die Lights eigentlich repariert? Die Lights? Die Lichter? Ja. Äh, eben beim Kapitän vorne. Da sind vier Sachen, die kaputt sind, glaube ich. Ich glaube, ja. Ja, ja. Also, vorne beim Captain ist alles repariert. Eine Waffe ist noch defekt. Ah, nee. Hier in dem Verteilerraum. Da sind noch fünf Defekte. Ja, okay. Die gehen regelmäßig gerade defekt. Die gehen alles zwei Minuten gefüllt. Ich bringe mal meinen Diving Suit nach oben. Soll ich... Und dann kann ich auch mit dem Ausladen helfen. Ich bin schon da. Okay. Also du kannst gerne auch mitfahren. Lass mich beide machen, weil... Es kann nur schneller werden. Ich stehe uns auf jeden Fall noch eine Kiste. Ich bringe jetzt... Die Harpune... Ne, ich hab gerade einen mitgebracht. Ich weiß nicht, ob sie jemanden mitgenommen hat. Die Harpune bringe ich jetzt wieder hoch zum anderen Ausgang. Und bringt bitte alle eure Sauerstofflaschen auch zurück. Wenn ihr leere habt oder nicht ganz volle, bitte beim Mechanics abwerfen. Dann steckst du einfach auch in den... In den... In den... In den Schrafen. Ja, das bringe ich in den Waffenschrank halt. Wenn der auch kein Platz ist, nehme ich sie mit. Was wirst du loswerden? Die Harpune? Ja, im Waffenschrank ist Platz. Ja. Ich pack's in den Waffenschrank bei dir. Ja. 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 Wo sind die Batterien eigentlich? Beim Generator mit drin. Ja. Weil du das Ladegerät... Entschuldigung. Ja. War genau das. Ja. Bewegen wir uns eigentlich grad schon wieder oder was ist das los? Nee. Nee, ich will mir erstmal eine neue Batterie holen. Meine Batterie ist alle. Okay. Und da ihr gerade alle mit Ausräumen beschäftigt seid, dachte ich mir, ich glaub da mal selber. Ja. Ich hätte zwei Aquatic Hopi. Ähm. Medical. Kannst zerschröten für Antibiotik... Für Morg... Nee, für Opium. Gibt halt drei Opium das Ding. Äh, also rein in den Schredder mit oder wie? Opium! Oh Opium! Nicht in den Schredder. Nicht in den Schredder. Denkt bei mir, man bringt Opium. Ich... Ich bring's jetzt einfach mal in Medical. Tu's erstmal in Medical und wir gucken dann weiter in Ruhe. Okay. So. Hier Medical. Genau, für die Leute, die sich wundern, was wir hier eigentlich gerade treiben. Wir sind gerade auf Missionen unterwegs, äh, um Waren anzuliefern. Dabei haben wir aber jetzt, äh, eben dieses Schiff, äh, dieses... Dieses U-Boot gefunden, das da gestrandet ist. Und das, das haben wir dann mal gelootet. Das hat sich richtig, richtig gelohnt. Also, wir spielen nämlich gerade Kampagne. Wir haben jetzt hier massiv Munition. Und, äh, genau. So. Äh, liebe Mechanik, sagt bitte Bescheid, wenn ihr die Spiel wird in, äh, der Zusorgfakt hat. Das habe ich tatsächlich gerade. Wer hat niemand geredet, das hat. Okay. Okay. Wir brauchen mehr Kisten, gell? Boah. Lass liegen. Luten und leveln. Luten und leveln. Luten und leveln. Wie Geron gerade den gleichen Orben wie ich hatte. Hä? Ja. Deswegen sag ich auf den gegrillten Pfanda liegen, Lasse. Achso, äh, ich habe hier übrigens mal Munitionsbox zum Schreddern da, bitte. Weil die ist leer. Achso, sorry Lasse. Voll die Tür ins Gesicht. Nimm diese Kiste. Achso, warte. Ich sollte es hier vielleicht nicht im Reaktorraum, äh, liegen lassen. Äh, Pumpe im... Pumpe ist hier down. Wo? Hier unten im, äh, im Dingsraum. Ja, die müssen halt auch mal, äh, schalten. Genau. Ah. Genau, Jin hat es eh schon gesehen. Du musst es hier gar nicht mehr melden. Wir sind... Wir haben keine Tauchung mehr draußen. Ich glaube wir können tatsächlich los... Wenn jetzt noch jemand draußen ist, letzte Chance ist tot. Jep. So. Ich bin übrigens wieder da. Jep, ich bin draußen oder Jep, ich bin nicht draußen. Nee, stimmt. Nee, ich bin, ich bin wieder da als, äh, Dings und ich wollte gerade das, was Jep war als Bestätigung. Wenn du draußen bist, bist du tot. Lasse. Heiße. Heiße mich. Ja, so ein bisschen. Ist jemand am Motor? Ja, ich glaube, Jin. Äh, ja, halt, aber warte noch ganz kurz. Mille Grazie. Warte. Ich wollte nur bereit sein. No problem. Ist schon wieder an. Sehr schön. Sehr gut. Und deine Bodyarmor ist unten. Achso stimmt, ja, die sollte ich noch holen. Cool. Deswegen ist es mir so kühl. Ja, das, Brücke an Maschinenraum, Brücke an Maschinenraum, haben wir Energie? So. Übrigens, es ist Maschinenraum für Brücke, aber okay. Ich habe die Frage gestellt, Brücke an Maschinenraum, haben wir Energie? Ja, ja, aber du sagst, wen du erreichen willst zuerst. Pocki, Energie. Achso. Genau, ja. Maschinenraum für Brücke. Das kenne ich aber andersrum. Also, ich habe es andersrum gelernt. Ist das immer so. Du hast immer die Person, die du erreichen willst zuerst. Weil, du sagst, die Aktor. Und das zweimal auch zu sagen. Die Person wird zweimal genannt, die du erreichen willst. Und dann hast du zweimal die eigenen. Ja, das passt ja schon. Also, ich habe es andersrum gelernt, aber es ist egal. Hä? Das ergibt aber keinen Sinn. Ist ja jetzt egal. Gut, ich starte jetzt den Motor. Achso, ich dachte, wir sind schon längst gestartet. Davon wusste ich was. Stimmt, es wurde noch nicht dunkel. Was soll denn das heißen? Naja, immer wenn er Power zieht. Ähm, genau. Ähm, Captain, könnt ihr mal bitte langsamer an der Power drehen. Also, langsamer die Maschinen hochfahren. Gut. Hat er vorbildlich sogar. Und ich bin auch ganz langsam davon unterwegs. Trotzdem ist ein Meldung-Alarm gewesen. Ja. Ja. Es ist normal. Also, dieses Boot sieht seltsam Strom. Ist sehr, sehr, sehr unhandlich beim Steuern. Alles gut. Wir gewöhnen uns zu einem Verderung an. Genau. Ähm, Feinde von oben. Auf zwei, drei Uhr rum. Übrigens, an denen der ist, Mahlzeit. Danke. 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 Robert, was? Wer ist hier dicht? Dich also nicht. Ich. Ich hätte noch nicht. Sag mir mal ganz kurz, was wir in den Reaktorraum hängen müssten. So. Drei Feinde bekämpft. Sehr schön. Ich sehe keine weiteren. Wir nähern uns weiter und sind vier. Was ist gut? Ähm, nichts. Nichts, nichts, nichts. Gerund, du wirst nachher ein Experiment. Ähm, okay. Ein Experiment klingt auch irgendwie bedrohlich. Er kriegt das gar nicht mit. Keine Sorge. Jenny ist noch mehr nach der Drogen. Ja. Und ja, ich war bei der Bundeswehr, da habe ich das so gelernt, dass man das so sagt. Au. Ich habe das im Uni-Seminar so gelernt. Okay. Drei Feinde erfolgreich bekämpft? Was machst du für Uni-Seminare? Teufel. Achtung, Decke. Achtung, Decke. Achtung, Decke. Achtung, Decke. Also, ich bin immer noch eins. Ich habe meine Kontakte zu gekämpft. Ich meinte noch etwas zu einem, dem im Spruch. Ich habe das mal einer, bitte. Ich tue den hier auf den nächsten Stift rein. Das ist super. Achtung, oben Decke. Wie man einen Wire rausnimmt, also es gibt ja diese Wiring Interfaces mit den Ausgängen. Ja, und ich will ihn da aber raus. Ne, wenn der jetzt raus gibt, ist er weg. Wir sind übrigens mittlerweile näher am Ziel als am Ausgangsort. Sehr gut. Ich muss rausfinden, wo er hinführt. Wow, dann habe ich insgesamt jetzt... Engineer in Lightning Room. Ja. Die Fugie-Hörten, dann mach du. Okay. Ja, gut, du musst das andere Ende dann auch noch rausnehmen, dann ist das Wire weg. Das ist aber das, woran ich vorhin gescheitert bin, dass ich das nicht gefunden habe. Ach, und dann kann ich es rausziehen. Ja, dann zieht es sich automatisch raus. Ne, dann musst du den letzten kannst du dann aus dem State... ähm... nehmen und... also den... wenn du an einem Ende weg hast, kannst du das andere Ende in dein Inventar ziehen. Ähm, als ich es mitgekriegt habe, im Gunnery Compartment gibt es Defekte. Und Feinde auf ein Uhr, zwei Uhr. Ich höre sie. Oh, das ist ein großes Fischlein. Guck mal! Fischlein? Fischlein? Du hast die Erlaubnis mit der großen Waffe zu schießen. Ja, die werde ich auch nutzen. Gerade... Da hast du das gerade sehr anbricht. Guck mal, ja. Kann das sein, dass wir... Wir haben... Wir haben... Wir haben Früche in der Hülle. Äh... Das kann sehr gut sein. Wir sind noch oben. Äh... Wir haben den Airlift Access oben. Und... In der Armory. Okay. Ich gehöre mich um die Armory. Kannst du davon gehen? Erlof? Das versuche ich gerade. Falle nur dauernd. Äh... Und wir sind gerade leicht etwas aufgesetzt unten vorne. Äh... Ist aber noch Eis noch. Jetzt hast du das genau an der Waffe. Äh... Das soll mich da oben oben kommen. Äh... Nein, der Einbruch, Leute. Das war von mir... Äh... Das war von... Ja, Höhenbruch. Immer noch. Okay. Äh... Kann man rausgehen? Oder ist es... Amory ist immer noch voll. Läuft immer noch voll. Äh... Unser Central Access Schacht. Äh... Ganz oben ist es zerbrochen. Airlock oben ist kaputt. Äh... Ich krieg kann... Alle Pumpen laufen oft Vollgas unten. Leute, ich hab ein Problem. Bruch bei mir auch. Sani ist auch dicht. Mach da oben die Türen dicht, Leute. Und äh... Hast du Luft? Hast du Luft, Dani? Oh shit, sorry. Ja. Herr Gin, musst du durch? Ja, eigentlich kühl ich auf die andere Seite. Ähm... Äh... Keiner öffnet die Türe zum Airlock. Geh schnell. Und... Die bleibt. Die sollte zugleiben. Bitte, bitte zulassen. Also... Ähm... Ich kann es wieder reparieren. Der Airlock oben ist, wie gesagt, noch offen. Ja, die Türe... Armory ist... Doch bitte nicht öffnen. Auch nicht mit Anzug. Ja. Ich hab hier oben meine Luft. Ich bin hier oben. Okay, ich versuch's jetzt zu retten. Warte, ich versuch den Feindsort zu bekämpfen. Halt... Der Gegner ist im Weg. Armory ist vollgelaufen. Sani, Raum wieder dicht. Ich hab das geschlossen. Mhm. Sani kann wieder arbeiten. Sani ist zufrieden. Deswegen hab ich dir gerade geholfen. Danke. Kein Problem. Ich hab unten alle... Entschuldigung. Wenn man wieder zur Armory darf, sagt Bescheid, dann geh ich da reparieren. Ähm... Armory ist immer noch vollgelaufen, aber ansonsten ist da nichts in der Nähe, was kaputt ist. Okay. Also du musst... Du musst die Armory natürlich dann reparieren. Ja, da war ich gerade am reparieren, als das durchgebrochen ist. Deswegen sagt... Ne. Also ihr müsst das... Ihr müsst wahrscheinlich die Tür aufmachen und das Wasser rauslassen. Ja, wenn alle Löcher repariert sind. Ne. So. Außer der Armory sind nur die beiden Airlocks. Feind erfolgreich bekämpft. Wer gerade... der gerade repariert wurde, danke. Wir haben nur einen Airlock, der voll ist und da kommt kein Wasser rein. Du kannst aufmachen. Und danke für das Bekämpfen der Feindsort. Ja. Also irgendwo habe ich die oben oben am Hüllen vor. Ja, im Airlock hinten. Also... Ganz oben links. Ganz oben links. Äh... Da habe ich raus. Untere Etage nicht erschrecken? Ähm... Was soll das? Sag doch, untere Etage nicht erschrecken. Nein, nein, da... Dann hin uns nicht. Das ist gerade mein Charakter, nicht das gemacht andere Leute. Ist natürlich praktisch. Die Amory ist wie gesagt immer noch geflutet und mit einem Höhlenkopf. Bitte den doch repartieren, bevor wir weiterfahren können. Ja, wir werden doch mal wieder nach draußen. Äh. Bei dir auch? Ja, bei mir sieht es ganz okay aus aktuell. Ach du heilige Scheiße, es ist doch hier unflimmt. Ähm. Hallo Dini. Haben wir drauf, irgendwelche Feinde? Ich sehe, also am Schiffschiff. Äh, es sollten keine mehr sein. Ich habe sie erfolgreich bekämpft. Du kannst mal das große Viech mal versuchen zu looten, wenn du magst. Ich weiß nicht, ob das geht. Also unterm Schiff sieht man nichts. Okay, äh, ich habe Alienblatt. Oh, das ist gut. Ja. Also gerade keine Feinde in Sicht, zumindest keine, die wir sehen konnten. Gut, äh, wie ist der Schadensairlock gerade? Airlock ist Gans und kein Wasser mehr. Armory ist noch verflutet, meine Maske ist nicht mehr mit Sauerstoff. Äh, hier in dem Supply-Dings ist noch. Ähm, könnt ihr wahrscheinlich von außen reparieren. Äh, ist der Motor gerade an von uns? Ja. Äh, ist viel gestoppt. Ich bin gerade außen am, außen am Arbeiten. Und so, ob ich hier denn sind wir beim Hortfang. Wir sinken gerade übrigens ab. Ich mach dann direkt hinter dir zu, ne? Ja, wenn ich drin will. So, wir sollten jetzt eine stabile Position haben, aber wir haben keine Energie. Wir haben ja einen Wingard dabei. Yep. So. Wir sollten jetzt rein theoretisch nicht weiter absinken, großartig. Ich hoffe zumindest, dass wir jetzt... Ja, ich hoffe mal. Ja, ich glaube, wir liegen auch auf irgendwo, ne? Äh, mittlerweile nicht mehr. Wir stoßen nur vorn ein bisschen an. Dini, was los? Nur ein Schlag, sorry. Okay. Wir stehen stabil. Gut. Äh, äh... Äh, wir haben ein... Müllenflug? Nee, ein... Ah, nee, es war nur die, ihr habt airlocked benutzt. Okay, alles klar. Das war's einfach. Genau. So. Ich bring dir gleich einen neuen Branche, mach die Maske. Dankeschön. Ansonsten hätt ich's gemacht. Du, kein Drück. Boah, ich mach mal die noch Müllen. So, wo hab ich jetzt eigentlich meinen Hut gelassen, verdammt? Ich bin dann wieder in Bord. Okay. Dann... Das ist skandalös. Äh, Achtung, Energie. Äh, ich fang wieder an, ein bisschen loszufahren. Ich bin sogar sanft beim Gas geben. Sehr schön. Sehr hervorbildlich. Die Lichter wurden auch nur ein bisschen gedimmt dabei. Was ist das? Ich glaube, ich habe unsere... unsere Schleuse richtig verkabelt. Ich teste es gerade. Stirb dabei bitte nicht. Eine mittelgroße Explosion. Äh, 900 Meter bis zum Ziel übrigens. Oh ne, wir haben's, die Wend ist... Ach, nochmal hast du's gucken. Kann mir jemand ein Nodgate bauen? Hatten wir nicht noch ein Nodgate rumlegen? Äh... Check, check, check. Könnt ihr mal bitte das Hinterteil unserer Schutz prüfen, ob da irgendein Feind ist? Ei. Ich sehe nichts. Gut, dann war's wahrscheinlich wirklich nur ein Stein. Ähm... Wir haben einen Sinn und eine Wurzel, aber keinen Nod. Deshalb willst du doch bauen. In der Supplybox sind auch zweieinhalb Buhnen. Ja, ist es schon gebaut. Alles gut. Also, irgendwas hängt bei uns hinten am Schiff dran, auf jeden Fall. Ich seh nichts. Ja, das folgt uns. Also, ich seh's immer wieder auf dem Pink. Äh... Welche Höhe? 9 Uhr, 10 Uhr, 8 Uhr? Äh... Das ist bei 9 Uhr. Ich schieße einfach mal blind rein. Wir haben ja ein bisschen Munition. Äh... Ne, das ist genau am Schiff dran. Genau am Schiff dran. Also quasi ein bisschen... Ja, ist doch wahr. Wir haben hier irgendwie 12, 10 Munitionskisten rumliegen. Anna, wann soll ich das... Ich möchte in den 5 Minuten darauf hinweisen können. Wir haben nur so ein bisschen Muni. Hm... Bisschen. Definition, bitte. Also hier li... Wir haben nie genug Muni. Hier liegen irgendwie... Wir werden es nicht groß. Naja, was weiß ich. Also echt, hier liegen halt 6, 7 Kisten rum. Äh... Genau, und... Das ist schon arg. Ist das wieder ein Spul-News, der gerade auch Dinge zu reparieren? Ne. Was? Moment, jetzt fühle ich mich verarschen. Ich habe mir gedacht, hey, ich kriege da heute einen Schlag, wenn ich was verkabel. Also nehme ich erstmal den Strom vom Motor, während ich an dem rumbaue, ne? Äh... Wobei es so sind. Ist das nicht work? Nö, ich habe jetzt einen Schlag gekriegt von dem Motor, der keinen Strom macht. Äh... An welchem Motor? An der Pimp... Pimpel, genau. An der Pimpel in unserer Schlotze. Einfach mal richtig bischleppen, vielleicht funktioniert das ja. War es los? Äh... Sorry, sorry für die etwas abrupte Bremsung an unser Engineering Team. Aber wir haben beinahe in eine Wand reingefahren, deswegen musste ich mal kurz... Ja, okay. Ja, okay. Lassen wir mal gelten. Den hat es halt sehr gut ausgefangen. So. Wir brauchen noch irgendeine Station Verbände. Lasse Verbände... Verbind mich doch mal. Ja, aber ich habe mir halt schon wieder zwei Dings eingefangen. Ich versuche, ich versuche... Ja, ich versuche hier Electrical zu skillen und dann fange ich mir ab und zu eine. Ja, lass das halt einfach. Nee. Also Verbände habe ich ja Mast wert von... Wer hat Brandbunden? Hm, Schnittbunden, aber keine Brandbunden. Und die Schnittbunden sind echt nicht der Rede wert. Also ich habe auch keine Falle. Es ist irgendwie so... Ähm... Bleib steht, bleib steht. Ich habe so 12 Verbände. Ja, das ist immer noch das Monster, was ich gesagt habe. Das hängt da hinten fest und da wird sich los. Also wenn das so weitergeht, habe ich bald nur so verkohlte Stummel als Arme. Solltest du auf jeden Fall Julius gleich mal verarzten. Au. Äh... So, und warte mal eben. Was hältst du da? Also... Du kriegst aus dem Bezeug. Ähm... Check, check. Können wir bitte einen Außenteam-Bereich machen mit Papun? Oh, warte, jetzt habe ich es gefunden. Leute, unser Doktor sieht nicht gut aus. Ja, deswegen habe ich gesagt, den musst du auf jeden Fall verarzten. Ja, auch. Ist der Kabel nicht angeschlossen. Dann lass es. Lass es einen Engie machen. Ich glaube, es ist tot. Also... Wir haben immer noch irgendwas hängen. Also eins ist tot, ja. Wir haben aber auch noch einen Punkt, immer noch, mit dem wir nicht loswerden. Einzige, was zu machen ist, ist, die Pumpe der Schleuse unten muss an der Strom wieder dran. Dann läuft's alles. Oh, da joggt mich doch nicht so voll. Du musst... Es war noch eine. Ich weiß, die Verbände habe ich statt... Äh, ich hole einen neuen. Ja, ja. Hol mal einen neuen Arzt. Der alte ist kaputt. Ich habe hier zwei Kisten voller Verbände. Ist das dann zum Beispiel beim Arzt? Es kann immer nur zwei Erbs gegeben. Einen Meister und einen Schüler. So ungefähr. Ähm... Ey, ich habe mich extra Asi genannt. Ihr wisst warum. Check, check. Willst du immer noch dein Away-Team? Ja, will ich immer noch haben. Wir halten jetzt hier an. Das nervt mich, dass das die ganze Zeit da auf dem Weg drauf ist. So, dann einmal. Der Käpt'n ist paranoid, sorry, aber... Ihr... Du, das ist dein Schiff? So, cool, das war Pumpe nicht von vorhin. An der Pumpe, der rote Draht an Power in oder sowas war jetzt. Sorry. Gut, also wir stehen jetzt still. Und bitte durch das untere Air-Log mal gucken, ob ihr hinten irgendwas seht. Dann... Asmodeus, dann schlafst du gut. War schön, dass du dabei warst. Und dir noch gute See. Leistung rein, ja. Immer eine steife Brise. Ich werde jetzt eine Dröhnung gehen. Auf definitiv. Noch. So, und jetzt... Erst reden. Und jetzt? Wenn man schauen... Äh, geh mal... Nimm dir mal einen Taucheranzug. Und geh da mal rein. Und dann mach mal kurz die untere Luke auf und wieder zu. Und guck, ob es abgepumpt wird. Wenn nicht, müssen wir das wieder abmachen. Und das Ding muss irgendwie anders gebaut werden. Untere Luke kurz auf. Und wieder zu. Oder soll ich zu machen? Ist zu. Ja, wird gepumpt. Zwei Lampen haben Beschädigung. So, ich bin fürs Away-Team bereit. Unten an der Dings. Aber die Punkte ist... Das hört mich nicht so an. Ähm, Gerhuen, kannst du bitte ihr nach Bühne schlappen und das mal warten? Ich bin... Achso, stimmt. Sorry, ich hab mich gemutet. Ich war... Bin unten am... Am Away-Team bereit. Gut. Äh, ich leg meinen Taucheranzug wieder ab, was mir jemand nehmen kann. Wer kommt noch mehr mit? Oder bin ich alleine? Ähm... Guck mal alleine nach. Wobei... Okay. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, guck einfach mal nach, was es ist. Ähm, kann mal bitte jemand, der die untere Waffe hat, nach hinten versuchen zu leuchten so ein bisschen? So, ich gehe raus. Damit du sucht hast. Hm. Ich führe die Kamera auch wieder zu machen hinter sich. Ja, aber du warst noch hinter mir. Ich dachte, du bist auch noch durch. Alter, bist du... Äh, du musst jetzt ein Stückchen nach... Jetzt über dir. Genau über dir. War auch noch, weil ich... Weil ich dir offen war. Achso. Ich habe keine Gedanke. Ist da irgendwas? Sorry. Alles gut. Wollte ich nochmal drauf hinweisen. Ja. Ich habe echt geklappt. Und hier. Links über dir. Achso, ja, das ist da. Was ist das? Das... Ähm... Crawler. Der war da in diesem Leerraum drin. Ah. Ich habe nochmal nachgedacht, kann mir jemand ein Endmodul bauen? Jetzt ist die Pumpe nämlich immer an, wenn die Luke zu ist. Das ist natürlich auch du. Theoretisch ist ja noch schlechter als vorher. Kann da jemand keine Logik oder was? Ähm, ich bräuchte mal eine Welding Gun. Wo? Ich glaube, die Welding Gun kommt nach draußen. Denkt an den Todestod des Todes. Hier bist du. Hä? Ja, ja, ja. Denkt an das Triebwerk. Ja, ja. Achso, ja, ja. Sie sind unterhalb des Triebwerks. Aber ich hatte recht, da waren viele. Ja. Das war in unserer Hülle drin sogar, ne? Ja. Just saying. So. Du zeigst mir, wo? Ja. Mach auf. Uns fehlen Matts fürs Endmodul. Genau, hier jetzt oben. Einfach direkt hier über uns. Boah, ich bin neidisch auf euch. Du Arsch hast mich nicht. Hat sie... Nee. Das kann man doch nicht einfach so sagen. Nini? Schweine. Mein Schnippitzel. Nice, nice. Das ist mein Schnippitzel. So. Okay. Captain, wir kommen wieder an Bord. Ey, ich setze mich gleich ins Auto und fahre nach der Hauptstadt. Der Laden hat schon zu, sorry. Bist du da bist, habe ich es aufgegessen. Hat aber irgendjemand von euch ne Batterie? Äh, kann ich einer bringen. Wo musst du denn hin? Komm mal zum Medicraum. Ja, dring hin. Noch jemand Batterie? Jo. Äh, oben könnte ich einen gebrauchen. Äh, oben könnte ich einer gebrauchen. Äh, ich komme ab, habe noch mit X Batterien und gehe einmal rum. Äh, äh. Achso. Jim kann die selbst. Ähm, was mit der Pumpe los? Achso, die Pumpe tepumpt. Okay, gut. Ganz genau die nicht. Äh, ganz genau. Äh. Äh. Wenn ihr, ja das Vieh habt ihr ja totgemacht. Könnt ihr die Leiche bitte da hinten auch rausziehen? Ähm. Nein, wir haben es zugeschweißt. Zwei Börterringen, vier Strang bei der Mechanik? Das heißt, das Vieh bleibt jetzt ewig da drinnen. Okay. Ja, eventuell. Also falls dein Schiff mehr mufft als sonst, dann weißt du jetzt warum. Äh, ja, ja, dann weißt du, woran es geht. Okay. Äh, hier auf dem Boden liegt es, ne? Braucht keiner mehr. Der Mechanik hat da liegt. Ich? Ich habe doch ganz kurz nachher gekommen. Da wird so keiner in den Kautas. Ah, da ist einer entspannt. Äh, ja, ich lasse ihn in den Schiff. Schrei, wenn ihr wieder drinnen seid? Wir sind drin. Ah, okay. Dann. Ähm. Achtung, ich starte den Motor. So. Jetzt noch zum Medic. Das war jetzt ein bisschen sehr kurzfristig. Ach, sorry. Ja, ich war halt im Lebenswahl gerade auf dem Weg nach unten. Ja. Steht am Reaktor. Gut. Ich habe extra ganz, ganz langsam gestartet. Medik, hier vorne in dem Vorratsteig. Ja, Batterie liegt hier unter meinen Füßen. Dann kommt auch die Autokontrolle. Von dem Vorratsteig ist da. Ich glaube, das ist ganz langsamer. Sehr gut, danke. So, wir steigen Karte auf. Hoffentlich in Richtung unseres Außenkostens, wo wir hinwollen. Wir sind noch ca. 180 Meter entfernt. Achso, warte mal. Du bist bitte auf... Ah, nee, das finde ich krass. Äh, Mist, Problem, Problem. Stationen, Karte abgeschmiert. Okay. Äh, warte, ich habe jetzt das selbe, das kriege ich noch hin. Warte, so, ja. Äh, vielleicht schaffen wir es noch die Kollisionsbehindern. Sorry, wenn die Energie weggeht. K.O. Boy, vielen Dank für deinen Vorderen. Herzlich willkommen bei uns im Game Lab. Schön, dass du da bist. Wie geht's denn? Ähm, gut. Ich glaube, unsere Hülle hat überlebt. Geron, brauchst du noch eine Batterie? Ja. Ja, würde ich brauchen. Hier im Schrank. Dankeschön. Warte, ich lasse hier auch meine alte da. Ja. Die ist gar nicht so leer, aber vorne im Schrank ist tatsächlich noch eine... relativ leere. Nehme ich mit. Ähm, wo ist denn das Wurzelmodul? Wir könnten das mal zerlegen und gucken, ob das rauskommt, was wir brauchen. Unten bei den Engies. Wir steigen auf. Im Schrank. Freut mich zu hören, dass es dir wunderbar geht. So, Marc. Ich weiß nicht, warum das so wackelt gerade. Also, ich glaube, dass die nächste Mal machen. Ähm, oh, wir, 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 wir. Dankeschön. Wir haben hier von Feindkuchen. Äh, ja, ja, ja. Wo sind Feinde? Ich brauche bei deiner Hilfe. Ne, nicht Feinde, äh, in der Nähe von, 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 äh, Wenden. Ah, okay. Schöne, ich glaube, es ist sehr viel... Ja, im Lichtraum ist sehr viel kaputt. Okay, komme. Wir sind gerade an der Unterseite von der Klippe, an der wir lang wollen, die uns quasi von unserem Ziel trennt. Ich hoffe, dass wir über den Weg, wo wir gerade sind, auch da hinkommen. Ähm, Insignitas. Ja. Das, was du brauchst, ist im Schredder. Für das End und Du. Äh, Info an die Engies. Im Reaktorraum ist eine Batterie und der Kasten kaputt. Okay, dann gehe ich da hin und... Lichtraum ist wieder, äh, wieder safe. Danke. Ne, die Box wahrscheinlich absichelt auch. Also, ich stelle hier jetzt mal mittlere Etage Richtung Käpt'n Kabine steht eine Kiste. Mhm. Die ist ran voll mit Verbänden. Was zum... Okay, das muss man merken. Käpt'n Batterie voll hinter dir auf Boden. Äh, danke, ich tausche gleich aus, Moment. Ja. Äh, Info an der, hier halten wir das an. Okay, das ist ein Brems, jetzt brauche ich noch ein Kabel. Ich brauche noch ein Kabel. Also, weg hier, von da hin. Und dann unterschmeißen wir. Bitteschön. Ja. Es gibt überall so große Paneele, die kann man vielleicht direkt in den Praxen mal kontrollieren. Ja, das... Achso, kontrollieren. Ich habe gedacht, da kann man einfach Dinge drin verstecken. Ja, kann man, aber in den Praxen können die auch sein. Kann mir mal bitte jemand sagen, was über uns ist? Äh, ich bin gerade auf dem Weg zu Waffen. Kann ich gleichs machen. Das sieht nämlich aus wie eine... äh, nicht, äh, nicht natürliche Struktur. Ich habe eben noch irgendwo Drähte gesehen. Weiß jemand, wo Drähte liegen gerade? Äh, unten auf jeden Fall. So, ich sehe oben nichts. Wir sind zu weit weg. Okay, dann... Kleinen Moment. Wir sollten da gleich... Cowboy, kennst du eigentlich das Spiel hier schon? So, jetzt vielleicht. Ah, okay. Ich glaube, es ist einfach der Levelrand. Interessant. So dumm es klingt. Das ist einfach gerade. Das ist gerade Felden. Das ist einfach gerade, genau. Ach, gerade Felden. Okay. Äh, weil da auch der Outpost ist, wo wir hinwollen. Warte. Ah, okay. Hier links, oder? Mhm. Achso, dann wird das... Dann wird das nicht der Levelrand sein, oder... Dann ist es schon der Levelrand, aber dann ist es halt... Äh, als ein... Ja, das haben sie halt so gebaut. Mhm. Okay. Achtung. Weniger hoch, weniger hoch. Ja, ja. Ich bin dabei zu bremsen. Ja. Ja, und ich bin... Ich gehe am Reaktor, um Notfall... Und Nagodi, dann auch dir gute Nacht. Schlaf du gut. Komm, war schön. Schön, dass du dabei warst. Bremse, Bremse, Bremse. Und gerne doch. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. So. Genau. Cowboy. Also, damit man mal weiß, was hier abgeht. Ähm, das hier ist Barotrauma. Wir sind sicher zu 8 unterwegs. Jeder hat verteilt... Also, wir haben alle verteilte Rollen. Ähm, oh shit. Äh, Gegner auf... 10 Grad. Ein Husk läuft da... Schwimmt da rum. Ja, bitte... Bitte kümmert euch drum, wenn ich trotzdem versuche, anzutauschen. Ja, Husk erledigt. Danke. Also, ich hoffe, es war ein Husk und nicht einfach nur ein Taucher von denen. Dann war es ein Taucher von denen. Pech gehabt. Nee, aber das Ding... Oh, das Ding zuckt, ey. Hätte sich ja identifizieren können, oder? Nein, es zuckt und hat Tentakeln aus dem Kopf. Ähm... Ich werde das weiter perforieren, bis es in alle Stücke... Es ist jetzt in alle Stücke zerteilt. Selbst wenn es nochmal aufwacht, dann hat es Schwierigkeiten, ähm, uns anzufallen. Das Teil war permanent Bach? Ja, also... Genau, also für die Leute, die sich wundern so, warum zur Hölle ich das jetzt gerade gemacht habe, tatsächlich nicht aus Splattergründen, sondern weil die Husks sind Zombies, die sterben einmal und können dann nochmal aufstehen. Das hatten wir tatsächlich vorhin das Problem, da haben wir Hass aus unserem Schiff schaffen wollen, äh, und plötzlich ist der Scheiß-Tvieh wieder aufgewacht. Nein, 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 Moment, wir haben es nicht auf unserem Schiff gebracht, wir waren das. Ja, ja, also... Au! Bisschen fest, ähm... Bisschen fest. Ja... Nein! Engineer in den Lightning Room. Ey, und wir haben es alle überlebt! Ja, ja! Alle überlebt! Wenn wir uns noch einen Tiefen mitbekommen, für Smooth Sailing, ich habe keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich, alle haben überlebt. Entweder das, oder wir haben nicht so viel Schaden wie gedacht erleden. Ähm... So. Complete the round without any casualties or damage to the submarine, yes. Smooth Sailing. Biss, biss. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Sauber, sauber. No damage to the submarine, es ist sehr leicht, ergonisch. Ja. Hm, wir kamen ohne Schaden an. Ja. Na gut, ok. Ja. Ja, wir haben es zusammen. Gut. Aber ich würde sagen, für heute reicht das erstmal, dann? Ja. Ja. Oder für gestern, keine Ahnung. Oh! Wir... Haha. Ihr wisst ja, was wir in der Mission mal so zwischendrin gemacht haben, ne? Ja. Die nächste Mission, die wir hatten, ist Rack Salvage, also für 2.800 Credits. Curie Outpost, just received a fragmented distress call, äh, distress call from a vessel that was thought to have been lost along with some highly sensitive encrypted data. Retriebe the Captain's Logbook as a priority and return it. Oh, das wird richtig böse. Yeah, by the way... Ja, das ist wieder gut. ...Arena, ist gerade offen, ne? Mhm. Oh, und Falke ist da! Hallo Falke! Hallo Falke! Oh, hallo Falke! Achso, was ist Omega hier? Hä? Falke ist Omega. Falke ist Omega. Ja. Oh! Das heißt ich... Es ist verwirrend. Äh, Omega ist gerade bei Falke in der WG. Ah, so! Ah! Äh, Omega, immer wieder gefallen. Schnuddel mal ganz kurz Falke. Von mir auch bitte, wenn sie mal... Ne, halt, das geht gerade gar nicht. Ich weiß, es ist irgendwie gut. Ja, so. Ich weiß... Genau das Wichtige. Fürs nächste Mal ist nur, erinnert mich dran, dass die Pumpe noch nicht fertig verkabelt ist. Mhm. Was immer noch nicht? Mhm. Als ob wir das bis zum nächsten Mal merken. Also sie ist zum einen durchgebrannt, weil sie natürlich mit sei an, wenn Luke zu, was keiner mit korrigiert hat, powerhaft an ist, wenn wir die Luke nicht offen haben. Mhm. Mhm. Deswegen habe ich jetzt noch ein NOT und ein AND zusammengeklebt, damit wenn Luke zu und Wasser drin sei an geschaltet wird. Und das letzte Kabel fehlt. Weil ich jedes Mal Schlag gekriegt habe. Und praktisch. Das ist ja schon. Medi bleibt bei seinen Drogen. Und ich war gerade dabei, ein Anti-Drogenmittel herzustellen für die abhängigen Fallen. Ja. Ja. Ich weiß, dass hier sehr viele Leute Informatiker sind. Ich bin sehr traurig, dass das nicht funktioniert. Es ist traurig, dass es keinem aufgefallen ist. Aber wir waren alle bei was anderem Gedanken. Ja. Weil das Stückfeld auseinander. Jeder hat seinen Job. Der Motor geht gleich hoch. Ja. Ich habe nicht mehr zum Sonar gestartet. Also von daher. Kein bisschen Spaß zu sein. Das ist heiß. Ich habe das Gefühl, acht volle Kisten an Matzen scheiße verarbeitet. Ah, ok. Sehr schön. Falk ist gar nicht da, sondern Falk ist nur zum Farming da. Quasi. Über Omega. Ja. Falk hat eigentlich nur... Ok, dann... Mitbekommen, dass unsere Medizin also die Leute jetzt Morphium spritzt, bis sie süchtig sind, um ihnen dann das Gegenmittel zu verabreichen. Nein. Wenn sie dann einen Grund hat, das Gegenmittel leerzustellen. Naja. Es gibt ein Achievement dafür. So ist nicht. Also jeder, der von Drogen wegkommt, holt sich und davon kriegt er ein Achievement. Und ich bin schon Medic bei 48. Also es geht langsam aufwärts. Ja. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich weiß nicht mittlerweile, also angeblich kann ich Steuern. Nice. Aus welchen Gründen auch immer... Ich hab jetzt gesagt angeblich. Nicht mehr die Fehlermeldung. So Geron, du willst was? Ja, ich habe ich Medical auf 34, aber habe ich nie Medical gemacht. Vielleicht wird Medical so hoch gestartet als die Kisten. Vermutlich. Aber ich wundere mich ein bisschen warum. Aber ja. Ich würde mich bloß fragen, vielleicht spritzt du dir oft was oder schaffst du viele Verbände? Aha. Nö, dafür gehe ich ja extra zu Lasse. Damit er bei mir skillen kann. Oh ja. Aber ja. Ich bin jetzt mittlerweile bei Electrical Engineering 24, weil ich immer wieder dann... Ich hab irgendwie Brüche bei mir gemeldet. Dann kam niemand. Dann dachte ich so, okay, dann baue ich mal selber. Mal schauen, ob ich es kann. Deswegen musste ich dann auch mal öfter zu Lasse hin. Ich weiß nicht warum, aber ich bin da bei 18. You're nice. Die war es repariert. Ja, ich bin bei Medical siebsten. Startet halt so einen gewissen Dämmel. Ja. Aber Ruder bin ich bei sieben. Hab ich das bei dich an Helm? Ja. Helm habe ich bei sechs. Ja, ich auch. Richtig viel hier. Admirals Uniform. Super witzig. Ach ja, genau. Falls du willst, hätten wir hier auch Nod Komponenten kaufen können. Ja. Du kannst dir auch einen FGPA-Circuit hier holen. Den hatten wir schon. Merkt euch, wir brauchen nächstes mal Kohlendioxid, damit ich auch viele Ressourcen los. Ah, das stimmt. Genau, hier gibt es auch Nod Komponenten tatsächlich für 80. Ja, wir brauchen glaube ich ein End. Du kannst nun, was, ein Regex Feind? Bitte was? Ich weiß, was, was, ein... Was sind die Dinge? Ich weiß nicht, wo der Regex herkommen soll, aber ja. Sends ein Signal, wenn das Received-Signal mit einem spezifischen Regularexpression-Pattern Ah, okay. Ach, scheiße. Da mach ich jemanden mal aufhelfen. Also es ist richtig. Bei mir ist neben der Helm, ist so eine kleine Konsole, wo ich Sachen rein tippen kann. Tatsächlich. Richtig, richtig rein tippen. Ja, vielleicht kannst du irgendwie so Bits-Striving-Erkernungen machen, weißt du so, wenn 1 1 0 0 1 1 ist oder sowas. Wir haben in den End gibt es auch ein Terminal, wo du Dinge rein tippen kannst. Äh, es gibt hier ein Wi-Fi-Komponent. Er ermöglicht eine remote Kommunikation zwischen anderen Wi-Fi-Komponenten, die den gleichen Kanal benutzen. WTF? Ich sehe schon, wir können unser Schiff nach E-Carbohr automatisieren. Ja. Ja, du könntest tatsächlich halt ihm bei der Captains-Kabine tatsächlich einen Button hinterlegen, vermutlich. Der einfach... Der, ne, der halt auch den, äh, die Luken außen auf und zu macht. Das wäre sehr erhackt. Ja. Man sieht, wie lange das gut geht, dass er überfordert ist und alle Luken öffnet, weil von beiden Seiten welche kommt. Nee. Hat keinen Bock mehr. Machen wir alle Luken auf. Pumpen aus. Was? Nee. Wollen wir so rein, dachte? Ganz kurz. Ja. Aber so sagten die, wir holen unsere Leute, äh, wir holen alle Leute an einem zentralen Ort oder auch so. Und alles an einem zentralen Ort würde uns schon tun. Nee. Weil das würde unsere Laufwege reduzieren, das würde Leute aus, äh, außer Gefahrenzone holen. ich habe meine drogen dem kann ich helfen dem brennen was wäre wäre wenn man extra hedges einbauen könnte weißt du genau im reaktoraum wenn er brennt einfach mal auf den knopf drücken und extra pampf einbauen kann man das würde hier ein blutemal der ich habe gerade übrigens rausgefunden wofür wir diese kampagne übrigens machen ich habe nämlich gemerkt dass wir in so konzentrischen kreisen uns bewegen quasi regionen wir können uns weiter vorkämpfen immer mehr bis wir dann zu gewissen brut gründen kommen also und weiter und weiter bis wir dann am ende zu diesem riesen eider kommen das ist ist aber in dieser version noch nicht verfügbar aber rein prinzipiell ist das 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 ziel dieser reise ist halt noch early access also gerade zu einer grenze vom zweiten wir müssen also wir aber das ding ist wir können auch zurück fahren also wir können auch wieder sagen wir wollen jetzt nicht weiter rein wir können jetzt hier ein artefakt swarm hammerhead aber ich würde gerne noch nicht genutzt erzeugen also man hat so ein natural formation kann man irgendwie noch schränke irgendwo hinbauen oder sogar das wäre interessant das sind so dinge die man dinge an die devs die schränke bauen punkten bauen ja ich glaube das einzige was man haben kann ist massiv toolkits in denen man alle möglichsten Rahmenwerkzeugen die in den schränken zu packen ja ich habe gerade irgendjemand von uns hat demnächst einfach langweil und baut nochmal ein eigenes ubud warum haben wir 50 railguns ähm because warum sollten wir nicht 50 railguns haben mir reicht also mir reicht es schon wenn wir irgendwie an alle also wenn wir keinen toten winkel für die coilguns haben und vielleicht eine auf der nase das ist vorne auf der nase direkt das wird schwer ich habe gehört wir bauen einfach das raumschiff aus lovers in a dangerous way ich wollte ich wollte gerade sagen einfach so eine kugel das ist die kreissäge äh die wir mal nachdenken könnten genau ja 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 aber die frage ist wie verwenden wir die das heißt wir müssen die hand nehmen und werfen die nach unten oder was ich glaube das ist irgendwo das hat wir müssen gucken ob es irgendwo so eine teile gibt wenn man die reinschweißen kann oh warte mal hier die remora die remora a range of customization options are available for remora in this model some of the main hull space has been replaced by detachable ballast in a remote control drone das heißt man hat tatsächlich noch eine zweit ein zweites u-boot quasi da dran das ist 7 bis 12 ähm ich habe gehört wir spielen das in der nächsten kampagne ach du heilige obwohl haben wir dann immer noch unser bisschen equip was wir gesammelt haben nö ach du komm scheiß auf das ist ich brauche mehr drogen was ist denn mit der dugong und der beret was ist denn so dass mit den mit den meisten slots das mit den also ich glaube die die castrol acht bis zwölf 12 bis 16 war das größte ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht nochmal gesund Dankeschön ach drittes mal gesundheit ne ach wie wird das wer dreimal niestet drin ist ja manchmal sechsmal niestet aus dem fenster und saibo schön dass du da warst äh und bis zum nächsten mal äh warte ich muss erst mal das putzen ist alles scheiße also von da her äh elf stunden stream ja ja also wenn er ne stunde dranhängt kannst du dir sein zwölf stunden streamen geschaffen ganz kurz wenn dorado gerade da ist ähm dorado ist ja nicht einer von euch rein ganz kurz bitte mal euer vote vor 72 stunden streamen wo kann man dafür voten wo kann man dafür voten das ist der witz äh für wir beiden das ist einfach immer ein auslösungszeichen vote vote vor 72 stunden streamen das ist glaube ich das ne ouch das muss aber nicht unbedingt sein das irritiert mich ein wenig äh marine editor fang an mit alien leaktor ich seh schon nächstes mal haben wir einen schlachtschuss da von epischen ausmaßen oh oh die waffel vielen dank für den follow und herzlich willkommen bei uns im gamelab schön dass du da bist waffeln nein nicht muffin ne waffel oder nicht nur nicht nur nicht nur eine waffel es ist die waffel ach so das ist sogar die e waffel ist das jetzt sowas wie so ein e-girl oder so ein e-boy oh man ich weiß auch gar nicht was die leute gegen e-girls und e-boys haben like seriously dass die leute auch ihre arbeit machen aber ja gut ähm ja genau vielen vielen dank auf jeden fall für den follow und herzlich willkommen hoffe dir hat es bisher auch spaß gemacht scheinbar sonst hättest du vermutlich kein follow da gelassen ah ok die waffel war schon besetzt ok ist voll tricky das heißt wenn jetzt hier nochmal die waffel dann vorbeikommt dann ist jetzt die frage wie nenne ich die die e-waffel und die waffel auseinander halten ok aber gut die waffel schön dass du da bist ähm ich weiß nicht was du jetzt auf dem barotrauma mitbekommen hast ich hoffe genügend um zu sehen was zum fick hier abgeht ähm ihr könnt ein eigenes nouveau bauen mhm ja das ist voll stressig aber ich hab gesehen man kann auch welche runter danke man kann auch welche runter ja es gibt zum beispiel die Reconquist da die sieht aus als sie einfach vier schaden ja stimmt genau wir können jetzt auch mal hier kurz in den workshop reinschauen weil da werden vermutlich ein paar leute schon was gemacht haben es gibt ein duck pack was zur hölle ist ein duck pack äh ah ok die mod verwendet alle Hände mit ducken ok haha 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 ok 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 Spacemord für Barotrauma how about no 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 35 what the hell die haben ein Schiff gebaut mit vier Beiboten alle hochbewaffnet ja das ist dann einfach der 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 Carrier das ist doch richtig geil so kann jeder sich so ein Schiff stammen und denk dir so ich geh meinen nee dann machst du so Zweierteams Zweierteams äh dann hast du acht Leute plus dann die Hauptcrew auf dem Hauptschiff sind nochmal drei sagen wir mal und dann hast du da so äh elf Leute beschäftigt und wenn dann der Carrier sagt so ausschwärmen dann fliegen da so viele Schiffe in der Gegend rum warte die Cutter hat ein Reaktor der sich automatisch abschaltet wenn er zu warm wird hat drei Minuten Batterie äh Notstrom hier die Lichter aus also damit die äh die wenn die drei Minuten sechs Minuten Batterie reichen und guck dir mal die Waffenpositionen an ja die sind schon sehr viel besser aber dafür keine Dings aber dann wird das Spiel doch zu einfach ne du also wie gesagt dafür hat die keine ähm Railgun die Frage brauchst du das? ähm ja ein Schiff ohne Railgun ist kein Schiff ne ein Schiff ohne Railgun ist halt vor allem gegen die größeren Feinde halt echt echt übel äh ich musste da vorhin keine Ahnung so drei Kisten ähm lospratzen gegen die zwei fetten also die das waren noch nicht mal die fettesten sondern so fettere und noch so drei Schlangen ne das war schon das war schon bad es gibt ne Mod mit der kannst du dir mit dem Revolver in den Kopf schießen und dann wirst du nicht wieder auferstehen wenn du von den Death Pass infektet bist mh das ist cool also damit du halt sagen kannst okay hier shit ja äh let's du musst mal gucken auf große Skulag bitte was das für ein oh die Reconquista ist aber richtig cool das ist ja nämlich die mit den vier äh äh alter das ist halt super high super nice come on was hat denn die Christ die Christ Turbo da unten ist das ein zweiter ich versteh das grad grad alter die kleinen Beibote haben ne haben ne kleine Coilgun und ne ne Railgun obendrauf alter was ja wie gesagt ich sag's doch also gut es gibt eins oder was es gibt es es gibt zwei mit Railgun und zwei mit zwei Coilguns um und unten alter bad 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 richtig bad aber es ist die Schiffsbewaffnung und die ganz normale Standard ziemlich schwach ja du brauchst ja aber auch nicht wenn du die Feuerfeuer hast in den Büelchen was ist tombstone was sind die tombstone ah ok the tombstone ist a single occupant transportation pot with no oxygen generator no airlock and very little safety however it is very efficient for its size providing a compact and easy to use submersible that is simple to repair failure to wear a diving mask uh or suit while operating the vehicle is likely to result in impaired motor skills suffocation and or death haha 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 genau das beste ist das review davon von einem Menschen darunter cramped claustrophobic ballast made my socks wet felt like tinned beef the whole time 10 of 10 Alter die something something in Gorilla die Endeavor Alter die Endeavor sieht nice aus die Themen sieht aus als hätte sie jemand in Minecraft gebaut auf der zweiten Seite warte die warte welche ich denk nur das Haus wo auf der zweiten Seite ist äh zweite Seite wie hieß die jetzt äh äh Famous T-H-E-S wie gut es erinnert mich ein bisschen an Airships ja und drunter an dieser Plot ne ja das ist eben Gulag Gulag ok das ist Gulag das ist Gulag und was ich meine oh die Jester 2 ist ziemlich nice die sieht cool aus da ist doch so ein Haus ja wo weiß ich ja das Haus was wo ist ein Haus ja ich gehe weiter runter haha die Deathdweller cool der äh 40k despoiler class mk2 Siggi die Slam Buster alter die Slam Buster das sind einfach sind sechs Coil Guns vorne drauf ne riesen Railgun unten drunter alter alter nuklea äh u71 mk2 alter da hat sich ja jemand nö nein was ist die Prometheus station ist die auf Seite 3 ja ja auf Seite 3 alter alter was ok ich komm nicht mehr hinterher ok wieviel Stockwerke hat die 1 es gibt dort Blumen alter es gibt Blumen auf dieser Station 3 4 5 6 7 8 9 10 11 das ist die Dragonair Alter es gibt eine Abflugtabelle es ist das ist ein Airport Entrance Departures mit einer Shopping Mall im Café Löl Alter mit wieviel Leuten kannst du den Chip dann bespielen alle 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 die Leute wir brauchen ein großes Schiff für wieviel Personen genau ja es gibt eine Drinking Lounge mit Karaoke es gibt ein Communications Room Cafeteria und Küche äh Garten mit benutzbaren Pflanzen äh was ist denn da zwei Laden ein Hospital ein Pool es gibt ein Pool ja jetzt könnt ihr mich gerade mal bitte hart ablenken gerne doch äh ich hab gerade einen Anruf bekommen von einer unbekannten Nummer ich ging davon aus es sind meine Eltern weil das die einzige Nummer ist die mich unterdrückt hat wir sind by the way noch live ne wir sind wir sind wir sind noch live die nie weiß es ist okay okay dann ich wollte das nur eingeworfen haben ich wollte das nur eingeworfen haben what the hell es gibt noch ein größeres Schiff Dini gehört es geht noch größer oh je oh gott ne Oceania gut raus Oceania auf welcher Seite? ich glaub Seite 5 ist das was ist denn what a thrill für ein Raumschiff? ah ne Seite 4 ist das Seite 4 und falls ganz unten hm auf der Seite 4 gibt es eine Galeone die Seite nach vorne die Seite nach vorne die Seite nach vorne also Handy für Schiffsteine du bist auf Seite 5 nicht fragt uns warum welche Seite? das ist Seite 4 es heißt what a thrill oh es gibt eine Firefly ja Firefly Firefly? ja es gibt eine Firefly auf Seite 4 ah Serenity ja Serenity ihr wolltet doch nen Ball haben oder? ja gut geht auf Seite 6 oh man ich hab Angst ja ja alter das ist die Honk die Honk Mother die Honk Mother da ist ein Skelett drin wie gut das ist ja cool ähm Omega hat gerade gesagt äh Ser wäre nächstes Mal gerne dabei ähm ja wenn wir das wenn wir das nochmal streamen dann können wir das machen ja ja freut sich freut sich auch Danny pfff alter es gibt ein es gibt ein Schiff das heißt The Lesbian what? Lesbian? wo? ja auf Seite 6 natürlich wo auf Seite 6 ne auf Seite 5 also ne auf Seite 5 es ist doch Seite Leute auf Seite 8 gibt es dann noch das Highlight dazu passend dazu The Big Dig pff Enterprise vor allem aber warum heißt es The Lesbian was ist daran lesbisch also ich also ich hätte es ja verstanden wenn es irgendwie scherenförmig gewesen wäre es gibt eine Gitarre auf Seite 7 was wir brauchen dieses Schiff aber Seite 8 das sind so geile Sachen da gibt es auch ja die elektrische geht nach auf Seite 7 das ist cool ja die verrücksten Sachen oh die Klaus Trobo was Highlights bei Seite 8 wie gesagt also oh ein Praying Tiger ein Eating Dream ja ja der ist auch geil also wir können es natürlich also falls wir das tatsächlich nochmal streamen und je nachdem wann wir das machen äh wäre vielleicht die Idee dass sich die Community einfach die dümmsten Schiffe raussucht ähm einschickt was wir äh und wir losen es dann aus naja oh mein Gott und wir nehmen dann dieses Schiff das wir ausgelost haben ja mhm egal welches oder halt halt eine eine nicht den Flughafen ja das müssen wir einschränken an der Stelle ja es muss für unsere Gruppengröße geeignet sein ja also ich würde dann sagen einfach irgendwas bis zu 8 Leute und damit Gruppengröße stopp wenn unser ja das kriegt man unterwegs schon hin also wenn jeder dann so 2 Etagen für sich hat das wäre zu viel glaube ich also auf jeden Fall löst ich dann haben wir zumindest was zu tun oh es gibt sogar die Beluga also ich habe auch kein äh ich habe Omega nicht vergessen keine Sorge ähm aber 8 Leute ist immer so ein das lässt Raum dafür dass Leute an dem Tag keine Zeit haben und zweitens dass wir dieses Schiff erst lernen müssen ja ja ich könnte dafür auch eine Troll- und nicht Trollliste machen und einfach so eine Single Mission einfach mit so einem Trollschiff mal verlieren ja das I don't research nicht Alter bist du ich im Ball äh es gibt hier vielleicht drüber nachdenken ob wir mehr als ein solches Kanal dann machen äh Djuuugong gibt es auch noch das ist einfach das ganze Schiff auf eine Etage hä Djuugong das hatten wir doch schon wie willst du durch die Welt da durchkommen hehehe gar nicht hat das ein Antrieb hat das Auftrieb oder hat das einfach nur zwei Beine und ein Greifhaben bitte was hihihi ja es sieht dann auch aus als dass wir zwei Beine und die Reifhaben hihihi 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 das ist sehr schön das ist sehr cool oh mein fieuuugong ich glaube aber nicht dass man damit fliegen kann wenn es zwei Beine und einen Greifhaben hat aber es hat nen Antrieb einer von denen der uns umbringt hihihi hihihi ja stimmt hinten ist ein Antrieb du meinst einer von denen denen ihr vorhin gestorben seid alle äh was nicht rückwärtsfahren bub 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 hihihi hihihi aber ich muss auch eines selber sagen das nicht rückwärtsfahren habt ihr auch nicht gehört Also Gerund beim Crusader auf Seite, ich weiß es nicht, kannst du dich auf jeden Fall nicht beschweren, dass er zu wenig Waffen hat. 15. Hat auch kein Bild, sondern nur so ein Text. Crusader. The Crusader. Ich weiß nicht, was dich von dieser Waffe halten. Ähm, ja. Was dich von diesem Schiff halten sollte. The Crusader wäre okay. Da habe ich wenigstens mal ein paar Waffen. Ein paar? Alle. Elf Korgans. Aber die scheinen irgendwelche Favoriten zu haben auf der Seite 22. Da sind Favoriten eingespielt, oder? Alter. Ähm, wie viele Schiffe da für jedes Kommission zu beziehen einreichen? Vielleicht solltest du das noch einschränken. Oh ja. Na ja, es ist random eh, es ist was so Bums. Aber wir können... 2, 3 hätte ich gesagt, irgendwie sowas. Oder? 20 oder 22. Das ist Fall Off and Die. Sehr gutes Schiff. Sie heißt auch schon sehr gut. Ja, sie heißt einfach nur Fall Off and Die in Seven, nur ganz lange nach oben gebracht. Ja, die hat er ja so gesehen. Oh, die Lance sieht eigentlich ganz fesch aus. Moment, wenn das vier Stockwerke sind, wie groß sind denn der ganze Oshie? Das ist so schlimm. Wow, 73 Top Speed. Nice. Also wenn wir alles nicht brauchen, dann ist das Geschwindigkeit. Wir brauchen Beschleunigung. Du Gong Fat Boy. Du Gong Fat Boy. Du Gong Fat Boy. Du Gong Fat Boy. Die USS Depression. Dann kündigen wir das vorher an und sagen dann entsprechend auch, dass ihr auch bitte aus dem Workshop einfach mal die Raumschiffe, die U-Boote, die ihr sehen wollt bei uns, mal einreichen sollt, irgendwie zu zwei, drei Stück. Das werde ich dann aber nochmal genau ankündigen und dann, genau, machen wir da nochmal einen Stream daraus, hätte ich gesagt. Gut, aber bis dahin, schlaft gut, habt noch ein gutes Restwochenende, schön, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank auch an die Leute, die jetzt mitgespielt haben, also Guglius, Lasse, Halietus, Sanguitas, Ginsendini und Venesil. Genau, schön, dass ihr dabei wart, hat echt viel Spaß gemacht, auch wenn es manchmal chaotisch war. Aber wir haben uns zusammengerissen und wir haben es hingekriegt und darauf können wir alle stolz sein, weil meine Fresse, das war echt anstrengend. Ja, nö, war ja, aber war gut. Spaß war definitiv dabei. Genau, und für die ganzen Leute, die jetzt denken, so, okay, was die lappen können, das kann ich auch, sucht euch mal ein paar andere Lappen zusammen und holt euch dann vielleicht einfach im Humble Choice Grad das Barrow Trauma. Also da gibt es, wenn man sich das Bundle holt mit, glaube ich, drei Auswahlen, das kostet 13,99. Dann könnt ihr auch noch zwei andere Spiele holen, zum Beispiel Hellblade Senua Sacrifice, was ich richtig gut fand. Und was ich als Indie-Titel empfehlen kann, Felix the Reaper, oder was ich mir raussuchen wollte, weil ich Felix the Reaper nicht will, weil es ist ein Puzzle-Spiel. Das, ach Gott, wie heißt das, irgendwas mit The Wind oder so, aber ja. Ich glaube, Supraland war auch noch interessant, dass man eine alleine hingebaut. Kann das sein? Genau, das kann sehr gut sein. Der Trailer von Supraland ist cool, mit dem, wo er am Anfang die Größen von verschiedenen Spielen darstellt und am Ende, ja, Supraland, 10x10 Meter. Genau, The Stillness of the Wind. Genau, Supraland ist tatsächlich auch so ein bisschen dafür gedacht, dass du, glaube ich, tricksen sollst. Und es ist auf jeden Fall ein, wie heißt das Spielgenre, wo du ständig backtracking musst, weil du neue Dinge freigeschaltet hast. Mitchelvania. Genau, es ist Mitchelvania, First Person, glaube ich, war es so, oder Third Person. Und du bekommst halt immer wieder neue Fähigkeiten und kannst damit dann Puzzle lösen und Rätsel lösen und Dinge plötzlich freischalten, die du vorher nicht konntest. Genau, ich habe da ursprünglich ein bisschen mal was mitgeholfen, als der Mensch das zum ersten Mal rausgebracht hat. Da war das noch ganz, ganz Early Access. Aber ja. Genau. The Stillness of the Wind, wie gesagt, kann ich noch empfehlen, das da zu holen. Gut. Und wenn ihr mich dabei, genau, wenn ihr hier diesen Stream unterstützen wollt, dann macht das doch irgendwie am besten über meinen Humble-Link. Schmeißt Donations auf mich oder werft mir, keine Ahnung, Subs an den Kopf. So. Aber bei einem Humble, da profitiert ihr am meisten, weil ihr meines Geld da drüber schickt und Humble mir dann Geld drüber schiebt und nicht ihr. Gut. Hat noch irgendwer was zu sagen? Ja, schmeißt dir Subs an den Kopf. Wirst du sicher, dass du mir die ganze Person an den Kopf schmeißen soll? Oder das U-Boote? Na ja. Na so ein... Also gegen Brötchen hätte ich nichts, ich habe Hunger. Gegen Subs hätte ich auch nichts, weil... Ich habe Hunger. Ähm... Es wurde nicht gesagt, dass das U-Boote für einen Menschen geworfen wäre, alle Leute. Ja, weil wir gerade bei Cthulhu waren, gell? Oh Gott. Genau. Und, äh, genau, wer mehr von Cthulhu sehen will, der schaut dann vielleicht am Montag nochmal vorbei, weil da fange ich, äh, dann streamen wir wieder Smite hier. Also nicht mit den ganzen Besatzungen, leider. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall, äh, Smite spielen und vermutlich werde ich mir nochmal Cthulhu anschauen, einfach weil der jetzt der neue Gott ist, der da rauskam. Boah. Ich werde dann nochmal kurz, äh, Channelsly-Werbung machen, gell? Ja, mach mal, mach mal. Genau. Also, für die, die es nicht richtig mitgekriegt hatten, wir hatten ja heute auch, äh, Cthulhu, wenn wir nochmal Barrow-Trauma machen, würden wir das auch wieder tun. Also könnt auch gerne bei mir mal, äh, beischauen, äh, twitch.tv slash wenn es hier. Genau, wer im Chat gerade aufpasst, der findet auch den Link, muss nicht abtippen. Sehr schön. Genau. Genau. Ich bin übrigens morgen auch wieder live, also von daher. Ja, was machst du denn? Oh, was? Hey, heute. Nee, heute. Also, was machst du denn heute an diesem Sonntag? Was streamst du denn? Äh, Sonntag ist immer bei uns der, äh, Indie-Games and Deathstream, wo wir uns, äh, ein paar Indie-Spiele raussuchen und quasi ein bisschen so über Entwicklung und sowas reden. Okay. Und wie viel Uhr? Von daher, äh, 19 Uhr geht's los. Okay. Also 19 Uhr, wisst ihr, bescheid, wenn du siehe, andere Indie-Games sehen, äh, weißt du schon was, was du zeigst oder machst du's random? Ich bin noch am, äh, schauen. Es gibt gerade ein paar verschiedene Themen, also eins war eventuell, sind ein paar Indie-Games anzuschauen, die sich, mit Lernenspielen beschäftigen, also sowieso, wo so im Hintergrund so ein Thema steht, was ich will dem Spieler irgendwas anderes beibringen, als er, außer das Spiel. Mhm. Und das andere ist eventuell mal ein paar Metroid-Vanias-Standorte-Liste mit drauf, äh, quasi wie die Level so aufgebaut sind, wie man da so hingeht, weil da kann man auch schöne Sachen drüber erzählen. Oder Rätselspieler, ich weiß noch nicht, welches von dem Thema, es kommt auch ein bisschen drauf an, äh, wie's mir da morgen geht. Mhm. Da ja der Schlafrhythmus gerade ein bisschen durcheinander ist, je nachdem, was dann einfacher ist. Aber eins von den drei Themen wird morgen dran kommen. Okay, gut. Dann wisst ihr jetzt Bescheid. Dann schauen wir jetzt vielleicht noch, wen wir jetzt hier noch raiden können. Und, äh, sonst ist dann dieser Stream leider zu Ende, ne? Alle guten Dinge haben ein Ende. Auch dieser Stream. Du hast fast deine zwölf Stunden heute erreicht. Ja, ich muss keine zwölf Stunden streamen. Ich wollte ja auch heute eigentlich ganz, sehr viel weniger streamen. Ich bin, ein wenig auch unglücklich damit, tatsächlich. Das scheint regelmäßig zu passieren, wenn ich dabei bin, oder? Ja. Ja, ich hab das Gefühl, dass es passiert öfter, wenn wir dabei sind. Ja, ihr solltet euch schämen, dass es mir so viel Spaß macht, mit euch Spiele zu spielen. Das ist das Problem, das passiert, glaube ich, immer, wenn irgendwie andere Leute mit bei uns. Streamen dabei sind. Nein. Ne, Dings, man, also ich hab's ja auch gesehen und dachte so, ja, pf, ist jetzt egal. Hab viel Spaß hier ran, ähm, ne? 4chan ist hier, also, come on, was soll ich machen? Also, im Endeffekt, ihr Hund, du bist vor um zwölf fertig geworden, alles ist gut. Ja, ich bin vor um zwölf ziemlich fertig gewesen, was? Ne, im Stream sind wir auch vor um zwölf fertig. Ich mein, wir haben jetzt noch acht Stunden Zeit oder so? Bis um zwölf? Zehn. Sogar, zehn Stunden sogar. Was ist da? Also, was, 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 ich mach's besser. Nur, was anders ist, er ist noch vor seinen zwölf Stunden. Oh, die, what? So, genau, wir werden jetzt mal den Crofi wieder ran, den haben wir schon da seit einer ganzen Weile nicht geradet, der spielt jetzt auch so ein Spiel, was ich, wo ich halt auch zwölf Stunden rein investieren kann, das Satisfactory, das hab ich, glaub, beim nächsten Mal, als ich's gestreamt hab, hab ich auch wirklich so irgendwie zwölf Stunden reingesteckt. Ähm, oder vielleicht denke ich, ich bin mir grad gar nicht mehr sicher. Egal, wollen wir nicht drüber reden. Ja, da, da, da war ich dann, hab ich irgendwie sechs, also 18 Uhr angefangen zu streamen, 18.30, und hab dann, glaub, um sechs Uhr morgens aufgehört zu streamen. Also, ne, das, ähm, durch, durchaus witzig gewesen. Weil dann auch Leute halt ins Bett gegangen sind und dann kamen sie wieder, streamst du immer noch oder schon wieder? Sehr schön. Ja, das ist ein bisschen eskaliert. Gut. Gut, dann nächstes Mal 24 Stunden. Schnauze. Ich glaub, das machen wir nur dann, wenn wir's tatsächlich so machen, für jede 5 Euro, setz mal ne Stunde drauf, so. Äh. Okay. Okay. Gut. Überleg dir jetzt dreimal, ob du das machen willst. Ja. Doch. 20 Stunden streamen, wir kommen. Ach, das krieg ich hin. Du, das längste, was ich mal wach war, war irgendwie... Irgendwie mehr als zwei Tage. Ich glaub, es sind genug Leute, um das hinzukriegen mit den 72 Stunden, ne? Ja. Ja. Also, du denkst... Ich schreib ein paar Sheds an. Genau, der Charity-Stream ist ja auch immer so 24 Stunden, äh, mindestens und dann ist ja vorher Aufbau und danach Abbau und danach noch nach Hause fahren und den ganzen Scheiß aus dem Auto nach oben tragen. Ähm, genau. Beim letzten Mal war ich da auch irgendwie 40 Stunden wach, 42 irgendwie. Ähm, ich war dann sehr froh, dass dann, äh, Dini, Gullius mich dann nach Darmstadt gefahren mitgenommen haben, ja? Darmstadt war es. Äh, wir haben dich bis nach Sangen mitgenommen. Dort abgesetzt, glaube ich, am Bahnhof. Genau. Und dann hab ich mich dort in ein, äh, eine Mitfahrgelegenheit reingesetzt, hab Hallo gesagt, kurz was erzählt und hab dann geschlafen. Drei Stunden lang. Und dann bin ich irgendwo anders rausgefallen aus dem Auto. Okay, ähm, Gullius hat, äh, nee, was? Äh, ich meine, nicht Gullius. Ich habe zwei Einpläge schon mal geschickt. Für Random Chef. Omega hat irgendwie 1000 Euro zu seinem 25. Okay. Okay. Ist ja okay, weil danach kann ich mir einen neuen Rechner leisten, weil der erste dann abgerannt ist, ne? Also, du weißt schon, du weißt schon, dass du in 500 Stunden streamst? Äh, nee, 200, aber es passt schon, ist nachts, aber... Äh, wird schon, wird schon. Wird schon, wird schon. Ja, das bringe ich mir vorher aber noch sehr viel Koffein schicken, würde ich sagen. Ach, Geron hat nie gesagt, dass er in der Zeit schon ihren draufgegeben hat. Ja, und er hat nicht, er hat nicht gesagt, dass er am Stück, äh... Weißt du, wir kombinieren das einfach mit einer Sponsoring-Gelegenheit mit Flora, ähm, und genau. Und hallo Maximal Benedikt, das Problem ist, wir hören hier gerade mit dem Stream auf, also eigentlich ist das so der Plan. Ich versuche jetzt die ganze Zeit schon Schluss hier zu machen, aber wir rhabarbern jetzt hier noch eine ganze Weile rum. Und die Leute wollen, dass ich noch eine Stunde lang streame, ähm... Halbe Stunde. Eine halbe Stunde lang. Ja, keine Ahnung, habt ihr noch ein witziges Thema, was wir eine halbe Stunde irgendwie rumtreten wollen, hm? Wir können noch was zeichnen. Hä? Oh Gott, nein, ah. Ich muss nur noch was brechen, das ist auch eine kuschige Idee. Schöne Idee. Okay. Wir können so schön mit Malen ausklingen lassen. Scheiß auf den Raid. Raid machen wir später. Okay, Maximal Benedikt, bleib noch hier, wir machen jetzt... Wir machen noch was anders. Alter. Warte, 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 warte. Ähm. Wir machen das, äh, wir machen das nachher. Ich mach danach einen Kanal und dann richten wir da Dinge ein.